So, mal testen. Funktioniert hier alles? Ja, die Boxen sind aus. Das scheint auch zu gehen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, ähm, heute. Ja, also kann sein, dass wir heute den Stream vielleicht nochmal neu starten müssen, eventuell. Kann passieren, ich weiß noch nicht genau. Ich hab nämlich den Codec. Ich bin momentan wieder ein bisschen mit, ähm, mit den Codecs am rumspielen. Ähm, und ich weiß aber noch nicht genau, ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert. Also kann sein, dass ich den Stream vielleicht nochmal neu starten muss, ne? Also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie es bei euch gleich aussieht. Mit dem Aufnahme-Codec hab ich momentan sehr gute Erfahrungen gemacht. Der sieht richtig schnuckelig aus. Und jetzt, äh, ich weiß noch nicht genau, bei Forest hat man's glaube ich... Die neuen Forest-Folgen sind noch gar nicht da. Bei Forest wird man's sehen, äh, weil Forest sehr viel flüssiger läuft auf einmal. Oder die Aufnahme läuft sehr viel flüssiger. Ich bin gespannt, wie's jetzt im Stream ist. So, Modchat gelesen. Nein, noch nicht, warte, 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 warte. Entschuldigung, äh, momentan... Ich, ich weiß nicht, der ein oder andere hat's vielleicht gemerkt. Hier brennt momentan so ein bisschen die Hütte. Ähm, aus aktuellem Anlass. Äh... Watt, 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 watt... Okay. Ich weiß noch nicht, wir können vielleicht ganz kurz, Artikel 13, ich weiß noch nicht, ob ich das heute thematisieren will. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil eigentlich wollten wir den Stream ja davon, in Anführungszeichen, sauber halten. Also von politischen Themen sauber halten. Ich weiß nicht, ob ich's ansprechen soll. Und ich bin ganz ehrlich... Momentan hab ich hier ein bisschen die Schnauze voll. Ähm... Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben einige... Haben einige das mitbekommen. So, also... Wir können ja gleich mal ganz kurz ansprechen, aber ich... Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mal über was anderes reden kann gerade. Ich weiß, Artikel 13 ist so wichtig, aber ich glaube, im Stream erreichen wir viel weniger Leute als auf Twitter zum Beispiel. Ähm... Das heißt, ich glaube, es ist okay, wenn wir's hier ein bisschen vernachlässigen. Und, ähm... Flüssige Forceaufnahmen kann ich nur begrüßen. Ja, ich auch. Das war ganz bezaubernd sogar. So, was auf. Ich mach mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit im Bildschirm rumlabere. Ah, die FPS waren grad bei 40. Da scheint's Probleme zu geben. Übersprungene Frames wegen Kodierung Verzögerung bei 1%. Das ist bedrohlich viel. Ähm... Aber wie gesagt, wir testen das gleich nochmal. Wir müssen das gemeinsam testen, weil ohne... Äh... Ohne zu streamen kann ich den Stream-Codec nicht austesten. Das ist das Problem dabei. So. Jemand schreibt grad, ich kann das Thema auch langsam nicht mehr hören. Aber das Problem ist einfach... Das Thema ist immens wichtig. Das ist... Das ist leider sehr, 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 äh, immens wichtig. Weil es uns alle angeht. Und da geht's nicht um YouTuber, da geht's nicht um Streamer. Sondern da geht's um viel mehr als das. Deswegen ist das Thema ja so wichtig. Und deswegen... Ich hasse es, dass ich mich dazu überhaupt äußern muss. Oder geäußert habe. Weil eigentlich wollte ich ja nur privat sein. So, pass auf. Ich schalt mal ganz so drüber. Und zwar auf diesen hier. So. Dann haben wir das nämlich schon mal. Jetzt erst mal... Und zwar! 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 Das Jahr! Und ich hab mir gedacht! Boah! Letztes Jahr! Schwierige Themen! Auf der Pfanne! Die letzten beiden Jahre! Schwierige Themen! Auf der Pfanne! Ich hab unter anderem! Die Trennung! Von der ehemaligen Firma! Gibt die ganze Zeit einen Mikroruckler! Ist das so! Hab ich auch schon gesehen! Hier gibt es teilweise! Wir sind bei 1,2 Prozent übersprungenen Frames! Also kann sein! Dass zwischendurch die Frames immer mal ganz kurz ruckeli machen! Das wäre aber nicht! Das wäre aber nicht so gut! Hast du eigentlich bewusst die CDU über ein Kamm geschert? Thema Artikel 13. Ich kann das alles erklären. Oh Gott, ich kann das alles erklären. Denn viele Leute... Moment, erstmal, wir fangen von vorne an. Ich wollte das Jahr beginnen, ja. Wir wollen das Thema auch ganz schnell abschließen, denn eigentlich ist am Wochenende der Freitagsstream, soll bitte immer politfrei bleiben. Das wäre mir persönlich wichtig, weil ich nutze diesen Stream genauso zum Abschalten wie ihr vielleicht. So, deswegen wäre es mir lieber, wenn wir das vielleicht ganz kurz, ich weiß, dass einige Leute darauf jetzt warten oder auf ein Statement warten und so weiter, aber ich möchte mich eigentlich komplett da raushalten. Verstehst du? Ich will damit nichts zu tun haben. Und jetzt werde ich aber gezwungen, damit was zu tun zu haben. Und jetzt gibt es natürlich Leute, ja, kaum ist sein eigener Arsch auf der Liste, da wird er aktiv. Können wir auch gleich zu kommen. Ist natürlich alles Bullshit, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, die CD über einen Kamm geschert. Ja, ja, da können wir gleich alles machen. So, jedenfalls, ähm, wo wollte ich denn anfangen? Genau, ich wollte das Jahr eigentlich anfangen. Wir hatten jetzt die letzten beiden Jahre, hatten wir, war echt unschön, was hinter den Kulissen abging. Einerseits die Trennung, wie gesagt, von der ehemaligen Firma, andererseits natürlich auch das Thema Rundfunklizenz, ähm, wo man doch versucht hat, irgendwie natürlich nicht, ähm, als, äh, als Beispiel für andere zu gelten oder sonst irgendwas, als, als Präzedenzfall für andere zu gelten und so weiter und so fort. Ähm, das war alles, äh, sagen wir mal, es war, es war nicht schön. Es war wirklich nicht schön. So, gefühlt hinter den Kulissen hat man alles gemacht, aber irgendwie keine, ähm, ja, keine richtigen, keine richtigen Spieleaufnahmen. Ich hab so das, das letzte Jahr, oder die letzten beiden Jahre waren einfach, äh, so. Hab ich gedacht, dieses Jahr fokussierst du dich jetzt endlich mal darauf, die neuen Sachen anzugehen. Alles, was wir machen wollten, ja, wir hatten so Aufbruchstimmung, wir wollten so vieles machen und so, wollen wir immer noch machen, keine Frage. Ähm, so viele Sachen, die man noch so hochziehen will, zum Beispiel, bla, ähm, oder auch, ja, nehmen wir als Beispiel zum Beispiel, Patreon ist ja auch so ein bisschen dahinvegetiert und das will natürlich auch niemand, auch da machen wir uns grad ein bisschen stark. Hört sich jetzt doof an, aber das wird eine Überraschung, ja, da rede ich jetzt aber nicht weiter drüber. Jedenfalls, ähm, jedenfalls, ähm, ja, jetzt kommt das. Jetzt kommt das, wo man wirklich dachte, niemand, der nochmal verstand ist, würde das unterschreiben und plötzlich haben wir es in einer viel verstärfteren Form. Also, ich dachte, ich war tatsächlich, ich war der, ich war der Überzeugung, nachdem Artikel 13 dreimal, äh, zweimal abgewehrt, abgewehrt war, ja, ich war der Überzeugung, das war vor euch schon, dass das niemals durchkommen wird. Oh, habe ich die Lobby unterschätzt. Oh, habe ich die Lobby unterschätzt. So, und, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, so, du solltest echt aufhören. Ist eine Scheißsache weg, kommt direkt die nächste. Ja, aber so ist das Leben. Ich glaube, so ist das Leben. Das war wirklich 20 Jahre Selbstständigkeit jetzt ungefähr. Ich mache jetzt acht Jahre YouTube, aber ich bin schon 20 Jahre selbstständig, habe ich schon ein paar Mal erzählt und das war wirklich die 20 Jahre, es kam halt immer was. Immer und immer und immer und immer wieder. Ähm, und das Problem ist, du bist halt echt immer am Strugglen, um den Status Quo aufrechtzuerhalten, ja. Du kannst nichts Neues aufbauen, weil du immer am Strugglen bist, nur um das machen zu dürfen, was du sowieso schon machst. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Das, oh, das nervt mich so ein bisschen. Und auch, was mich auch nervt so ein bisschen ist, äh, was ich auf Twitter sehr oft sehe momentan, ist Kurzsichtigkeit. Sehr, sehr viel Kurzsichtigkeit. Und das sind nicht nur die Trolle, ne, die generell alles Trollen, die jetzt natürlich auch Artikel 13 trollen. Und ich verstehe mich, ich verstehe bei den Trollen halt nicht zum Beispiel, was machen die dann ohne Twitter? Also, angenommen, ne, es geht jetzt darum, es geht nicht darum, wenn ich jetzt irgendwas hochlade, warte, ob ich erkläre das mal. Es geht jetzt nicht darum, wenn ich jetzt was hochlade, ja, ich lade jetzt irgendein Video hoch. Das kann ich auch weiterhin machen. Das ist gar kein Problem. YouTube ist nicht einfach weg, Twitter ist nicht einfach weg, Facebook ist nicht einfach weg, wenn Artikel 13 wirklich kommt. Das wird ja erst noch entschieden. Ähm, aber, wenn die Plattform plötzlich für alles haftbar ist, was die User da hochladen oder machen und du hast plötzlich eine Riege Abmahnanwälte, ähm, so, äh, du hast plötzlich eine Riege Abmahnanwälte oder sonst irgendwas und du bist, ich nehm einfach mal YouTube einfach nur, oder vielleicht soll ich Twitter nehmen, ich hab, ich nehm mal Twitter. So, bei YouTube ist sonst immer, ja, YouTube. Ähm, es geht aber nicht um YouTube, es geht um viel mehr als das. Es geht auch, es geht um Fanforen, es geht, äh, es geht um alle Seiten, es geht um jeden privaten Blog, der seit drei Jahren irgendwas macht. Ähm, so. Und jedenfalls, du lädst auf Twitter irgendein schönes Bild hoch, ja, von, das nicht unbedingt dir gehört, das irgendwer gemacht hat. Scheiße, was ist passiert, zum Beispiel, ja, oder irgendwas, irgendein Meme oder irgendwas, irgendein Bild, keine Ahnung. Ähm, und dann kommt jemand und mahnt aber nicht dich ab, sondern die Plattform Twitter, weil Twitter hat ja Geld. Da kannst du was holen, weißt du? Und dann kommt noch jemand und mahnt die ab und noch jemand und noch jemand und das ist nicht nur einer, sondern bei so vielen Usern kriegt Twitter 50.000 Abmahnungen. Ja, irgendwie, die, die Cam spinnt heute ein bisschen rum, egal. Twitter kriegt 50.000 Abmahnungen pro Monat. Was ist denn mit der Cam los? Hör auf, Cam. Ich glaub, die fokussiert Nutella da hinten, ne? Ich bin mir fast sicher. Das, wir müssen mal ein bisschen gucken. Ähm, was ist zum Beispiel, wenn Twitter jetzt für sich feststellt, okay, pass auf, Kosten nutzen ist nicht mehr gegeben. Ich muss das Nutella-Glas mal umdrehen. So, Kamera. Hallo, Kamera. So. Was ist, wenn Twitter auf einmal feststellt, Kosten nutzen ist nicht mehr gegeben? Ähm, wir schalten das mal auf europäischer Basis ab. Weil, ganz ehrlich, das lohnt sich nicht mehr. Wir müssten da jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter einsetzen, die sich darum kümmern, jeden einzelnen vor uns auseinander zu halten. Das ist bei Twitter die Geschichte, das ist bei Facebook die Geschichte, das wird bei YouTube die Geschichte sein und so weiter. Jede von den Plattformen kann einfach sagen, ist es uns nicht wert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ne? Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich zieh in die Schweiz. Ja, ich zieh nach Amerika. Ja, ich zieh. Und vor allen Dingen, das Ding ist, es ist ja nicht nur bei sowas. Das kann ja auch nur. Jedes System in der Form wird ja auch noch missbraucht. Das sieht man aktuell auch. YouTube hat ja diesen Upload-Filter. Die haben ja die Content-ID. Und das wird missbraucht einfach. Das wird missbraucht. Und ich als Content-Creator hab die wenigsten Rechte. Seitdem ich diese Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist lizenziert. Alles. Hab ich ja auch erzählt. Alles lizenziert. Ähm, Endscreen-Musik, alles lizenziert und so weiter. Seitdem ich lizenzierte Musik benutze, hab ich viel mehr Claims und viel mehr Arbeit und viel mehr Aufwand und muss immer Widerspruch einlegen. Und weißt du, was dann passiert? Der Widerspruch wird abgewunken. Nicht bei allen. Aber bei einigen wird der Widerspruch abgelehnt. Und die sagen dann, nö, claim ich trotzdem. Obwohl du Lizenz hast. Du hast bezahlt? Mir doch egal. Kümmer dich doch selber drum. Als Content-Creator bin ich der letzte Sack auf YouTube. Das bin ich jetzt schon. Ähm, und das ist einfach, und man kann sich halt nicht ausmalen, wie es dann später wird. So, weißt du? Das ist so. Und vor allen Dingen, du kriegst ja nicht nur Claims von Rechteinhabern. Du kriegst auch Claims von Third Party. Von irgendwem. Ich hab mal auf, auf, ähm, wie hieß nochmal? Auf Miss Survival hab ich ein Lied. Da wurde ein Lied geclaimt, was überhaupt nicht drin war. Irgendein Party-Lied. Ich hab vergessen, welches es war. Irgendein Party-Lied. War niemals drin. Ich hab dagegen Widerspruch eingelegt. Und ich hab gesagt, Widerspruch abgelehnt. Manuelle Prüfung, wohlgemerkt. Manuelle Prüfung. Also, das, du kannst dir das einfach, du kannst es dir nicht ausmalen. Solche Systeme werden einfach missbraucht. Und wenn da noch jemand steht, wie unser Freund Axels Welt, ja? Weltfremd Axel. Der steht dann da. Ja. Wie das technisch umgesetzt wird, das wissen wir nicht. Aber wir machen das. Das sind physikalische Schmerzen, die ich habe. Wenn ich sowas höre. Das sind physikalische Schmerzen. Das kann man sich nicht ausmalen. Das ist... Du weißt noch nicht mal, wie du es umsetzt. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es geht nicht nur um Twitter. Es geht nicht nur um YouTube. Es geht um jeden privaten Blog. Es geht um jede Seite, die dann zum Beispiel länger als drei Jahre am Start ist und so weiter. Ähm... Scheiß auf die. Die müssen... Die sind in der Bringschuld. Die müssen das irgendwie hinkriegen. Oh... Ich weiß gar... Ich weiß gar nicht. Und ich will mich... Ich bin ganz ehrlich, ich will mich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen. Und trotzdem bin ich da knietief in der Scheiße. Und dann sehe ich dann diesen Artikel von heute in der FATS, wo dann die wie ist die Agentur nochmal? Ich muss da nochmal ganz kurz gucken. Ähm... Wie hieß denn die Agentur nochmal, die das gemacht hat? Äh... Das war das. Ich habe hier leider... Ich habe momentan 30 Milliarden Tabs offen hier. Genau. Presse. PMG Pressemonitor GmbH. Hat ja diesen Artikel in der FATS gehabt. Mit Armenika. Ne? Habe ich ja vorhin readfeedet. Und dann habe ich mal geguckt, wer ist denn dieser Presse... Diese Pressemonitor GmbH überhaupt? Die Gesellschafter der Pressemonitor GmbH sind neben den Verlagen Augstein, Burda, FAZ, Gruner und Jahr, Springer, dem Süddeutschen Verlag und der Verlagsgruppe Handelsblatt, auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Da ist die ganze Bande einfach unter einem Dach und knüppelt so eine Scheiße raus. Alle die, die da drin stecken und so einen Artikel freigeben, unglaubwürdig. Wie kannst du denn als Zeitschrift, als News, als Zeitung, wie kannst du dich denn so diskreditieren mit so offenkundigen Lügen? Lügen. Mit so offenkundigen Lügen. Wie geht das? Ich kann nichts mehr davon konsumieren. Also, ich privat. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ihr das nicht dürft oder so. Kann ja jeder lesen, wo er will. Ähm. Ich habe bis jetzt immer die Bild-Zeitung gemieden und die Welt. Die beiden habe ich gemieden. Aber, Alter! Watt für'n, äh. Musik ist ein bisschen laut, ne? Warte mal. Äh. Deine Kamera stelle ich immer umscharf. Ja, das ist leider wahr. Und du kannst halt, du kannst halt wirklich gucken, wer hat zu Artikel 13 vorher berichtet, bevor dieser Aufschrei kam? Hashtag Aufschrei. Äh, wer hat darüber berichtet? Das war, soweit ich das gesehen habe, war es nur heise. Also, ich hab nicht, ich bin nicht überall vertreten. Was ich gesehen habe, war nur heise. Alle anderen haben es komplett totgeschwiegen. Ich muss wirklich das Sofa irgendwie, ich muss da, so, warte. Okay, ich mach mal ganz kurz, ich bin, Sekunde. Ich bin, ich bin mal sofort wieder da, warte mal. Sekunde. Ähm. Bild ist zensiert, sorry, wegen Copyright. So. Gut. Ich hoffe, jetzt klappt's. Ich- Ohohohohohoho. Ich hoffe, jetzt klappt's wegen dem Gesicht. Ähm. Zieh dir ne Hose an. Ich hab Jogginghose an. Das geht schon. Das Ding ist einfach, dass das Ganze halt, äh, ja, es wird halt totgeschwiegen. Und weißt du auch warum? Damit die 5 Millionen Idioten, die online ne Petition unterschreiben, so aussehen, als wären das die einzigen. Als wären das, als wären das die Bots. Weil das Thema halt nicht öffentlich gemacht wird. Und wenn jetzt öffentlich gemacht wird darüber, dann natürlich nur so, dass wir eben wie Idioten dastehen, die mit Bots arbeiten und so weiter. So wird das gerade gemacht. Diskreditiert wird einfach. So wie es halt läuft. Sechs große Verlage steuern das Geschick eines Landes. Was ich übrigens auch schlimm finde, aus persönlicher Sicht ist übrigens, wie gesagt, da wollte ich nochmal ganz kurz, ähm, ganz kurz drauf eingehen. Wenn Leute jetzt sagen, irgendwie, ja Gronkh, äh, ja, jetzt wird dieser Gronkh aktiv, wo es um seinen eigenen Arsch geht. Ja, was war denn mit vorher? Ähm, wie gesagt, ich will mich gar nicht, ich will, ich bin kein politisches Instrument. Du kannst nicht sagen, dass jeder, der irgendwie Reichweite hat, oder jeder Comedian, sagen wir mal, dass jeder Comedian sich plötzlich auf der Bühne politisch engagiert. Ganz ehrlich, da geh ich doch nicht mehr in die Veranstaltung rein. Ja, wenn er jetzt irgendwie, wen gibt's denn jetzt aktuell? Wen gibt's da aktuell gerade? Wer ist, wer ist gerade, wer ist gerade aktuell? Stell mal vor, du gehst zum Comedyprogramm und auf einmal fängt dann sowas an, wie ich hier gerade mache. Das willst du doch nicht... Ja, ja, Karolin Kebekus. Nehmen wir mal Karolin Kebekus. Luke Mockridge. Ja, du gehst da hin, setzt dich ins Programm und auf einmal geht die große Podiumsdiskussion los. Ja, das ist so ein bisschen, ist Themenfremd halt. So, ich bin nicht, ich bin nicht dafür da, mich politisch zu äußern, ich will das auch nicht. Verstehste? Ich bin nicht das Sprachrohr dafür. Und ich hasse es, dass ich mich da einklinken muss. Will. Und ganz ehrlich, ich wollte auch keinen großen Aufriss machen mit dem Hashtag, ja, das war nicht meine Intention. Ich war einfach aufgebracht und das war ein privater Tweet als Antwort an die CDU. Das war ein privater Tweet. Aber nun ja. Und, äh, mein Hashtag nie wieder CDU, weil die Merkel das quasi verdealt hat, immer mehr oder weniger im Alleingang. Und Axel Voss eben noch, der das Ganze angestupst hat oder immer wieder anstupst und antritt und so weiter, seit Monaten schon. Jahren? Kommt halt aus derselben Bagage. Deswegen. Nicht wegen, nicht wegen dieser Liste, die umgeht. Ne, von Martin Sonnenbaum hat so eine Liste rumgeschickt. Oh, ich freeze gerade ab und zu. Ähm, 1,3% Frameausfall. Ich muss, ich muss gleich vielleicht nochmal, äh, doch hier umstellen nochmal die Codex. So. Was ist denn ein privater Tweet? Na, ich seh das immer so, wenn ich jemandem antworte zum Beispiel. Ne, wenn ich jemandem auf, so aus privater Basis antworte. Ich hab das jetzt nicht an alle geschickt, tatsächlich. Interessant fand ich auch ein Artikel, übrigens auch auf Heise war das glaube ich, ähm, dass der Axel Voss quasi die Forderung vom Bertelsmann Verlag eins zu eins quasi wiedergegeben hat. Das fand ich noch ganz, ganz interessant. Da kann man sich, kann man sich jetzt eigene Gedanken zu machen. So, und ganz kurz, ähm, wie ich gerade noch sagen wollte, ähm, wie ich gerade noch sagen wollte, die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja Gronkh, wenn's um deinen eigenen Arsch geht und so weiter. Ähm. So, Kapitis Damno schreibt gerade, schön wie Gronkh Lügen verbreitet. Die Tagesschau hat x Videos auf eurem Kanal und Spiegel Online und die Zeit haben auch ausführlich berichtet. Es geht doch nicht um jetzt. Nach dem Aufschrei. Es geht um davor. Davor war es still. Es war still in der Presselandschaft. Es geht nicht um jetzt. Viel fehlt nicht mehr und er ist auf AfD-Lügenpresse-Niveau. Sicher. Na gut, wenn das so ist, dann... Sorry. Außerdem hab ich ja gefragt, wo stand das? Wie gesagt, auf meinen, da wo ich gucke und ich gucke meistens bei allem, was bei Google News ist. Ich glaube nicht, dass Google News Interesse daran hat, Artikel 13 auszublenden, sondern die hätten's wahrscheinlich eher prominent positioniert, ja. Weil wir sind alle Google bezahlt, hab ich gehört. Ähm. Und ich hab da nichts von gesehen. Gar nichts von. So, ist, ist leider wahr, bis auf wenige Portal und einige YouTube-Videos kamen von den großen Nachrichtenportalen gar nichts. Und wie gesagt, ich seh, ich rede nicht von jetzt aktuell gerade. Wo man quasi diskreditiert wird dann auch noch im Artikel. So, kannst du den Autofokus mal aussch... Ich weiß gar nicht, was der heute hat mit AUKU, äh, mit AUKU, mit Autofokus. Was noch da los? Ich weiß nicht mal, wie ich die bei der Kamera hier abschalte. Habe ich nie gebraucht. So, was ich aber sagen wollte, ähm... Was ich aber gerade eben sagen wollte... Zwei Probleme, die ich gerade sehe. Also das erste, was ich immer noch sagen wollte, war das mit dem, ja, jetzt wo Groms Arsch auf der Liste steht, pipapo. Mein Arsch ist gar nicht auf der Liste. Ganz ehrlich, ich bin... Wir mussten früher schon, als wir mit Let's Plays angefangen haben, ja... Da hatten wir alle gar nicht die Rechte, die Spiele aufzunehmen. Wir mussten uns die Erlaubnis zu erholen von Publishern und so weiter. Das mussten wir früher schon machen. Was jetzt passieren kann, ist... Hier, Herr Newstime! Liebe Grüße, Herr Newstime! Und übrigens noch mal... Ganz großes Hut ab an hier, Herr Newstime, der wirklich, der sich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr reingekniet hat in die ganze Thematik, mit den ganzen Interviews und so weiter. Ich bin sehr dankbar. Ich bin da momentan... Ganz ehrlich, guckt euch unbedingt die Videos auf Herr Newstimes Channel an. Ja, ihr könnt von ihm halten, was ihr wollt, wenn ihr da gerade in irgendeiner... Ihr seid Apo-Red-Fans und sonst irgendwas. Klar, da ist man vielleicht nicht gut zu sprechen. Äh... Aber, ganz ehrlich... Herr Newstime, eine unentbehrliche Quelle bei diesem Thema. Und das sagt schon alles, wenn ein YouTube-Kanal wesentlich mehr Recherche betreibt, als alles andere, was man liest. Auf offiziellen Portalen. Das ist... Ja... Das sagt viel aus über die Thematik. Ich sehe gerade, die Nachdenkseiten haben wir darüber im Vorfeld schon mehr als kritisch berichtet. Okay, die Nachdenkseiten kenne ich nicht. Wie gesagt, ich kann natürlich nur von meinem eigenen Fokus sprechen. Ähm... Ich kenne nicht alle Nachrichten oder nicht alle Portale. Das ist ja klar. So. Was ich hier gerade noch sagen wollte. Wir mussten uns als Let's Player früher schon immer die Rechte reinholen für die Sachen, die wir spielen. Und... Wenn ich das hinterher wieder mache. Ich glaube, inzwischen bin ich dann in einer sehr viel bequemeren Position, als damals, wo man halt angefangen hat. Ich glaube... Ja, die Leute... Und das sicher als Problem, dass Leute... Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Ob das jetzt Trolle auf Twitter sind, ob das jetzt sonst irgendwer ist. Ob man jetzt einen Gronkh mag oder nicht. Ich oder einen YouTuber, ob man einen YouTuber hasst. Weil das ist alles sowieso asoziales Gesokse. Und die sollen sich mal eine richtige Arbeit suchen und bla. Das ist inzwischen... Das ist völlig bedeutungslos bei diesem Thema. Und statt sich gegenseitig zu zerreißen und jetzt irgendwie zu sagen... Ja, aber der hat ja... Ja, aber die haben ja... Gibt's gerade vielleicht Wichtigeres? Vielleicht gibt es gerade etwas, was uns alle angeht, die wir im Internet sind. Ob das jetzt auf YouTube ist oder auf Twitter und so weiter und so fort. Oder auf privaten Blogseiten, die vielleicht schon länger als seit drei Jahren existieren und so weiter. Ähm... So... Und ich hab momentan... Ich hab momentan so unglaublich viele Anfragen in der Inbox. So Interview-Anfragen. Und das will ich alles nicht. Das will ich alles nicht. Das will ich alles nicht. Ähm... Und ich will mich auch auf keine Seite stellen. Ne, also ich will mich jetzt nicht... Weil jetzt sagt die eine Seite... Ja, Google. Ihr seid doch alles Google-Lobbyisten. So weißt du... Oh, ernsthaft. Ähm... So. Aber wie gesagt, ich will das Thema natürlich... Ich will das Thema nicht über den ganzen Abend ziehen. Weil ich würde heute gerne... Heute würde ich gerne ein bisschen abschalten. War es nicht so, dass nur Seiten, die auch ein wirtschaftliches Interesse haben, damit im Boot sind? Also private Seiten wären raus. Ist das so? Und was heißt... Was heißt, äh... Wirtschaftliche Interessen? Heißt das, ähm... Heißt wirtschaftliche Interessen? Dass ich auf der Seite Werbung schalte, um mich selbst zu finanzieren, damit ich vielleicht irgendwann von der Seite leben kann? Weil ich mich eventuell selbstständig machen würde gerne, wenn eine Seite gut läuft? Heißt es das? Das ist doch wieder schwammig formuliert, oder? Hmm... So. Und ganz kurz... Weil Leute gesagt haben, ja, du bist doch... Du bist doch Influencer, warum organisierst du nicht? Lalalalala. Ähm... Es ist immer ganz erstaunlich, wie Leute denken, weil man irgendwas ist oder irgendwas macht, kann man plötzlich alles. So, weißt du... Ich zieh mir gleich meinen Cape an und fliege in den Bundestag. Nein, das Ding ist, ähm... Ich würde gerne Demos unterstützen, indem ich zum Beispiel darauf aufmerksam mache und gerne auch hingehen selber. Das würde ich gerne machen. Ähm... Soweit ich weiß, am 23.03. finden deutschlandweit Demos statt. Da würde ich gerne irgendwo hindüsen. Ja, wo gerade eine Demo ist, da würde ich hindüsen und würde mitlatschen. Es ist aber kein Fantreffen. Oder... Fantreffen... Igittas Wort. Ähm... Es ist aber kein... Ne, du weißt schon. Europaweit. Entschuldigung. Europaweit. So. Morgen ist eine Demo in Köln. Und die ist echt kurzfristig. Warum ist die so kurzfristig? Wer hat das gemacht? So... Das ist so... Mann! Das finde ich sehr gut. Aber, weißt du, eine Demo wäre sinnvoller, wäre das nicht ein bisschen langfristiger zu organisieren, damit Leute sich freinehmen können? So. Ich muss nämlich gucken, wie und ob und wo. Das ist halt mega kurzfristig. Und ich würde lieber was richtig Großes, ne, richtig große Demos aufziehen, als wenn du jetzt ganz kurzfristig was organisierst. Ähm... Am 16.3. ist nochmal eine in Köln. Ne, die ist morgen. Am 16.2. Soweit ich weiß. Ich habe ein bisschen Angst, dass da zu wenige Leute hinkommen. Und morgen ist auch Dreamhack, lese ich gerade. Stereo, liebe Grüße. Oh, Ruckel. Ähm... Morgen ist auch Dreamhack. Am 23.3. europaweit. Also ich würde es halt so machen, wenn am 13.3. noch eine ist, äh, am 16.3. noch eine ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe, das kann ich, so kurzfristig ist bei mir leider immer ein bisschen schwierig. Ich habe leider auch meine Verpflichtung. Ich möchte aber auf jeden Fall hingehen. Ich versuche mich da irgendwie hinzukriegen. Ansonsten, ich werde versuchen auf jede Demo zu gehen, die irgendwo angekündigt ist. So. Das habe ich bei der AKTA gemacht. Das würde ich auch wieder machen. Ach, am 16.3. Stimmt. Ah, fuck. 16.3. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin Wir haben eigentlich Eigentlich haben wir am 16.3. Ein Stream Das ist ein Samstag Aber am 15.3. kann ich nicht streamen Deswegen wollte ich nur am 16.3. verschieben Und da ist eigentlich was Da ist eigentlich was bezahlt Was Neues Was ich mal mit euch ausprobieren wollte Ich verrate nicht was es ist Es wäre sowas wie Let's Watch quasi Ein gemeinsames Und ich würde das unbedingt gerne Irgendwie hinkriegen Ach am 23.3. 23.3. Okay Ja am 23.3 bin ich sowieso dabei Moment warte Jetzt komme ich aber durcheinander Wir haben morgen eine Dann haben wir eine am 13.3 Und am 16.3 Alter Leck mich am Arsch Ganz ehrlich Habt ihr eigentlich Urheberrecht verstanden? Urheberrecht? Hab ich noch nie von gehört Urheberrecht Kenn ich nicht Und falls ihr sich interessiert Das Urheberrecht Muss man auch heute schon beachten Das Urheberrecht ist nicht plötzlich Nicht existent Weil Artikel 13 beschlossen werden soll Das Urheberrecht gilt jetzt schon Also Demos Morgen Am 16.2 Dann wie ich gerade gehört habe Am 16. Ne am 23. Am 16.3 Ich erleck mich doch am Arsch 23.3 Ich schreib mir das mal eben auf So So warte Das war das falsche Fenster So Nicht dass ich dann nachher noch Wenn ich das mehrfach Durcheinander gebe So 16.2 Das ist morgen Aber nur in Köln Ich weiß noch nicht genau wo In Köln Demo Dann hatten wir noch am 23.3 Europaweit Da werde ich auf jeden Fall Sowas von mit dabei sein So 13.30 Morgen 13.30 Neumarkt Köln So Also Morgen Für Leute die in Köln waren Wohnt morgen Am 16.2 Um 13.30 Am Neumarkt Köln Ich verstehe jetzt Warum Kommentatoren Oder Moderatoren Immer diese Karten haben Wo sie reingucken So Das ist wirklich sehr kurzfristig dabei Ich habe mal irgendwo gelesen Dass diese ganze Panikmachung Artikel 13 nur künstlich erzeugt wäre Ich habe auch mal irgendwo gelesen Dass wir alle nur Bots sind Ich bin damals wegen Akta Auf die Straße Erinnerst du dich Bei Akta war ich auch auf die Straße Da habe ich noch in Braunschweig gewohnt Da sind wir am Am Schloss rumgelaufen Da war ich auch auf die Straße Ja und wie gesagt Also ich gehe gerne mit auf die Demo Und so Das mache ich gerne Aber eine Demo ist halt kein Kein Foto-Event Kein Unterschriften-Event Die Demo ist Wichtiger als das So alles klar Die Bots laufen gerade durch Schön Oh das ist gerade interessant Das ist gerade interessant Warte Bitte bedenkt alle Dass Demos bis zu zwei Wochen Im Voraus angemeldet werden müssen Und alle spontan Demos Von der Polizei zerschlagen werden dürfen Bitte informiert euch Über die Rechtmäßigung der Ankündigung Okay Ist die für morgen Ist die bei der Polizei angemeldet? Muss man immer machen Die Erfahrung haben schon YouTuber gemacht Glaub ich Also ist genehmigt Alles klar Demo Morgen ist genehmigt Alles gut So Gronkh wie ist das mit den Claims? Jemand claimt Du widersprichst Die sagen Hey wir claimen trotzdem Und dann Die können doch nicht ohne rechtliche Grundlage Und Beweise nicht einfach sagen Wir machen das so Doch genau das können die Dann kannst du nochmal dagegen vorgehen Und dann können die da mal einen Strike reinhauen Wenn die wollen Du kannst vielleicht YouTube anschreiben Und hoffen Dass die sich drum kümmern Ich mach das gerade so Ich hab Das hab ich jetzt auch die Woche gemacht Ich hab jetzt Zwei Tage lang Hab ich Lizenzen aufgelistet Alles Bis jetzt nur Musik Ich hab auch Also so Videolizenzen hab ich auch Oder sowas wie hier Den Hintergrund der hier durchfliegt Sowas Ähm Hab ich lizenziert Alle möglichen Sachen Und dann mach ich gerade eine Liste Ähm Und damit Huch Und damit hab ich dann auch Zwei Tage verbracht Nur alle Musikstücke in die Liste zu packen Und dann geb ich Studio 71 Bescheid Und äh Die kümmern sich dann darum Gott sei Dank Gott sei Dank Aber ja Im Grunde genommen bist du der Arsch Jetzt schon Wird heute auch gespielt Ja Warte Ich würde heute gerne Das hier ausprobieren Also den ersten Teil Das kennt ihr ja Ne Das ist der Vater Der ruft gerade Guck mal hier Nehm ich mit Nehm ich mit Ich hab Bier Der sieht so ein bisschen aus Oder Das ist der Puma Mann So Es gibt kein Merch Zu New Dawn Leider So Aber New Dawn Kleine YouTuber Haben gar keine Chance mehr Lieber Valetzi Das ist Das ist faktisch falsch Wie gesagt Als wir damals angefangen haben Ich war ja auch Ich hab genauso angefangen Ähm Wir hatten auch keine Erlaubnis Wir mussten uns die immer holen Von Publishern Immer Und Soweit ich weiß Die meisten Publisher Haben inzwischen schon Erlaubnisse Auf ihren Seiten stehen Einfach Die kannst du einfach Copy pasten Da sagt keiner was Wobei ich kann nur Für Let's Player reden Ich kann jetzt Ich weiß jetzt natürlich nicht Bei Beauty Vlogs Wie das da ist Wenn ich jetzt ein Produkt In die Kamera halte Wie zum Beispiel Habe ich das Recht Diesen Becher zu zeigen Ich weiß es nicht Das Problem ist Es gibt einfach Viel zu viele Fragezeichen So das Problem Äh Das Problem was ich gerade habe New Dawn läuft bei mir nicht auf dem PC Es startet einfach nicht Ich weiß nicht genau warum Es startet bei mir nicht auf dem PC Ich hab keine Ahnung Und ähm Deswegen habe ich jetzt Zwei Möglichkeiten Entweder ich schalte gleich nach oben Ja In das andere Studio Wo es auch wieder rosa Kopfhörer gibt Wahrscheinlich mit Katzenöhrchen Ähm Und zwar in Pans Aufnahme Mit Zimmerchen Da würde ich von da aus spielen Notfalls habe ich noch die PS4 Version installiert Das Problem bei PS4 ist tatsächlich Ähm Das Problem bei der PS4 ist Dass ich ähm Echt scheiß am Controller bin Bei Shootern Also noch beschissener als sonst Und das will ja was heißen Hast du es als Admin gestartet? Ich habe alles probiert Ich habe sogar Uplay neu installiert Komplett Das funktioniert nicht Das funktioniert nicht Die Möglichkeit hier quasi irgendwie so eine Exklusivwaffe zu gewinnen Ich kann das gleich noch mal Ich kann das gleich noch mal vorlesen Wie genau das funktioniert Man muss nichts anderes tun Außer bereits Huch Ach What? Und wenn die PS4 spielen wollen Und sich so einen Drop abgreifen wollen Ich kenne mich da nicht so richtig aus Ehrlich gesagt Wir hatten hier schon mal Drops Und das ging Das war Furchtbar Furchter Furchtbar Übertrieben So, was? Elflin mal informieren. Ach, cool. Ja! Alter, Elflin, was ist denn mit da los? Gut, Elflin... Ah ne, der Anschuhlin ist das gerade. Und Volki. Ach, alle schreiben das gerade. Cool. Dann brauch ich ja nix sagen. So, dann brauch ich ja nix sagen. Man muss sich bei Ubisoft registrieren und dann muss man nur 30 Minuten im Stream sein und dann kriegt man das wohl irgendwie. So, ich hab das jetzt einmal freigeschaltet. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich dachte, ich mach's mal, weil... Es ist halt geschenkt. Vielleicht freuen sich Leute ja. Ich hab keine Hand. So. Das T-Shirt hab ich schon super lange. Guck mal. Das T-Shirt haben wir doch schon ewig. Das hatte ich schon auf der Gamescom vor zwei Jahren an, glaub ich. Weil der meiste Leute ein bisschen länger braucht. Ich brauch momentan, ähm... Alle Freitage unpolitisch? Was soll die Überschrift? Wir hatten schon immer... Also früher waren nicht Unterschriften, nicht Überschriften. Jetzt hab ich ne Überschrift. Äh... Wir hatten schon immer. Überschriften, die sich zum Beispiel auf aktuelles Zeitgeschehen beziehen. So. So. Seit den zwei Jahren schon mal gewaschen hast, das Shirt? Nö, warum? Die Farben müssen noch neu bleiben. Da wasche ich doch die Shirts nicht. Ich lass das ausdünsten. Die Ding. So. Prost aus dem neutralen Becher. So. Also wir gucken dann zwei, drei Stunden rein, wie wir es damals bei Far Cry 5 gemacht haben. Und dann gucken wir mal, ähm... Ich weiß noch nicht genau, was wir heute noch spielen. Das weiß ich noch nicht genau. Apex spielen wir wahrscheinlich nicht. Was hältst du von Metro Exodus bisher? Huuuuh. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Metro war ja früher sehr linear, ne? Also, hab ich so in Erinnerung. Das war sehr linear. Aber Metro Exodus jetzt ist plötzlich etwas anders. Es ist zwar noch... Ne, das Lineare ist noch da. Aber plötzlich hast du noch so ein bisschen nicht Open-World-Aspekt, aber Open-Map-Aspekt. Das wusste ich nicht. Und, ähm... Ich frage mich, wie viele Folgen das werden. Denn ich will sehr ausführlich spielen. Oh ja. Oh ja. Warum nicht frei ab 6? Lieber Mr. Yunus, ähm, weil wir freitags immer ab 18 Uhr starten. Deswegen frei ab 18. Freitag ab 18 Uhr. Mhm, mhm, mhm. Was? Zieh mal bitte das Forest LP in die Länger. Ja, ich will nicht, dass es aufhört. Ich will einfach nicht, dass es aufhört. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir bei der Yacht waren und dieses Artefakt geholt haben... Gibt es ja noch was, was wir damit tun müssen. Und das wussten wir vorher nicht. Deswegen müssen wir eigentlich noch einmal aufnehmen. Also noch ein einziges Mal müssen wir aufnehmen. Keine Spoiler. Oh! Aber wir waren noch... Bei der... In der Höhle. Da ist doch diese... Hinter dem Absperrband. Das haben wir noch gesehen. So, aber wir wollen natürlich bauen. Wir wollen natürlich bauen. Das Problem ist... Das Problem bei Forest... Ähm... Nein, jetzt kann ich das nicht mehr spielen. Nein, keine Sorge. Es gibt keine... Wie, kein Spoiler. Aber in den Kommis Spoiler ohne Ende. Schreibt die Elblin gerade. Also die Kommentare bei Forest. Also die sind so'n... Die sind so'n Spoilfest, Alter. Das ist einfach 99% der Kommentare. LOLOLOLOLOLOLOLOL. Oh, das ist ein Träumchen. Haaa. Ach ja. So, nochmal wegen den Claims. Das ist doch mega unfair. Das wäre ja, wie wenn ich im wissenschaftliche Arbeit schreibe und irgendjemand behauptet einfach, das wäre ein Plagiat. Da muss der mir das auch beweisen. Ja, aber genau so ist es halt. Genauso ist es momentan bei YouTube. Und es gibt halt viele... Viele Fake-Claimers, sage ich mal. Fake-Claims oder Firmen. Sogar Firmen, die sich auf Fake-Claims spezialisiert haben. Gibt's halt auch. Weil Systeme missbraucht werden. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach nur, weil Leute, weil es halt auch schlechte Leute gibt. Die Systeme missbrauchen. Huch! Okay, der ist ein bisschen groß, ne? Shamey, dankeschön, Shamey! Upsi! Der ist noch sehr, sehr groß. Sooo... Mh, 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 mh. Ja, natürlich wollen wir nach dem Ende von Forrest weitermachen. Machen wir ja auch gerade. Aber trotzdem werden wir ja irgendwann mal... Irgendwann werden wir ja mal, ne? Und ich will aber gar nicht, weil das macht Spaß. Mh, mh, mh. Nutzt du ein Grimdown Shorter? Nein, äh, Shorter. Grimdane Shorter. Nutzt du ein Grimdawn Shader? Mein Englisch nicht gut. Äh, nein. Nein, nein. Das spiele ich ohne Shader. Aber es gibt sehr geile Shader von Reshade zum Beispiel. Darth Vicky, verwechsel bitte keinen Stream-Spielstand mit einem Let's Play-Spielstand. Also, das ist, äh, ist ein bisschen schwieriger, weil wir haben keine... Also, wir machen keine 1000 Folgen. Dann könnten wir wahrscheinlich auch anders bauen. Aber du hast natürlich recht. Mh, mh, mh. Nein, das mit den Seilen, das mit dem Craften der Seile haben wir tatsächlich... Haben wir beide? Also, der Tobi wusste es nicht und ich hab's halt völlig vergessen. Weil es halt ewig her ist. Ich hab's völlig vergessen. Ich hab's überhaupt nicht mal auf dem Schirm. Also, das ist nicht, äh, das war wirklich Doofheit. Das war jetzt nicht irgendwie gestellt oder, oder, oder... So, sondern, es war einfach, es war einfach Doofheit. So. Dementsprechend machen wir uns dann in der nächsten Aufnahme drüber natürlich lustig. Long Dark spielen wir auch noch weiter. Lieber Frankengott, viel, viel Dank für die Giftshubs. Dankeschön. Ähm, Long Dark spielen wir auch noch weiter in Episode 2. Die machen wir bald. Aber, dass es noch keine Episode 3 gab, hab ich gedacht, Episode 2 lass ich ein paar Tage vergehen. Nehm jetzt noch ein paar Sachen auf, die gerade aktuell sind. Und, ähm... Und dann haben wir auch weniger Pause bis zu Episode 3. Das mit den Fischkörben war auch Doofheit. Ne, das wusste einfach keiner. Da kommst ja auch nicht drauf, dass du, ähm... Dass du die Ha... Dass Hasenfallen... Gleichzeitig auch Fischfallen sind und komplett anders aussehen. Da kommst du halt nicht drauf. Weil Hasenfallen waren früher nur Hasenfallen. Und Sabi, auch dir. Vielen Dank, Sabi1968. Hat insgesamt 26 Subs gegiftet. Dankeschön. So, du bist voll LW geworden, Alter. Das ist absolut richtig. Das ist völlig richtig. Extra. Damit hier nur LW-Leute zugucken auch. Hm, hm, hm. Und keine Sorge. Wir wissen inzwischen, dass man Seide craftet. Aber jetzt brauchen wir keine mehr. Das ist sehr gut. Juuuut. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hm. Der alte Gronkh hätte keine pinken Kopfhörer getragen. Hä, klar. Warum soll der denn nicht? Dem alten Gronkh wäre das scheißegal gewesen. Hm, 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 hm. Ich weiß nur, dass rosa nicht unbedingt meine Farbe ist. Ich würde zum Beispiel auch keine rosa Shirts tragen. Oder rosa Hemden. Das ist einfach nicht meine Farbe. Atralux, dankeschön. Ich finde die nur wahnsinnig bequem, wenn man halt stundenlang, wenn man stundenlang vom Rechner sitzt, sind die halt wahnsinnig bequem. Wie zufrieden bist du mit Unity Media, bist du dort auch Kunde? Nein, ich bin nicht mehr Kunde, aber ich war immer sehr zufrieden mit Unity Media. Also ich hatte nie Probleme. Ich musste auch nie den Support in Anspruch nehmen. Vielleicht war ich deswegen auch so zufrieden. Ich weiß es nicht. Ähm. Hm, hm, hm. Was machst du, wenn der Filter dich abschaltet? Siehst du deine Arbeit in Gefahr? Äh, lieber Baltic? Nein. Also ich geh erstmal davon aus, dass YouTube und Co. nicht abgeschaltet werden. Ähm, ich geh davon aus, dass wir für die Spiele, die wir spielen, auch die Rechte kriegen. Ähm, Musik und so ist alles lizenziert. Da mach ich mir auch wenig Sorgen. Ist jetzt schon lizenziert. Haben wir ja alles vorher schon gemacht. Jetzt nicht wegen Artikel 13, sondern einfach nur, ähm, weil immer mehr geclaimed wurde. Jetzt wird noch mehr geclaimed. Ähm. Sehe ich aber erstmal nicht in Gefahr. Trotzdem muss ich natürlich immer vom Schlimmsten ausgehen. Ergo Plan B. Was war mit dem Unity Media Rave? Lieber Doc Oktober, das war noch vor dem Umzug. Da waren wir noch bei Unity Media. Ich hab gesagt, wir waren immer sehr zufrieden. Und wir mussten auch, wir mussten aber auch nie den Support in Anspruch nehmen. Wir waren aber immer sehr zufrieden, als wir da waren. Dann bin ich umgezogen. Dann waren wir nicht mehr bei Unity Media. Und dann war ich plötzlich sehr unzufrieden, denn ich hatte zwei Monate kein Internet. Mit der neuen Firma. Aber da war der Support sehr vorbildlich dann. Leider erst, nachdem ich die Gronkh-Karte ausgespielt habe, weil ich doch etwas ungehalten wurde. Und das ist eine Sache, die will ich eigentlich auch nie machen. Weil ich das hasse. Wirst du das neue Far Cry spielen? Ja, nach Möglichkeit gleich. Wir müssen jetzt kleine Streamer aufpassen, wegen Musik, wenn sie streamen. Lieber Mr. Black Mauts. Mr. Black Mauts, ähm... Ist ja jetzt schon eine Grauzone. Artikel 13 wird es nicht ändern, dass die Musik dir nicht gehört. Das ist ja vorher schon so gewesen. Das heißt, es ist jetzt schon. Das kommt darauf an, wie Twitch damit umgehen wird in Zukunft. Ganz unabhängig von Artikel 13. Gehört Far Cry Dawn zu Far Cry 5? Ja, ist aber ein Standalone, soweit ich weiß. So, inwiefern die Gronkh-Karte ausgespielt? Ähm, die Gronkh-Karte ausgespielt heißt, ich habe auf Twitter an die neuen Provider geschrieben. Telekom. Da habe ich als Gronkh auf Twitter geschrieben. Normalerweise mache ich das nicht. Normalerweise rufe ich im Support an, warte genauso wie der andere Mensch fünf Stunden in der Warteschleife und werde dann ignoriert oder da kommt ein Techniker vorbei und macht irgendwas und geht wieder und es funktioniert immer noch nicht. Ja, alles, alles mitgemacht. Aber nach zwei Monaten brauchte ich unbedingt wieder Internet. Und das Pendeln wurde langsam echt ein bisschen teuer. Zur alten Wohnung und das doppelte Mietezahlen. Deswegen habe ich dann als Gronkh einfach mal Bescheid gegeben. Sehr deutlich. Und wie gesagt, eigentlich mache ich das halt sehr ungerne. Warum machst du deine Musik nicht einfach selber? Ja, du hast recht. Ich bin der Influencer. Ich kann alles selber machen. Ach, ja. Hat das dann geklappt? Ja, das hat dann geklappt. Tatsächlich hat das geklappt. Bezahlt die Musiker mit Exposure. Übrigens, ganz kurz, liebe Grüße, er wird hier nicht zugucken, aber ganz liebe Grüße an Kill the Alarm. Ja, von dem haben wir einige Tracks, haben wir im Repertoire, die wir öfter mal benutzen. Die haben wir auch alle lizenziert. Und ich hatte ihn angeschrieben, weil Kill the Alarm hatte ich über Beatpik lizenziert. Ja, eine Plattform, wo man Lizenzen kaufen kann. Und das wurde halt geclaimed von Beatpik aber auf dem Gronkh TV Channel. Und dann habe ich natürlich wieder einen Spruch eingelegt und Beatpik so hat sich im Monat nicht gemeldet und hat dann gesagt, nö. So, und, ähm, ich habe dann Kill the Alarm, weil wir hatten vorher schon ein bisschen Kontakt, habe ich halt angeschrieben und gefragt, ob er da vielleicht was machen kann, ob er dem Bescheid sagen kann. Ähm, und er hat sich dann, hat sich dann gemeldet und, äh, liebe Grüße übrigens und, ähm, wird sich natürlich freuen, wenn wir mal wieder etwas lizenziert würden, klar. Und, ähm, vielleicht mal wieder etwas spielen würden und er wird sich dann gerne, er will sich dann da kümmern. Aber das ist halt, eigentlich sollte das nicht möglich sein, dass er das macht. Weißt du, das ist, ähm, ja. Und ich hätte gerne auch selber auf Twitter bei Beatpik Bescheid gesagt, aber die sind seit 2014 nicht mehr auf Twitter aktiv, das wird denen relativ egal sein. Ja. Ich dachte, wir wollten jetzt nicht den ganzen Abend drüber reden. Ne, das war jetzt ein anderes Thema, das war jetzt das Kill the Alarm, von dem wir ganz viele Lier haben hier. Ja, ich mag, ich mag das eigentlich nicht so, ich mag das nicht, die Home-Karte zu nutzen, mag ich eigentlich nicht so. Deswegen war mir das auch so ein bisschen, bei dem, ne, bei dem Leasing war mir das auch so ein bisschen so, ja, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, was ich weiß. Genau das ist dann wohl der Rechtsfreie Raum im Internet, genau umgekehrt. Dein Name ist Programm, keine Ehre unter Dieben. Was willst du machen? Wolltest du nicht was spielen? Ja, ja, wir quatschen am Anfang immer ein bisschen. Bleib mal Piano. Wir quatschen auch am Anfang immer ein bisschen, keine Sorge. Das machen wir immer. Also herzlich willkommen allen, die jetzt neu dabei sind. Ja, nicht wundern. Wir reden am Anfang immer ein bisschen, dann gucke ich immer sehr schweigend hier in diese Richtung. Denn da ist bei mir das Chatfenster. Und dann lese ich gerade, was die Leute so schreiben und dann quatscht man so ein bisschen. Was ist jetzt mit dem 1% Frame Loss? Man kann den Ruckel halt alle 15 bis 20 Sekunden sehen. Ähm, das wird bei den Spielen wahrscheinlich genauso sein. Ja, wir haben 1,5% Frame Loss. Also, äh, Frame Drops. Da müsste ich vielleicht mal gucken. Ich könnte, ich könnte den Streaming-Codec, könnte ich glaube ich lassen. Der läuft jetzt nämlich über die GPU. Ähm, über NVENC. N-V-I-N-C. Ähm, aber den Aufnahme-Codec würde ich dann glaube ich wieder auf X264 stellen, glaube ich. Ja, mhm. Dann habt ihr immer noch im Stream die bessere Qualität. Und bei der Aufnahme. Hm. N-V-I-N-Code. Ja, NVENC. Ist ja immer abgekürzt. NVENC. Hattest du das World-First-Rennen? W-W-W-P-V-E von World of Warcraft am Schirm. Ich habe einmal reingeschaut. Eine ganze Weile lang. Aber ich weiß gar nicht mehr, gegen wen da alles. Ich habe keine Ahnung. Und wer das war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hm. 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 Ach, der Pottpüree. Viele Grüße. Ja, manchmal, das kann, das kann, ja. Man unterschätzt das glaube ich schnell. Und je mehr es sind, desto mehr, ja, Gegenwind wegen irgendwas kriegst du dann auch immer. Das ist aber, also beinahe auf einer täglichen Basis eigentlich. Man entwickelt ein relativ dickes Fell nach der Weile. So, die neue OBS-Beta hat die neue NVENC-Version drin. Weniger Leistung wird benötigt. Genau die, äh, genau die haben wir nämlich gerade checksten. Ähm, deswegen habe ich hier umgestellt. Ich habe die OBS, den Release Candidate 1, habe ich mir runtergeladen. Ähm, für Leute, die OBS benutzen, die selber streamen. Ja, OBS Release Candidate ist raus. Und die haben sehr viele Codec-Optimierungen gemacht. Deswegen dachte ich, ich probiere das mal aus. Und ich hoffe, was, gibt es einen Weg, das gestreamte ohne Overlay von OBS Twitch aufzunehmen? Was genau meinst du damit? Das gestreamte ohne Overlay von OBS Twitch aufzunehmen? Was ist für dich das Overlay von OBS Twitch? Meinst du... Meinst du so? Ich bin mir nicht sicher, ob das geht oder ob das gehen soll, weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse das lieber an. Hm. Ich habe die Frage wirklich nicht verstanden, ne? Also nicht, ich verarsche da niemanden. Ich habe die Frage nicht verstanden, inhaltlich, was er genau meint. Was trägst du gerade? Schuld. An allem. Hast du das alte OBS gelöscht vom System? Na, ich habe es einfach drüber installiert, wie immer. So, bin Kommunist und Produzent. Ist es möglich, speziell für dich Musik zu produzieren? Lieber Arigon, ähm... Ich glaube, ich bin mal sehr speziell bei der Auswahl der Musik. Wie man vielleicht im Hintergrund hört. Das ist immer so ein bisschen Synthwave, 80s, sowas die Richtung, äh, 8-Bit. Hm. 4.1, den 418, also ich habe den neuen Grafiktreiber drauf. Ich weiß nicht genau, welche Version das ist. Ich habe, äh, gestern erst aktualisiert. Ich weiß nicht mehr, wo ich das Shirt habe. Das habe ich schon, ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe das schon über zwei Jahre. Ich weiß es halt echt nicht mehr, wo ich das geholt habe. Keine Ahnung. Was? Ich habe auch Kommunist und Produzent verstanden. Hm. Oh, hat die Pan was geschrieben wegen Torte? Nee. Hä? Was? Ich muss gucken. Weil, ähm, was? Hm, 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 hm. Wenn der zweite Codiervorgang noch über die GPU läuft, reicht die Power der 2080er noch zum Zocken? Lieber Benz Sattel, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir heute einen Testlauf. Deswegen würde ich heute gerne ein bisschen durchtesten, weil ich kann den Streaming-Codec nicht testen. Ah, die Torte ist da. Geil. Die Torte ist da. Ich muss gucken. Ich muss ganz kurz, auf Twitter, hat er es auf Twitter gepostet? Wir haben... Kann ich das, kann ich das spoilern? Tobi sagt, wir sind bescheuert. Er postet vielleicht ein Foto gleich. Alles klar. Wir haben Tobi, leider ein bisschen zu spät, zum Geburtstag mit Torte bestellt. Eheh, heh, heh. Eine richtig schöne, leckere Torte. Die ist richtig... Also, wer die Geschenke an Tobi kennt, ja? Wir schenken ihm Tobi ab und zu mal was und umgekehrt auch. Ähm, ist ganz selten... Ganz selten, aber was ernst ist. Mach schon Platz in der Landfurt. Eheh, ja. So, Edna. Oh, warte, Edna. Ich kann es gerade nicht lesen. Uh. Toll, da ist es wieder weg. Warte, ich starte eben sowieso Stream-Labels. So. Es sind keine Schwäne auf der Torte. Keine Sorge. Es ist ja eine Geburtstagstorte. Ja, ja, die kleine Welt. Oh. Oh, ach, das ist ja... Oh. Ach, die Edna. Zwischen Freitag und Freitag, die immer viel zu viel Realität. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und wie gesagt, ich nutze die Streams ja gerne auch selber ein bisschen zum Abschalten. Das hört sich jetzt komisch an. Aber ich bin zum Beispiel immer froh. Ich weiß nicht warum. Ich kann mit den Streams immer die Woche abschließen. Weißt du? Egal, was in der Woche war. Egal, wie stressig die Woche war. Ich kann damit die Woche immer ein bisschen abschließen. Wie, ne? Ich kann chillig streamen. Ich kann irgendwas Lustiges streamen und so weiter. Und Samstags ist immer so... Ah. Und das hatte ich... Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Weißt du? Ich hatte noch nie am Samstag, dass ich mal sage... Ah. Gab's nicht. Also in der Schule vielleicht. Aber sonst... Ne, auch da musste man ab und zu mal. So, deswegen... Ja. Hast du etwa Wochenende? Nein, ich hab kein Wochenende. Aber ich kann mit der Woche abschließen. Ich versuche mir Samstags immer noch freizuhalten. Früher habe ich da dann Thumbnails gemacht. Das... wurde mir jetzt abgenommen. Jetzt, äh... Da bin ich jetzt quasi arbeitslos. Und jetzt mache ich Samstags meistens irgendwas. Ich weiß es gar nicht, was ich Samstags mache. Es ist immer so mal diesmal das. Immer so Kleinigkeiten, glaube ich, was die Woche liegen geblieben ist. Hm. Manchmal fehlt es mir ein bisschen, das Thumbnail machen, tatsächlich. Weil das war immer so ein bisschen Musik hören, das haben wir jetzt machen, so, ne, la, ein bisschen abschalten. Fehlt mir manchmal tatsächlich. Aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dass wir den Kurven haben. Und die Elflin übrigens auch, aus Gründen. Aber das sage ich nicht. Weil sie mit Komplimenten nicht umgehen kann. Und dann schreibt sie mir wieder... Du alter Kacker. So. Und wir werden übrigens, ähm... Es kann passieren. Es kann passieren, ja. Wir haben momentan, ja, unsere Mods. Wie jeder weiß, das beste und engagierteste Mod-Team auf Twitter. Und auf Twitch sind die auch ganz okay. Eigentlich wollte ich Twitch sagen und habe mich versprochen wegen dem Thema noch. Entschuldigung. Nein, die engagiertesten Mods auf Twitch. So rum. So. Aber wir werden... Wir werden, äh... Hoffentlich bald. Beim Mod-Team. Ich weiß noch nicht genau, wer, wie, was, wo. Wissen wir alle noch nicht genau. Aber kann sein, dass wir da bald ein, zwei neue Gesichter haben. Wird da ein Sub-Leaderboard aktualisiert? Mein, mein, mein was? Was ist denn mein Sub-Leaderboard? Ich weiß gar nicht, was das ist. Der senile alte Mann fängt wieder an sich zu verplappern. Das ist richtig, außer habe ich mir gerade aus Versehen in die Hose gemacht. Wegen der Inkontinenz, weil ich bin 100 Jahre alt. Der Text hier oben wird aktualisiert. Also nicht der hier, der auch. Aber der da oben wird auch aktualisiert. Ja, der wird noch aktualisiert. Entschuldigung. Wollte ich längst gemacht haben. Achso, auf Twitch werden Kritiker, werden Kritiken nur gebannt. Das sind die Mods kacke. Elflin, du liest auch alles, ne? Ich weiß genau, worauf du anspielst. Aber ich glaube, da ging es dann auch eher darum, um Forest aus erstaunlicher Weise. Aber da wurde doch niemand gebannt. Ich habe es also geblockt. Ich habe das nicht verstanden. Also erst ging es um Twitch und dann ging es aber irgendwie um The Forest. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Aber natürlich, der junge Mann, also ihr wisst nicht, worum es geht. Aber der junge Mann hatte recht. Er hat geschrieben, ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr verändert. Oder ich habe mich da vielleicht in der Reaktion auf Kommentare etwas geändert. Aber das hat mir schon... Spoiler sind nur gelöscht. Keine Ahnung, warum der gebannt ist. Der ist wahrscheinlich selber gar nicht gebannt. Also zumindest bei mir nicht. Aber das habe ich ja, glaube ich, Anfang des Jahres haben wir schon darüber geredet. Dass die letzten zwei Jahre halt echt nicht so geil war. Dass wir sehr oft Chillout-Streams hatten. Ich sehr oft ein bisschen... Ja, sagen wir mal, angespannt war. Überspannt. Vielleicht auch überschlafen. Ich weiß nicht. Oder unterschlafen. Naja. Gut. Aber ich will mich auch nicht daran festhalten. Ganz ehrlich. Das will ich gar nicht. Ich finde, du hast früher viel unentspannter auf Kommentare reagiert. Aber genau das meint er ja auch, glaube ich. Weil ich halt gerade 2017, 2018, wie gesagt... Das war halt... Ne, die Jahre waren halt echt nicht geil. Was da so im Hintergrund passiert ist alles. Und das war halt echt nicht schön. Ähm. Ja. Und da habe ich es wahrscheinlich auch mit in den Stream genommen und mit in die Aufnahmen genommen. Weil du kannst ja nicht einfach abschalten von jetzt auf gleich. Wäre schön gewesen. Aber naja. Ich hoffe, das ist vorbei. Wann können wir mit dem ersten 4K-Stream rechnen? Gar nicht. Das Fotos in der Gruppe. Hä? Warum denn nur in der Gruppe? Warum nicht auf... Warum denn nicht auf... Warum denn nicht auf Twitter? Hä? Warte, warte. Ich muss kurz... Ich muss kurz in die HWSQ-Gruppe gucken. Da ist ja gar nichts. Ach, bitte nicht auf Facebook. Ich bin doch gar nicht mehr auf Facebook. Hat er wahrscheinlich auf Facebook gepostet. Ich guck mal ganz kurz hier... Ne, hier ist auch nichts. Ne, hier ist nichts. Mist. Mein Sohn Dean grüßt sich. Lieber Dean. Liebe Grüße zurück. Wir werden alle älter und wachsen mit dir, Gronkh. Und die, die nicht mit dir wachsen, entfremden sich leider. Ja gut, aber das passiert. Das passiert ja. Aber das war mir schon vorher... Das war mir schon vorher bewusst ja tatsächlich. Also viele Leute werden... Ne, viele Leute gucken ein bisschen. Was? Ah, hier. Okay. Das Ding... Oh, jetzt ist schon gebannt. Jetzt wollte ich gerade vorlesen. Ne, das Ding ist... So Leute, die gebannt werden zum Beispiel, wollte ich gerade vorlesen. Ja, was glaubst du denn, wer du bist, Alter? Gleich fliegt ihm eine Sicherung raus. Grinst, ich Pushermann. Wohlfühlsocken und Anistee. Alter, bist du krank? Was los mit dir, Bruder? Wo sind die Zeiten hin, alter Mann? Als wir rotzbesoffen streamten. Alles Bio oder was? Lach. Dicker Prollsex mit einem Stofftier. Alter, krass. Meld dich mal, Sackgesicht. Weißt du, was ein Narzisst ist? Ja, offenbar habe ich es gerade gelernt. Ich... Da habe ich... Da kann ich nur... Oh, ich muss jetzt hier... Oh, die Kamera ist verschoben. Warte. So. Da kann ich... So, für mich völlig normale Kommentare. Ja, Mensch, das ist... Gut. Ich... Weiß nicht mal, was ich dazu sagen sollte. Zeig mal bitte die Torte. Ja, würde ich gerne. Ich würde gerne. Ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Der Tobi hat die gepostet, wahrscheinlich in der Facebook-Gruppe. Aber ich bin halt eh wie nicht mehr auf Facebook. Ich gucke natürlich in die HWSQ-Gruppe hier auf dem Discord. Aber da hat natürlich niemand was gepostet. Ich muss ja... Ich will nicht auf Facebook. Hm. Kann man nur abonnieren, wenn man bei Twitch zahlt. Äh, lieber steelt... Abonnieren heißt hier, unterstützen. Ne, das ist anders als bei YouTube. Wenn du followst, ist das sowas wie ein Abo auf YouTube. Ja, wenn du followst, kannst du... Bist du trotzdem immer informiert. Hoffe ich. Von Twitch aus. Ähm, und das ist einfach kostenlos. Sub heißt hier immer... Sub ist Support. Sozusagen. Musst aber nicht machen. So. Würst du noch Devil May Cry 5 spielen? Das weiß ich gar nicht. Hm, hm, hm. Hm, warte, warte. Ich muss mal kurz vorlesen. Ach was, ich denke, wer Freude an den Videos und Streams hat, der kann auch mal eine etwas schärfere Antwort ab. Und wenn nicht, finden sich andere Channels. Vielmehr macht mir Sorgen, dass du dir selbst den Blutdruck in die Höhe treibst. Und gerade bei Antworten, die gar nicht so böse gemeint waren, ist das schade. Aber ich glaube, so geht es uns allen. Nur beim Rest von uns bekommt es kaum jemand mit. Ich glaube, da hast du auch völlig recht. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich öfter passiert. Gerade in den letzten zwei Jahren ist es wahrscheinlich öfter passiert. Dass man Sachen vielleicht zu ernst genommen hat. Oder zu überbewertet hat. Ich weiß es nicht. Glaube ich halt auch. Ich hoffe aber, dass es dieses Jahr besser geworden ist. Du bist heute sehr auf Streit aus. Lies doch mal die netten Kommentare. Nicht nur die Diss-Kommentare, die dich runterziehen. Aber ich habe doch jetzt nur einen. Das war doch nur einer. Ich habe doch vom ganzen Abend nur einen. Das war doch nur einer. Und wir haben noch zehn Stunden vor uns. Hm. Hm. So, Call Me Alien. Die letzten beiden Jahre, das haben wir schon Anfang des Jahres, haben wir darüber gequatscht. Alles gut. Alles gut. Aber das ist ja vorbei. Jetzt haben wir nur noch das hier auf dem Schirm. Mal gucken, was dabei... Es weiß vor allem niemand, was dabei herauskommt. Das weiß momentan ja niemand. Auch wenn das durchkommt, weiß noch niemand, wie es sich aus der Praxis auswirkt. Pfff. 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 geworden bist, ansonsten Kapper. Ah. Ich weiß momentan ehrlich gesagt gar nicht, ob das nicht sogar stimmt. Wir haben... Wir haben unser Weihnachten ein bisschen verschoben, ja, weil Dezember war so viel zu tun, dass wir unser Weihnachten ein bisschen verschoben haben, bis in den Januar hinein. Und teilweise jetzt immer noch. Wir haben zwar keinen Weihnachtsbaum mehr stehen, aber es ist immer noch... Naja, ähm, gut. So. Guuuut. Ich guck mal ganz kurz. Wenn meine Finger nicht zu fett für die Maus sind, guck ich mal ganz kurz eben im Discord. Ja, da ist er! Die Bahn hat ein Bild gepostet. Kann ich das einfach, ähm... Link öffnen. Okay, pass auf. Jetzt folgendes. Ich hab was Neues eingefügt. Ist keine große Neuerung für euch. Für mich ist das super. Ich geh jetzt auf Preview. Und jetzt müsste ich doch eigentlich... Ah, funktioniert nicht. Cool. Jetzt funktioniert's. Das ist die Torte, die wir Tobi geschickt haben. Ich weiß nicht, ob ihr da was erkennen könnt, ja? Ähm... Wer ist der Mann auf der Torte? Ich erklär das kurz. Ich erklär das kurz. Ja, wir haben an alles gedacht. Also... Tobis Hunde hat er schon oft gepostet. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden, ja? Das sind Tobis Hunde. Hier ein Logo von Eintracht Frankfurt, weil ihm das so... Ne? Weil... Er ist ja Frankfurt-Fan. Dann hier der Wagen, den er für eine Woche hatte. Das war auch ein AMG. Den hat er für eine Woche gehabt und war sehr verliebt. Und man sieht hier, wie professionell das ausgeschnitten ist. Das haben die sogar mit übernommen. Und hier auch. Und hier auch. So richtig schön... Richtig schön hässlich ausgeschnitten. Und das hier. Das ist Ben von wix.com. So. Das hier ist die Schrift Comic Sans. Ja? Mit in blau, rot, grün, gelb. Damit für den guten Effekt. Ja? Und äh... Da steht auch nicht birthday, sondern... B... Birthday. Wahrscheinlich wurde die Torte in Amerika gemacht. Man weiß es nicht genau. So, und das hier ist natürlich der Thrombosen-Jonas. Der darf nicht fehlen. Der war natürlich auch dabei. Das ist die Torte, die war für Tobi. Das ist einfach... Ah, der hat sich auch auf Instagram gepostet. Nice! Schön! Ah, ein Träumchen. Nein, das ist nicht Muschiklaus. Muschiklaus wollten wir zuerst machen, das ging nicht. Da haben wir Thrombosen-Jonas gemacht. Der Muschiklaus war zu un... zu unauffällig. Welche Geschmacksrichtung? Schoko! Da ist sehr viel Schokolade drin. Also Chocolate Fudge ist das. Die Torte selber ist sehr gut. Da sind auch Herzen drumherum und so. Ähm... Aber der Hintergrund ist halt einfach... Äh... Das Bild ist halt einfach... Äh... Ja. Ja, das ist Ben von wix.com von der Werbung. Kennt ihr den nicht? Ich bin bei wix.com. Kennt ihr den nicht? Alter... Den hasst der Tobi einfach. Den hasst der Tobi. Den hasst der Tobi. Ach, schön. Haaaah! Entschuldigung. So! Kann man da vielleicht nochmal... Geht, ne? Wenn man hier... Sieht man aber schön und groß. Ah, lecker! So! Die Check24-Familie. Oh, Alter! Oh nein! Wir hätten... Wir hätten noch den Knackig-Jungen da mit reinmachen sollen. Der fehlt noch ein bisschen. Knackig, genau! Ist die Torte auch knackig? Da steht's gerade. Hätten wir machen sollen. Ah, doof. Nein, Schwäne haben wir nicht drauf. Wollte ich nicht machen. Das war so... Ja. So! Wirst du Metro Exodus spielen? Ernsthaft? Ernsthaft? Wir spielen gerade schon. Auf dem Channel. So! Dann mach ich hier wieder aus. Das ist ganz praktisch. Ich hab mir das nämlich auf den Button gelegt. An, aus, an, aus. Das ist ganz cool. Ist ne Kleinigkeit, aber ich... fand die irgendwie wichtig. Weil ich vorher... Falls ihr euch erinnert... Vorher musste ich immer hier erst in die Szenen gucken. Dann lalala. Hab ich jetzt alles mal ein bisschen... gestreamlimed. Die Kopfhörer von Gronkh. Ähm... Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Warum hat er für eine Woche in AMG gehabt und abgegeben? Ähm... Hat er so als Leidigen von Mercedes gehabt. Ich weiß nicht genau, ob er da jetzt ein Video zu macht oder so. Ich hab keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber... Es war wohl sehr schön. Razer Kraken. Alles klar. Die Razer Kraken Pro V2. Razer Kraken Pro V2. Gibt's auch in anderen Farben. Hast du den Teufel-Deal nicht mehr? Den hab ich schon seit Anfang 2018 nicht mehr. Also den haben wir schon seit über einem Jahr nicht mehr. Ich hab die nur weiter getragen, weil die halt auch bequem waren. Weil wie gesagt, wenn ich die Sachen... Ne? Wenn ich... Wenn ich Deals mache, dann halt nur von Sachen, die ich halt wirklich auch von mir aus nutzen würde. Ding 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 Ach, das sind die Kopfhörer, die am Indie-Arena-Booth in Quietschgrün genutzt werden. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Trinkst du noch Polero? Okay, das sieht aus wie Urin, aber ich schwöre, es ist Polero-Apfel. Also ja, trink ich noch. Auch da wieder. Ding Ding Ding. Hast du Spiele, auf die du dich momentan freust? Boah, es kommt grad wieder soviel raus, ne? Ich weiß es gar nicht. Übrigens, hier ist noch was. Guck mal. Guck mal, ne. Also... Pass auf, hier schreibt jemand Gronkh, sei mal ehrlich, ich weiß in Deutschland redet man nicht gerne über Geld, aber bist du inzwischen Millionär? Die Antwort auf die Frage ist übrigens, nein bin ich nicht, weil ich habe ja acht Jahre lang, sieben Jahre lang, acht Jahre lang in eine Firma eingezahlt, aus der ich inzwischen raus bin und habe dann quasi wieder mehr oder weniger von Null angefangen So, gut, aber natürlich wird die Frage getimeoutet mit einer Minute So, und dann schreibt aber derjenige, ganz ehrlich, was soll das? Ich habe vor fünf Minuten eine ganz sachliche Frage gestellt und dieser Mod-Nazi-Regime blockiert einfach Was passiert jetzt, wenn man sowas schreibt, Mod-Nazi-Regime, was glaubst du, was dann passiert? Millionär nicht, aber Milliardär, so Gut Also bitte wundere dich doch nicht Das ist doch, das war doof, das weißt du selber So Und die Frage war halt auch nicht die geilste Jut Die Mods entschuldigen sich? Ja, natürlich Ähm Lasst du die Mod-Nazi-Regime ein Raptor? So, okay, ich muss schon mal, ich muss ganz schon mal, ich muss ganz schon mal, ich muss ganz kurz schon mal fragen. Was wäre euch lieber? Es ist traurig, dass man sich immer für alles erklären muss. Ja, das ist irgendwie so ein neuer Trend, glaube ich auch. Und für alles rechtfertigen. Und sich einfach Unterstellungen anhören die ganze Zeit. Was ich aber gerade sagen wollte, wie machen wir das heute mit Far Cry? Da es ja hier nicht läuft, soll ich ins andere Studio schalten und wir probieren das mal aus? Oder soll ich es einfach über die Playstation spielen, wo ich mit dem Gamepad vielleicht nicht so richtig unterwegs bin? Hm, ins andere Studio. Wie es für dich einfacher und besser ist. Ach, das ist ja egal. Wie gesagt, an der PS4, ich weiß noch nicht genau. Ich könnte das natürlich probieren. Was ist denn mit der Kamera heute los mit dem Fokus, Mann? Beruhig dich, Kamera. Ich weiß nicht, was die heute hat. Wo sieht die denn? Wahrscheinlich ist das vielleicht das Grobi-Gesicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe doch Plüschis immer da sitzen. Was ich vorher auf jeden Fall machen muss, ist vielleicht mal 1,5. Ihr habt alle, ihr habt bestimmt alle diese Micro-Stutterings, ne? Das Bild, alle paar Sekunden mal, alle 15 bis 30 Sekunden hängt das Bild mal kurz bei euch, oder? Pandoria schreibt Pan. Viele schreiben Nein. Das kann gar nicht sein. Das hängt sogar bei mir kurz. Aber es hängt sogar bei mir kurz. Okay, Nein. Nicht, dass ich merke. Okay. Ja, leider. Also einige schreiben Ja. Kein Stottern. Kamerafokus spinnt. Das ist uns aufgefallen. Ich weiß nicht genau, warum. Und Bild und Ton hängen manchmal ein bisschen auseinander. Das ist bei jedem immer verschieden. Ähm, das ist auch normal. Cartway, Dankeschön, mal Cartway. Bisher lief es sehr flüssig. Okay. Hm. Okay, ganz kurz. Der Fitz schreibt gerade. Äh, Schatzi, wenn du das hier liest, ich komm mal später von der Arbeit. Ich muss noch arbeiten. Das macht sogar erschreckend viel Sinn. Okay. Gut, am Lauf-Text sieht man alle paar Sekunden mal was hakeln. Hm, aber das war's. Okay, okay. Aber das war's. Was ist Arbeiten? Okay, wenn ich jetzt winke, ich winke mal die ganze Zeit. Müsst ihr mir mal sagen, ob das Bild... Hallo, Kilsing. Dankeschön, Kilsing. Das ist sehr groß. So. Ach, ja. Viele Trolle heute hier unterwegs, ne? Okay, hat geruckelt. Alles klar. Nach paar Sekunden. Okay. Hm, okay. Bei 60 FPS merkt man es deutlich. Ich weiß nicht, was mit dem Autofokus heute ist. Keine Ahnung. Ich mach nochmal hier. Ich guck mal selber auf meine Hand gerade. Ja, da war grad ein bisschen. Ich guck mal kurz. Die FPS-Zahl ist bei 60 konstant gerade. Wird aber gleich wieder einbrechen. Jetzt ist sie gerade eingebrochen. Ganz kurz auf 53,11. Warum auch immer. Die Frage ist, werden wir das heute überleben, oder? Mir wird schwindelig. Werden wir das heute überleben? Ähm. Ich muss zwischendurch irgendwann mal so einen Teststream machen. Irgendeinen Teststream, wo ich dann wirklich mehrfach neu anfange zu Dingensen. Okay. Gut. Und ich glaube, in der Aufnahme wird es auch ruckeln. Also, hallo Leute auf YouTube, wenn es ein bisschen ruckelt. Ich muss übrigens dazu nochmal ganz was sagen. Hallo Leute auf YouTube, ja. Dieser Stream hier wird wahrscheinlich an einem Sonntag erscheinen. Ich versuche den mal so hinzukriegen. Nachdem wir gestreamt haben, ähm, nachdem wir gestreamt haben, schneide ich das Ganze meistens nochmal, egal wie spät es ist. Schneide ich das Ganze nochmal und rendere das. Und versuche es dann am Samstag hochzuladen. Meistens Samstagmorgen irgendwann, je nachdem, ne. Also, wenn wir um neun aufhören zu streamen, als Beispiel. Dann sitze ich ja meistens noch bis zwölf. Und dann gehe ich aber schlafen. Und dann, wenn ich aufstehe, lade ich das dann hoch, wenn es fertig gerendert ist. Und hoffe einfach, dass es bis Sonntag um zehn Uhr auf YouTube ist. Weil hochladen die Datei, ne, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden werden wir streamen. Sagen wir zwölf Stunden dauert es immer ein bisschen. Ähm, und wenn du das dann hochlädst, dauert das natürlich auch ein bisschen. Und leider ist der YouTube-Codec momentan ein bisschen langsam. Und das heißt, ähm, das heißt, YouTube braucht manchmal bis zu einer Woche, bis das Video in 1080 verfügbar ist. Bis zu einer Woche, haben wir momentan so erlebt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Früher war das wesentlich schneller. Irgendwas haben die umgestellt. Und jetzt ist es aber momentan so, dass die teilweise ne Woche brauchen. Und dann sind natürlich die ganzen 360p-Kommentare. Aber sonst müsste ich halt ne Woche warten, bis ich den Stream hochlade. So. Unglaublich, dass der Stream immer noch nicht richtig funktioniert. Komm, reiß dich zusammen, du bist ein Fernsehsender. Lieber Fabian Tom. Entschuldigung, ich mache es immer an. Aber ich bin eigentlich ganz happy, dass ich momentan mit dem Codec wieder ein bisschen rumprobiere. Da bin ich echt ganz happy. Wäre nur schön natürlich, wenn es funktioniert alles. Ohne ruckeln. Warum bist du heute Morgen aufgestanden? Tatsächlich glaube ich nicht um 5. Ich glaube, heute bin ich um 10 oder so aufgestanden. War aber auch wieder spät im Bett. Lieber Ben, für Aufnahmen habe ich schon getestet. Alles gut. Ich muss nur heute gucken, dass genug Platz auch frei ist. Was? Geben OBS vom Preset auf Slow? Aber, aber es... Lieber Sautilus. Sautilius. Ähm, nein. Das mache ich bestimmt nicht. Weil das den Rechner ein bisschen überlassen würde. Slow Preset kann ich nicht machen. Sorry. Warst du schon mal in der Nordeule? Ja, immer schon. Auch schon lange vor Let's Plays. Brauchst du aber mehr Geld von uns, damit der Stream ordentlich funktioniert? Ja, das ist es halt. Je mehr Geld man auf den Stream wirft, desto besser läuft der einfach. Das... So funktionieren Twitch-Streams. Ich muss ja auch noch so einen Balken einbauen. Irgendwie so ein Donation... Wie heißt denn das? Donation Goal. Wo Dinge drinstehen. Ich weiß gar nicht, was ich reinschreiben soll. Ich schreibe einfach Artikel 13 rein. Das wird schon gehen. Selbst die Rocket Beans haben manchmal technische Probleme. Ich finde das nicht schlimm. Naja, das ist ja... Liegt in der Natur der Dinge. Und überlegt mal, die Rocket Beans sind über 100 Leute. Oder um die 100 Leute. Aktuell weiß ich gerade gar nicht. Hab Geld geworfen, jetzt ist mein Bildschirm kaputt. Ja, das muss aber hartes Geld gewesen sein. Weil das so hart verdient war nämlich. Wie hoch muss die Donation für 1080p sein? Äh, 1 Euro pro P. Das ist sehr wichtig. Es muss 1 Euro pro P sein. Deswegen schalte ich bald auf 4K. Herr Newstern hat gerade ein interessantes Statement von der SPD veröffentlicht. Mach ich... Guck ich mir morgen an. Also heute ist erstmal Stream. Und morgen kann ich mich da wieder reinstürzen. Nachdem ich in Ruhe gefrühstückt habe. Und auf Google News die verschiedenen Presseportale besucht habe. Was ja bald nicht mehr geht. Also besuche ich sie auch nicht mehr. 4K ist umsonst. Da ist ja kein P drin. Achso. Das ist natürlich doof. Hab ich so nicht bedacht. Dann machen wir 4096p. Ist Stream in 4K eigentlich in Planung? Ehrlich gesagt nein. Aufnahmen ja, Stream nein. Weil ich glaube nicht, dass das mit den Leitungen in Deutschland möglich ist. Oder generell weiß ich auch nicht. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Ich muss pinkeln. Was ist da los? In 4K sieht man nur die Falten besser. Naja. Meine Haut ist glatt wie ein Babypopo. Okay, der Schatten hier. Der Schatten von der Brille ist ungünstig, ne? Und mein... Äh, diese... Wie heißen die Dinger hier? Wie heißen denn diese Dinger hier? Wenn man hier so... Nasenbändchen? Nasolabialfalte. Die Nasolabialfalte. Die ist hier tatsächlich. Ja, ja. Die sieht man. Ne, Lachfalten sind hier. Ich hoffe, die kriege ich später. Besenreiter. Ernsthaft? Krähenfüße. Das sind Krähenfüße. Krampfadern. Da sehe ich jede Menge Krampfadern. TwitchCon kann ich leider nicht. TwitchCon kann ich leider nicht, weil das sehr ungünstig fällt. Vom Termin her gesehen. Weil da habe ich Geburtstag. Da hat noch jemand Geburtstag. Und ein Event findet statt, bei dem ich... Das muss ich. Da kann ich nicht. Das ist wichtig. Hm. 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 Du quatschst ja immer noch. Ja, da habe ich Ausdauer. Das mache ich beruflich. Stell dir das mal vor. Natürlich quatsch ich noch. So. Okay. Ähm. Nein, keine Hochzeit. Was ist denn los mit euch? Kommt das Baby? Welches Baby? Ist eins unterwegs? Gerade im Flugzeug oder so? Ich habe keine Ahnung. So entstehen Gerüchte. Ist egal, was man sagt. Es ist ja egal, was man sagt. Du kannst ja auch sagen, genau. Du kannst ja auch sagen, wir haben jetzt einen 3D-Drucker eingerichtet. Wieso ist Pan schwanger? So, weißt du das so? Ne, wir drucken Hochzeits... Wir drucken, äh, Dinges. Verlobungsringe. Aria. Aria. Hör auf zu quatschen, fangen wir zu reden. Gut. Für echte Ringe fehlt das Geld. Deswegen haben wir einen 3D-Drucker gekauft. Der war einfach günstiger. Als diese ganze Verlobungsindustrie-Scheiße. Ja, ach so, sie wollen ein Kleid. Das macht 5 Millionen Euro! Wie so eine Mittagserscheinung, weißt du? Gehst du in so einen Brautladen rein, siehst drin so eine alte Frau. So, la, 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 la. Aber machst die Tür auf und dann kommt die wie so ein Mittagserscheinung. Aaaaaa. Kommt die auf dich zu. 15 Euro! So, kommt mir das vor. Lieber Gronkh, du kaufst Lizenzen für Lieder und weißt manchmal den Namen der Lieder nicht? Lieber Manu, Manu Muck, ich habe über 200 Lieder lizenziert. Natürlich kenne ich die Namen öfter nicht. Ich wüsste nicht, dass dieses Lied im Hintergrund gerade 480s hieße, wenn es, hie, hieße? Wenn es nicht da unten stehen würde. Denn ich habe für den Stream einfach mal 50 bis 60 Lieder einfach so gekauft. Für den Hintergrund. Und ich lerne die Titel nicht auswendig. Bei einigen Liedern kenne ich die Titel auswendig. Das sind zum Beispiel bei Endscreens die Sachen. Die kenne ich auswendig. So, lieber Schüler, vielen, vielen Dank für den Giftsabs. Dankeschön für insgesamt 10 Giftsabs, Dankeschön. Soll ich mal gucken? Ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt hochgehen kann. Ich muss mal kurz gucken, ob die Pan, ist die Pan schon am Start? Ach, hier ist ja noch die Torte offen. Oh, nee, nicht ausmachen. Äh. Ist die Pan noch im Discörtchen? Beim Törtchen? Was? Ich kenne alle meine 12.000 Lieder auf meinem iPod Classic. War das eigentlich mit Benny Goodman bei Fallout 4 Absicht? Ja, das war Absicht. Ich habe das Let's Play sogar extra nochmal, ich habe nochmal gelöscht, den Anfang. Und habe es nochmal neu aufgenommen, als Benny Goodman, als der Endscreen feststand. Warum ist dein Steam-Profil privat? Ist es doch gar nicht aktuell. Ist doch gerade öffentlich. Spiel was? Ja, gleich, warte. Ich frage gerade. Ich lese die Pan gerade nicht hier. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Anna VZN schreibt, so, jetzt reicht es mir. Ich habe ja mal Bolero gekauft, weil ich ständig davon rede, dass ich es jetzt auch mal probieren will. Liebe Anna, eine, glaube ich, recht gute Entscheidung. Auch wenn ich momentan keinen Deal mit Bolero habe. Aber ich trinke es halt trotzdem. So. Okay, die Pan macht, glaube ich, gerade irgendwas. Die schreibt hier nicht. Ich schreibe mal Ding Dong. Oder warte, ich schreibe der Pan mal Ding Dong. Ich mache das immer nicht hier im Raum, sondern... Wo ist sie denn gerade hier? Ach, hier. Hä? Nee. So. Dang. Wie viele Folgen Foundation werden noch können? Hast du die Arbeiterliste mittlerweile gefunden? Nein, immer noch nicht. Mal so wie... Ich habe noch keine neue Aufnahme gemacht, aber es werden noch ein paar Folgen kommen. Geht noch weiter. Überlesen zum Thema Shirts im Shop in 4XL. Kann ich leider nicht sagen. Müsse ich GetShirts mal fragen. Kann ich dir aktuell so aus dem Stehgreif nicht sagen. Wobei ich auch nicht weiß, was die Frage war. Ähm. Aber wenn die Frage ist, ob wir die wieder haben, einfach mal GetShirts schreiben und fragen. Weil das ist ja... Das ist ja quasi Outsource, das ganze Ding. Oh, warte mal. Was, was, was? Die haben seit längerem... Achso, das ist aber Bolero. Die haben seit längerem... Seit längerer Zeit extreme Versandprobleme. Nur noch ein Drittel der Sortiments steht zum Verkauf. Ich weiß, ich weiß. Also Bolero hat momentan Versandprobleme, weil die einfach nichts nachgeliefert kriegen. Ich weiß nicht genau, was so los ist. So, huuuhu, schreibt die Pan jetzt. Wie sieht's denn aus an der Front? Achso, die Pan war auf dem Klo. Ich soll es wahrscheinlich nicht sagen, aber die war auf dem Klo. Ungefähr für... Ja, ich würde mal sagen, bestimmt 10 Minuten. Das war wahrscheinlich ein Erdrutsch. So, einzig Place. Oh Gott, was schreibt er denn? Hilfe! Ähm... Kann ich hier nicht lesen. Okay. Vorher Verträge macht. Jeder Selfie... Was? Kann ich das hier noch nachlesen? Oh, gerade noch so. Wenn man mit Rechteinhaber vorher Verträge macht. Jeder Selfie... Macht einen jedoch zum Rechteinhaber. Verträge mit 9 Milliarden Menschen. Okay. Aber wie gesagt, ähm... Bei Let's Plays ist es halt relativ einfach. Aber darum geht's halt nicht. Genau, Amigo-Versand hat Probleme, weil sie aktuell nix mehr von Bolero bekommen. Ich frage mich halt, warum. Ich frage mich, warum. Gronkh, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Ähm... Alt. Ich würde gerne alt werden. Und natürlich... Jetzt... Ich weiß genau. Bist du noch schon? Ähm... Was für ein Schenkelklopper. Ähm... Ich meine... Richtig alt. Ich würde gerne richtig alt werden. Ob das passiert? Weiß ich nicht Ach Pixelgecko Der Timeout kam jetzt aber nicht wegen dem bist du doch schon Sondern wegen dem tausendmal hahahaha gerade Ähm Alt werden oder jungen bleiben Das eine schließt das andere nicht aus Also ich würde gerne so Ja 90 wäre schon geil Also die 90 erreichen wäre schon nice Und aber auch noch einigermaßen mal verstand bleiben irgendwie Das klappt ja heute schon nicht mehr so richtig Ich hoffe ne und so Man weiß es ja nicht Gronkh würde gerne noch ein Jahr leben Damit er so richtig alt wird Arschloch Hm Eine Statue von mir in der Nachbarschaft? Ne wirklich nicht Wirklich nicht Hm 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 Viele lachen aber bei dem Krankheitsaufkommen ist alt werden nicht immer gegeben Ja das ähm Glaube ich mich auch So Leica 7 Viel viel Dank Lassen wir uns überraschen Ob sich da was ändern wird Hmhm Achso ich muss noch ganz kurz gucken Ich hab jetzt wieder auf dem Stream geschaltet Also ich muss noch eben So ey man schreibt die Pan gerade Kann ich die Pan kurz mal anrufen? Ich guck mal Geht das? Mal gucken Jo Ein Moment Kein Problem Na wie siehts aus da oben? Warte mal Wir reden immer nur so wir haben uns schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen Ja Ja ähm Willst du mich heiern? Ne was war denn da gerade im Chat? Da war eben was von Hochzeitskleid Was hast du gesagt während ich auf Toilette pinkeln Achso ja äh ich hab da gerade Ich hab da gerade darüber erzählt wie das bei Hochzeitsgeschäften bestimmt so ist wenn ne Erstmal weil Hochzeitskleider mal so teuer sind Und dann sind da die netten Omis drin und machst die Tür auf und dann kommt die dir entgegen wie so eine Mittagserscheinung so Das hab ich Das hab ich grad erzählt Und natürlich die Leute so Ich frag mich eh wie man das Ja Ich frag mich eh wie man das macht Ob man da jetzt Weiß ich nicht wie auch anders heutzutage Ich frag mich ob ich im Laden gehen würde oder Ja ich glaub man müsste im Laden den angucken Hochzeitskleid von Otto natürlich Otto-Versand Ich schwöre ich ihm zur Hochzeit 20 Kilo ab Ich brauch genau dieses Kleid Ich kauf ne Rolle Tapete Ja dankeschön du bist sehr nett Ach ja Ach hey Hey Oh Looms Hochzeitskleid hat 1,4k gekostet Ja sag ich ja Und dann Mittagserscheinung Scheiß Ach ja Boah Ich frag Ich frag Devcom ob die mir eins nehmen bezahlt Könnt ihr mir mein Hochzeitskleid geben Achso ein Cosplay meinste Oder Oder Lightning Cosplay frage ich Ah Cosplay Hochzeits Cosplay Hochzeitskleid kann aber echt cool aussehen Einen schwarzen und einen weißen Weißen Weiß ich nicht Weiß ich nicht Einen schwarzen und einen weißen Flügel hinten Damit du weißt worauf du dich einlässt Was ob ich das nicht schon weinst Und Boxhandschuhe Weil ich immer geschlagen werde Ja da musst du durch Du hast es dir ausgesucht Hm So Was trägt der Mann zur Hochzeit Ein Zylinder Zylinder und Aktenkoffer oder ohne Aktenkoffer Ne ein Zylinder und so ein Stab So ein Stock Den Stock muss ich aber auch so drehen So lalalala Oder so ein bisschen Chaplin Style Okay Ja Okay Wo kommst du dann Und 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 ich geh alleine zum Altar vorne Du wartest dann Ich steh dann rum mit meiner Jeansjacke Und nicke so zu In meinen Mädels Der Altar ist der Keller Nein Oh die dreckige Lache Habt ihr grad die dreckige Lache gehört? Die Dreckige Lache ist saum Du musst das mal aufklären Wieso ich das immer sag Das ist eigentlich das Von der komische Insider Das will ja keiner hören Okay Mario Äh So Ne ich trag dann so ne Polizistenuniform Die ich dann so runterreißen kann Einfach Ja wohin die Pumaten draufstehen Natürlich, klar Und da klemm ja auch die Hochzeitsringe drin Ja Ja meinetwegen ist mir egal Die kriegt man doch nicht rausgezogen So Ja ich kann es feste feste So Ähm Was wollte ich gerade fragen Achso ist bei dir oben alles klar Also kann ich Kann ich äh Können wir rüberschalten Also du kannst jetzt gerade Bist du gerade vor der Kamera Was passiert wenn ich jetzt rüberschalte? Sowieso Warte ich bin gerade nicht vor der Kamera Ja Sag Bescheid wenn ich rüberschalten kann Also ich bin jetzt Scheiße ich bin jetzt gar nicht ausgeleuchtet Ich bin grad äh Also wirklich ein Schlammanzuch Also geht das? Geht das die über mich? Soll ich mal anmachen? Ja Achso ja ja mach mal an Ne hieß immer noch ein leerer Stuhl gerade Wie vorhin Das hier Ist sie ist sie Hä? Nein ich bin hier ich schwöre Mal kurz Warte ich starte hier mal neu Ich bin jetzt nicht beleuchtet Eigenschaften Aus So einen lustigen Tweet einfach nur, sorry. Ja. Ich hab das Mikro nicht an. Ich bin sehr schlau. Ich hab grad so schön gelästert. Nein, dich hat man gehört. Mich hat man nicht gehört, weil das Mikro aus war. So, jetzt scheinen wir da zu gehen. Das ist richtig. So sind die Influencer. So sind sie. So. Gut. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich hab jetzt von OBS den neuen Release-Candidate draufgehauen, der rausgekommen ist. Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt. Und dann hab ich den Codec umgestellt. Ich nehm jetzt wieder mit X264 auf. Für euch hab ich einen anderen Codec gelassen im Stream. Das heißt, ihr solltet trotzdem noch das bessere Bild haben. Und ich hoffe, wir haben diese unschönen... Ja, die Freezes scheinen weg zu sein. Sieht gut aus bis jetzt. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Also, ich glaube, die Freezes sind weg. Hoffe ich. Müsste eigentlich funktionieren. Wir können aber auch kurz den Wink-Test machen. Hier so. Was? Achso, ich hätte vielleicht... Da war einer, aber ich hab hier keine. Oh. Willst du mich verarschen? Jetzt fallen die Frames nicht mehr wegen Codierungsverzögerung aus, sondern wegen Renderingverzögerung. Was? Was? Was ist denn da los? Ewig Hange. Wir sind nur im Talkbildschirm. Talk. Okay. So. Ach, Mann. Jetzt. Hier. So. Also, ganz kurz. Bei mir ist OBS eingefroren. Ich weiß nicht genau, warum. Also, das Streaming-Programm ist eingefroren. Ähm. Und hat sich nicht mehr... Ja, stand einfach, ich muss es halt... Ich muss es abschießen. Das heißt, den ersten Teil vom Stream muss ich gucken. Muss ich mir wahrscheinlich von Twitch runterladen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen pixellig gewesen sein. Aber diesmal vielleicht sieht der besser aus. Schauen wir mal. Bruder, null Zuschauer. Ja, schade. Schade, ist alles vorbei. Das ist einfach, äh... Weil der Stream jetzt durch den Upload-Filter läuft. Hm. So, soll ich jetzt nochmal probieren, zu der rüber zu schalten? Frau Pan. Hä? Soll ich nochmal kurz versuchen, zu der... Ich hätte das vielleicht vorher mal testen sollen, was passiert, wenn ich rüberschalte. Ja, ja. Versuch mal. Versuch mal testweise. Okay, warte, warte. Versuch mal testweise. Da muss ich jetzt nochmal szenen. Gehe ich auf die Preview. Und dann mach ich mal ganz kurz... Schalte ich mal ganz kurz Tati dazu. Mal gucken, ob das geht jetzt. Toll. So. Ja, nee, das darf ich nur zum Testen, damit er irgendwie mal, äh... Okay, das geht, ne? Ja, ja, läuft, läuft. Und? Bist du synchron einigermaßen? Äh, Test 1, 2, 3... Ja, doch. Ja, doch, du bist... Ja, doch, 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 das scheint zu funktionieren. Das heißt, ich müsste jetzt... Ich müsste jetzt, äh, zu dir hochlaufen. Und dann würden wir spielen. Ja, ich guck mal, was hab ich denn hier noch zu spielen. Sehr asynchron, aber... Hä? Aber du bist bei mir... Ziemlich panning zwei Minuten nach. Wat? Oh. So. Okay. Hä, sehr asynchron? Bist du gerade? Was? Hä? Aber bei mir ist ja auch ein Bild sehr synchron. Wie kann das... Wie kann das sehr asynchron bei euch sein, wenn das hier sehr synchron ist? Hä? Ich... Ich muss das selber mal kurz... Asynchron sein Vater. Oh, warte mal. Ich... Ich bin selber asynchron. Ähm... Ich guck mal eben... Fünf bis sieben Sekunden Asynchronität. Das kann doch nicht sein. Ja. Achso? Sag mal kurz ruhig. Warte. Ja. Ja, was denn? Hä? Ja, ich... Ich häng irgendwie total nach. Also... Also bei mir bist du synchron. Kann das sein? Ich höre dich hier im Discord und sehe dich parallel da reden mit Lippenbewegung. Das sieht alles sehr synchron aus. Bap. Bap. So, jetzt bin ich bestimmt total synchron. Hä? Ich... Aber ich rate das nicht, weil bei mir ist das Bild doch... Das verstehe... Wie kann das denn sein? Da müsste... Da müsste theoretisch der Desktop-Sound bei mir verzogen sein. Hä? Wie? Schade, kein Chat-Only-Stream? Hä? Das verstehe ich nicht. Hä? Ich rede mal ein bisschen weiter, damit man vielleicht gucken kann, ob sich das eventuell wieder... Wie ist das bei mir? Ne, Erik, synchron, Pan, Asynchron. Okay, das verstehe ich nicht. Nee, ich hab... Ich hab den Stream nie parallel offen. Oh, ich bin neben. Die Hintergrundmusik ist irgendwie auch mega asynchron. Ja, gut, klar. Das kann man auch erkennen. Hm. Okay, ich müsste mal jetzt einen Trailer abspielen, um zu gucken. Ja, ich bin immer so 0,8 Millisekunden. Oder 8 Millisekunden bin ich, glaube ich, immer asynchron. Du hörst sie im Discord direkt, aber der Ton wird wohl noch irgendwo durchgeschliffen. Der Ton geht eigentlich über den Desktop genau zu euch. Ich hör die Pan über den Desktop und ihr eigentlich auch. Aber kann es sein... Vielleicht... Ja, warte mal. Soll ich... Hm, warte mal, warte mal, warte mal. Ich überleg gerade, wenn ich im Discord mein Mikro ausmach... Warte mal. Hä? Was kommt denn jetzt? Jetzt. Ja, mega schlau. Ja, das ist total schlau. Das funktioniert echt gut. Jetzt, jetzt... Auf einmal verstehe ich sie. Auf einmal... Äh, ja. Was macht sie da gerade? Ich glaube, sie merkt gar nichts, wenn man sie gar nicht hört, oder? Achso. Ähm, nee, nee, ich hör dich ja, ich hör dich ja. Weil, wenn ich das Mikrofon hier anmach, müsstest du trotzdem, weil du nimmst ja gleich von hier oben auf aus, müsstest du trotzdem ja mich hören. Das Mikrofon im OBS hab ich nämlich gerade aus und ich dachte, wenn ich das beim Discord mal ausmach und hier an... Nee, ich glaube, ich glaube, ich spiel an einer Playstation, oder? Weil, wenn das sechs bis sieben Sekunden asynchron ist, das macht ja... das bringt ja nichts. Ja, das ist scheiße. Oh Mann, ey. Äh, jetzt ist alles gefixt? Hä? Jetzt ist gut? Hä? Hä, was? Jetzt ist besser? Hä? Was? Moment, da muss... Hä? Aber es hat sie nichts geändert. Wieso? Warum? Warum? Ach nee, immer noch, nee, immer noch asynchron. Nein, bei mir nicht, bei mir nicht. Gut, ich spiel einfach an einer Playstation, komm. Machen wir es einfach so. Dann, äh, tschüss. Warte mal, warte. Tschüss. Wir müssen, wir müssen mit dem, das läuft ja über NDI, Network, irgendwas. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir den Ton da vielleicht nicht über OBS schleifen können. Aber das müsste eigentlich auch mit Discord gehen normalerweise, dachte ich. Ich verstehe das auch nicht, das ist ganz komisch. Vor allem, wenn es bei mir synchron ist. Ich meine, es ist jetzt halt nur das... Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du hier oben dann einfach... Ich weiß nicht, weil du hast ja hier oben dann kein Discord offen. Das läuft ja dann über OBS sowieso. Verstehst du? Ja, das traf ich dann aber auch nicht. Aber wir haben dich über OBS ja auch gar nicht gehört, gerade. Aber, wieso habt ihr mich über OBS gehört? Das ist echt gut. Genau, zu Weihnachten hat es ja funktioniert. Oder als du Beat selber gespielt hast, das hat ja super funktioniert. Ja, da war ich, ja, da war ich auch über Discord, aber ja, da hat es wirklich funktioniert. Das ist seltsam. Also es schlägt hier auch aus beim Mikrofon im OBS. Oder es liegt an mir und mein Desktop-Sound ist halt sechs Sekunden verschoben, was ich mir nicht vorstellen kann. Die Webcam deaktivieren. Heute großer Test-Stream. Eigenschaften. Eigenschaften. Äh, ja. Warte. Huch. Äh, Webcam. Jetzt hat es gerade gefreezt. Und wenn ich hier auf Einstellungen gehe, passiert nichts. Cool. Aktivieren. Jetzt habe ich das gemacht. Es ist jetzt besser wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Also ja, bei mir ist es halt immer gut, Warte. Ich muss den wieder groß machen. Jetzt, zack. Ja, das ist aber voll komisch. Wieso, wieso ist es bei dir gut? Und da nicht? Das ist, das kann doch gar nicht sein. Mofte. 50 Monate. Ich habe gesehen, einige Leute feiern heute 50 Monate. Alter. 50 Monate. Ohoho. Eieieiei. Oh, ich bin ja gar nicht zu sehen. Warte mal. Das Schlimme ist, ich habe diese, ich habe, ich habe ja momentan bei den, bei den Alerts habe ich, äh, ne? Momentan sind die Aushilfs-Alerts noch an. Ähm. Und ich habe beim, äh, beim Marvin, habe ich mir jetzt nur 50, für 50 Monate Bilder bestellt. Ich habe gar nicht mehr Level aktuell. Ich muss noch, ich muss noch 50 weitere Level einfügen. Okay. Der hat gerade hiermit geschrieben, ist die Mischung jetzt weg? Huuu. Arsch. Oder Arschlochrin, keine Ahnung. Arschlöcherin. Hm, okay. Ha. Ja, dann. Dann funzt es nicht. Schade. Müssen wir später nochmal verzehren, äh, verzehren. Ich, ich lese schon wieder Chat vor. Müssen wir später nochmal versuchen irgendwie. Oder rumprobieren. Dann kann ich jetzt. Ja, aber, aber heute nimmst du dann, heute kommst du nicht mehr hier hoch. Das heißt, ich kann, äh, voranschieren. Ja, gerne. Das kannst du natürlich gerne machen. Ja. Ja. So, wir probieren das dann irgendwie nochmal, ähm. Hab ich. War mir ja, du bist nicht geblockt, sonst kannst du doch gar nicht mehr schreiben. Du, das. Warte mal, ich will mal was machen, ja? Ich bin da noch zu sehen, ne? Warte mal, wie kann ich hier ein Video, Medienquelle ist das, ne? Oh, oh. Medienquelle? Oh, jetzt, jetzt geht's los. Warte, 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 ich muss das kurz suchen. Jetzt krieg ich bestimmt, äh, ja. Warte, warte. Spielt ihr das ab? Achso, soll ich Musik bei mir ab? Achso. Guck mal. Hä, das passt zur Musik. Guck mal, jetzt gleich, wie der da steht. Guck mal, jetzt gleich, warte. Hä, was ist dein Kind? Hä, ii, die in der Hals, hä? Was ist mit dem? Das wird ja, ich liebe das Spiel halt trotzdem, weil ich muss diese ganzen Sachen, und ich hab einen ganzen Ordner von solchen Sachen, muss ich einfach aufnehmen. Ich hab immer OBS mitlaufen, weil es sich einfach lohnt. Guck mal, hab ich hier sonst noch irgendwas total besorgt ist? Boah, ja, ich hab ja, ah, ne, warte mal, da ist gut, nein, da ist Musik mit, weil ich das kann nicht machen. Ähm, ja, ich kann die anderen Videos leider nicht zeigen. Schade. Hm. Ich wollte gerade zeigen, wie ich, äh, im VR-Chat so ganz gut war. Äh, 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 äh. Naja, ist auf jeden Fall, äh, sehr witzig. Ja, dann, ähm, ja, oh, Mr. Wargame, hallo. Dann, ähm, ja. Ach so, warte mal, ganz kurz, gute, gute Idee, äh, hast du kurz ein Video mit Sound, das du zeigen kannst? Ja. Irgendwas mit, ein Video mit Sound, irgendwo, wo man gucken kann, ob das synchron ist? Nur mal so zum Testen. Hat das hier Sound? Wenn ich, wenn ich hier ausmache? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ich muss kurz. Ach so, ich hör das, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Hab ich dich? Ah, ich hör das selber nicht. Hör ich dich jetzt doppelt? Oh, jetzt, ach, jetzt hör ich mich wieder. Jetzt doppelt. Weil du hast jetzt, eigentlich, jetzt hör ich mich wieder. Du hast Discord bei dir offen, deswegen hör ich mich jetzt selber bei dir, wenn ich dann, ah, ich hör, ich hör deinen Rechner gerade nicht, ich hör dich nur über Discord, alles klar, vergiss es. Das, ich versteh nicht, das Video, das Video müsste Sound haben. Ja, aber ich kann den Sound von dir nicht anmachen, weil ich mich sonst doppelt höre, weil du mich grad bei Discord hörst, verstehst du? Ne, aber du, du hörst auch nicht, dass, du hörst, oh, da mach ich gerade, oh, warte mal. Ich habe ein Screenshot gemacht, habe ich ein Foto gemacht? Ich frage einfach gar nicht, das ist einfach, hm. Ja, okay, oh, da bin ich ja, hi, ja, dann, na gut, dann geh ich mal. Dann macht doch Discord aus, ja, aber dann hört sie mich ja nicht. Ich mach dann jetzt mal, ja, das müssen wir ja eh nicht, aber ich mach mal Discord aus dann. Okay, okay, dann hören wir uns später, okay, okay, schade. Ja, tschüss, die Begrüßung alle, tschüss, ja, tschüss. So, ja, das hat nicht so gut geklappt, leider, schade. Dann müssen wir halt die Playstation-Version spielen, ich glaube, ich glaube, das geht. Ähm, Problem ist, Problem ist, dass, ähm, ich kann das OBS, muss ich halt immer muten. So, hallo, Bobs, hallo, Bots. Hm. Hm, 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 hm. Ja, das war ja merkwürdig. Achso, die Musik ist wieder aus, ne, okay. Dann mach ich mal ganz kurz, ähm, so. Und, tschuldigung, wenn ich ihr Pan ins Wort gefallen bin, bei mir ist sie halt Realtime gewesen. Wenn sie bei euch verzögert war, bin ich bei euch, bin ich ihr ins Wort gefallen, aber bei mir nicht. Also, also, ich bin ihr nicht ins Wort gefallen, tatsächlich. So. Dann, hat er ein bisschen gedauert. Warum kommt Pan nicht einfach zu dir runter? Darum ging's gar nicht. Es ging darum, dass Far Cry New Dawn bei mir nicht läuft. Und ich hatte überlegt, ob ich das oben bei ihrem Rechner spiele. Und das dann hier durchschalte, quasi, über unser internes Netzwerk. Und das dann bei euch, ne, quasi, dass ich Studio wechsle. Das müsste vielleicht auch funktionieren. Ich weiß es gar nicht. Hm. Du hast keinen Plop-Schutz. Wieso ploppt es trotzdem nicht? Guck mal, ich hab das Mikro bei mir am Mund vorbei. Ich rede mal dran vorbei und ich rede auch hier dran vorbei und nicht rein. Wenn ich jetzt hier so reinrede, ähm, Peter ist Pommes, dann hört man das. Aber wenn ich hier, Peter ist Pommes, dann, dann rede ich dran vorbei. Deswegen. Ja, Far Cry New Dawn startet bei mir nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hab keine Ahnung. Und, ähm, ich hab mehrere Keys bekommen, tatsächlich, von Far Cry New Dawn. Und der PC-Key, ja, installiert, alles installiert. Läuft aber nicht, startet nicht. Der PlayStation-Key war schon eingelöst. Wir wissen nicht von wem, keine Ahnung. Ähm, und deswegen hat Phil, ja, der Phil, der ja seit Anfang des Jahres quasi der neue Manager ist, ein, ein super Typ, Hashtag Ehrenmann, äh, hat mir einfach seinen Privat-Key gegeben. Für heute. Vielen Dank, lieber Phil. Vielen Dank. So. Jetzt bist du auch, ich bin ein bisschen asynchron, das passiert. Ich bin immer ein bisschen asynchron bei einigen. Nicht bei allen. Bei einigen bin ich so asynchron, bei einigen so. Und wenn ich bei mir zu Hause schneide, ähm, muss ich auch immer so ein bisschen verschieben. Nein, die Pan hat mich nicht verzögert gehört, weil sie den Stream geschaut hat. Die Pan hat mich über Discord gehört. Wir haben uns schon richtig gehört. Das war gerade eines Discord, keine Sorge. Aber ich hab sie bei mir, ich hab sie bei mir ja in der Ecke gesehen. Hier in der Ecke hab ich sie ja gesehen. Und hab sie synchron über Discord gehört, wenn sie hier geredet hat. Hat das bei mir gepasst mit dem Bild. Bei euch dann aber nicht. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ich... Joa. Bist bei mir etwas asynchroner als vorher. Okay. Ach, das Bild hing nach, nicht der Ton. Aber der Ton über Discord ging? Aber wie kann das Bild denn nachhängen, wenn das bei mir hier... Das verstehe ich nicht. Das Bild müsste eigentlich genau wie hier... Das verstehe ich nicht. Du musst Farcar als DXX-Variante starten auf deinem PC. Warum? Was? Was ist der Grund, dass du mir das vorschlägst? Weil DX12 funktioniert hier eigentlich super? Nein, der Ton hing nach. Das Bild war gut. Was denn jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay. Also auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Schade. Da müssen wir mal gucken. Technisch sind 0,4 Sekunden asynchron, aber praktisch merkt man das nicht. Ich glaube sogar 0,8. Deswegen, man sieht es immer so ein bisschen. Es ist gefühlt falsch, aber es geht. Ich guck mal. Wieso hat Gronkh live weniger Zuschauer als auf YouTube? Weil YouTube eigentlich meine Hauptplattform ist. Weil ich eigentlich so gut wie in die Werbung für den Stream mache. und weil Leute on demand immer gucken können. Immer. Die können auf 10 Jahre noch gucken und der View wird trotzdem gezählt. Live werden immer die Leute angezeigt, die parallel gucken. Ja, aber über den Abend verteilt schalten viele weg, viele schalten ein und das wird dann trotzdem in den Insgesamtaufrufzahlen wird das trotzdem gezählt. Aber trotzdem ist es in der Natur, es liegt in der Natur von on demand, dass da mehr gucken. So, und ganz kurz, Artikel 13 haben wir heute schon behandelt am Anfang des Streams und den Rest werden wir darüber nicht reden, weil das gehört hier nicht hin. Heute hier ist immer Einschalten zum Abschalten. Das hier ist immer, um die Woche so ein bisschen beiseite zu schieben und ein bisschen ins Wochenende zu kommen. So, zählst du den Stream als Arbeiten, Gronkh? Ich persönlich tue das nicht, aber rein objektiv gesehen, wie ist der Stream Arbeit? Das ist meine Arbeit, das ist unter anderem ein Teil meines Jobs, ja. Also, wenn ich quasi 16 Stunden streame, dann habe ich 16 Stunden gearbeitet. Abgesehen von der Zeit davor natürlich noch einem Tag. Und natürlich die Stunden danach, wenn ich noch schneide. So. Gut. Ja, wollen wir doch mal ... Nunu, 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 nunu. Ich gucke mal ganz kurz schon mal. Kommt dir bei Foundation auch so einiges komisch vor, dass nicht alles richtig klappt? Ja, weil es ja early access ist. Also ich glaube, einige Sachen sind da noch nicht so... Ich glaube, bei der Nahrungsmittelverteilung, da blicke ich noch nicht ganz durch. Muss ich jetzt Stände überall haben oder gehen die alle zum Markt? Oder muss ich den Markt auf die ganze Stadt aufteilen? Das ist alles noch ein bisschen... weiß ich nicht. Empfindest du das anstrengend, lange zu streamen? Kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an. Wenn ich so Chill-Out-Streams mache, dann bin ich meistens schon eh fertig von Anfang an. Deswegen ist es da ein bisschen anstrengender, aber dafür sind es ja Chill-Out-Streams und dann kommt man da wieder ein bisschen runter. Also es geht. Aber zum Beispiel, wenn wir am Ende noch Horror spielen... Ja, Horror ist immer anstrengend. Horror spielen, ja, ihr kennt das vielleicht selber. Wenn ihr ein Horror-Spiel spielt, ist es zwar ein Spiel, aber trotzdem ist es halt zehrend. Also du bist halt... Es ist halt... Nimm den Körper... Also Adrenalinausstoß und so. Ja. Ich glaube, Gronk findet es anstrengender aufzuhören. Ja, das stimmt allerdings. Fühlst du dich heute fit? Semi. Die Woche war wieder sehr... Ihr habt es ja selber mitgekriegt zum Teil. Ähm. Es war eine sehr... Eine sehr lizenzhafte Woche. So. Nein, kenne ich nicht. Spiel nicht Horror. Ja, gut für dich. Ähm. So. Danke, Gronk. Hab meine Mann Grimdorn mit allen Erweiterungen gekauft, du Sargnagel. Liebes Adolz. Sehr gern geschehen. Bei Grimdorn kann ich mich nicht schlecht fühlen, deswegen. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Und dieses Jahr kommt noch, äh, neues DLC-Addon raus. Gab es mal ein Spiel, das du eigentlich nicht spielen wolltest, es aber trotzdem aufgenommen hast? Ja. Äh, FIFA wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nie, weil FIFA ist halt überhaupt nicht meins. Und dann, ähm... Ja, er hat gefragt und dann, ich hab dann halt gedacht, wegen Story-Mode vielleicht, wegen Bio-Ware-Story-Mode. Kann vielleicht doch ganz witzig sein, aber weil ich halt FIFA nicht spiele. Dann, äh, hab ich Curry dazu geholt. Und dann hat es halt sau viel Spaß gemacht. Überraschenderweise. Aber auch nur, weil ich selber nicht selber spielen muss. Ach ja. Ich hab mir auch Grimdorn geholt. Find's ehrlich gesagt zu repetitiv. Ist aber auch mein erstes ARPG. Ähm, du wirst feststellen, ARPGs sind meistens so, dass man schnetzelt. Es sind, äh, man nennt es auch Schnetzel-Games. Oder Schnetzler oder wie auch immer. Ähm, ja. Das kommt vor. Aber das ist auch das Angenehme dabei, tatsächlich. Hm, 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 hm. Didi-di-di-di-di-di-di-di. FIFA von BioWare. Nein, nein, die haben aber BioWare den Story Mode in FIFA gemacht. Deswegen war ich auch so neugierig drauf. Äh, ja, FIFA müssten wir eigentlich nochmal aufnehmen. Ich glaub, wir vergessen das beide irgendwie immer. Und wir erinnern uns immer dran. Und dann, ja, müssen wir machen, müssen wir machen, wie das halt so ist. Aber ich würd, ich würd die Story halt gerne noch, ich würd die Story gerne noch zu Ende spielen. Was wählst du eigentlich in einem Dropdown von einer Berufsbezeichnung aus, wenn das mal gefordert ist? Äh, selbstständig. Wo ist oben das zweite Portalhole? Das ist ja gar nicht hier, das ist in irgendeinem Spiel. Okay, pass auf. Ich guck mal ganz kurz. Ähm, warte mal. Ich guck mal eben. Lass mich mal eben was gucken. Achso, hier ist die Pan noch an. Das muss ich vielleicht mal ausschalten. So. Kann ich da einfach jetzt? Ja. Okay, warte, warte. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Das sieht gut aus. Okay. Dann würd ich nochmal ganz kurz. Nerven dich die, was macht Tobi fragen? Ja, die haben vielleicht ein bisschen zugenommen. Die haben vielleicht ein bisschen zugenommen. Und das Schlimme ist auch, wenn wir gucken, was der Tobi gerade macht. Ihr wisst schon. Ähm, dann hör die Fragen einfach nicht auf. Hm. Okay. Ich würd ganz kurz pinkeln gehen. Ich würd ganz kurz pinkeln. Äh, bist du auch selber schuld. Ja, das bin ich aber immer. Das ist ja egal. Ich stifft die Leute auch ein bisschen an. Ich würde ganz kurz pinkeln gehen. Äh, und danach. Ne Runde Far Cry New Dawn. Auf der Playstation 4 dann. Ähm. Dö, 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 dö. Mach mal das so. Nein, Erik, das darfst du nicht. Na gut, dann pinkele ich mich einfach ein. Ich weiß nicht, ob das bei dem Landkärtchen von Ernst gemeint war mit den Pausen. Ja, mit diesen langen Pausen. Aber die OBS-Pause gerade war sehr unfreiwillig. Da ist OBS abgestürzt. Und jetzt ist Pinkelpause. Weil. Muss ich halt auch mal zwischendurch. Zeig doch bitte mal dein Shirt. Haben wir auch schon gemacht, aber hier. Das ist heute mein Wild-West-Shirt. So. Wieso hast du als Fernsehsender eigentlich keinen Gebärdendolmetscher? Weil. Ich glaube, da käme niemand hinterher. Diesen Kack zu übersetzen. Da kannst. Gebärdendolmetscher ist eigentlich nur so ein Typ, der die ganze Zeit so macht. Frühchenwindeln. Ja, ich glaube, das ist genau meine Größe. Schwierigkeit bei Metro. Immer normal. Wir spielen immer alles auf normal. Wie viele Stunden schläfst du meistens so? Also ich hab letzten Freitag vorm Stream hab ich noch mal ne Stunde geschlafen, weil es nicht anders ging. Ähm. Ja, kommt immer drauf an. Kaffee ist der Trick. Viel Kaffee. Ja, aber wenn du zu viel Kaffee trinkst, dann wirkt der nicht mehr. Dann geht das nicht. Okay. Ich bin gleich wieder da. Zwei, drei Minuten. Ähm. Und dann spielen wir mal. Mach doch mal ne Änderung und spiel auch schwer. Nö, will ich gar nicht. Ich will ja, ich will das ja einfach, ich will ja die Games immer sehr casual zeigen. Wenn ich die Story schnell zeigen will, dann mach ich aber auch einfach. Ne, könnte ich einfach auch einfach machen. Weil viele Leute eher an der Story interessiert sind. Aber ich spiel immer sehr ausführlich und sehr casual. Das ist so mein Ding. Story von, äh, Metro Exodus. So. Okay. Ich bin ganz kurz weg. Kann ich hier wieder, äh, Studium ausordnen machen? Alles klar. Hier ist immer noch ausgelassene Frames wegen Renderingverzögerung. 1,2 Prozent. Also irgendwie scheint das mit diesem NVENC, ja, Nvidia Encoder noch nicht so geil zu sein. Also für euch in der Bildqualität bestimmt besser. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Hab mir da mehr erhofft. Welche Version hast du von der OBS? Momentan die 23.00 im Release Candidate 2. Die haben wir vorhin installiert. Da sind noch viele Einstellungen problematisch, dass der dann auf den alten langsamer wechselt. Okay. Ich wüsste echt gerne, welche Webcam du verwendest. Wir haben keine Webcam mehr. Wir haben eine Sony irgendwas. Ich weiß leider... Ich müsste mir das mal aufschreiben. Es ist eine Sony... Eigentlich eine Vlog-Kamera. So. Gut. War es nicht so, dass NVENC, also Nvidia Encoder eigentlich ein schlechteres Bild macht? Dachte ich auch. Aber die neuen... Also die sollen jetzt recht gut sein. Und ich habe damit zum Beispiel auch mal Kingdom Hearts aufgenommen. Kingdom Hearts 3 als Test. Äh, und, ähm, Metro Exodus spiele ich jetzt auch mit, äh, da mit. Also nehme ich da mit auf. Und Forest ist viel flüssiger damit. Das ist schon ganz geil. Aber für die Streams offenbar nicht. Ja, das ist doof. Hm. Seit der neuen RTX-Karten sollen die bei geringeren Bitraten sogar wesentlich besser als X264 ein Coder sein. Das Gefühl habe ich auch. Aber diese Freezes. Ich weiß halt nicht genau, was da für Freezes... Was mit... Warum diese Freezes kommen. Das weiß ich immer noch nicht. Hm. Hat dann recht eigentlich Raytracing für Metro. Ja. Ist auch aktiviert. Ich weiß aber noch nicht genau. Ich habe noch nicht darauf geachtet, ob das irgendwo zu sehen ist. Gronto Typ Du. Wegen die habe ich mir Foundation gekauft und schon 30 Stunden drin verbracht. Ich sollte weniger zocken. Ich wollte weniger zocken. Niki Finier. Es tut mir sehr leid, aber Foundation ist echt geil. Macht wirklich Spaß. Auch da tut es mir einfach nicht leid. So. Okay. Freunde, ich bin gleich wieder da. Ich gehe ganz kurz pinkeln und dann spielen wir los. Sonst können wir noch... Wir können die ganze Nacht lang reden, aber wir machen hier gleich, ne? Welchen Bravo-Starschnitt hattest du an der Wand? Gar keinen. Ich hatte Iron Maiden-Poster und sowas an der Wand. Ich mache hier erst mal ganz kurz die Musik aus. Flupp. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gab es die Bravo schon in deiner Jugend? Die Bravo gab es schon. Die gab es schon lange vor meiner Jugend. Ich glaube seit 1950 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bravo ist sehr viel älter als wir alle. Ähm. Gut. Du hörtest, hörst Metal. Mag ich ja heute noch. Aber es kommt immer darauf an. Ich mag immer so Melodiösen eher so. Ähm. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich schalte eben. Ach ja, ich habe hier alles umsortiert. Deswegen muss ich es gerade erst mal suchen. Ich schalte ganz kurz auf die Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Drei Minuten. Ja, sind wir wieder am Start. In drei Minuten sehen wir uns wieder. Äh, eben ganz kurz pinkeln gehen. 1950 ist vor der der Jugend. Alter. Dankeschön. Dankeschön. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Und, ähm, jetzt ganz kurz die Pause. So, bis gleich. Moment. Beeil mich. Äh. Ja, ja. Ah. Da bin ich da. Was? Hä? Die allürzt sind gerade nicht an. Wer soßt hier rum? Harley Quinzel. Dankeschön, Harley Quinzel. Viel, viel Dank. Jeder Mensch ist anders. Genau das macht uns zu Menschen, das macht uns Menschen zu etwas ganz Besonderem. Bin eher ein stiller Zuhörer immer dabei. Dankeschön, Harley. Fräulein Quinzel. So, ich trinke auf euch. Hab gerade einen heißen Kakao bekommen. So. Gut. Ist ja gleich fertig mit der Pause. Okay, das hat man schon, ne? Oder? Komm, ich... Mach mal eine Pause. Ich schalt rum. Ich schalt rum. Alles klar, ich schalt wieder zurück. Hallo, da bin ich. So, hat auch gerade ganz kurz geruckelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Gut. Ich habe gerade... Ich habe x264 mit Streamen immer besser. Außer man hat eine alte CPU dann Upload von unter 6M mit. Ja, wie gesagt, ich wollte halt mit den Codex ein bisschen rumspielen, weil das halt jetzt noch alles aktualisiert wurde. Und bei den Aufnahmen funktioniert das echt gut. Aber bei den Streams, ich muss mir, glaube ich, ja... Ich muss mir, glaube ich, mehrere Profile anlegen. Einen für Streams und eine für Aufnahmen. Vorher kann ich das mal ganz gut koppeln. Ähm, ja. Wie kann man dir ein Paket schicken? Hab wohl die falsche Adresse angegeben. Ähm, du kannst Ausrufezeichen Post eingeben. Und dann erscheint die Adresse. Und weil das jetzt alle eingeben werden, wird die sehr schnell hochscrollen. Und nur einmal angezeigt werden wegen Cooldown. Das wird funktionieren. Die armen Salzstangen. Aber nicht unbedingt bitte zu essen... Oh, Alter. Oh, wir haben so viel Zuschriften bekommen mit Essen, Kram und... Oh, Alter. Es ist einfach... Wir können das gar nicht aufessen. Ich hab... Die Auspack-Videos musste ich einstellen. Ich muss... Ich muss die leider einstellen. Es hat so zugenommen. Und ich auch. Ähm, das ist einfach... Boah, Alter. Das waren sehr lange Weihnachten. Das kannst du aber... Das kannst du aber glauben. So. So. Hm. Hm. Ja. Wirst du zu jeder A13-Demo gehen? Wird schwierig, weil am 23.03. sind die alle parallel. Ähm. Da müsste ich mich teilen. Aber ich werde versuchen, dass ich auf möglichst viele komme, natürlich. Gut. Oh, nee, 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 nee. Bitte keine Duplo's. Bitte, bitte keine Duplo's. Oh Gott, ich... Oh, nein, Duplo... Oh, ich will ich... Nie wieder. Oh Gott, das... Das ist alles so eskaliert. Ich will nie wieder Duplo's. So, okay. Ähm. Ähm, ich schalte mich mal ganz kurz hier rüber. Mit Vollbild, weil ich seh die Play-Seasons auch nicht. Und dann schalte ich mal kurz rum. Ähm, das müsste eigentlich gehen, wenn ich jetzt hier auf Games schalte, dann sieht's so aus. So, wups. Geht das? Geht das? Geht das? So, das scheint zu gehen. Und ich hoffe einfach mal, dass es nicht freezzt. Hallo? Ich hab einfach jetzt ganz kaltherzig umgeschaltet. Und ich hab, äh, das Gamepad hab ich schon hier. Und ich hab's noch nicht gestartet. Ich hab's noch gar nicht gestartet. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich steht jetzt erstmal System-Update. Ah, Deluxe-Paket. Ja, warum nicht? Das geht natürlich auch. Und ich finde unsere Farben unten von den Alerts, die passen diesmal aber auch gut zum Spiel. Ich muss nur gucken, dass ich, hab ich, ich hab noch Schärfe drauf, ne? Vielleicht muss ich die ausschalten. Filter, hab ich, ich hab glaub ich noch einen Schärfe-Filter. Kingdom for Kingdom Hearts hab ich einen Filter eingestellt, falls ich das aufnehme. Was ich bestimmt machen werde. So, warte. Vor dem Spiel lesen. Eine Pause von 15 Minuten pro Spielstunde. Ja, das kann ich nicht versprechen, Ubisoft. Das tut mir leid. Ein fiktives Werk? Ne. In einem modernen Universum und von der Realität inspiriert wurde, Ähnlichkeiten zu tatsächlichen Ereignissen einer Person leben wie die Tod sind rein zufällig? Glaub ich nicht. Die Geschichte namen Charaktere und Vorfall wurden allein für Unterhaltungszwecke kreiert. Das denk ich mir manchmal auch über die richtige Welt. Wasch, das ist ja cool gemacht. Schön. Ich mag das bei Firmen, wenn die ihre Logos quasi immer dem aktuellen Ding anpassen. Das mag ich auch bei so Film-Dingern und sowas. So. Ich glaube, die Konsole ist so leise, ne? Ich guck mal ganz kurz. Das hier ist mein Kingdom Hearts Filter. Den kann ich sogar hier drin lassen, ne? Mit Filter, ohne Filter. Mit Filter, ohne Filter. Ich lasse, ich lasse hier mal drin, ne? Sieht alles ein bisschen schöner aus. So. Dann habe ich noch einen Schärfefilter, weil die Playstation 4 ja alles ein bisschen hoch skaliert, habe ich immer ein bisschen Schärfe mit drin. So. Aber ich glaube, die Musik ist gerade nur so leise im Hintergrund. Lassen wir uns mal überraschen. Profil wird angelegt. Oh Gott. Far Cry legt sich ein Profil über mich an. Anmelden als Herr Gronkh. Ja, ja, bitte. Achso. Muss ich bestätigen, wusste ich nicht. Jetzt bin ich, ich bin wirklich gespannt. Einige Feature stehen noch nicht zur Verfügung. Was? Installation des vollen Spielinhalts. Aber ich habe doch schon installiert. Ich habe doch alles schon installiert. Okay. Optionen. Optionen. Mitwirkende Ubisoft Club. Okay, aber neues Spiel kann ich auch machen. Ist die Facecam immer so klein? Ja, weil es geht ja eigentlich ums Spiel, nicht um mich, oder? So, was hältst du von Free2Play? Auch ein interessantes Thema, aber nicht für jetzt. Alter! The Big Busty! Warum? Warum? Big Busty, viel, viel Dank. Aber Alter, voll übertrieben. Viel, viel Dank. Dankeschön. Da geht der Donation-Goal aber richtig nach vorne. Ähm. Ähm. Natürlich geht es um dich. Nein, es gibt... Nee, 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 nee. In den Quatschrunden. Da kann ich mich... Ne? Okay. Aber wenn wir Spiele spielen, geht es natürlich um die Spiele. Warum kommen keine Podcasts mehr mit Onkel Jo? Morgen kommt einer. Und eigentlich würde ich gerne... Eigentlich würde ich gerne einen zum aktuellen Thema. Hätte ich gerne zwischengeschoben, aber keine Zeit gehabt. Ähm. Morgen kommt einer zu einem anderen, nicht mehr ganz so aktuellen Thema. Aber... Ja, haben wir... Den haben wir schon vor einer Woche aufgenommen. Gut. Okay, komm. Ich fang mal an. Ich mach mich mal ganz kurz aus, weil bestimmt ein Intro kommt. Weil es geht nicht um mich. Hi. So. Und dann mach ich mal, äh, neues Spiel. Ich schalte mich gleich wieder ein, aber jetzt erst mal hier. Jetzt wollen wir erst mal hier gucken. Ich hoffe, das wird noch lauter. Als Käpt'n der Wachmannschaft von Thomas Rush lautet eine Mission, Siedlung in ganz Amerika aufzubauen und zu sichern. Eine Siedlung benötigt ihre Hilfe. Hm, hm, hm. Ayla, dankeschön. Achso, Körperform auswählen. Ich dachte gerade, das wäre ein Loading Screen. Entschuldigung. Ich dachte gerade, das wäre ein Ladescreen. Okay. Körperform. Achso, männlich-weiblich. Das ist gar nicht Geschlecht. Das ist die Körperform. Ah. So, ich nehm, ich... Oh. Okay. Ich nehm mal, ich nehm mal diese hier. Bis endgültig kann nicht mehr geändert werden. Daran sieht man, dass es ein, äh, Werk der Fiktion ist. Entdecker, ich interessiere mich vor allem für die Story und will die Welt auskundschaften. Ein Puma. Ich weiß, was ich tue und mag Herausforderungen. Echt übel. Hör zu labern, zeig, was ihr drauf habt. Gut, wir machen Hard. Ja, wenn mich jemand fragt, ich spiele auf Hard. Das ist ja okay. So. Ich weiß, der Chat schreibt wieder echt übel. Ach, das Ende von Far Cry 5. Und wir erinnern uns. Ich war sechs Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause. Ein neues Leben. Eine neue Normalität. Doch wie alles in der Welt war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten. Angeführt von zwei Schwestern. Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles. Unser Essen. Unser Zuhause. Unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und seinen Käpt'n hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hawk County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Wir waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Aber es ging alles furchtbar schief. Das ist der Ladebildschirm. So sieht er jetzt aus. Glaube ich. Ist das der Ladebildschirm? Ich kann gerade gar nichts machen. Also da brennt was. Und die Wiese weht. Und da es ein Ladebildschirm ist, hat er natürlich auch mal Freezes. Ja, Mann. Captain, du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Ja, warte! Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen! Ja! Die werden uns töten! Ja! Ah, fuck! Mein Gott, Bounce, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit! Wir müssen weg! Bounce, wir lassen den Käpt'n nicht zurück! Oh, danke mal! Ja, Mann! Wir kommen hierher, schnell! Ja, gut, 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 warte! Cap! Hey, shit! Deine große Stunde! Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden! Leichter gesagt als getan! Ein Schritt nach dem anderen! Geh vor! Wir folgen dir! Aus dem Wrack-Wrack-Kriechen! Story-Mission! Ich lese gerade, das ist bei vielen Asynchronen! Hier allerdings nicht! Was ist da los? Okay, kann ich irgendwas... Kann ich irgendwo gegenhauen, damit wir das testen können? Deluxe-Paket ist Angriff abbrechen. Deluxe-Paket ist freigeschaltet. Ach so, warte. So, wenn ich jetzt hier haue, ist das Asynchron? Warte Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden und uns besser ausrüsten Naja, das bin ich gerade Ich hasse alles, deswegen haue ich hier ganz kurz richtig gegen Mein Gott! Okay, ist Asynchron Extrem verzögert Ja, das bin ich, Mann! Ja, ich haue hier aber noch mal kurz auf die Kacke Weil ich hasse alles Ja, du hast was gehört Okay, zwei Sekunden, ein bis zwei Sekunden, okay Wie bei Pan vorhin Ah, was ist denn heute los? Okay Warte Ich könnte jetzt natürlich einfach weiterspielen und darauf scheißen Ja, weil bei mir ist es ja synchron, aber das mach ich natürlich nicht Ähm, huch! Achso! Hey Freunde! Ich sehe hier so gut aus wie nie Hi Ich gehe wieder zurück auf x264 Ich gehe einfach bei OBS zurück auf x264 für die Streams Das war ein schöner Versuch heute Ähm, hat bei der Aufnahme auch gut funktioniert Und eigentlich Ich saß im Intro, hat mal viel weniger gekrisselt Also für die Videoqualität eigentlich war es vorher ganz gut Aber wenn das alles so asynchron ist, dann macht das einfach keinen Sinn Ich hatte auch bei der Aufnahme eine Metro-Folge war zum Beispiel komplett asynchron Ich weiß nicht warum, die war so vier Sekunden war der Sound verschoben Ähm, und ich habe keine Ahnung warum, das war nur bei einer Folge so Aber das macht ja so keinen Sinn, da hat keiner was von, wenn wir das machen Sound verzögert um vier Sekunden Du bist 100% synchron, das Spiel ca. zwei Sekunden Dann war das Dann lag das mit der Pan vielleicht tatsächlich Daran, dass der System-Sound asynchron ist Nicht das Bild, sondern Oder? Hm Ist bei mir auch so, liegt am Spiel selbst Nee, nee, bei mir war es ja synchron alles Hm Okay Gut, ich, ich gehe wieder zurück auf x264 Vielleicht lag es halt wirklich, vielleicht lag es wirklich daran auch mit der Pan vorhin Vielleicht liegt es wirklich, ähm Ja, Erik ist genauso asynchron wie im Spiel Nein, ich bin bei allen Leuten verschieden synchron Aber wir hätten das nie so krass, dass Leute sagen, ist alles asynchron Das hatten wir nie so krass, das hatten wir bis jetzt nur heute Ich bin immer ein bisschen asynchron, das ist aber normal Weil das ist bei jedem immer anders Und wenn es ein bisschen paar Millisekunden irgendwie, ne, dann ist es egal Aber wenn das jetzt irgendwie mehrere Sekunden verschoben ist, dann würde ich den Stream nochmal ganz kurz starten Ähm, ich würde dann eben nochmal schnell in die Einstellung gehen, damit die Pause nicht ganz so lang ist So Oh Okay, Ausgabe Ja, Stream muss ja wieder umstellen Kann ich jetzt natürlich gerade nicht umstellen, wenn ich streame Okay Asyndrom Ich habe das Gefühl, dass es in OBS liegt, seit dem letzten Update ist bei mir auch alles asynchron Ich hoffe, es liegt nicht daran, das wäre natürlich doof Okay Ist das Lippenstift? Nein, ich habe keinen Lippenstift drauf, Mann Meine Lippen sind durchblutet, ich trinke gerade heißen Kakao Aus dieser interessanten Tasse Die 4 Millionen Abo Gedächtnistasse So Okay, Pass auf, lass uns nicht, lass uns nicht lange labern Ich bin ganz kurz offline und bin sofort wieder da Ist deine CPU noch auf 8 Cores eingestellt? Nein Alles gut hier So Okay, ich bin ähm Ich bin sofort wieder da Ich bin sofort wieder da Es lief doch eh über die Grafikkarte. Hä? Was ist mit Gronklos? Rosa Kopfhörer, Lippenstift. Möchtet ihr uns was sagen? Gut. Dann würd ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich restarte meinen Stream. Ich muss ganz kurz zwischendurch den Codec umstellen. Gebt mir zwei Minuten. Ich muss jetzt OBS nicht mehr neu installieren. Ich muss aber nur mal ganz kurz hier... Ihr wisst schon. Ich hab hier 1,2% ausgelassene Frames wegen Renderingverzögerung. Ich... Okay, wir sehen uns gleich wieder. Eine Sekunde. So, nicht erschrecken. Bis gleich. Achso, ich muss hier noch zumachen. Dann mach ich eben die Playlist nochmal aus und wir sehen uns gleich wieder. Eine Sekunde. Huch! Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Das war ich gar nicht. Okay. Hä? Ach, das ist Far Cry im Hintergrund. Das hört sich an wie meine Playlist. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Sekunde. Bis gleich. Moment, Moment. Wo ist denn hier? Aufnahme stoppen. Streaming stoppen. Bis gleich. So, sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe nicht, dass es in der OBS-Version liegt. Kann natürlich auch sein, aber das wär natürlich dann... Boah, das wird mich ja voll... Dart wird mich aber ärgern. So, ich hoffe, das klappt. Hi! Da bin ich wieder mit dem alten Codec. Funktioniert's? Also, ich hoffe... Sag mal! Ach, lieber Sky Master! Wie, wie, danke, aber alter! Dankeschön! Mann! Was ist denn los? Heute mit unserem Problem riskanten was? Wenn man Betas oder... Ja, was soll's. Lieber Paulsoor, ich wollt's halt einfach mal machen. Weil ich die neuen Codecs gelesen habe und dachte, ich probier's mal aus, aber naja. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es ist synchron. Einigermaßen. Bild zu schnell. So. Okay. Und ich hoffe, vor allen Dingen ruckelfrei. Einigermaßen. So. Puh. Neu ist nicht immer besser als alt. Ja, ich weiß, aber ich wollte halt jetzt wegen dieser... NVIDIA-Encoding-Geschichten, die sie da verbessert haben, wollte ich das mal ausprobieren. Ähm. Ja. Okay. Ist synchron. Okay, ruckelt nicht. Okay, gut. Leider zu synchron. Ciao. Kannst du mir bitte sagen, wo deine Sub- und Donation-Leiste hin ist? Du meinst diese hier? Die hab ich jetzt... Standardmäßig versuche ich die grad ein bisschen auszulassen, weil wir sonst... Ne, wir haben das hier eingeblendet, wir haben hier unten die Leiste, wir haben dann das da irgendwie... Ich hatte Angst, dass es vielleicht zu viel wird, eventuell. Dass der Fokus zu viel darauf geht. Ich mein, hier im Talk-Bildschirm geht's ja, ne? Aber wenn es spielen... Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Und vor allen Dingen waren hier die CSS-Dinger, waren... Haben nicht mehr funktioniert. Gut. Okay, gut. Da würd ich rüberschalten. Es gibt nen neuen Nvidia-Codec. Ne, ne, kein neuer Nvidia-Codec, aber ne neue Unterstützung bei OBS. Die haben da alles neu gemacht. Und deswegen wollt ich das damit probieren. Und die Aufnahmen klappen damit echt gut, aber die Streams offenbar gar nicht. Wobei, wir haben schon wieder wegen Rendering-Verzögerung 1,2%. Wieder das gleiche wie vorher. Ist nicht viel, ja, aber macht sich bemerkbar. Wiener Kipferl, Dankeschön! Lieber Wiener Kipferl, Merci! Hm. Was ist da heute los? Also... Weißt du, was ich mache? Wobei, das bringt mir hier momentan, glaub ich, relativ wenig. Ja, das würde hier grad nix ändern. Ich hatte grad überlegt wegen dem Streaming-Rechner, aber das bringt hier nix, weil momentan streamen wir nur und... ...das Bild kommt über die Playstation vom Game. Das können wir grad auch nochmal testen. So, hier, fortsetzen. Guck mal. Ein Geräusch! Das wollt man doch mal gucken. Ich schwöre, ich hab was gehört. Immer noch verzög... Hä? Ich versteh's nicht! Ich versteh's aber nicht! Ein Geräusch! Okay, hab ich gar kein Geräusch. Ach, deswegen. Eher wie alle finden, desto besser. Hab ich da was gehört? Nee, in OBS haben wir keinen Delay eingestellt. Ich guck mal kurz, aber nein. Alter, das darf doch nicht wahr sein, ey. Äh, wo ist'n jetzt hier? Ja. Das ist's nicht. Oh, die Eigenschaften... Ist kein... Nee, Delay ist gar nicht eingestellt. Konsole ist auch Spur 1. Das ist alles richtig. Da ist auch alles richtig. Das sollte gar nichts haben hier. Alles super hier bei mir. Glaub ich nicht. Guck mal hier. So. Ja, ja, die können sich nochmal ganz kurz gedulden. Kann ich den verprügeln? Ein Geräusch! Du musst besser aufpassen! Oh! Komm hoch, komm hoch! Ich weiß nicht, was das war. Ein Geräusch! Hier war ein Geräusch! Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Drei bis vier Sekunden. Okay. Bisschen mit Delay. Bisschen mit dem Delay spielen wir bei Tomb Raider. Komm! Wir probieren das jetzt mal manuell einzustellen. Ich könnte jetzt noch zehnmal neu starten, aber dann würden wir keinen Stream mehr hinkriegen. Ich mach mal gerade eben erweiterte Audio-Eigenschaften und wir testen mal eben ganz kurz, ob wir das nicht vielleicht ausgleichen können. Guck mal, wenn hier... Uah, aua! So. Okay, das war nicht so gut. So, hier. So. Zwei bis drei Sekunden. Da müsste ich theoretisch die Konsole jetzt... Äh... Mal gucken. So. So. Wie sieht's jetzt aus? Wenn ich das Bild verzögere, dann hört ihr mich asynchron. Ja, 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 ja. Schlimmer. Okay, wenn ich jetzt Minus daraus mache... Und jetzt? Ich spiele doch was anderes. Das wird... Wir werden das Problem die ganze Zeit haben. Das liegt ja nicht an der Playstation. Das liegt doch nicht am Spiel. Es ändert sich nichts. Es war jetzt kürzer. Es verändert sich nicht. Das Problem ist halt... Es sind gerade tausend Meinungen. Und die einen sagen hü... Äh, die einen sagen dies, die anderen sagen das. Das wird schwierig. Nicht besser gleichgeblieben. Wenn ich jetzt mal... Oh, das geht gar nicht. Hä? 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 Wieso geht das nicht? Und jetzt? Bisschen besser. Hä? 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 Deutlich besser, schlechter. Äh, war... Ganz ehrlich, das... So, ich guck mal ganz kurz... Ich guck mal ganz kurz in den Mods hin. So, ich muss mich auf die Mods verlassen, weil sonst haben wir wirklich... Ich glaube einige Trollen auch, dass... Sonst sitzen wir hier morgen noch. So... Gleichzeitig besser und schlechter kann es ja nicht werden. Immer noch zwei Sekunden, genau gleich immer noch zwei Sekunden. Also hat sich nichts geändert? Okay... Gut... So... Und wenn ich jetzt hier... Okay, wenn ich jetzt hier... Mal so testweise... ... Aber... Minus 500, ich weiß gar nicht wie weit das noch geht Okay Jetzt Ne, die Capture Card kann es nicht sein, weil dann werde ich auch asynchron, ich laufe über die gleiche Nein, oh falscher Knopf, oh warte Wir haben das gleich Und dann fangen wir nochmal neu an mit Intro Finde ich irgendwie sinnvoll Okay, das geht nicht Das geht nicht Okay 980 geht auch nicht, hä? Was ist denn das Maximum? 975 geht nicht Hä? Okay, warte mal 50 Dann scroll ich mal ganz kurz auf die 1000 Manuell kann ich es nicht eingeben aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum Heilige Scheiße, das hat man noch nie Wir sind bei 800, eine Sekunde 950 ist das Maximum, alles klar Also mehr kann ich nicht machen gerade Das kann in der Elgato liegen Cool, ich benutze gar keine Und es ist auch nicht NDI Passt, okay 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 Das Problem ist, wenn ich zu Pan gehe und da spiele, haben wir das gleiche Problem, weil es wird, es wird wahrscheinlich der System Sound sein Es ist doch nicht Avermedia, ich habe direkt HDMI-Inkarten inzwischen Ich habe keine Avermedia mehr, ich habe keine Elgato mehr, das ist eine HDMI-Inkarte Und darüber läuft auch diese Kamera hier und solange ich synchron bin, ist alles gut Aber ich weiß nicht, woran das jetzt liegt gerade Hmm Hmm Können wir bitte endlich zocken? Ja, machen wir gleich Nein, wir spielen gerade auf Playstation, nicht auf Xbox Ich schau mal eben, ich weiß gar nicht, wo die ist, ehrlich gesagt Ich weiß halt nicht, ob es an den neuen, viel besser, okay Aber immer noch 0,5 Sekunden Aber 0,5 ist halt immer noch verzögert, ne HDMI-Kabel zu lang? Nein Hm Hm Ach ja, okay Oh, warte mal, vielleicht Ah nee, das kann ich glaube ich nicht machen, ne Wenn ich jetzt auf Konsole Kann ich hier vielleicht einen Audio-Filter drauflegen, warte mal Hm Okay Was passiert jetzt? Es tut mir echt leid, es tut mir echt leid, es geht gleich los Es ist wieder mehr, okay Wir kriegen das noch hin, wir kriegen das hin, verzögert Oh, warte mal, warte mal Oh nice, ich kann keine Minus, ich kann keine Minuswerte bei der Verzögerung einfragen Ach, läpp mich doch Ich kann die Video-Verzögerung asynchron einschalten Problem ist aber Ich kann nur Plus-Werte, ich kann den Ton nur in eine Richtung verschieben Das Video, ich hab grad versucht das Video zu verschieben, aber es ging nicht Wie gesagt, ich kann es nur in eine Richtung verschieben und das ist die falsche In dem Fall Lässt sich da nicht anders machen Ähm Es wird nicht langweilig Wenn du ohne Sound spielen und selbst synchronisierst Puh, 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 puh Hm Hm Also ich überlege grad halt, ob ich die alte OBS-Version kurz installiere Da müssen wir nochmal unterbrechen Ähm Aber was ist, wenn es dann immer noch asynchron ist? Das wär die Frage Es hat natürlich mit der alten Version immer funktioniert, aber was passiert, wenn wir, ähm Besser so, als uns stundenlang herumzuexperimentieren Okay, gut, ich bin gleich wieder da Als, äh, es wird ja nicht langweilig Hallo Ubisoft Äh Ein Träumchen Aber ich versteh's nicht, ich hab Metro halt auch die ganze Zeit so aufgenommen So, ich hab Metro halt die ganze Zeit auch so aufgenommen, verstehst du? Verstehst du? Und da gab's auch kein Problem Aber hier scheint jetzt irgendwie grade Warum nicht auf dem PC spielen? Achja, Metro hab ich auf dem PC gespielt, stimmt Äh, weil es auf dem PC bei mir nicht läuft Ich teste grad übrigens nochmal So, wo ist Uplay? Da ist Uplay Es wurde von einem anderen Ort auf dein Konto zugegriffen Dies könnte Auswirkungen auf dein Spiel haben Achso, weil wir uns ja oben angemeldet haben Stimmt Also bin ich bei Uplay grad grad nicht angemeldet Aber es startet hier einfach nicht Keine Ahnung warum So, Video Delay Felder hab ich grad probiert Aber ging nicht, weil der nur in eine Richtung geht Und es wie gesagt, es war die falsche Richtung Da wird's noch asynchroner Ok Gut Ich guck nochmal ganz kurz Hast du versucht Uplay? Ich hab Uplay auch komplett neu installiert Also keine Sorge Ich hab wirklich alles probiert, damit's auf dem PC läuft Weil ich auf dem PC am liebsten spiele Vor allem Shooter Aber irgendwie Dann hatte ich auch noch eine Xbox Version Wie gesagt, ich hatte ja, ne Also ich wollte über Uplay spielen Starte bei mir auf dem PC nicht PS4 Key war aus irgendeinem Grund eingelöst Keiner weiß genau warum Und die Xbox bei mir Da funktioniert HDMI out momentan nicht Ja, ich könnte jetzt auch auf der Xbox starten Aber da funktioniert der HDMI out nicht Also momentan Ich weiß nicht was los ist Also momentan ist einfach Du guckst hier einfach um Kennst du das Meme, wo der eine Typ sitzt In diesem Zimmer, wo alles brennt Und dann so, I'm fine Mit dem Kaffee so Ja So, so ist es gerade Ich weiß nicht was los ist Ich weiß nicht was los ist Äh, ja HDMI out hat, Xbox hat zwei HDMI out Stecker Xbox One hat ein HDMI in, ein HDMI out Und ich hab, ich hab beide Ports probiert Und die Xbox hab ich auch zurückgesetzt Aber wir reden jetzt nicht darüber Es ist momentan Ich weiß gar nicht was da los ist So Das ist fein Spielst du denn heute nichts? Doch, doch Ich werd jetzt nochmal ganz kurz den Stream neu starten Ich suche gerade eben Download Verzeichnis Ähm OBS Studio Die 2202 Alles klar, die hab ich noch hier Dann säge ich die jetzt einfach drüber Zum Glück behalte ich immer meine Installdinger Die säge ich jetzt einfach drüber Und dann bin ich gleich wieder da Steckt Monte dahinter? Ja Ja Endlich sagt's mal jemand Auch hinter Artikel 13 Das weiß jeder hier So, okay Gut Ich bin gleich wieder da Ähm Und wir sehen uns Ja Wir sehen uns gleich wieder Mal wieder sehen wir uns gleich wieder Ausgelassene Frames wegen Renderingverzögerung Mal gucken ob das dann aufhört oder immer noch da ist Weil wenn das immer noch da ist Mach mir Sorgen Okay Gut Bis gleich So, Aufnahme stoppen So Sieht bis jetzt besser aus Ausgelassene Frames 0,2% Übrigens So, also Hi Ich hoffe Ich bin mir nicht sicher was jetzt passieren wird Ich hab keine Ahnung Ähm Es sieht momentan ganz gut aus So Och ne, warst du schon ruhig jetzt Geh wieder weg Gronkh Okay Sieht gut aus Außer dass ich das Statistikfenster nicht mehr andocken kann Musste gerade eben nochmal umwurschteln Weil einige Funktionen vom neuen OBS werden jetzt nicht mehr unterst... Also, ne Hat die alte Version nicht gehabt Deswegen muss ich da wieder ein bisschen zurück gehen Aber es sieht eigentlich ganz gut aus So Ich hoffe, das klappt So, bist du dicker geworden seit dem letzten Stream Ich bin richtig fett geworden seit den 3 Minuten jetzt Hhhhh 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 So, was Okay, gut Ich mach mal ganz kurz, was ich mal ganz kurz eben mache Ich schieße Chrome ab Weil Chrome, ähm Frisst bei mir immer sehr viel Ich hab sehr viele Tabs offen Kann jetzt kurz ruckeln Rechner wundert sich Rechner wundert sich Ehhhhh Huch So Wer ist denn hier noch offen? Hä? Wo kommt das denn her? Hier ist grad... Hier ist grad... Ich hab den Bild-Viewer vorhin angehabt Und hier ist der Bild-Viewer grad offen Mit einem Screenshot Von Gamona Aus dem Jahre 2005 Da steht noch so Gamescom 2005 Ich hab mal für Gamona programmiert Deswegen ist das nicht unüblich, dass ich den habe Und hier ist eine Fehlermeldung Einfach vom Internet Explorer Ja, muss halt Für jeden Browser muss es ja stimmen Ähm, interessant Aber warum ist das hier offen? Welches Zeichnis ist das? Ach, das Temporärverzeichnis Aber wie kommt das da rein? Krass Okay So, okay Gut, 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 gut Hat man für Gamona geschrieben Ja, ich auch Ich hab, glaub ich Einen Artikel bei Gamona Äh, und zwar über die Gamescom Reise Die Mini-Freeze sind schonmal weg Ja, hier auch Ja, keine ausgelassenen Frames mehr Jetzt läuft alles Ich stream mir grade und nehme auf Gut, das ist wichtig Beides funktioniert Dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz Umschalten Es kann sein, dass es jetzt Asynchron ist Weil wir grade eben versucht haben Synchron zu stellen Das hört sich komisch an, aber Das, was wir grad versucht haben Synchron zu machen Könnte jetzt Eine Asynchronität bewirken Deswegen stelle ich das vorher immer wieder aus Bevor ich da jetzt reingehe Es ist einfach Es ist immer wieder eine Freude Null Schließen Okay, mal gucken Gamepad Fortsetzen Ja 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 Danke Oh, Gott sei Dank Ja Uh Oh Meine Fresse Also, der neue OBS Release Candidate Vielleicht noch nicht benutzen Vielleicht noch nicht benutzen Vielleicht noch nicht benutzen Aber 0,000003 Sekunden Die NEIGH Das geht besser Okay, pass auf Ich mach mal ganz kurz Kann ich hier noch mal neu starten Was passiert wenn ich beende Speichern Kann ich nicht Okay Wir starten nochmal neu Ladebildschirm Der kann ruckeln Ja Das ist passiert Also Nvidia Encode habe ich jetzt ausgeschaltet. Ich habe jetzt nur noch x264 gelaufen. Die nehme ich vielleicht noch für die Aufnahme, aber mal gucken. So. Da lädt der Bilder manchmal, okay. Dann hakelt der. So. Könnt ihr mal F5 machen vielleicht? Könnt ihr mal F5 machen, nochmal laden? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das darf doch nicht ins Ladebildschirm. Scheiße. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja, ich komme gleich. Ja, mein Bein, Mann. Ja. Steh auf, Käpt. Mein Knochen, guck raus. Ja. Mein Gold, Bounce, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst. Hilf mir. Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg. Bounce, wir lassen den Käpt'n nicht zurück. Sie kommen hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben. Verstanden? Cap. Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und deinen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden und uns ausrüsten. Was? Sprich lauter. Ich verstehe dich kaum. So. Wieder asynchron. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden und uns besser ausrüsten. Ach, willst du mich verarschen? Sie zu verarschen! Wieso bist du asynchron? Warum bist du asynchron? Warum? Warum? Okay. Nein, du bist asynchron. Verstehe das doch, du bist asynchron. Warum? Das Problem ist, ja, dass alles asynchron sein wird. Jetzt ist es noch schlimmer als vorher, das glaube ich nicht. Also wenn, dann ist es wahrscheinlich genauso wie vorher. Es kommt euch nur noch schlimmer vor. Okay. Also, sonst können wir heute halt gar nichts spielen, ne? Ich sag's nur. Es wird alles asynchron sein. Ich guck mal ganz kurz in den Discord. Okay, ich guck mal kurz bei den Elfen, die haben wir im Video hochgeladen. Ich guck mir das mal ganz kurz selber an, das Drama. So. Ach, kann ich in den Discord angucken? Okay, cool. Oh doch, warte, das dauert noch sehr lange. Was? Warte, warte, warte. Ich guck mal jetzt kurz. Warte, warte, warte. Ich guck mal jetzt kurz. Ich guck mal jetzt kurz. Genieß das Spiel einfach. Ja, kann ich ja nicht. Der Schlagtest, der war toll. Okay, also du meinst den hier? Oh, der wackelt mit dem Kopf. Der hat schon Kopfschmerzen. Ich will den nicht zu sehr belasten. Haha, Mann, Witz. Der hat mich beleidigt. Oh, schlug, was fällt dir ein? Okay, Mann. Der ist halt echt brutal. Okay. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Minus 780 war es, ne? Mehr geht, glaube ich, nicht. Oder war es minus 78? Minus 970? Oh, wir müssen 970. Warte mal. Minus 1000. Das geht mit der Version offenbar. Okay, pass auf. Äh, wie sieht es aus? Ging das? Oder hier? Das müsste jetzt eigentlich passen. Ich seh das kaum hier. Okay, ich schau mal eben. Das Problem ist, dass alle was anderes haben. Okay. Aber warum ist das jetzt auch einmal so? Das verstehe ich halt nicht. Okay. Okay, und jetzt? Okay, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Super, perfekt, perfekt. Passt. Okay. Ich mach nochmal. Vorsichtshalber. Hör mal, hör mal. Du musst den Zuschauern helfen. Du musst den Zuschauern... Ganz kurz Synchron-Test. Synchron-Test, Synchron-Test, Synchron-Test. Ein Geräusch. Ein Geräusch. Ich bin verwundet. Hä, warum liegt der jetzt? Warum legt der sich hin? Verstehe ich das nicht. Aber manchmal verstehe ich den auch nicht. Okay. Super. Dann fangen wir jetzt aber an. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade passiert. Also, 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 von der Hardware, was hier gerade los war. Okay. Ich starte, ich starte einfach nochmal. Komm. Wir starten nochmal vom Hauptmenü aus. Ah. Ich hoffe, beim nächsten Spiel... Der NPC hat einen richtigen Kack-Tag. Ach, der wird leicht im Gesicht massiert. Das ist ja okay. Okay. Fortfahren, neues Spiel. Körperformen. Ich hab meinen Busen heute weggeklemmt. Und meinen Penis ausgeklappt. So. Ich bin hart. Ich weiß, was ich tue. Und ich mag Herausforderungen. Ja, ich behalte Prestige-Gegenstände. Ja gut, da hab ich natürlich auch ordentlich zugelangt. Klar. Gerade bei meinem Prestige, da mach ich keine halben Sachen. Oh. Tschüss. Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte. Und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war sechs Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Welt, die wir erlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden. Und Wohlstand. Ein neues Zuhause. Ein neues Leben. Eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten. Angeführt von zwei Schwestern. Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles. Unser Essen. Unser Zuhause. Unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Rush. Er und seinen Käpt'n hatten an der ganzen Westküste Leuten, wir uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hawk County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Wir waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Nein. Ubisoft präsentiert. Mal wieder. Eine Ubisoft-Montriot-Produktion. Eine Ubisoft-Montriot-Produktion. New Dawn. New Dawn. Mal wieder angepasst. Das ist der Ladebildschirm. Ja, der muss ruckeln. Das wird von Ladebildschirmen so erwartet. Normalerweise ruckelt der Ladebalken. Aber wenn es hier ab und zu mal hakt, in diesem Video, dann wisst ihr Bescheid. Kann man sich auch als Background raus-samplen. Für den eigenen Stream. Gibt später Probleme mit Artikel 13. Aber vielleicht gibt es eine Erlaubnis. Oh, mein Bein ist schon wieder. Oh. Ja. Ja, Mann. Schon seit einer Woche. Ich lieg' leider von so einer Woche hier. Wieso habt ihr mich hier rausgeholt? Ich hab Hunger. Ja, jetzt. Helfen wir doch mal. Da liegt ein verficktes Regal auf meinem Bein. Hauf zu quatschen. Ich verblute. Ich hab Hunger. Lauf nicht weg. Bitte bleib. Ich verhunger. Mein Gold, Barnes. Wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Ja. Der hilft mir nicht. Hilf mir. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen weg. Danke. Barnes, wir lassen den Käpt'n nicht zurück. Barnes, du Pisser. Ich lieg' dann eine Woche hier. Dreckiger Sack. Au. Au. Sie kommen hierher. Schnell. Das Blut klebt am Regal. Versammenbleiben. Ja. Ja, Mann. Oh. Eine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und deinen Weg hier rausfinden. Ja, darf ich... Darf ich Barnes verprügeln? Geh vor. Wir folgen dir. Ja, Mann. Oh, mein Bein. Oh, Stück hängt noch am Regal. So. Aus dem Wrack kriechen es doch. Sorry, Mission. Halt's Maul, du wolltest mich zurücklassen, Arschloch. Komm, wir gehen. Lass ihn liegen. Bleib dran. Wir sollten alles abschreiben und fliegen. Wir bleiben. Wir können noch mehr retten. So. Okay, warte, wir konnten hier noch irgendwo rein, ne? Wir konnten da, genau. Okay. Wie gesagt, mit dem Gamepad bin ich natürlich der Oberpro. Ich muss mich wieder dran gewöhnen. Und hey, natürlich erst mal was lesen. Verabschiedung. Thomas. Noch nie fiel es mir so schwer, etwas zu schreiben, aber es muss sein. Nach dem Auftrag in der Hauptkantie bin ich raus. Dieses Mädchen ist monatelang zu Fuß unterwegs gewesen, nur um Hilfe zu finden. Sie hat uns erzählt, ihre Heimat wäre ein Kriegsgebiet und konnte die furchtbaren Dinge kaum beschreiben, die sie gesehen hatte. Ich glaube, du bist zu sehr von deinen Ambitionen geblendet, um die Gefahr zu erkennen, in die wir uns begeben. Du hast mein Leben gerettet und ich werde immer dankbar für unsere gemeinsame Zeit sein. Es tut mir leid, wenn ich eine Enttäuschung darstelle. Dein Garrett Barnes. Ist das nicht der Typ, der uns zurücklassen wollte? Das ist er hier, ne? Der, der uns zurück... Du bist eine Enttäuschung! Du wirst verrückt, Cap! So, was haben wir hier? Plündern. Das ist genau meins. Sprengkapsel, Pistolen, Muni ist voll. Dafür kriegen wir hinten noch First Aid. Muss ich gar nicht aufsammeln. Und ich muss natürlich gucken, können wir hier durch? Nein. Ich weiß natürlich gar nicht, wo es lang geht. Und die Gamepad-Steuerung ist sehr ungewoh... Darf ich... Let's go. Kann ich rennen? Ja. Huh! Was soll das denn? Wollte gerade auf den Koffer gucken. Achso, soll ich Kamera wieder anmachen oder wie sieht's aus? Wollt ihr mein wunderschönes Gesicht sehen? Mein Gesicht-Unterstützung ist auch RTX. Ich wollt's nur sagen. Okay, warte. Mit RTX? Ohne RTX. So. Gut. Ähm. Mach ich mal hier. Lesen. Ich weiß, Leute lieben es, wenn ich in Spiele losgehe und ich sofort anfange, alles durchzulesen. Das lieben die Leute. Die wollen nix vom Spiel sehen, die wollen erstmal Briefe hören. Das ist bei jedem Spiel so. So. Rush's Tagebuch. Jennifer Rush. Unseren Siedlungen an der Westküste geht es gut und ich bin beruhigt, Mila in guten Händen bei ihrer Tante und ihrem Onkel zu wissen. Sobald wir Carmina geholfen haben, Prosperity in Hope County aufzubauen, haben wir eine sichere Stellung, um uns nach Osten in den Rest des Landes auszubreiten. Danach können wir den nächsten Schritt machen. Ich werde ein neues Armenika errichten. Aber zuerst müssen wir unseren Teil der Abmachung einhalten und diese sogenannten Highwaymen verjagen. Ein Schritt nach dem anderen. Die Highwaymen. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich mal ne Gang gründe irgendwann, ja, nach YouTube macht man ne Gang. Ähm, ich weiß schon mal, wie ich sie nicht nennen würde. Ich weiß schon mal, wie ich sie nicht nennen würde. Ja, ich wusste, dass es eine miese Idee war, nach oben rauszukommen. In der Nähe war es. Häng dich an den Kämpfen. Wir sind noch nicht fertig. Bleib zusammen. Such weiter. Such weiter. Eskortiere Rush. Okay. Rush, Rush. Hörig, hörig, langer. Okay. Ja, komm. Ich wollte gerade reinprügeln, aber kann ich nicht. Komm. Komm hoch. Komm hoch, mein androgyner Freund. So. Okay. Das Wichtigste. Ja, nice. Klar. So, ich würde Probleme machen. Kann ich, kann ich das nicht nehmen? Das blinkt. Hä? Es blinkt mich an. Wie, ich, hallo. Ich möchte Petition starten auf change.org, dass ich das aufnehmen kann. Wieso kann ich das nicht looten? Okay, brennen kann ich. Das habe ich festgestellt. Aber wieso kann ich das nicht looten? So, wir müssen da hinten irgendwie hin. Zielhilfe. Oh, ich bin gerettet. So. Noch jemand? Okay, kann ich hier looten? Soll ich nicht. Ich renne jetzt eher so rum. Sägeblattwerfer Munition. Sägeblattwerfer? Half-Life anyone? Oh, nice. Okay, gut. Wo müssen wir hin? Da hinten irgendwo. Ich bin jetzt übermütig, weil ich zwei Leute erschossen habe. Und noch lebe. Warte, ne Blume. Die Highwayman hört sich an wie bei Ninja Turtles. Ist das ein Highwayman? Okay. Erstmal, erstmal. Bauerntagebuch. Klar, da vorne steht ein Feind. Was mache ich? Ich nehme erst mal das Bauerntagebuch. Wenn Hauptkanty so fruchtbar ist, wie Carmina behauptet, sollten wir im ersten Jahr die dreifache Menge einfahren als sonst. Es wird anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Wir hätten Treibstoff. Wir hätten Essen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie uns nicht die ganze Wahrheit darüber erzählt, was da los ist. Rash hat jedenfalls angebissen. Ich hoffe, dass sich diese Vereinbarung wirklich lohnt. Okay, hier ist noch. Nein, nicht lesen. Ich hab... Okay, Pistolen, Moni. Irgendwo noch ein Wurfmesser. Was machten die da? Kann ich die niederschlagen von hinten? Takedown. Ich hab der grad voll auf die... Entschuldigung, hab ich der grad voll auf die Tille geschlagen? Wenn ich das mal so wirklich Gentleman-technisch ausdrücken darf. Das sah halt so ein bisschen so aus, ne? Körper bewegen. Ein Schraubrohr. Okay. Komm mal. Der ist aber... Bei uns, ne? Erskortieren. Für Takedown auf Gegner springen. Geht das? War zu brutal für euch. Konnt ich euch nicht sehen lassen. Lündern. Das ist der Waffen-Waggon. Takedown! Du dreckiger Sack! Mit der Bastelschiere durch die Halsschlagrader? Was schnell. Das sind doch nur Leute. Ja, das treib ich aber später ein. Bist du, Moni, voll? Was redet die Frau da? So. Was ich halt nicht verstehe, ne? Die wollen das Paradies besetzen. So. Das war ein Augenschmaus. Die wollen das Paradies besetzen, weil das so schön ist, ne? Deswegen wollen wir das Paradies hier besetzen und machen das hier draus. Ich verstehe die Bösen nicht. Die Bösen sind immer doof. Moin. Darf ich kurz? Hier, du hast was in der Hatschel stecken. Kein Problem. Und Mittelöhrentzündung. Diese Highwaymen sind völlig... Mach das Frischfleisch fertig für die Zwillinge! Ja, Frischfleisch fertig! Frischfleisch fertig! Hier ist Carmina. Dann kann ich die Waffe wechseln. Geh zum Fluss und Volki, wer bringt dich nach Hope County? Carmina lebt noch. Ihr habt die Gehörte... Weiß jemand, wie ich die Waffe wechseln kann? Captain Barnes, alle mir nach! Oh. So, aber nicht. Okay. Wir müssen von hier verschwinden. Zurück! Oh, der ist schon tot. Okay. Ich weiß nicht, wie waffen wir eigentlich so... Ich hab's noch auf Playstation nie gespielt. Was ist denn hier los? So. Ah, dankeschön. Vielen Dank. Headshot. Wille Kuh. Okay, drei Schuss. Wenn's kein Headshot ist, brauch's drei Schuss. Wir müssen weg. Okay. Da kommt immer mehr. Ciao. Huuu! Was? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Leck mich! Tschüss! Entkomme. Ich bin entkommen. Okay. Gut. Ich glaub, ich bin da falsch gelaufen. Das sieht sehr schön aus. Ich muss gucken, wo ich hin muss. Tod kommt immer noch zu früh. Ach, weißt du, jetzt ist auch egal. Diese, diese kleine Nullkummer. Was? So ging es auch mir. Keine Ahnung, wohin. Ich will eine große Schnapp. So. Rush, hier ist Carmina. Rush, wenn du noch lebst, geh zum Fluss und folg ihm. Er bringt dich nach Hope County. Carmina lebt noch. Ihr habt sie gehört. Auf zum Fluss. Captain Barnes, alle mir nach. Ah, da ist er. Wir müssen von hier verschwinden. Zurück! Ach, so ist das. Tatsächlich. Ähm, willst du mich verarschen? Dieses Scheiß-Kar ist noch hinter mir, ne? Entkomme. So. Das war Bahn schon wieder? Sie hat mich umgefahren? Hasst er mich? So. Vorsicht! Fals! Boah, ich hasse Bahn. Ist ganz ehrlich. Den hättest du mal ruhig gehen lassen. So ein Taugen nichts. So ein Taugen nichts. So, wenn wir das hier wollen. Verdammt, frohe Weihnachten, Leute. Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch, Häschen, eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht. Ja. Pops hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Barnes. Barnes macht viele Probleme. Der macht Probleme hier. Der hier. Der hier. Der macht Probleme. Problemlöser oder Problemmacher. Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul. Ihr könnt das alles bauen? Nun... Nicht ich. Aber Rush hier. Nun, dann wärst du. Zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Fertig. Fertig. Also. So, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Nö, der ist mir doch egal. Okay. Lass ihn gehen! Ich mag den Rush. Der Rush ist super. Wieso ist er nicht mitgesprungen? Ich habe keine Ahnung. So. Was? Es lag aber vorne am Regal. Oh mein Gott, ich habe dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber... Mhm. Soweit ich das sehe, sind wir die einzigen, die entkommen sind. Coole Mütze. Guck. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge. Sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Ist deine Mom Single, oder? So, Carmina Wright. Carmina sieht ein bisschen aus wie aus Life is Strange. Wir müssen nur dem Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Okay, wie cool das hier aussieht, oder? Ist voll schön. Ich baue hier ein Haus. Wir wussten, dass der Zug kommt. Ich hätte das ahnen müssen. Okay, ich bin... Diese beschissenen Zwillinge, Micky und Loh. Ich bin Ihnen zum ersten Mal begegnet, als Sie zu unserem Haus kamen. Ja, 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 ach so, ja klar. Du bist auch noch da. Wir sollten entweder freiwillig abhauen, oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Ich bin hier drüben. Ja, ich bin hier. Danke. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Also haben Sie sich erst ihn, dann das Haus geschnappt. Ich bin hier. Meine Mutter und ich mussten allein neu anfangen. Wo guckst du hin? Er war nicht ihre einzigen Opfer. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt. Und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Hm, hm. Achso, das war's. Ja, ich dachte, da kommt jetzt... Das war ein abruptes Ende. Gut, warum... Was ist... Warum... Entschuldigung. Er hat gerade die ganze Zeit so gemacht. Ich muss... Es tut mir leid. Es tut mir aber leid. Ich muss das probieren. Es tut mir wirklich leid. So. Ähm. Was ich sagen wollte. So. Also. Ähm. Wir wurden hier runtergeschubst, ja? Das hier ist... Ist das... Oh, Entschuldigung. Ja, da laufen die Haars durch. Ich seh die jetzt auch, weil ich die Playstation gerade hier laufen habe. Über OBS. Ähm. Der Frauenschläger. So. Ähm. Hier sind wir runtergeschubst worden. Ne, wir sind... Wir sind mit dem Fluss, glaube ich, geschwommen. Ne? Wir sind nicht. Oder? Weil ganz ehrlich, das wär ne lächerliche Höhe. Da wär die Zwillinge doch hier links dran vorbei oder rechts dran vorbei. Die hätten uns sofort gesehen. Ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Wir wurden da runtergeschubst und gut ist. Okay. Oh, sie war echt schön aus. Sieht verdammt schön aus. Ich möchte gerne ein Forest 2 haben, was so aussieht. Oh, das wär nice. Was ist das? Oh, ne Weste. Okay. Haben bestimmt die... Es gibt ja die Highwayman. Dann gibt's bestimmt die Boatpatrolman. Dann gibt es die... Airflyingman. Die Zufußgegenman. Carp wird uns helfen, hier was zu bewegen. So viel ist mal sicher. Alles klar. So geht's. Gut. Ich plündere mal wieder. Kupfer. Haben wir eigentlich nur ne Waffe? Ne, ne? Ne, wir haben keine Waffe mehr. Ja, okay. Sieht aber echt schön aus. Grunt möchte uns natürlich nur den gesamten Spielinhalt zeigen, weil die NPCs verprügelt. Ja, ja, das ist richtig. Die sagen alle echt was anderes, ne? Schweinrehe? Ne, was ist das? Das sind ja keine Rehe, oder? Das ist ja... Wir sind ja nach der... Nach der Atombombe ist das ja hier. Ich drück immer die falsche Taste. Alles klar. Okay, sieht aber echt nice aus alles. So zugewucherte Sachen und sowas ist ja quasi genau meins. Kommen wir da rein eigentlich? Da ist ne Tür. So, mal gucken, was wir hier haben. Klopapier. Sehr wichtig. Oxygen. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Hier sind zwei Kisten, die wir nicht brauchen. Mitten in der Wildnis. Ach, das ist sie einfach. Hier ist nichts drin. Ah, okay. So. So müsste 476 aussehen. Wir haben ja vorhin gesehen, wie es aussieht. Die Unterschiede sind ja marginal. Kann man das? Das war defekt. Das war... Guck mal, da ist... Siehst du das? Siehst du diesen Riss hier an der Seite? Das war defekt. Da konnte ich nichts für. Das ist einfach... Das ist einfach umgefallen. Das ist jetzt einfach umgefallen. Das war halt sehr aufgeregt. Dem ist jetzt schwindelig. Ja, und wenn er schwindelig ist, ihr kennt das, dann legt man sie erstmal hin. Da muss man sich mal beruhigen. So, gut. Kommt man denn hier hoch? Nein. Nein. Was? Feuerkraft? Ist das ein Kumpel von dir? Hey, mein Name ist Feuerkraft. Da oben war grad ein rotes Leuchten. Ich weiß noch nicht genau, was das war. Was? Was war das? Wiederbelebungsmaßnahmen. Oh, falsche Seite. Und, ist der Tonsynchron? Ist der Tonsynchron? Ich muss einfach fragen. Ist der Tonsynchron? Gut. Kommt man da nicht... Da kommen wir auch nicht hin. Okay. Ist synchron. Gut. Sehr gut. Wollte ich grad nur mal testen. Ist wichtig, dass der Tons... Ne. Pistolenmunition voll. Alles klar. Cool. Wer hat denn hier... Ganz ehrlich... Ich verstehe es gar nicht. Da oben ist eine Wache. Ich höre hier Geräusche. Den Vögeln entziehe ich jetzt die Lebensgrundlage. Da kommen wir auch nicht hoch, ne? Wir müssen wahrscheinlich aber weiter. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen. Durch die alte Mine bin ich durchgekommen, als ich Hilfe holen ging. Da drin ist eine Werkbank. An der kannst du Waffen herstellen. Okay. Müssen wir natürlich gucken, wie es geht. Das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. Damit kannst du ein erstes Hilfeset herstellen. Tut mir leid um deine Leute. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Ich bin sehr betroffen. Okay, da kommen wir nur von drinnen rein, ne? Äh, raus. Okay. Ich meine, hier ist ja auch... Oh, warte, warte, warte. Hier ist ja auch schön. So, Bougain-Villa. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Erstmal gehe ich hier hin. Komponenten. Das nehme ich mit. Alles klar. Panzertape. Dann gehen wir hier wieder rein. Rush sagte, du weißt dir zu helfen. Die hat ja offenbar ein gutes Gespräch mit ihm geführt. Das ist nice. Der Rush scheint uns besser zu kennen als wir uns selbst. Okay, hier nehme ich auch noch mit. So. Sehr viele Panzertapes. Die hätte ich gerne in Forrest gehabt. So. Komponenten. Alles klar? So. Ich suche trotzdem immer mal alles ab, ne? Da ist wieder was. Alles klar. Da in der Ecke ist nichts. So. Plündern voll. Okay, aber hier auch. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Momentan alles wieder sehr ruhig. Ich glaube, wir sind gerade im Tutorial-Bereich des Spiels. Ohne es zu merken. Hier gehe ich nicht raus. Gut. Und da hängt noch ein Rucksack. Komme ich an den Rucksack ran? Das ist die Frage. Oder muss ich ihn runterschießen? Ich habe das Gefühl... Ich kann mir den erst später holen. Vielleicht mit der Kreissägen-Geschichte oder so. Ich weiß noch nicht genau. So. Da blinkt es noch ein bisschen. Da, 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 da. Ja, die blauen Seile. Ich weiß. Da kann man dann rumjumpen. Ich wollte aber erst mal ins Haus und dann kam er eh schon dahin. Gut. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition nachfüllen. Sehen wir mal, welche Waffen wir bauen können. Okay. Let's go. Shop-Produkte werden abgerufen. Das wird reichen, um eine Waffe herzustellen. Segelblattwerfer. Stelle ich daraus her. Oh cool. Können wir jetzt schon machen. Herstellen. Mit Leertauschen. Ähm. Ich habe an der Playstation keine Leertaste. Ich. Ja. Okay. Ausgerüstet. So. Ja. Jetzt kann ich vor allen Dingen erstmal natürlich hier hinten noch ein bisschen was sammeln. So. Also wir haben hier noch ein Stöckchen. Okay. Kann ich auch gedrückt halten? Kann ich irgendwas gedrückt halten, dass ich das Waffenrad kriege? Ich musste mal. Ah. Alles klar. Okay. Das ist alles so anders an der Playstation. Alles klar. Okay. Da ist die Faust. Hä? Oh. Meine Taste von der Playstation klemmt. Hm. Okay. L1 klemmt bei mir. Dann. Ähm. Nein. So rum. Dann nehme ich hier mal wieder mit. Okay. Nochmal kurz testen. Jetzt geht der Einzelne. Alles klar. Gut. Kann ich denn jetzt hier in so ein Sägeblatt? Hm? Das klappt offenbar nicht. Ich dachte, ich muss das Seil vielleicht zerfetzen. Ich muss auf den Rucksack zielen, damit er runterfällt. Okay. Sägeblattwerfer Munition 2. Die kriegen wir jetzt zurück. Okay. Bevor wir da reingehen, schaue ich mich nochmal ganz kurz um, damit wir jetzt nichts übersehen hier. Von da kamen wir. Oder? Oh, nee. Ich weiß, wir müssen in die Mine. Dazu, da ruft jemand. Hey, Girls. Das ist alles nur ein Zeichen meiner Liebe. Weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Entschuldigung. Hab ich beim Vater gelernt. Aus dem vorherigen Teil. Okay. Gut. Mach die Köpfe ab. Das erinnert mich an was. Ein Stapel Körper, ein Stapel Köpfe. Wer kennt das Zitat? So. Falls End. Okay. Wir gehen erstmal in die Mine, oder? Weil wir sollen ja offenbar da lang. Und in der Mine hat es geleuchtet. Dann gehe ich mal ganz kurz in die Mine. Ja. Schön. Schön. Ja. Und da kennt das Zitat. Das finde ich gut. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, warum die Highwaymen heißen, wenn das so viele Frauen sind. Ich habe keine Ahnung. Es müssen doch eigentlich Highway Peoples heißen. Highway Peoples. Kommst du zu den Highway Peoples? Finde ich viel sympathischer. Okay. Wir hätten hier direkt mal gucken können. Okay. Baseballschläger. Statt dem Ding da. Klar. Warum nicht? Gut. Die Mine ist nicht so tief, wie ich dachte. So. Nein, nicht habe ich von meinem Vater gelernt, sondern habe ich vom Vater gelernt. Mann, der Vater. War das nicht der in, äh, 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 Far Cry 5? Der Vater? Mit seiner unendlichen Güte? So, warte. Ja klar, Highway Peoples, Mann. Peoples hört sich viel sympathischer an als Highway People. Mit dem S hinten rein. Highway Peoples. Da würde ich hingehen. Ich mag das mit dem Blumen voll gerne. Ich würde meine, ich würde meine Gang Nature Boys nennen. Das klingt auch cool. L1, Waffenrad. Okay, alles klar. Schalldämpfer wäre mir echt lieb. Das war ziemlich knapp. Erreiche die Brücke, erreiche den Tunnel. Oh, hier ist noch was. Was ist denn? Ach so, ein Ast. Ist auch hier eine Schnur oder sowas? Warum ist jetzt die Musik hier auf Action getrimmt? Musik voll Action. Erik so Schleich. So, erste Hilfe set. Was machen die da? Boxen die sich? Hä, ist voll der Kung-Fu-Club hier. Voll der Fight Club. Ja, Snipern kann ich gerade noch nicht. Da oben rechts ist auch einer. Also direkt unter mir. Kann ich einen triggern hier? Ne, ne? Also einen Pullen. Ha ha ha! Hä, du lebst ja wieder. Okay, die behindert mich gerade. Oh, zu nah dran, zu nah dran, zu nah dran. War keine gute Idee, ne? Wie hat man sich schleichen sollen? Aber wir müssen das erreichen da. Ja, das war keine so gute Idee. Okay, sie ist schon mal down. Das haben wir gut gemacht. Alter. Das sind zu viele. Scheiße. Oh Mann, ich brauche, ich brauche Maus und Tastatur. So. Ich habe leider keinen Heelkit mehr. So. Ah. Den haben wir auch. Stimmt. Der ist lautlos. Ja gut, jetzt haben wir das Problem. So ist der jetzt auch spannender. Das kann schon mal passieren. Ich setze mich auf dein Gesicht. Hat die gerade gesagt, die setzt sich auf mein Gesicht? Muss aber aufpassen, der Bart kitzelt. So, wie Muni habe ich noch. So. Das war nicht so gut. Verdrücken, Leute! Verdrücken, Leute! Was hat die denn jetzt? Liegt ja immer noch rum, faules Schwein. Ja, ich komme gleich. Ja, ich komme doch gleich. Jetzt schrei doch nicht so rum, die wissen auch sonst, wo wir sind. Oh, gut. Das Gamepad ist halt für mich echt schwierig, diese zu gehen. Was sind denn alle? So. Erstmal plündern. Da drüben, ich sehe ihn, du laufst ganz woanders hin. Haben wir gleich. Hä, da kommen noch welche. Was fällt euch ein? Gut, gut. I will kill you a thousand times. So. War euch alles gut? War ihr nicht so? Es war euch alles gut? Scheiße, ist das übel. Bring dich zu übel. Ah, shit. Okay. Im Laufen kriege ich sie nicht. Scheiße, ist das übel. Das kann auch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, ich bringe nicht so oft um, bis du tot bist. Oh, die kämpfen gerade gegen den Hund. Oh, 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 oh. Okay, weißt du was? Was ist los? Kann ich dir, kann ich dir irgendwie helfen? So. Ich habe nur noch ein Sägeblatt. Er ist nicht so gut. Zumindest haben wir es gut eingesetzt. Oh, ich habe noch fünf Sägeblitter. So. Ich würde sagen, wir machen Gebrauch von den fünf Sägeblittern, oder? Ach, das war es schon. Okay, gut. Gut. Ah, Maus und Tasse Trophäe mehr ein bisschen. Hätte ich wirklich lieber die PC-Version gespielt. Aber wir kriegen das schon hin. Wir boxen uns hier durch. Wir schaffen das schon. Hat ja bis jetzt ganz gut geklappt. Ein paar kleine Startschwierigkeiten sind ja immer. Wer mal hatte das? Das ist ja... Oh, das tut doch in den Augen weh. Also bei aller Liebe. So, ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. Die Frau läuft hinterher. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hier hätte man sich auch wunderbar reinpacken... Okay. Hier hätte man... Fliegel oder so rum. Hier hätte man sich wunderbar reinpacken können. Geht nicht. Okay, was ist hier? Gut. Da... Toll, da war eine Treppe. Das ist ja gut. Und wir haben Sägeblätter. Sehr, sehr gut. Cool. Ich bin ganz ehrlich, wir hatten das erste Sägeblätter abgefeuert, die hätten uns trotzdem gesehen, weil die sich am Anfang da zu zweit unterhalten haben. Wir werden sofort aufgeflogen. Wir werden um den Tanzgrad also gar nicht rumgekommen. Hä, der Tobi ist hier? Tobi! Tobi, was los? Mein Lieber. Ich hoffe, die Torte war schön. Ich hoffe, die hat geschmeckt auch. Die war nicht nur schön, sondern hat auch geschmeckt. So. So, mhm, mhm. Erreiche den Tunnel. Was ich interessant finde, dass Ubisoft weismachen möchte, dass sich die Welt nach einem nuklearen Untergang innerhalb einer Generation 25 Jahre regeneriert. Aber wir waren das bei, äh, Piripiat. Das hat ja auch 20 Jahre gedauert. Oder war mir nicht so? Und wir hatten alle gedacht, oh, das wird sich nie wiederholen. Halbwertszeit und so. Das wird nix. Oh. Da ist ein wunderschöner Tunnel. So, hier im Bus. Im Bus ist gar nix. Ach, da ist der Tobi. Mega Junge, der hat Marzipan und alles süß und alter. Ja, voll gerne. War Pan's Idee, äh, und das Bild war von mir. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben in, äh, in, äh, in Photoshop. Es war eine Collaboration quasi. Oh, guck mal hier. Nein! nein! Ääääääääääh... Ach ja. Wirf die Fäuste weg. Wollte ich machen, aber oh. Warte mal. Einige Stunden später. Voll schön. Ja. Mützigen. Mhm. Prosperity. Und die Highwaymen waren quasi zwei Meter von ihrem Zuhause entfernt. Und da sind wir durch die Höhle gelaufen. Sehr weit. Kann natürlich auch sein. Das ist übrigens der Ladebildschirm, ja. Für Leute die es nicht wissen. Kann man sich als Loop auch in den Hintergrund vom Stream machen? Oh, Carmina. Oh, Gott sei Dank. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komm gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber... Die Highwaymen... Die Zwillinge... Sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh, mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich... Ich weiß nicht. Ich... Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Kommt erstmal beide rein. Ich hör mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Hey Tobi, bist du noch da? Teil 1. Prosperity. Tobi, bist du noch da? Hey Tobi, bist du noch da? Bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? 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 Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal. Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammen trammeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen? Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Äh, der Chat funktioniert bei mir gerade nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Der scheint bei mir gerade nicht zu funktionieren. Hi. Was ist denn da los? Was? Was? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Chat funktioniert gerade auch nicht. Erst asynchron alles. Jetzt Chat nicht funktioniert. Heute ist, heute ist wieder einer dieser Tage. Erstmal lesen zum Beruhigen. New Eden. Das ist alles, was von Edens Gate übrig ist und was Joseph daraus gemacht hat, als er den Bunker verließ. Sie lehnen alles ab, was mit der modernen Welt vor dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen. Es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und weiter im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen. Und jetzt verlassen sie ihr Anwesen nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese maskierten Penner haben Angst vor Josephs Leuten. Also Joseph. Lebt. Immer noch. Cap, hast du kurz Zeit? Was denn? Äh. Mh. Sicher. Oh, warte mal, du hast was im Gesicht. Ja, warte, du hast was im Gesicht. Mist. Oh Mann, ich kann nicht schlagen gerade. Schade, ich wollte gerade wieder... Ähm, der Chat funktioniert bei mir gerade nicht. Eine Sekunde. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm. Kann ich den Channel vielleicht nochmal irgendwie, ich nochmal neu joinen? Nee, ne? Was ist denn heute los? Mhm. Jetzt warte doch mal kurz, der Chat funktioniert nicht. Oh, die ist aber auch immer... So. Cap, hast du kurz Zeit? Die hört mir, die hört mir einfach nicht zu. Ich weiß, ich weiß, ich bin, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. So, Channels, Favorites, History. Kann ich den auch verlassen? Join Channel. Geht aber nicht. Jetzt bin ich wieder drin, alles klar. Jetzt, oh, jetzt geht's wieder. Nicht nur der Chat. Oh, Twitch war gerade down. Twitch war gerade down. Nice. Okay. Scheint wieder zu funktionieren. Ähm, ganz kurze Frage. Ist der Tobi noch da? Äh, Tobi! Alter, lass mal, lass mal Multiplayer. Far Crying Dawn. Multiplayer? Hast du Bock? Nicht jetzt, aber jetzt die Tage? Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Kleines Ründchen? Nur ein kleines Ründchen. Tobi ist weg. Oh nein, Tobi ist weg. Twitch war down, Twitch war nicht down. Ist ja gut. Das ist das, zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir... zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen. Da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. So viel zu tun. Das war die wichtige Info. Zieh dich um, du stinkst. Red mit meiner Mutter. So, okay. Gut. Ich schau mich erst mal ein bisschen um. Natürlich. Überlebende von Haubkanti. Viele von uns hier waren Prepper. Deshalb haben wir es trotz des Tohuwabohus mit Idenskate geschafft, den nuklearen Winter zu überstehen. In den letzten Jahren sind einige neue Leute nach Haubkanti gekommen. Ein paar wurden von der Kälte aus dem Norden vertrieben. Andere flohen vor Dürre und Krankheit aus dem Osten. Zunächst blieben alle für sich. Aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden. Und nachdem wir einander wieder vertrauen konnten, haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von wilden Tieren aus. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. Das Auto. Okay. Bücher. Trials of the Rake, äh, Rake. Hey, die Highwaymen. Eine Bande von Banditen mit verschiedenen Gruppen im ganzen Land. Sie sind boshaft und bis an die Zähne bewaffnet. Ihre Musik dröhnt meidenweit. Die Gruppe in Haubkanti wird von zwei Zwillingsschwestern angeführt, Mickey und Lou. Mit Mickies Gerissenheit und Lous Brutalität haben sie alle hier in kürzester Zeit überwältigt. Sie haben Neoiden gezwungen, sich auf ihr Anwesen zurückzuziehen. Und wenn uns nicht bald etwas einfällt, werden sie uns alle töten. Ja, das ist nicht so... Das ist auch passiert. Ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Carmina. Oh. So, Panzertape nehme ich mit. Was ist das hier? John Seeds Ranch. Was? Tausend Worte. Nebenmissionen. Brücken der Tränen. Machst du noch was? Joseph Anwesen. McKinney. Was war das alles? Du kannst dir alte Fotos in einem Inventarmenü ansehen. Das ist nicht das Inventarmenü. Story Mission. Okay. Okay. Ich brauche ein neues Gamepad. Gimpit. Das ist mein Logbuch. Das ist ein Träumchen. Tausend Worte. Abgeschlossen. Wie komme ich denn in mein Inventar? Okay. Hier offenbar nicht. Ähm. Kanti. Kanti. Nein, das ist Kanti. Das wird Kanti ausgesprochen bei mir. Ich nenne es mal Kanti. Come to where the flavor ist. Ein Klavier, ein Klavier. Von meiner Tante aus. Mrs. Shushitz. Okay. Ich habe noch kein Inventar freigeschaltet. Okay, alles klar. Mom. Was? Was? Okay. Maintenance. Okay. Achso, ich muss mich jetzt erst mal umziehen. Entschuldigung. Es steht ja im Weg, alter. Es ist echt problematisch, wenn man so fett ist, kommt man nirgends mehr durch. Das ist halt das Problem. Ich hatte früher nie viele Freunde. Also habe ich mich daran gewöhnt, mit mir zu sitzen. Avatar-Anpassung. So. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Achso. Das geht jetzt. Ich bin auf jeden Fall Asiate. Ihr kennt mich. Ja, ihr kennt mich. Ihr habt mich kennengelernt als Asiaten. Innerlich. Ich bin ein innerlicher Asiate. Aber ich bin eigentlich ein schwarzer Asiate innerlich. Und das sehe ich hier nicht gerade. Nee. Ne, sehe ich hier nicht. Na gut, dann bin ich einfach so. Ah, so. Bitte bestätigen. Ich bin, ja. So, anpassen. Ich muss mir ganz kurz, ich mach die Kamera, steht da hinten. Anpassung, okay. In der heutigen Welt muss man sich einfach anpassen. Ich bin ein Cowboy-Asiate. Ich bin ein hart arbeitender, äh, Mechanik-Asiate. Ich bin Fischer-Asiate. Ja gut, ich bin Armee-Asiate. Eigentlich bin ich mehr so der Typ. Aber ich gucke nochmal durch natürlich ein bisschen. Ich bin Watchdogs-Asiate. Hope Cunty. Nee, nee, nee. Ja, oder so. Ich bin Filmstar-Asiate. Hm. Ja gut, da ist jetzt. Let's go. Und jetzt können wir noch anpassen. Okay, ich muss diese Brille nehmen. Die Haare. Okay, Freunde. Ich bin Monk-Asiate. Ja. Alter, das ist natürlich, also ganz ehrlich, das ist natürlich die Creme de la Creme, oder? Also so stelle ich mir das halt vor. So will ich das haben. Geht auch weiße Haare? Ah, ich finde aber schwarze war nicht besser. Das geht natürlich auch. Nee? Nee, 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 nee. Ich nehme die langen Haare, komm. Ich nehme, ich nehme den Fukuhila, oder? Verrückter Asiaten-Junge. Bei den Shirts, ich glaube, da kann ich das, ja, das, das weiße Shirt, ich finde das einfach am besten, oder? Oder so, aber ich finde das weiße Shirt irgendwie dann noch passender. Was'n' das? Ein Asiate mit Bart? Gefriert gerade die Hölle? Ein Asiate mit Oberlippenbart? Alter, von der Familie entehrt, kannst du mal sicher sein, alter, der ist voll aufgeklebt, der ist niemals echt, der ist doch niemals echt, der ist so aufgeklebt, einfach, alter. Ah, ist schon cool, ist schon cool, ist schon cool. Sorry, ich muss, ich muss einfach, ich nehme einfach den, oder? Ach, der sieht einfach zu aufgeklebt aus, der sieht zu aufgeklebt aus, ich kann nicht, ich kann nicht, oder? Ach, na, ist auch egal, komm, wir nehmen den einfach. So. Original. Handschuhe? Ich finde, die müssen es sein, oder? Weil, ist schon so ein bisschen, oder die hier, die passen besser zu seinem Outfit. Die Gummistiefel sind schon stylisch, klar. Aber ich finde das hier irgendwie sogar noch besser. Guck mal. Ich bin das Beste, was dieses Land zu bieten hat. Ich bin einfach das Beste. Ein Assi-Arte, was? So. Also ich finde, ganz ehrlich. Leider seh ich mich jetzt nicht. Oh, ich will das unbedingt mit Tobi in Multiplayer spielen. Auf dem PC, wenn es irgendwie geht, wenn es hier läuft. Oh, das wäre so geil. Und dann mit völlig bescheuerten Charakteren wieder. Gibt es hier Emotes? Gibt es hier Emotes eigentlich? So. Hallo, ich bin die Rettung dieses Land... Hallo? Die Rettung dieses Land ist guten Tag. Meine auch. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Käpt'n. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. So macht man Feuer. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Oh. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Okay. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Hm, okay. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Fachleute. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Hä? Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut. Dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Was ist? Was auch passiert? Ich bin froh, dass Camina zurück ist. Du frühstückst wohl Glücks-Klee, dass du den Unfall überstanden hast. Du frühstückst wohl Glücks-Klee. Okay. Schön, dass du es geschafft hast. Ja, cool. Ähm. Überlebensratgeber. Einen Traum. Ich wollte ganz kurz Inventar gucken, weil wir da jetzt Fotos gucken können. Jetzt habe ich Zugriff auf Inventar. Und meine Taste klemmt wieder. Cool. Inventar. Helferauswahl, Logbuch, Charakter. Charakter habe ich nicht. Da kann ich nicht gucken. Zum Tauschen. Ach, guck mal hier. Hirschhaut. Oh, die sind da. Guck mal hier. Prunghorn. Skunkhaut. Schlangen. Hasenhaut. Ja, gut, klar. Wildschweinhaut. Karibu. Die sind alle so weihnachtlich aus, finde ich. Wapiti. Rinderhaut. Was? Keine zwei Köpfe? Schade. Vielfraßhaut. Wolfshaut. Krokodilhaut. Offenbar sehr viel Albino-Wuchs hier, ne? Bisonhaut. Okay, es gibt sehr viele Tiere, wie es aussieht. Missionsobjekte. Das sind die Fotos, die wir gefunden haben. Ein Foto von John Seeds Ranch. Ein Foto von Ryan Daughter Aviation. Das ist alles noch von Far Cry 5. Ein Foto vom Wasserturm von Falls End. Ein Foto der Obstzentaschen von Gardenview. Ein Foto vom Getreideheber. Ein Foto von der Brücke der Tränen. Oh ja, da kam ich ja mit diesem Schwung nicht rein, da oben. Ich hab's auch nie wieder probiert, was doof war. Masodongue und der Thermalpark, da waren wir auch. Josephs Anwesen kennen wir auch zur Genüge. Und der McKinley-Damm. Auch da waren wir. So, leider kein Foto vom Puma. Schade. Oh. Hey, du, geh mal, wie geht es dir? Sony claimt dieses Video. Wes? Gut, ich dachte schon, ich hätte den hässlichen Charme. Was? Glaub mir, ich kenn die Gegend. Hm. Ich? Ich bin Roger. Prosperity's persönlicher Pilot. Hm. Im Ernst. Immer, wenn du nach Prosperity zurück willst, kannst du auf mich zählen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, mein Freund. Das ist Ferrero, Roger. Auch das kann ich arrangieren. Ich habe lang davon gelebt, Boston der Highwayman im ganzen Land auszunehmen. Ach so. Habe ich gerade falsch verstanden. Aber seit diese koalisten Zwieninge in Hope County aufgetaucht sind, in der Ausdrucksweise ist es unmöglich genug, Ethanol für solche Flüge zu finden. Ich sag dir was. Wenn du mir den Treibstoff besorgst, den ich brauche, rauben wir die Highwayman zusammen aus. Okay, klingt gut. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, es ist das Risiko wert. Besorg mir Ethanol, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Klingt alles sehr suspekt. Okay, ich gehe mal kurz in die Optionen. Mich lauschte gerade. Ich las gerade. Ich kann hier mal ganz kurz eben. Kann ich GEMA-freie Sachen für streamen? Äh, kann ich hier? Streaming-Modus an. Um Lizenzpflicht hier hinterher Musik auszuschalten. Alles klar, let's go. Wieso bin ich jetzt auf meinen... Was hast du gemacht, während ich weg war? Okay, nicht GEMA-pflichtig. Okay, alles gut. Healing Garden. Heilkräutergarten. Und wer bist du, der bunte Klamotten-Mann? Ich hab gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Ein Bärendienst. Entdecke ein verstecktes Lager mit wertvoller Beute. Das kommt mir auch bekannt vor. Der ist auf jeden Fall Eintracht Braunschweig-Fan. Seh ich sofort. Was denn? Ja, was denn los, Kleine? Ja, was denn los? Ja, komm mal her. Ja, bist du ein Guter? Ja, bist du ein Guter? Ja, du bist ein Guter? So ist immer einen richtigen Job. Wenn wir überleben wollen, müssen wir retten, was lief euch östet. Das ist immer noch. Okay. Ich guck mal ein bisschen rum erstmal hier, ne? Weißt du, dass es weiter östlich auch mal eine Stadt... Der kleine Tim hier. Die ist ausgetrocknet und wurde zur Geisterstadt schon lange vor den Bomben. Ich hoffe, unsere Stadt endet nicht auch so. Das hoffe ich aber auch. Ich hoffe, ich will dich mit. Okay. Du hast Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Nein. So, kann ich auch rausgehen einfach? Verlassen. Okay. Ähm. Schließ dich den Highwayman an, dann hast du immer viel Spaß. Hab ich jetzt auch so verstanden. Warum bin ich denn hier? Ich find's dir den Highwayman. Geht das nicht? Plottwist. Einfach machen. Hier alle umbringen, hingehen anschließen. Werkbank. Schaltet Waffenherstellung frei. Aktuell stelle Waffen des Rangs 1 her. Nächste Stufe. Dafür brauchen wir Ethanol. Das heißt, wir können das verbessern, indem wir Ethanol holen. Was auch immer die damit machen. Krankenstation. Ethanol. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Auf dem WC hätte ich ja voll Bock drauf. Expeditionen freischalten. Und schnell reisen zu befreiten Außenposten. Ach nee, das ist er. Ciao. Hm. Kurze Frage, würdet ihr sowas gucken? Wenn ich das, wenn ich den Tobi überreden könnte? Ich stell mir das Multiplayer halt echt lustig vor. Ich weiß nur nicht, momentan machen wir eigentlich noch Forrest und beides parallel schaffen wir glaube ich nicht, aber... ...irgendwie wäre das bestimmt saulustig. Achso, hier kann ich auch raus. Ciao. Das wäre bestimmt super lustig. Auch wenn der Tobi gerade nicht da ist. Sorry, nein, lieber Forrest. Aber Forrest können wir auch nicht mehr ewig bringen. Weil Forrest sind wir auch so gut wie am Ende. Ist, ist halt einfach so. So. Was? Halte, hm, gedrückt mal das Foto rauszuholen. Finde die richtige Position und richte das Foto aus. Ähm. Was machst du hier? Hast, hast du dieses Foto schon mal gesehen? Du musst es hier ausrichten? Nee, ne? Ähm. Nicht das Subjekt am Ziel. Ach, das war das mal. Deswegen. Okay. Tracys Reisen. Schon bevor ich rauskam, wusste ich, dass dieser Typ nicht leicht verdaulich ist. Ich hatte ihn erst nicht oft gesehen, weil Rachel und ich immer zusammen blieben. Aber ich habe ihm schon damals nicht vertraut. Dabei habe ich vielen vertraut, den ich nicht hätte glauben sollen. Aber immerhin habe ich John Seed nicht vertraut. Dafür, dass er vom Ende der Welt überzeugt war, hat er mir zu viel Wert auf sein Haus gelegt. Ich wünschte, er würde noch mit ansehen müssen, was die Rhyse draus gemacht haben. Ein Vorteilsrund. Stachse! Wenn du nicht gewesen wärst, hätte Mom mich zu Hause behalten. Hm. Keine Ursache. Weiß nicht, wo ich hingehe. So. Lass mal eben gucken, was wir im Logbuch haben. Das heißt wirklich Logbuch. Cool. Story Mission. Ausbruch, keine Expedition. Tausend Worte neben Mission. Du hast eine Kiste mit deinen alten Fotos, wo sie aufgenommen wurden. Okay, das brauche ich nicht verfolgen, weil, weißt du schon. Außenposten, keine Mission. Schatzung, keine Mission. Abgeschlossene Mission. Cool. Dann haben wir gerade nur Aufbruch. In zwei... Begib dich zum Kohlebergwerk. Ist das nicht ein bisschen früh? Ich glaube, wir sollten jetzt mal Dingens befreien, oder? Ach sooo. Kamina Rai. Stimmt, Rai Aviation. Puh. Das ist das Baby aus Far Cry 5. Von der Schwangeren am Flughafen. Das ist die Kamina. Ja, der steht nur rum. Ach sooo. Du bist das. Rai Aviation. Okay. Cool. Nimm die Karte, um Spezialisten zu holen. Ja, das machen wir natürlich auch noch. Erstmal sehe ich da hinten gerade eine Karre. Also hole ich die Karre. Ja, Wohlstand. Wohlstand, Schmolstand. Wer bist du denn? Ja, und Ihnen? Och. Das hat Nick immer gemacht, bevor er verschwunden ist. Hm. Ich kann mir kaum vorstellen, was Kim und Kamina durchmachen müssen. Okay. Helipad. Ich hätte nicht gedacht, dass es Kamina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Bitte warten. Landfahrzeuge. Stell Landfahrzeuge her. Munition nachfüllen. Beute eintauschen. Kampfvorräte. Gegenherrschungsmaterial. Können wir... Wir haben ja hier vier Dinger von denen, ne? Oh. Panzertape. Cool. Kampfvorräte. Stell Sprengstoff und andere Gegenstände her. Das können wir hier auch machen. Erste-Hilfe-Set. Okay. Ah, dafür Blumen und Fleisch. Daraus machen wir das Aid-Kit. Ganz ehrlich? Das gibt ein Steak und Salat. Das baut mich auch auf. Liebe Veganer, bitte hört weg. Ähm, Wurfmesser. Braucht 35 Kupferdrahtrollen. Warum auch immer. Rauchgranate. Okay, wir können sehr viel craften, offenbar. Inventar voll von den Dingen. Brennstofftanks. Okay, das sieht schon nice aus. Wurfmesser. Ich mach mal. Inventar voll. Okay. Gut. Herrschungsmaterialienpakete. Holte mit Far Cry Credits. Mehr Herrschungsmaterialien. Nun. Das werde ich nicht tun. Äh, Landfahrzeuge. Geschwindigkeit. Ach, die müssen wir dann selber herstellen. Aus. Ach, 7091. Okay. Metallrahmen Buggy Coupé. Bauplan Buggy. Der ist echt hässlich. Ritterseitenwagen. Muzzle Coupé. Ja, ja. Mh, mh. Nächster Rang. Ja, ab hier gefällt's mir. Ab hier. Da können wir reden. Werkstatt zu Stufe 2. Okay, okay. Alles klar. Metallrahmen Viertürer. Dö, 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 dö. Und hier Offroader Hörks. Oh, Hörk. Im Besitz. Okay. Beifahrersitz einsteigen. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Kann ich ihn mit dem Platz wechseln? Stationäres Geschütz. Herauslehnen. Ich frag mich, was wir machen, wenn uns das Panzertape ausgeht. Ach, sie fährt jetzt. Hineinlehnen. Kann ich sie angucken? Geht das nicht ein bisschen schneller? Aber du fährst doch. Die kotzt sich gerade über ihren eigenen Fahrstil. Okay. Ähm, soll ich mal ganz kurz gucken? Ignorieren. Auf der Karte. Kann ich ihr jetzt sagen, dass sie irgendwo hinfährt? Helipad haben wir auch. Sehr cool. Schnellreise. Kann ich zu Bean fahren? Oh, äh, hallo? Hier spricht Bean, der Gründer von Wikibania. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um etwas Wichtiges. Also, etwas richtig Wichtiges wiederzubekommen. Ist da wer? Gut, äh, ich lege es auf. Der Gründer von Wikibania, ja? Der Gründer von Wikibania. Jeder weiß, dass das die Rocket Beans sind. So. Wegpunkt. Cool. Reise zum Wegpunkt. Ich leh mich mal raus. Yeah, hu. Oh, fahr vorsichtig. Oh, die Tiere. Vorsicht. Ja, voll geil. Okay, das ist echt nice. Woo. Oh, das sieht auch echt geil aus. Nein, das Schild. Oh, meine Fresse. Oh. Wie fährst du denn Mädchen? Ach, die haben ja keinen Führerschein mehr. Die können ja keinen Führerschein mehr machen. Gibt ja keine Fahrschulen mehr. Oh. Schade, muss man gar keine 10.000 Euro bezahlen, wa? So, okay. Hier ist schön. Moin. Schutzengel, da. Hallo. Schutzengel? Uah. Was für ein Schutzengel? Ich leh mich mal rein. Oh. So, wie geh... Ja, wie geh ich denn ans Geschütz? Ich würde jetzt gerne ans Geschütz gehen. Geht nur... Wo ist denn das? Das ist aber ein bisschen Kahlschlag, wa? Den Zang müssen wir in Endlosschleife hören. Welchen Song... Achso, ich hab die GEMA-Mucke ausgemacht. Stimmt. Fahrzeug verlassen. Let's go. Bi... Bean? Ey, Bean. Vorratslieferung entdeckt. Ey, Bean. Hilf, bevor ich mitkomme, musst du für mich noch sieben verschiedene Dinge tun. Natürlich. Bean. Wikibinia. Und Bean hat... ...ne Beanie auf. Da einfach ein paar Leute herholen, die uns rennen. Ich brauch jemanden, der schnell rennen kann. Meine Knie sind kaputt. Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia. Der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia. Alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Gab's einen Leak? Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber, aber, ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm die nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und, äh, du weißt ja... Meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol mein Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wässt, wasch ich dir später dein großes Wikibinia-Erenwort. Nee, dann nicht. Das ist... Boah, nee, das ist... Sorry, da ist... Also, da muss ich mal ganz kurz, ja? Ich hab was gehört. Ganz sicher. Was? Oh, ein Puma! Tot. Was ist jetzt mit ihm? Kommt der nochmal wieder? Also, wie cool der einfach abgerauen ist. Okay. Feier ich ein bisschen. Aber jetzt müssen wir auch mal... Äh, können wir dem jetzt was klauen? So. Ahem. Ich darf das auf keinen Fall mit Tobi spielen, wie ich feststelle. Das ist ganz ehrlich. Wir würden hier... Wir würden hier unsere Menschheit ausrotten. Es wäre niemand mehr übrig am Ende. Das würde passieren. So, okay. Wikibinia. Was hat der noch so? Offenbar... Ach, hier. Gut, bevor Richard das mitnimmt. Und hier, was haben wir hier? Verblasster Brief. Bienen. Ich habe dich weggeschickt, weil ich in Wahrheit im Sterben liege und ich will, dass du den Scheiß mitbekommst. Du bist nicht bereit für sowas, aber irgendwann wirst du es sein. Du musst. Finde eine neue Familie. Mach dich nützlich. Leute werden dich beschützen, wenn du nützlich bist. Mit Wikibinia und so. Es gibt so viel Zeug, was ich dir nicht mehr beigebracht habe, aber das schaffst du schon. Mach einfach weiter so. Aber bitte verdammt nochmal, niemanden... Dein Papa zu sein, okay? Den gibt es nur einmal. Das war dann wohl alles. Wir sehen uns, Papa. Oh, okay. Da... Mich... Mich wundert da einfach nichts. Da wundert mich gar nichts. So. Ah ja, hier. Oh, ich sterbe, weil ich alles in diesem County gesehen habe. Almost lost, almost caught. Your meat is need. Po-po-po-po-po-tsche in the big market. Michu-baruchi, was? Mu-mu's Fashion Week. Mumu Fashion Week. Eine Mumu Fashion Week. Ist das ein Piercing-Verzeichnis? Oh, guck mal hier oben. Blood Dragon 2. Darling Revenge. Blood Dragon 2. Wird es ein Blood Dragon 2 geben? Hm. Oh. Komm mal da hin. Also wenn ich jetzt runtergehe hier, ist das eine gute Idee. Kann ich hier schwimmen? Kann ich da drüben überhaupt hin? Uuuuuh. Nein, ich hole die Vorratslieferung vielleicht nicht. Wir lassen das mal. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferung. Hat die gerade sein Auto geklaut? Wenn du ein Kumpelkopf siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf. Hat die sein Auto geklaut? Finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Auf einmal ist sie mir sympathisch. Okay, was ist... Warum hat der hier so? Ich habe keine Ahnung. Wie lebt der Mann? Da kann sie nicht mitfahren. Ähm. Begib dich zu... Ja, ja, cool. Äh, ich guck mal ganz kurz im Logbuch. Äh, wir haben jetzt die Nebenaufgabe von ihm. Nebenmissionen, 1000 Worte. Nein, das ist das hier. Pechsträhne, das ist das, ne? Hilf, Bienen seien gestohlen, Wikibinia. Business, hier. Okay, ich, ich muss es wissen. Was passiert, wenn ich jetzt wegfahre? Kann man den Chat ausmachen? Ja, klar. So. Steuerung anzeigen. Dose, Fahrhilfe, Hupe. Was ist denn Fahrhilfe? Fahrhilfe, kein Signal. Okay. Okay. Let's go! Ja! Oho! 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 Ich freu jetzt nicht ein bisschen anders. Ich höre Geräusche von links. So, mal gucken. Fahrhilfe an. Fahrhilfe an. Schwer, Hager! Du hast die Reise, wenn ich die Fleece weggelassen! Schwer doch bitte weg! Ich hätte mich nicht kündigt. Was hat der Scheiß? Oh! Warum passiert das immer mir? Ich bin ja alles verhandelt. Ich will nicht nackt sterben Läuft jetzt nicht zu seinem Versteck Hä? Was ist das? Nein, nichts zu erreichen, ich will ein Versteck finden Wir sollen ihn verfolgen Bisschen Los, Versteck, jetzt Wir sollen ihn verfolgen Nö, was? Das hier ist ein Versteck Sprich Hey Hm Ist er dem Hügel da Ich schwöre Ich zocke nie wieder Ok, wir wissen wo es ist Begib dich zum Versteckten Bunker Ist genau wie sein Partner Ich lese gerade Mumus Fashion Week war ne Questreihe in Far Cry 4 Aaaaaaah So Hey Camino Oh Oh Bist du munis nun voll? Warum ist hier gerade diese Musik? Hier ist noch niemand Cooler Turm Oh doch, hier ist jemand Oh 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 Simone Achtung Ich sehe einen von denen Was ist denn los? Schp Schabuki Schaluva Oh... Ich teste gerade mal nen Button, den ich hier habe. Mal gucken, was funktioniert. Cool! Okay! Äh, was ist das? Dick's Bunkerloch. Entschuldigung, ich bin so unreif. Ähm, kurze Frage. Kann ich... Was ist denn das? Kann ich Leute wieder anlocken? Ich weiß nicht mehr, wie ich Leute anlocken. Auf dem PC in Far Cry 5 Leute anlocken, in den Busch und kaputt schlagen, das ging immer ganz gut. Der Button funktioniert übrigens sehr gut, wie ich gerade sehe. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön, weil heute ist wieder Auslauf. Neue Spiele ziehen leider auch immer... ...fragwürdige Gestalten an. So. Ähm... Kann ich pfeifen? Ich weiß leider nicht wie. Steuerkreuz. Oh. Ich habe sie angelockt. Okay, das ist schonmal gut. Pfeifen kann ich nicht, aber ich kann Steinchen werfen, glaube ich. Okay. Geh mal gucken. Geh gucken. Boah, die Muck ist aber echt cool. Ich kann hier nicht bleiben. Ich bin schon hier. Check die Schere. Mit meiner Güte ist jetzt vorbei. Feige Sau? Niemand hat nämlich eine Feige Sau. Das war's. Das war's. Gut. Sehr gut, Kamina Rai. Schild verwenden, auch cool. Brauchen wir nicht unbedingt, aber hey. Okay. So. Shotgun. Ist kein Shotgun. Aber brauche ich nicht. Ich bleib mal bei unserem Ding hier. Oh, auch schön. Ich bleib mal bei dem Sägeblattwerfer, den ich mag. Ich echt gerne. Ich habe mich ein bisschen verliebt in dem. Ich möchte ihn gerne daten, aber es wirkt so awkward, wenn man es nicht zu sagen hat. So. Okay. Gut. Nimm Beans Businessplan an dich. Ah, okay. Warum brennt's denn hier unten eigentlich? Lesen. Anstellungsbrief. Lieber Herr Richard. Glückwunsch. Ihre Bewerbung bei Wikibinia ist akzeptiert worden. Sie sind der allererste Späher und das ist eine Ehre. Bezahlung wird eine Mahlzeit pro Tag sein. Ob ich das unseren Mitarbeitern auch vorschlagen kann? Anzurechnen auf eventuell akkumulierte Ressourcenwerte. Das übernehme ich auf jeden Fall. Denken Sie daran, dass Sie mir helfen, den Traum zu verwirklichen, von dem mein Papa immer geredet hat. Ihr Beitrag zu dieser Firma ist unermesslich. Darum gibt's auch eine Mahlzeit. Danke. Seien Sie stolz auf sich und denken Sie daran. Hier bei Wikibinia waschen wir uns gegenseitig den Rücken. Okay. Kann ich hier noch irgendwas rausholen? Okay. Businessplan sehe ich hier grad noch nicht. Öffnen. Vorteil benötigt. Äh. Als hätte ich einen Vorteil. So. Hier ist alles voll voll voll. Okay. Wo ist der? Ach, da ist der Businessplan. Ach, hier meine Fresse. Businessplan, Missionsobjekt. Hier ist noch... Oh Gott. So klingt meine Stimme. Over. Moment. Äh. Nicht over. Äh. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Äh. Geh nach, ähm. Süden. Glaube ich. Äh. Du findest mich schon. Ganz bestimmt. Geh nach Süden. Du findest mich. Cool. Ach so eine Lamp. Ich dachte gerade, was ist dein Auto die ganze Zeit? Geh nach Süden. Du findest mich. Naja, dann machen wir das gleich mal. Höre ich ein wildes Getier? Ich schwören können, dass ich ein wildes Gezücht gehört habe. Ein Ungezücht. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen zu Fuß. Haben wir noch gar nicht gemacht. Prosperity. Safety for Survivors. Okay, alles klar. Aber ich geh mal einfach da hin. Oder ist der jetzt im neuen Zuhause? Ist der jetzt bei uns zu Hause quasi? Du 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 du. Was ist das für ein Symbol? Das Rote? Hab schon Schlimmeres erlebt. So. Okay, Wikibinia ist tot. Plündere den Arsgeier. Achso. Cap. Berichten zufolge haben die Highwaymen Leute, die Leichen klündern. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrochen kannst. Also der hier? Ist das hier so einer? Ich geh da drüben. In Hope County gibt es viele Leute, die bereit sind zu handeln. Für viele von uns ist das die einzige Möglichkeit zu überleben. Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden nachzufragen, was sie dabei haben. Oder was sie dir für deine Sachen geben würden. Hatte ich gerade gesagt, Leute mit Rucksäcken soll ich umhauen? Ja, die können wir auch nicht entscheiden. Okay. Gut. Der ist mir egal. Ich wollte natürlich jetzt zu Wikibinian die erste Quest. Oh, schön. Mag ich echt gerne. Ein Forest mit dieser Grafik. Was ist da los? So. Ich lauf mal nicht zu jeder Schießerei, weil sonst kommen wir, glaube ich, nie raus. Ort entdeckt. Das ist ein neuer... Ja, geht so. Hey. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasch dir den Rücken? Tja. Ich mach jetzt meine Wikibinia Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Speer sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und... Naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie's früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja. Ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Krass, wie er davonrennt. So. Wikibinia ist zurück. Lalala. Tschüss, mach's gut. Na, Alter? Wohin? Oh, Club? Oder Rücken waschen? Ah, die frische Luft. Ah, so schön. Und sonst so? War's grad'n Tier? Ah, so sieht's hier also aus. Schön. Ich dachte, ich nehme mal die Gelegenheit wahr und fahre einfach mal mit ihm zurück. Da ist ein Knasttransport. Hey, Freunde! Gepriesen sei der Vater. Ach, guck mal! So, wo fährst du hin? Ist das ne Abkürzung? Kennst du dich hier aus? Kavina läuft durch den Wald übrigens. Die findet das schon. Moin! Autsch! Alter, alter! War das ne gute Idee? Okay? Äh, und jetzt? Ja! Ach, der läuft jetzt hier rein! Ja! Ach, der läuft jetzt hier rein! Oh, geil! Ich bin ne Deckhengst! Ich decke gerne! Schade! Äh, das kann ich jetzt nicht garantieren! Okay! Okay! Das sieht schön aus, aber ich muss meinen schönen... Ähm... Soll ich? Hab schon Schlimmeres erlebt. Das hat nen Raketenwerfer, ne? Und da überlegt man halt schon zweimal. Aber... Für den haben wir halt keine Muni. Und der ist, glaub ich, echt unpraktisch. Wie? Cor Ty Counts! 1 schwerer,.. Ja, Her instant, 석 segue 1 2 1 1 1 Entschuldigung, das muss sein. Was? Wie könnt ihr denn noch lachen? Das ist natürlich... Äh... Das ist unmenschlich jetzt. Das ist aber unmenschlich. So. Okay. Ich geh noch mal kurz gucken. Erstmal, hier ist ne Blume. Hä, was ist denn hier passiert? Oh nein. Oh nein. Oh, die Armen. Oh, die sind gestolpert natürlich, klar. Das sind die Mutationen jetzt von der Strahlung. Das ist... Oh, die Armen. Ich weiß, Tobi wäre stolz auf mich. Wir haben nicht sonderlich viel, aber wir machen das Beste draus. Ob's mal Forest Raketenwerfer gibt? Boah, das wär... Lieber nicht, der ganze Wald wär weg. Okay. Steht er wieder? Oder ist er jetzt tot? Ich seh den nicht mehr. Okay, wir treten mal ein. Ja, Mann. Ich bin's. Die Rettung des Ödlands. Der Moustache-Asiate. Schauen wir mal, wie du dich machst. Ja, wie mach ich mich denn? Hab die Augen nach Speeren offen. Die wissen, was in Hope County los ist. Egal ob Außenposten, vergrabene Schätze oder neue Verbündete, wenn sie etwas Interessantes entdecken, markieren sie den Ort auf deiner Karte. Danke, Rye. Ich wollte noch gucken, ob's ihm gut geht. Was? Oh. Oh. Ach, das ist aber schön. Ich bin auch stolz. Bean ist ein netter Junge. Er ist eher ein Spätzünder, aber ziemlich clever. Er hat sich ein Informationsgeschäft aufgebaut. Wenn du seine Leute da draußen siehst, dann sprich mit ihnen. Sie wissen, wo du hilfreiche Leute und Orte findest. Und wenn du Bean hier zuhause unterstützt, kann er dir wertvolle Karten von Ressourcenstandorten in Hope County besorgen. Hm. Was ist denn das für eine Aussage? Jetzt sind überall diese Freaks mit ihren grellen Lichtern an der leiten Musee. Okay, ja gut. Ich geh wieder raus. Du katsch mir hier zu viel, oder? Ich muss wieder raus. Ich muss einfach an die frische Luft. Ich brauch einfach. Ich bin einfach ein wilder Vogel-Tier-Charakter. Auf der Karte. Wir müssen letzten Endes ja... Also hier kriegen wir... Was kriegen wir hierher? Wikibinia 2 von 3. Okay. Und hier ist 3 von 3? Nee, Bradbury-Wald. Okay. Zockerfarm. 0 von 4. Okay. Ist die Zockerfarm das, wo Wikibinia vorher war? Und was heißt das 0 von 4? Ein Bärendienst. Schatzsuche. Dicks Bunkerloch. Dicks Bunkerloch. Ist das das? Ist das der Bunker, wo wir an Far Cry 5 untergekommen sind? Frage ich mich gerade? Okay, ich geh mal zuerst hierhin. Komm. Wikibinia. Lass mal gucken. So. Ich fahr mal. Hä? Wo kommt der Wagen her? Die Abkürzung, ne? Ich liebe die Natur. Natur ist immer auch genau meins. Oh! Sitze tauschen. Okay. Okay. Oh, Piece of Cake. Dankeschön. Oh, das ist ja lieb. Ist das auch so ein Mutter-Tochter-Gespräch? So. Dieses Girl ist ja unauffällig. Aber cool, dass sie hinterher kommt. Das ist wieder seine Bude hier, oder? Nee, ja guck mal dahin. Wir suchen immer nach nützlichen Leuten. Die da sehen aber gar nicht nützlich aus. Ja. Ich muss woanders hin. Nein. Die lohnen den ganzen LK Korn. Du hast recht. Yeah! Double Kill! Oh, natürlich ein Puma. Sünder? Entschuldigung. Hä? Wer suchet, der findet. Ja, sorry. Der war... Hä? Was denn? Jetzt? Die Highwaymen haben meinen Vater. Hä? Mom und ich haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Keine Ahnung, wo er ist. Den Pilot. Am E... Um E... Was? Was? Um E... Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Ja, bitte. Die Highwaymen haben meinen Vater. Echt krass. Mom und ich haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Seit Monaten, ja. Keine Ahnung, wo er ist. Um ehrlich zu sein, war das ein Hauptgrund, warum ich zu Rush gegangen bin. Ich liebe meinen Vater. Er soll nach Hause kommen. Überall verlieren Leute geliebte Menschen. Und deswegen werde ich nicht aufhören. Nicht bevor die Highwaymen erledigt sind. Erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter. Der und der Oh, jetzt habe ich sie wieder! Aua! Au! Hilfe! Hilfe! Ich werd jetzt fertig gemacht! Ich geh mal rein. Oh, hier drin ist ein bisschen... Was? Alter! Es hackt. Erstmal weggeledern hier das Ding. Kommt ihr hier ins Haus reingewetzt? Alter, wie cool! Das fand ich grad echt nice. Oh, guck mal hier. Ist am Ende. Was? Ist... Hey. Hey du, ich muss dir was sagen. Du, ich bin unglaublich stolz auf dich. Ich bin... Ich bin sehr stolz auf dich. Vielleicht hilft es ihr ja jetzt. Da, da wo sie jetzt ist. So... Ja, es ist auf jeden Fall ein Far Cry. Man merkt... Man merkt es einfach. Es ist ein Far Cry. Hä? Ähm... Wo kommt denn... Warte! Hier ist ne Gitarre. So, warte. Wieso steht der noch da? Sie... Ist der nicht eigentlich... Warte. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ich mein, wir haben die Geisel befreit. Das war's schon, ne? So... Jo, ist abgehakt. Alles klaro. Manchetto. Dann haben wir hier oben einen Bärendienst. Schatzsuche. Ich würde dann hier zur Zockerfarm rüber. Nur mal kurz gucken, was diese einzelnen Sachen alle bedeuten. Und... Ähm... Du sag mal, gibt's hier ein Auto? Warum können die Leute nicht normal stehen? Ist... Hat das mit der Atomstrahlung zu tun? Oder... Was ist denn mit dem? So stolz. So... Äh... Hä? Ah... Vorratslieferung entdeckt. Wo, 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 wo? Okay. Wo ist die Vorrats... Habt ihr die auch entdeckt? Schickt ihr die Vorräte? Habt ihr die... Vorräte gesehen? Da... Auf dem Radar... In diese Richtung. Dort sind die Vorräte. Ich will einmal so eine Vorratskiste finden, gucken, was da drin ist. Oh. Gut. Da hätt ich ja lange suchen können. Moin. Das ist ein Kolibri. So lange ich hier bin... Aua! Schön. Ja, die können sich ja bekämpfen. Ich verstecke mich hier und plünder. So. Ist echt ein bisschen Metal-Royale hier gerade, ne? Zahnrad. Und... Ethanol 38. Yeah. Mainz. Units verdient. Achso. Mainz abgeschlossen. Okay. Gut. Mainz abgeschlossen. Mainz wie singt und lacht. Was macht ihr denn da hinten? Was macht ihr denn da hinten? Freunde, ernsthaft. Ciao. Macht doch was ihr wollt. Ich hab geblündert, ich hau ab. Ich höre schon wieder Tiere. Ein Puma von links. Moin. Das war nicht so gut. Moin. Dann. Entschuldigung. Ich muss hier gerade echt aufpassen. Wieso kann ich denn... Ah nein, ich will absteigen. Aua! Oh Gott, das sind zu viele. Oh, okay. Das war natürlich hier gerade... Puh. Müsst ihr mich gerade ganz kurz in Sicherheit bringen? Hup, das wollte ich gar nicht. Hä, wie könnt ihr mich hier sehen? Ich sitz im Busch! Ich sitz doch im Busch! Nein, mach das nicht! Hui! Ciao. Wenn er jetzt mit der Karre ins Wasser fährt, dann lach ich. Hallo? Zum Glück nicht. Okay, das waren echt zu viele. Hätte ich nicht machen können. Was ist denn... Wo kommen wir denn jetzt hin? Wir gehen da gleich noch hin, wo wir hinwollten. Da ist ein Huhn. Ist nie ein gutes Zeichen. Ist das... Das ist ein sehr kleines Haus. Ein winzig kleines Haus. Also ganz ehrlich, hier möchte ich nicht wohnen. So. Wat? Hallo, ist da jemand? Ich wohne hier! Oh Gott, bitte hilf mir! Hallo? Ich hab schon seit 10 Jahren niemanden mehr gesehen! Hallo? Der ist auch grad gestorben. Warum? Ist Carmen wieder da? Nee. Ist schon der Geiselname, ne? Das Timing war vielleicht nicht so gut. Ich brauche Hilfe! Hilf mir doch bitte mehr! Was denn? Ach, da ist ja noch einer. Und jetzt besser? Ich weiß es nicht. So. Der ist doch grad mit der Knarre dahin gelaufen. Das ist einfach alles, Mister. So. Ich nehme hier mal ein bisschen mit. Ich würde gerne jetzt zu diesem Lager gehen eigentlich. Und eigentlich möchte ich gerne am liebsten Petroleum sammeln. Oder Ethanol. Entschuldigung. Nicht Petroleum. Ethanol. Basie haben wir schon. Brauchen wir nicht unbedingt. So. Vielleicht mal einsetzen. Hallo? So. Und noch ein Briefchen. Na komm. Überlebende Notiz. Es ist schwer hier draußen zu überleben. Noch schwerer, wenn man Kinder hat. Ich dankte Gott dafür, dass sie den Unterschlupf rechtzeitig erreichten, aber... Dann verdunkelte sich der Himmel. Nichts wuchs. Ich verlor meinen Jüngsten an den Hunger und die Krankheit nahm mir die anderen. Wenn ich könnte, würde ich jetzt wie die anderen Überlebenden in dem Land ein Beet erbringen. Aber dafür ist mein Herz zu schwer. Mir bleibt nichts anderes übrig, als wegzugehen. Das wird sicher nützlich. Mhm. So, das ist ja ganz toll hier. Schön. Ausflug hat sich gelohnt. Oh, Entschuldigung. So. Hier liegt der Vorläufer vom Pip-Boy. Hat damals noch nicht auf den Arm gepasst. Was denn hier? Was ist das für ein... Ja, toll. Ciao. Neuer Tierbau entdeckt. Amerikanischer Schwarzmeer Rang 3. Hm. Tschüss. Jetzt haben wir Dauungsschwierigkeiten. Ich geh mal ganz kurz... ...da hinten hin. Sieht aber echt schön aus. Okay, warum? Ich mach mal den hier. Mal gucken, was passiert. Der Button ist echt praktisch. Freiheit! Leute! So, mal gucken, was passiert. Ich geh mal 350 Meter, komm, die kriegen wir hin, oder? Dann geh ich mal kurz... Ich bin auch noch da! Ich bin frei, endlich! So, was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Schon wieder eine Notiz. Die Leute haben uns gerne sehr viel geschrieben hier offenbar. Notiz einer Überlebenden. Liv! Ich kann nicht länger warten. Es gibt keinen Widerstand, der uns diesmal retten könnte. Wir müssen weg, bevor Micky und Lou alles zerstören. Es heißt, diese Carmina sei los, um Hilfe zu holen. Das bedeutet, es gibt einen Weg raus aus dem Kanti. Ich hab bei der Scheune ein paar Sachen für dich versteckt. Ich hoffe, du schaffst es. Rita! Rita! Haben die gerade... Das war ich nicht? Ich weiß, wie das aussieht, aber... Der... Der war schon so, bevor... Der ist nicht tot. Der ist ohnmächtig. Der hat... Schlafapnoe. Hier. Siehste? Jetzt ist er tot. Spätestens jetzt ist er tot. Okay. Da sind Schafe, das ist sehr gut. Gut. Fahr die da einfach nochmal drüber. Ist das Killerschafe? Ne, ne? Okay. Drück immer wieder die falsche Taste. Ähm... Was war das gerade? Hier ist wieder der Abwurf. Abwurf. Wo ist denn der Abwurf? Abwurf. Mit O. Abwurf. Da 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 Ach schön, die machen einen kleinen Ausflug Ist halt wie in Far Cry 5, wir sollten vielleicht nicht unbedingt auf der Straße rumgammeln Wir sollten eher so hier Da wo die wilden Tiere sind Ich möchte es einfach mal sagen Ich finde es krass, ne, jetzt nicht unbedingt bei diesem Spiel Aber bei diesem Spiel fällt es mir besonders auf Wenn man die Spiele mit heutigen, äh, also wenn man damalige Spiele mit heutigen vergleicht Was für ne krasse Vegetation man jetzt inzwischen darstellen kann Das finde ich halt total geil Ist hier irgendwo die Kiste? Achso, das ist so einer Schon, schon Gut, äh, wo sind, da Was haben wir denn hier? Plündern Flammenwerfer wäre nice, aber ganz ehrlich Die Knarre hier ist einfach die bessere Schnell weiter Hier müssen wir hin Ne, heute ist, ist heute nicht Far Cry New Dawn released? Ich glaube, heute ist release, ne? Oder war release, also am Freitag Also ich glaube, ich habe es diesmal nicht früher Also ich hatte es früher, aber ich streame es erst jetzt Also ich hatte es früher, aber ich streame es erst jetzt Open Mic, eine Flasche Ethanol, zwei Reifen Little Reggie, ein fetter Hund Richard, eins irgendwas aus Papier Racy Lacy, ein Helm, vier Gläser, fett Little Fucker, ein Derby-Auto Rogen, Open Mic Little Fucker ist auch ein schöner Kosename Hätte ich mich damals nicht Gronkh genannt, wäre Little Fucker mein Channel-Name gewesen Da liegt schon wieder jemand rum So Okay Du, 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 du Wollte ich mal sagen So Gut Flündern Hier haben wir noch Pistolen-Munitionen Die brauchen wir ja nicht, weil wir benutzen keine Pistolen-Munitionen So Okay Aber Was müssen wir hier, ach, das sind diese Dinge Zehn Federn Zehn Federn Und es gibt aber noch 20, wie es aussieht Lass mal suchen Wo bekommt man die Waffe? Ich hab mir die gecraftet Hm? Das, nee, nee, das tut den Menschen nicht weh Nee, nee, keine Sorge Die merken das gar nicht, dass die ratzfatz, die fallen einfach um Die ratzfatz, die fallen einfach um So Okay Kommen wir hier rein? Nee, ne So So Wir haben zwei Fraktionen Der eine müssen wir aus dem Weg gehen und ich hab das Gefühl, den anderen später auch Jetzt bin wir momentan noch nicht, aber später Ähm Habt ihr irgendwo zufällig diese komischen, sehr unauffälligen Federn gesehen? Eure Augen sehen bekanntlich mehr als meine, weil es viel mehr sind an der Zahl Wenn ich eure Augen alle zusammengerechnet am Körper hätte, dann sehe das ein bisschen ekelhaft aus, aber ich würde viel mehr sehen 360 Grad Kamera Ähm Das gehört alles nicht mehr dazu, oder? Sieht aber so aus Äh Okay Das war mal ein Bauernhaus hier So Wir haben zwei von vier Ich stell dir zu allen Augen auch Brillen vor Nee, lieber nicht Das wollen wir nicht Also wir haben zwei von vier Zwei sollen hier noch sein Nehm ich mal an soll es heißen Versteht ihr bestimmt auch so Und ich hab keine Ahnung Da können wir nicht aufmachen Ich kann auch nicht reingehen Ich kann draufklettern, konnte ich hier glaube ich, ne? Klettern Mhh Mhh Okay Funktion, Segelblattwerfen, Funktion Da sind sie, alles da Schön versteckt Okay Gut zu wissen Wir haben vier von vier Federn Dann haben wir sie doch gefunden Okay So, warte Ich setz mich mal schnell anders hin Dann Optikerbesuch wären Was das wären insgesamt 47.440 Augen Träumchen So Da wären Träumchen Okay, dann Das haben wir Wir brauchen aber noch Petroleum, ne? Achso, ach cool Auch das geht Find ich schön Boah Nick Rice da oben Sharky Bosho Grace Armstrong Die Grace kennen wir doch noch, oder? Grace Armstrong Hatten wir die nicht in Far Cry 5? Und Celine Gomets Bradbury Wald Also ich kann jetzt hier überall diese ganze Scheiße holen Aber wir brauchen natürlich Ähm, ja, die waren Ach, die waren alle in Far Cry 5 Also der Ray sowieso, ne? Der Das wissen wir noch von der Aviation Wir müssen diese Dinger hier freischalten, ne? Ich hab nur ein bisschen Angst, dass ich mit Gamepad Echt nicht gut genug bin Und vielleicht brauchen wir bis dann auch ne vernünftige Knarre Genau, Nick Rice weiß ich ja Das ist ja der Dad von unserer Begleitung Die jetzt Kann ich doch wieder Die kann ich doch jetzt wiederholen, ne? Helferauswahl Ah, Pastor Jerome ist auch wieder da Um den Judge zu treffen Okay, der Judge sieht aus wie damals bei Story of Äh, hier, wie heißt das nochmal? Rhythm, Saga of Rhythm Eine alte Bekannte von Sharky Das ist Nana, das ist bestimmt ne Oma Ja cool, das ist ne Oma mit Knarre, Alter Voll geil, ne Sniper-Oma Ich will unbedingt ne Sniper-Oma haben Wo find ich die? Und natürlich Herc Herc ist auch wieder dabei Süd-Östlicher Trailer-Stadt Herc Hey Natürlich Herc Nana, südöstlich der Signalstelle Die müssen wir holen Timber, nordöstlich der alten Schmiede Und Horatio, ein Wildschwein Okay Aber ich muss unbedingt die Sniper-Oma haben Okay Wiederbeleben Oh, jetzt muss ich mit Blumen wiederbeleben Okay Ich bin unterwegs Bin unterwegs Was macht den? Karmina Karmina Oho Latina Ohohoho Hallo meine Schöne Wo fahren wir denn heute hin? Sniper-Granny haben wir momentan noch nicht Kann ich noch nicht freischalten Da müssen wir später mal gucken wo die ist Ähm Schleicherscheune Zwei von drei Da waren wir schon Haben wir noch nicht abgeschlossen? Okay Gut Fahren wir erstmal dahin, damit wir die abgeschlossen haben So Oh Zwei im Gesicht Au Das ist echt cool Okay, ich bin ganz ehrlich Der Farsi ist fragwürdig Bestenfalls Ach, deswegen heißt das Sniper Äh, deswegen heißt das Stealth-Schäumer Der ist weg Ähm, um da oben reinzukommen, brauche ich einen Haken Den ich noch nicht habe Das gute alte Seil Ah, wir waren hier schon drin Alles klar Okay Deswegen Wir haben hier zwei von drei Aber um den Rest zu finden, müssen wir glaube ich nach oben, oder? Hm Ich glaube es ist wieder ganz Hauptkanty Also es ist auf jeden Fall eine riesige Map Ich selber habe auch noch nicht so viel gesehen Scheiße, wir- Ja, wir kommen oben nur mit Haken rein Oder? Kann ich hier vielleicht nicht? Nein, gucke mal Ah 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 Okay Ja, vergiss es Schade Ah, es fehlt ein Drittel von der Map aus dem fünften Teil Okay Lag da nicht was in der Mippe Äh, in der Mippe In der Mippe In der Hütte Ich weiß nicht was genau, aber ja, dankeschön Sie meint bestimmt mein Höschen Ne, in der Hütte liegt nichts mehr, oder? Ähm Oh ja, wir waren hier schonmal Oh ja, wir waren hier schonmal Wir waren hier schonmal Wildschwein-Saison Wildschwein-Saison Ja, nice, schön, cool Ich frage abermals Was ist eigentlich diese Geschichte hinter Ubisoft mit Tieren? Was ist da passiert? Mein Nagelknipser ist hinüber Keine Ahnung, was ich jetzt deswegen machen soll Okay, was ist da hinten? Ich guck mal kurz Ich geh zum Ba- Eigentlich geh ich zum Haus da drüben Hm Na Pastor Jerome und Ramon Haben die Highwaymen von einem alten Silo aus überfallen Hm Ich hab ne Weile nichts von ihnen gehört Ich wette Jerome könnte einen Kämpfer wie dich gut gebrauchen Siggi Okay, Pastor Jerome Wissen wir jetzt wo der auf der Karte ist? Das ist gut Ich geh trotzdem erstmal da drüben hin Was ist das für ein Haus? Ich will doch mal schauen Und natürlich wie bei Far Cry 5 Alles ist natürlich von Feinden besetzt Sind das überhaupt Feinde? Ich hab keine Angst mehr vor dem Tod Ich hab keine Angst mehr vor dem Tod Ich hab keine Angst mehr vor dem Tod Was auch kommt kann nicht schlimmer sein als das was ich schon durchlebt habe Er hat keine Angst mehr vor dem Tod Ich hab keine Angst mehr vor dem Tod Das sind keine Büsis, ne? Hey Wir haben gesehen wie dieser Zug an den Felsen zerschellt ist Und mit ihm alle Hoffnung Hä? Ist es schwer nicht den Mut zu verlieren Naja Der war doch vorhin noch tot Die Leute hier sind Kämpfer Ich weiß, dass die so ziemlich alles aushalten können Ja? Soll ich mal den Bären anschneiden der da hinten grad war? Hab ich grad nen Bären gehört? Das Haus kommt mir sehr bekannt vor Die Frage ist nur, ist es das gleiche oder dasselbe? War das ein generisches Haus? Laurel's Hütte 2 von 3 Okay, ich war offenbar schonmal hier Also...ja Okay, wir waren schonmal hier Ähm, wir brauchen noch einmal ein Klebeband That's what she said Okay, komm ich hier hoch? Ja Ah, okay So, wenn ihr Klebeband seht irgendwo, sagt Bescheid, ne? Warte...hier vielleicht? Nicht Da ist Klebeband Prima Danke euch Laurel's Hütte haben wir abgeschlossen Dann können wir da ja weg Hier kann man nicht hin Da ist ein Quad Hier Amerikanischer Schwarzbär Und hier ist Pater Jerome Äh, also Pastor Jerome Wollen wir vielleicht ein Klebeband? Ach, bitte! Wollen wir denn, äh, vielleicht Wollen wir vielleicht, ähm Mal Pastor Jerome besuchen Ich weiß nicht genau, ob wir den befreien können Aber es wär mal was anderes als einfach nur Items zu sammeln Vielleicht wär's mal gar nicht mal so schlecht Ist es das gleiche oder dasselbe? Da gibt's Unterschiede Dasselbe, ja, also... Guck mal Ich erklär mal kurz den Unterschied zwischen das gleiche und dasselbe Diese Dose hier Ja? Wenn ich jetzt hier in die Kamera halte oder hier in die Kamera halte Es ist immer dieselbe Dose Dieselbe Das hier ist die gleiche Dose Aber nicht dieselbe Das hier ist dieselbe Das hier ist die gleiche Sesamstraße Heute mit Gronkh Der Unterschied zwischen die gleiche und dieselbe Laut Duden gibt es den Unterschied nicht mehr, weil es zu viele falsch machen Okay, neue deutsche Rechtschreibung hat mir gerade meine Illusionen geraubt Es war früher mal so Früher war's mal so Heute offenbar nicht mehr Na gut Ich bin ein Oldschooler Fängst du jetzt mit Zählen an? Eins Zwei Drei Kleine Flattermäuse Hohohohoho Boah, Graf Zahl war auch mal so cool So Jut Äh Ddududududududududuuuu Hä? Aber das Outfit kenn' ich doch Du bist doch an der Base Jopp Eine merkwürdige Maschine ist in Larry Parkers altem Zuhause plötzlich zum... Ähm... Ich überlasse das den Bären. Kann ich mich hier irgendwo verstecken im Busch? Ist der Bär auf irgendeiner Seite? Nee, ne? Ein Truthahn! Oh fuck! Jetzt sind wir geliefert! Nee, da ist nix! Der Truthahn, Alter! Der Truthahn! Der Bär kämpft gegen den Truthahn! Man weiß nicht genau wer gewinnt! Wer wird gewinnen? Oh! Das ist der fette Schwarzbär! Ein Puba! Ein Puba! Tschüss! Tschüss! Das ist der fette Schwarzbär, der dreier Schwarzbär! Oh Gott! Mhhhhh! Mhhhhh! Ja, du sollst ja auch nicht gegen den Schwarzbär kämpfen! Bist du bescheuert? Hab ihn! Hab ich gern gemacht! So überlebt man hier draußen! Nichts verschwenden! Der war doch Level 3 gerade, oder? Die Highwaymen denken nicht an morgen! Mhm. Es geht nur ums Jetzt! Keine Investition! Ich dachte, der wär stärker! Und ehrlich gesagt hab ich gedacht, der Truthahn... ...morgst uns alle ab, weil ich kenn die Truthähne! Den kann ich nicht looten, schade! Das ist der gleiche Char wie aus dem Camp, ne? Wo ist denn der Truthahn? Hier war doch... Hier war ein Truthahn, ich hab's genau gesehen, hier war gerade noch ein Truthahn! Okay! Okay! Da hinten schreit irgendwas? Das war nur irgendein Schwarzbär, das war nicht DER Schwarzbär, ne? Oder? Okay, let's go! Runter von der Straße? Ich glaub es hackt, Freunde! Runter von der Straße! Die hören sogar! Ich hab grad gesagt, runter von der Straße! Schweinger! Aber guten Tag! Oh, ich muss hier irgendwo anders laufen! Ich hab grad gefurzt, na und? Das hört man mit dem Knall an, hier gar nicht von dem Gerät! Unverschämt, das anzumerken! Ich kenn das noch nicht! 一樣! Alles klar! Hier gehts aber rüber! Hier gehts rüber! So Na gut Ich fahr mal zum Ziel So, warte Was knatternst du durch die Würze? Ich fahr gar nicht Das Ding macht gar keine Fahrgeräusche Wie die sich einfach voll weit weg anhört Da oben komm ich auch nicht hin, cool Was ist denn da los? Ist hier Silvester? Wow Was? Ja, achso, wirklich? Krass Hier gibt's Ärger Das fällt mir gar nicht auf Es ist so still und friedlich hier Die Vögel dann zwitschern Ganz normaler Vogel-Gangfight hier Wusstet ihr schon? Den Kumpel haben sie schon Was? Kommt da Verstärkung? Jetzt kommt er Jetzt kommt er Ich höre gerade noch ein Outro hin Ich guck da gleich, ne? Ja, wer ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass Das ist einfach so einer wieder So ein Stehler Aber sonst haben wir hier nix, oder? Okay, da drüben soll man hin Das ist doch nicht Jerome, oder? Das ist Jerome, ne? Hä, wer bist du? Danke, dass du mich rausgehauen hast Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an Und befreien Gefangene In diesem Truck? Wir können hier gewinnen Achso, das ist also dein Eindruck Nachdem alle tot sind Gut Ich mag dein Optimismus Wie komm ich da hoch? Denn da liegen Sachen Ich möchte gerne diese Sachen So Wenn ein Pastor einfach mal ein paar Truck-Convois überfällt Das ist ja auch okay Auch Pastoren haben das Recht Zur Menschlichkeit Da oben komm ich nicht hin Vorratslieferung entdeckt Also erstmal natürlich hier im Auto Ach, wo ist die Vorratslieferung? Ding, 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 ding Auf dem Radar sehe ich die nicht Auf dem Radar Ist das gerade eine Beleidigung, dass ich scheiße aussehe? Du triffst jemanden, den du gar nicht kennst und sagst ihm Wow Also Kaum zu glauben, dass du diesen Unfall überlebt hast Das ist irgendwie echt beleidigend So, warte Also ich gucke gerade durch die Webcam in dein Wohnzimmer und Wow, ist krass, wie du diesen Unfall überlebt hast Hey, guck mal da vorne 50 Meter Gut, mach das mal Oh, so ein Diplom gewinnen die halt nicht So, danke schön Sägeblattwerf und Munition haben die zufälligerweise auch dabei Oder ich schneide die aus dem Leib Ich weiß nicht, da hinten ist eine Da hinten ist noch eine Base So, lala Oh nein, Wildschwein Ich gehe mal zur Base, einfach so random Warum spielt Grog nicht auf dem PC? Weil es bei mir auf dem PC nicht startet Ich weiß nicht warum Ich weiß auch nicht, ob ich der einzige mit einem Problem bin Weil ich hab's ja vor Release versucht Auch heute hab ich's versucht Aber es startet aber nicht Zerstörtes Signal Achso Ich hab da drüben noch was vergessen, ne? Bleib mal schön in Deckung Der wirft die Rauchgranate im Auto und sagt Ich seh niemanden Meistens reicht es, wenn du sie auf eine Biene locken kannst Weitling Ach du bist das Gut Ist das er wieder? Ach das sind die Minen hier, okay So Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Puma Ciao Alter, der schluss ist aber gut Komm nicht weg Moin Moin Nein, putzen, lass das Aua, aua, geh weg Arsch doch Ich hab grad andere Probleme Halte alle Gefangentransporter auf, die du siehst, und befreie die Geiseln In diesem Kampf wird einfach jeder gebraucht Wo ist denn unsere... Wo ist denn unsere... Ich bin so stolz auf dich So stolz Um, mann Ich bin so stolz auf, die du siehst, und befreien sie So stolz auf dich Kommt nicht wieder. Kann ich auf die Dinger spie... oder? Kann ich auf die Dinger schießen? Ich will diesen Puma erlegen natürlich. Habe ich keine Sägewetter mehr? Dass er hier immer abhaut. Feiges Schwein! Nicht so mutig wie ich hier gerade. Alter... Was für ein Arschloch. Dass der auch abhaut, wenn man da oben hingeht, ne? Ist eigentlich clever. Alter, den kriegen wir nicht weg, oder? Alter... Okay, Sägewetter haben wir noch, aber... Oh, warte mal, der Puma hat wieder was. Der bringt hier einfach alles um. Tja, das sind zwei. Der liegt halt immer noch. Das war ich nicht? Egal was war ich, war es nicht? War ich das? Ich glaube, das war nicht... Mordet zurück... Was ist das? Nein, nicht... Wir lassen uns... Was ist das? Was ist das? ... ... ... ... Findet den Mörder und mordet zurück. So, einmal plündern, ich brauch wieder neue Segelbetter. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur den Puma haben. Das kann man doch, oder? Kann man einem das denn verubeln? Wo ist denn der Puma? Wo ist denn der Puma jetzt? Wo ist der tote Händler? Ähm... Tobi? Alles klar. Ist der Puma jetzt weg, weil ich wollte den Puma natürlich... Ich wollte den Puma jetzt halt auch skinnen. Was macht denn er da hinten? Ich frag halt einfach nicht. Aber wo ist der Puma, Mann? Der Puma ist einfach weg! Der ist einfach... Ist der wieder despawned wie alles andere? Hier sind die Kollegen. Das müsste also eigentlich mehr hier in die Richtung sein. Der ist despawned. Wenn ich das richtig sehe. Da vorne ist der Puma. Was? Ihr seht den noch? Wo, wo, wo? Was heißt denn da vorne? Das ist voll die gute Ortsangabe. Da vorne. Ähm... Warte... Ach, Alter. Ich habe einen guten Tipp bekommen. Die Highwaymen haben Trucks voller Beute und Herstellungsmaterialien. Vielleicht kannst du sie ihnen wegnehmen. Das könnte sich lohnen. Genau da ist er. Wenn es gelbe aufleuchten, war die Blume gerade. Jetzt müsste man ihn eigentlich noch aufleuchten sehen, oder? Motorrad... Ähm... Das ist wenig Puma hier. Ich sehe wenig Puma. Und der ist ja auf uns zugerannt. Von der Straße, wo die Händler angegriffen hat, ist er auf uns zugerannt. In Richtung Busch. Hm. Alter, das nervt. Hau ab jetzt! Ja, ich glaube, der ist weg, glaube ich, mich auch. Ich glaube auch, dass der despawned ist. Oh, ne, aber die sind jetzt respawned, oder was? Richtig, richtig großartig. Ihr kleinen, dreckigen Pisser, ich bring euch jetzt alle um. Moin! Komm mal hier! Oh, das nicht so geklappt. Oh! Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich wollte den auch noch safe takedown, aber leider. Ich wollte mal gucken, ob es geht. Ob man alle takedown kann, aber das geht nur mit Überraschungsmoment. Schade. Ja, gut. Aber haben wir probiert. Hauptsache, das ist weg. Okay, meine Vorteilspunkte. Ich guck mal kurz nach meinen Vorteilspunkten. Wer wäre denn das? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Kletterhaken. Ja, mach mal. Wir haben jetzt auch sechs Punkte. Ah, komm. Nehmen wir die mit. Äh, Schweißbrenner. Fügt dem Waffenrad den Schweißbrennern zu. Nö, will ich nicht. Taktisches Fernglas. Wäre ganz cool. Gegner schneller. Ich weiß, es ist sehr praktisch. Wir haben noch vier, aber ich guck erstmal. Himmelsstürmer. Wingsuit. Okay. Lungenkapazität. Mehr Faustschaden. Wäre auch genau meins. Trage eine dritte Waffe. Zwei Kosten. Let's go. Dritte Waffe nehme ich gerne mit. Und Lunge. Schön auf Lunge. Ähm. Naturliebhaber. Ganz ehrlich, das Bild dazu ist echt... Kann man nicht bringen. So, weiß ich noch nicht. So, Himmelsstürmer. Drei Kosten. Drei Kosten. Kurzschluss. Vier Kosten. Tagisches Fernglas. Vier Kosten. Spar ich da jetzt? Verdeckt. Du veräußerst weniger Geräusche, wenn du dich bewegst. Schnellere Bewegungsgeschwindigkeit und Glockenzustand. Finde ich eigentlich ganz nice, aber sehr teuer. Fortgeschrittenen Takedowns. Ja. Drücke während eines Takedowns R2 um eine Nahkampfwaffe auf einen nahestehenden anderen. Oh ja, das brauche ich unbedingt. Das ist cool. So, das sind alle, die wir haben. Mehr schwere Munition. Mehr leichte Munition. Mehr Wurfgeschosse. Mehr Nahkampfwaffen. Mehr Asylversets. Fortgeschrittenen Takedowns. Experten-Takedowns. Meister-Takedowns. Für Elite-Gegner. Ich liebe Takedowns. Aber die sind bestimmt teuer, ne? Zehn Kosten, acht Kosten, sieben Kosten. Die sind teuer. Mehr Faustschaden. Immer gut. Machen wir später. Bewaffnet und bereit. Lade nach, während du mit halbautomatischen Faustfeuerwaffen oder Scharfschützengewehren ziehst. Halte mit... Okay. Geschicklichkeit. Beschleunigt die Herstellung von Verbrauchsartikeln. Verdeckt möchte ich... Ich möchte gerne verdeckt haben und die ganzen Takedowns. Das ist so mein Ding so ein bisschen. Schlösser knacken. Auch schön. Sechs Kosten. Angel. Die Welt geht unter. Erstmal angeln. Das ist nicht so meins. Unter Wasserlänge den Atem erhöhte Sprintdauer. Ich spare erstmal. Kletterhaken haben wir jetzt aber auch. Cool. So. Hier müssen wir noch einmal... ...Dingens mitnehmen, ne? Die da müssen wir hier noch mitnehmen. So. Die Gebimsel hier. Panzertape. Dann haben wir die. Aber wir haben immer noch... ...in der Nähe... Was ist denn das? Ah, Schrömmchen. Okay. Unser Schrömmchen. Ach, hier ist die Base. Das raucht er so. Das ist deren Base. Okay, hier ist das Ding. Die Schleicherscheune. Da wollen wir noch hochklettern. Redberry-Wald. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal Jerome hinterher. Und holen uns bei Ramones Ausblick erstmal... ...das restliche Ding. So. Knarps. Oh nein. Bitte keine Wildschweine. Warum sind die Wildschweine hier so unglaublich aggressiv? Oh nein. Nee, weg mit den Vögeln. Das ist meins. Ey, psst. Pst. Ey. Ich geh mal aus dem Weg. Nein! Was ist mit der Tierwelt los? Oh, ein Jäger. Der wird den Büffel bestimmt bekämpfen. Leg das um! Leg das um! Leg das um! Im Umgang mit Büffeln und allem! Nein! Ciao! Lalala! Hm! Oh, ein Büffel! Lalala! Lalala! Hallo! Leck mich am Arsch! Heiliger Christopherus! Oh, hier lauf ich in die falsche Richtung! Ciao Büffel! Oh, Alter! Was ist hier mit der Natur los? So hab ich noch nie erlebt! Ist er noch da? Wie komm ich noch hoch? Äh, Kleiderhaken! Let's go! So! Sinken! Steigen! Ich steige! Oh ja! Erste-Hilfe-Set! Jetzt hier noch rein! Plündern! Kupfer! Munition! Und natürlich noch ein Briefchen! So! Notiz eines Überlebenden! Ramon! Wir müssen die Leute dazu bringen, sich zusammen zu raufen! Niemand traut den anderen so sehr, dass wir gemeinsam gegen die Highwaymen kämpfen könnten, so wie früher gegen die Peggys! Beim Schlafen gegen glaubt jeder, er würde über Nacht von seinen Nachbarn ausgeraubt werden, denn als der Kollaps kam, ist genau das passiert! Jedenfalls wird es schwierig, einen Widerstand so aufzubauen! Jirömmchen! Bleib Frömmchen, dein Jirömmchen! So! So! Ah, dann gucken wir mal! Ja, da hätten wir auch so hoch! Da hätten wir auch so hoch können! Okay, gut! Das haben wir! Dann... Hier ist unser Freund Jirömmchen im Logbook nachse- Logbook! Im Logbook nachden! Wir folgen dem mal! So! 200 Meter in diese Richtung, ich bin sicher, da begegnen wir wilden Wölfen, sau angepissten Silberfischen und einem Zirkus-Clown! Und ich weiß nicht, was davon das Schlimmste ist! So! Wahrscheinlich greifen wir uns bald Colibris an, weil wir die ganze Zeit... So, hier ist der Konvoi verunglückt! Warte, warte, warte! Finde Hinweise zu dem Konvoi! Naja, gut! Da brennt's halt noch ein bisschen! Öffnen! Ähm, was? Hallo? Hallo? Reparieren, Vorteil benötigt! Hab mal abgeschlossen! Hilfe! Ich bin hier gefangen! Hilfe! Die haben mich zurückgelassen! Hallo? Ich bin Gefangener! Boah! Ich hab jetzt wieder Profis am Werk! Okay! Okay! Ein bisschen Blut... Es ist halt lieber Far Cry 5, ne? An jeder Ecke alles... Highwaymen Befehle! Es gibt da einen verrückten Prediger mit einer Schrotflinte, der rumläuft und Konvois angreift! Wenn ihr ihn fangt, mein Boss will so schnell wie möglich mit ihm reden! Bringt ihn zur alten Kellettfarm und wir bringen ihn zum Verrückten! So, okay! Befreie Jirömmchen aus dem Konvoi! Ist wieder Musik auf einmal! Durch die Bäume! Krass! Heftiger Move! Der ist aber nett, oder? Hör mal! Der wird mich nicht nett! Jetzt war ich vorsichtig! Okay! So! Sind das hier nicht diese Dro... Was? Sind das hier nicht diese Drogenblumen eigentlich? Bacon! Schromchen! Mach es! Setz die Kontrolle in den Ruhm! Du bist ein Typ, wo mein Aphmle und hilfst mir mit einer Weg... Hbleckt! eine zu sprich die römmchen warte ich getroffen ja ich gehe rüber was hier muss man haben auf was war es für ein tier gerade ok der ist echt weit weg oho aho hä das feuer aua hä das ist ja überall ist nicht gut oh cool also eigentlich nicht so cool Oh! Pass auf Bruder, ich nehme dir das weg! Haha, Entschuldigung! Du sahst grad so böse aus! So! Gronkh ließ das nicht? Naja, ich spiele ja auch gerade, wie du siehst! So! Geile Frisur, Junge! War's das? Sprich mit Jerome! Ja, gut dann! Hä, Jerome? Warte doch mal! Ey, psst, psst! Reden, Konflikt, jetzt komm mal! Mein Name ist Jerome, danke für deine Hilfe, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Die wollten mich zum Altenhaus der Ys bringen, um mich zu fordern. Das sind noch weitere Gefangene. Ich brauche deine Hilfe, um diese Leute zu retten. Äh, bringe Jerome zu Ryan Daughter Aviation. Das kommt mir sehr bekannt vor. 700 Meter! Ähm... Oh ja, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Schrömmchen! Kannst du fahren? Hast du Führerschein? Ich lass den fahren. Ich lass den einfach fahren. Wo ist denn, wo ist denn hier? Rye? Da ist Rye Aviation. Äh, ignorieren. Wir fahren Wegpunkt. Let's go! Wir sind bestimmt gleich da! Jerome gibt sich alle Mühe! Okay, komm mal her! Pass auf, wir machen das, wir machen das vielleicht. Komm! Weißt du, ganz ehrlich, also das... Jerome? Wo ist denn hin? Ach, Buch! Ach, da sitzt der! Ich hab den nicht gesehen! Der ist so klein! So, let's go! Moin! So! Gott, will dich heute noch nicht sehen! Schlimmer! Warum ist denn das so weit unten? Warum ist das so weit unten? Jo, hallo! So! Oh, was ein Jäger! Da fahr ich nicht drüber! So, wir sind gleich da! Shit! Oh! Das ist nicht so gut! Moin! Moin! Jerome, halt dich fest! Wuuuh! Wir sind da! Hä, was mit dem? Achso! Ja, das... Muss man ja erstmal sehen! So, warte! Komm her, Junge! So, Jerome, kümmere dich! Tschüß! Oh, hier sind zu viele! Oh! Okay, ich brauch erstmal ein bisschen Deckung! Sicher! Okay, darfst mal gucken! Oh, da sind viele! Hier war auch irgendwo einer? Ja! Ja, Jerome, du bist sehr unauffällig! Danke dir! Bist große Hilfe! Okay, ich geh mal kurz da oben rein! Ich suche mir eine andere Stellung! Das ist jetzt, was sie sagt! Ahaha! So, warte! Oh, wieder ein Brief! Ist wichtig in der Schießerei! Hä? Kaminas Tagebuch? Achso! Stimmt, ist halt Rai Aviation! Klar! Mom lässt sich immer noch alle möglichen Ausreden einfallen lassen, um mich zu Hause zu halten! Sie meint, sie wüsste, warum ich das hasse, aber... Sie meint, sie wüsste, warum ich das hasse? Aber sie hat keine Ahnung! Ich kann nicht für ihre Sicherheit sorgen, wenn ich hier festsitze! Ich kann auf mich aufpassen! Auf uns beide! Und das muss ich auch! Nachdem was mit Dad passiert ist! Es ist noch ne Frage, dass halt bis die Heime... Ähm... Okay, cool! Vorurteile öffnen bin nötig! Kann ich grad nicht! Da kann ich grad nicht durch! Stimmt ja! Das ist das Haus vorher, ne? Wo wir drin waren! Der Pastor räumt auf! Cool! Das hier ist das Haus der Rise aus Far Cry 5! Bitte lesen! Kamina, sei zurück bevor es dunkel ist! Und fang nicht wieder an mit mir darüber zu diskutieren! Die Highwaymen haben Falls End eingenommen! Sie sind überall! Du musst vorsichtig sein! Bitte! Ich kann dich nicht auch noch verlieren! Mami! So, die Mom! Schade, ihr war so schön vorher! Jetzt ist hier alles voller Sand! Warum auch immer! So, bis zur Munition! Ja! Hey, ich sprich mit Jerome! Was ist denn jetzt? Äh, Jeromechen! Ist leider tot! Hey, je, 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 Jerome! Hallo! Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen! Ja! Jerome Jeffreys! Die meisten nennen mich Pastor Jerome! Hm! Hm! Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen! Das ist eigentlich meine Berufung! Nicky und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben! Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen! Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen! Jemandem wie dir würde ich folgen! Also, wenn du nach Verbündeten suchst! Du hast einen! Ich verstehe so Leute wie Jerome einfach nicht! Was hat man denn davon, andere Leute zu retten? Man muss sich selbst genügen! Das hat Papst immer gesagt! Ja, Siki! Okay! Puma abgewendet! Wir gehen gleich zurück! Ich würde zur Vorratslieferung! Ich würde das Ethanol, um die Base zuhause auszubessern! Hä? Wo kommt ihr denn wieder her? Schätzchen, wo bist du denn her? Wer nicht gerade... Oh, Null! Okay! Man kann doch nicht erwarten, ein Haus nach zehn Jahren und tausend Bomben noch in guten Vorstand vorzufinden! Vermutlich wollten sie Carmina in Ruhe und Frieden aufziehen! Aber die Zwillinge haben ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, als sie Nick entführt und die anderen vertrieben haben! Das haben sie nicht verdient! Aber ich könnte gar nicht sagen, wer heutzutage überhaupt irgendwas verdient! Was ist mit meiner Fresse? Ich habe ein Foto gemacht! Entschuldigung! Oh! Hast du Sägeblätter dabei, Kumpel? Nö, Mist! Hast du Sägeblätter dabei, Kumpel? Nö, Mist! Okay, wir brauchen Sägeblätter! So, der Kopf ist mir zu klein mit dem Gamepad! Mit der Maus würde ich das machen, aber mit dem Gamepad ziehe ich nicht auf den Kopf! So, was ist denn hier los? Könntest du mal eben helfen? Ja, also... So... Hey, Vorteilspunkte! Cool! Erste Hilfe-Set voll, ernsthaft? Äh, hier geht's nicht weiter übrigens, wollte ich nur noch zeigen, damit ihr das wisst. Falls ihr selber mal spielt, da ging's gerade nicht weiter. Ähm... Hier drüben, da müssen wir irgendwie reinkommen. So, ich find's gut, dass die hier rumlaufen, aber die Leute nicht befreien! Keine Sorge! Gott passt auf uns auf! Ja, ich hoffe! Danke für die Rettung! So, drei Vorderpunkte! Hm... Hier... Was ist denn... Was ist denn das hier? Abspielen! Halt die Fresse! Was ist denn das hier? Wack... Was ist denn das hier? Wack... Wack... Nein... Wack... Dasà... Wack... Wack... Oh, oh, oh. Oh, guck mal, der wird wieder überlebt. Cool. Weißt du, ganz ehrlich, ich ignoriere die Schweine jetzt einfach, das ist einfach, wenn's irgendwie geht. Wie viel fressen die denn? Wie viel Blei kann man da reinpumpen, bis die mal sterben? Ein Truthahn! Ernsthaft, der Truthahn! Okay, ich beobachte das. Gut. Ein Truthahn! So. Okay, was haben wir denn? Herausforderung abgeschlossen, Truthahn-Saison. Ja, Mensch. Wenn's sonst nix ist. Und wieder ein Vorteilspunkt. Okay, hä? Wir kriegen viele Vorteilspunkte hier heute. Die ich auch gleich einsetzen möchte. So. Gut. Jäger und Sammler, das ist genau mein Life. Playstation kennt mich. So. So, gute Nacht allen, die schlafen gehen. Ähm, kurze Frage. Was müssen wir hier noch machen? Ich weiß weder, wo wir sind noch. Ach, hier müssen wir diese komischen Kisten holen. Zwei von vier. Wir brauchen noch zwei. Also, ich weiß, wo wir sind. Aber ich weiß nicht, was wir hier holen müssen. So, mal gucken. Du 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 du. Es grompt mich damals durch einen Truthahn gestorben. Ja. Allerdings, dass das passiert. Äh, hier oben ist nix. Ach, warte mal. Ich erwarte, dass hier oben noch so ein komisches gelbes Ding ist, was wir looten müssen. Gut, meine Erwartungen werden nicht immer erfüllt. Ah, okay. Gut, Seilro zu benutzen. Let's go. Falls ihr noch mal so ein gelbes Ding seht, sagt Bescheid, ne? Äh, da ist ein Safe. Da kommen wir noch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Wir brauchen noch zwei gelbe Dinger. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ich hoffe nicht im Safe. Okay, Bescheid. Ach komm, bitte. So. Nochmal für alle Neuankömmlinge. Ich spiele es auf der Playstation, weil es bei mir nicht auf dem PC läuft. Startet einfach nicht. Keine Ahnung warum. Vorteil benötigt. Okay, jetzt reicht's mir. Soll ich mir einen Safe-Knacker-Vorteil holen? Soll ich's tun? Ich muss halt, ich muss halt looten, ne? Ich weiß nicht, wieviel Kosten das. Bewachung und Bereiche, Geschicklichkeit, Taktik Schenglaz, Kurzschluss, Mechaniker. Schlosser knacken. Sechs. Kostet sechs. Okay, Leute schreiben ja. Ist echt teuer. Aber gut, wenn ihr es schreibt. So. Titan. Da fühl ich mich aber gleich angesprochen. Nett. Okay. Gelbe Dinger. Gelbe Dinger, gelbe Dinger. Hier gelbe Dinger, hier gelbe Dinger. Da oben waren wir schon, da war nix. Da haben wir gelbe Dinger, aber... Vielleicht hier noch irgendwo? Was ist hier drin? Sieben Wildschweine. Da, gelbe Dinger, gelbe Dinger. Dankeschön, gelbe Dinger. Drei von vier. Und irgendwo wird doch hier vier von vier sein. Hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Alles klar. Du, 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 du. Ach stimmt ja, wer könnte ne Waffe mehr mitnehmen, ne? Siehste, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. So. Mal gucken. Auf einmal ist hier keiner mehr. Aber was sind die gelben Dinger? Erste Hilfe-Set. Kann man hiermit was machen? Ne, ne? Das auch nur so, okay. So. Da wir jetzt Knarren mitnehmen können. Noch eine Knarre. Shit, hätte ich vorhin schon machen können. Okay. Nehmen. Dann nehmen wir die mit. 24 Schuss, alles klar. Sieht gut aus. Liegt gut an der Hand. Und? Hat man das gelesen? Highwayman-Notiz. Was für ein Glück, dass wir dieses Grundstück gefunden haben. Viel Platz für die Käfige und ein schöner offener Bereich für die Umerziehung. Alle Häschen, die Probleme machen, werden sich jetzt neu überlegen, wenn sie sehen, was hier vor sich geht. Ich besorge die heutige Ausrüstung. Trommel du genügend Leute zusammen, damit wir aufbauen können, sobald ich zurück bin. So. Uns fehlt immer noch ein gelbes Dingelchen. Haben wir schon. Wo könnte es sein? Das muss doch bestimmt hier irgendwo sein, oder? Bei diesem Ding. Munitionskisten können wir nicht aufmachen. Warum sollte man auch? Haben wir oben was übersehen? Ich hätte vermutet, das wäre hier. So. Vielleicht hier? Nee, vielleicht hier? Nö. Da kommt wieder... Knüppel Klaus. Ich weiß nicht, wo das ist. Da oben waren wir schon. Da oben vielleicht? Kann ich ja nicht einfach... So. Nö. Nö. Hier hätten wir auch hochgekonnt. Man braucht keinen Kletterhaken. Eget. Okay, wir müssen da gar nicht mal reinspringen. Warte mal, war da was? Jetzt auch nicht. Sag mal, seht ihr hier nix? Seht ihr hier keine... Ihr seht das auch nicht, ne? Dieses gelbe Ding, was wir suchen. Könnte das vielleicht da drin sein? Hm? Im Klo. Auf dem Turm. Das da hinten ist wieder... Oh, ich würde da echt gerne rein. Einfach nur, weil wir es nicht selber sind, sondern weil es der Charakter... ... Hier schön hinknien. Hm. Hm. Und ihr wisst genau, was das ist. Hm. Das sind die Reste der Highwaymen. Okay. Also vielleicht eher noch hier beim Haus, aber ich dachte da haben wir auch alles durchsucht ehrlich gesagt. So, hier ist nix. Was? Schränke können wir nicht aufmachen. Hm, 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 hm. Dü, 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 dü. Was? Das hier ist... Da kommen wir wieder rein, ne? Ja, hier kommen wir wieder rein, alles klar. Ja, hier kommen wir wieder rein, alles klar. Treffer hoch. Ne, vorhin waren das... Das waren Health-Kästen. Ich meine nicht die... Ich meine nicht die Gesundheits-Kästen. Ach, guck mal hier. So, warte. Der zugeschlossene Raum oben. Hm. Dü, 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 dü. Titan 19. Sehr gut. Wir haben wieder Titanen gefunden. Ich weiß noch nicht mal, wo der Güte ist. Äh, Güte ist. Ich weiß nicht, wofür der Güte ist, aber hauptsache 19 Titanen. Ich will jetzt dieses gelbe Ding finden, verdammte Kacke. Was ist das für ein Haus? Hä? Wir konnten grad hochklettern? Als ich hier runtergesprungen bin, konnten wir hochklettern? Habt ihr das gesehen? Ach, Leitschirm! Wieso hab ich Damage bekommen? Wieso hab ich jetzt deswegen Damage bekommen? Okay. So, hier komm ich doch theoretisch rüber. Ja. Ah, Suchspiele. So, ganz kurz. Hier, ne? Das ist ein Health, äh, Health. Hier erste Hilfe. Hilfe. Ich frage mich, ob's hier Respawns gibt. Ich bin mir nicht sicher. Da oben war auch nix, da haben wir geguckt. Am pinken Turm gab's zwei Leiter nach oben, aber ganz oben ist auch nichts. Wir waren schon ganz oben, da war nix. Vielleicht hier auf diesem Vordach? Ich weiß nicht, was die da machen. Ist mir auch egal gerade. Vielleicht das Vordach. Hier oben waren wir schon, da war nix. Da haben wir schon geguckt vorher. Also wir können, ne? Nur für Leute, die jetzt, für Skeptiker. Für alle Skeptiker. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Ach, das war hier die Leiter. So. Hier ist nischt, wie man sieht. Drei, gar nix. Grüner Container hinten, da ist glaube ich auch nix drin. Wenn du den grünen Container hinten meinst, da ist auch nix drin. Glaube ich. Wir können natürlich nochmal gucken. Sonst sehe ich hier keinen grünen Container. Hier kann man rüber. Ne, hier ist auch nix. Aber safe. Was ist hiermit? Waren wir hier schon drin? Also langsam. Da kommen wir nicht rein. Hier ist auch nix. Da leuchtet was auf dem Dach. Irgendwas grünes. Wer ist das? Achso Munition, alles klar. Hm. Ich guck nochmal ganz kurz. Wir haben noch erst drei von vier, ne? Ich weiß halt nicht, wo ich sonst noch gucken soll. Drei von vier. Ich bin langsam echt... Ja, ich finde die Sucherei auch nervig, wenn ich ehrlich bin. Ich hasse sowas. Da drüben vielleicht... Wir wissen noch nicht, wie groß das Gelände ist. Auf dem wir gucken sollen. Da drüben vielleicht auf dem Flugfeld eventuell. Das ist n Geräusch. Kann ich mich hier abseilen? Ich kann mich nur hier abseilen. Okay. Oh, wo kommst du denn her? Ich zerreiß dich mit dem Service! Wer... Wer ist denn? Wer hat die denn? Okay. Gut, Freunde. Ähm... Plündern. Ah, ich finde... Ich weiß... Flammenwerfer, aber ich finde das Ding hier eigentlich geiler. Ich geh mal auf dem Flugfeld guck... Da hinten. Ernsthaft? Ist es das? Ernsthaft? Wie gesagt, man weiß echt nicht, wie groß das Areal ist, wo man gucken soll. Man weiß es einfach nicht. Ist das denn jetzt... Wart mal. Das war es immer noch nicht. Oh, hey. Ich hab noch 19 Titanen. Oh, alter Schwede. Ja. Ah. Titanen. 16 Titanen. Nehme ich einfach so mit auf Tasche. Ist kein Problem. So, das nehme ich mit. So. Dann hier. So. Da drüben ist auch nichts drauf. Hier ist was drauf. So. Oh. Oh. Was ist denn da passiert? Das Sägeblatt... Der Querschläger hat leider... Das ist nicht gut. Ich wollte keinen Zivilisten töten. Die war halt einfach. Da ist das Sägeblatt einfach. Da war ich nicht. Konnte man nicht. Weiß ich nicht. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Schlaft schön. So. Ehrlich gesagt, ich hab keinen Bock mehr das Ding zu suchen. Das macht mir keinen Spaß. Ich möchte lieber ein bisschen rumlaufen. Das finde ich gerade doof. Das nimmt gerade auch komplett den Flow raus, finde ich. Ich muss direkt dorthin gehen, wo die Kiste auf der Karte eingezeichnet ist. Das ist ein netter Versuch, aber die Kiste ist ein Symbol. Die ist einfach symbolisch. Ich kann natürlich versuchen... Wenn ich jetzt einen Wegpunkt setze, wo führt er mich hin? Wenn das funktioniert... Da oben. Da oben wäre das Symbol. Ne? Hier liegt auch nix. Ne. Leider nein. Was mal hier passiert ist, ich hab keine Ahnung. So. Da oben vielleicht... Ich bin sonst echt... Ich hab keine Ahnung. Hirschzusorgung, abgeschlossen. Okay. Ich krieg dann halt nen Vorteilspunkt. Ich will natürlich diesen Vorteilspunkt haben, damit wir leveln können. Aber... Wir haben alle Dächer abgesucht. Wir haben... Ich weiß halt nicht, wo ich sonst noch gucken soll. Das war das Fotoding. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Beim Flugfeld sind wir auch schon zu weit weg. Im Schornstein? Nee, da kommt's ja nicht rein. Außen wäre das ein echt... Das wär richtig... Ein richtiges Assi-Verste... Und ja. Man kann nur drüber. Vorsicht, Truthahn. Im letzten Moment noch das Gamepad verzogen. Nice. Au. Okay, ich guck jetzt noch ein letztes Mal, dann hau ich ab. Dann ist es mir einfach egal. Am Zaun entlang. Das kann ich machen. Ich mein, das Areal ist jetzt nicht so riesig. Hier drin vielleicht? Nee, haben wir schon geguckt. Hier vielleicht irgendwo versteckt zwischen Containern oder Dosen oder irgendwo Schränkens. So. Erste Hilfeset haben wir voll. Hier hinten haben wir noch nicht geguckt. Hier ist aber auch nix. Unter diesem Turm. Hier ist nur... ...ein Fressschüsselchen für Geiseln. Waschmaschinen hinterm Auto. Warte, ich geh jetzt mal ganz kurz hier ab. Ihhh. Ach, hier sind die Toiletten für die Scheiße. Hier. Ach, die kippen die da einfach rein. So. Hier drin auch nix. Da drin haben wir schon geguckt in den beiden Dingern. Tja. Keine Ahnung. Okay. Du, 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 du. In den Regalen war auch nix. Im grünen Container haben wir geguckt, da war auch nix drin. In den Regalen hier war auch nix. Ich verdeutliche das gern nochmal. Hier, nix. Nix. Da war nur Notiz, die haben wir gelesen. Hier war das Safe. Da ist auch nix drin. Da oben waren wir auch. Da war auch nix. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und Leute schreiben grad alles. Die, es gibt keine gelbe Luke auf dem Boden. Das sieht nur so aus. Ist leider keine. So, da haben wir noch was. Aber das ist leider nicht das, was wir suchen. Das ist aber nur so n Ding. Zählt das hier noch? Ne, ne? Da zählt es nicht. Aber hier. Ich... Oookay. Das ist ja n Träumchen. Ne, der Karte, der Punkt auf der Karte war da hinten. Wir haben uns den Anzeigen lassen. Der war da hinten irgendwo angezeigt. Hier sind wir, ehrlich gesagt, außerhalb von dem Ding. Der wurde hier irgendwo angezeigt. Wir sind aber jetzt hier irgendwo außerhalb. Und wir haben hier noch eins gefunden. Das wurde nicht mehr gezählt. Ich hab... Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich hinterfrage das nicht. Ich hinterfrage das nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut. War das denn so schwer? Ne, das war eigentlich easy. Ich wusste ja, wo das ist. Ich wollte euch nur hinhalten. Okay. Ich würde gerne mal wieder zurück zur Base fahren. Und mal gucken, ob wir die erweitern können. Schnellreise haben wir noch nicht freigeschaltet. Wim! 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 Hallo Natur! Wohohohohoho! Liebe Natur! WM! WM! BWN! woher weiß sie denn das schwester na schwester alles klar ja ein bisschen unser hiesiger verrückter wissenschaftler naja jedenfalls hat er bestimmt eine menge zeug zurückgelassen so durchdrehen auf der karte entdeckt larry parker kann man ihn nicht aus war das nicht da mit den aliens so nö bugs haben wir bis jetzt eigentlich noch nicht gefunden die npcs drehen halt frei ne die sind ich hab das gefühl alle npcs benehmen sich so wie die polizei aber geht ja auch 5 oh gott ich dachte schon weil wir ein wildschwein was ist hier straße und Ich freue mich schon eben wieder. Hey, Sebastian! Kann ich hierbleiben? Shit, ich muss hier weg! Scheiße! Mach dir los! Hunde! Moin! Oh, das ist aber lieb! Super lieb! Gut, let's go! Ja, ja! Easy! Moin! Ah, hier park' ich! Genau meine Meinung! Haben die Geisel? Geisel? Warte! Vorbeifahren lassen? Steht nur ne Geisel mit zwei Toten rum. Kein Problem! Du musst mir helfen! Du hast meinen Glauben an die Menschheit gerettet! Easy! Easy-cheesy-peasy-schmiesy! Bei Geisel kriegen wir immer einen Vorteilspunkt! Das ist sehr schön! Das sollten wir uns mal im Hintergrund behalten! Und hier war doch... Ach, wir sind ja eh schon da! Haben wir das nicht schon? War ich hier nicht schon? Das hab ich doch schon... Oder? So... Hallo! Dann war er da! Also ich hab bis jetzt noch keine Bugs gefunden! Falls Leute mich fragen... Ich hab hier halt in diesem Spiel... Hab ich noch... Keine Bugs gefunden! Das Spiel ist bis jetzt relativ bugfrei! Da passiert auch mal nix! Ich hab ja... Ich hab ein Image zu verteidigen, ja? Ich muss da... So... Oh... Komm ich... Aber komm ich da hoch? Ah... Jetzt... Okay... So! Schwarz... Hä? Was war das denn? Nein! Ja! Ach, ernsthaft! Hä? Was? Hä? Das war grad weggeglitscht! So... Hier müsste noch irgendwo das Zeug rumliegen... Ja, mach das bitte aber gleich, wenn ich das Ding gefunden habe! Meine Visage gewinnt eh keinen Preis mehr! Höhöhöhöhö! So! Wo ist er denn? Hier im Busch! Der gute Mann! Okay! Wo ist denn... Wir müssen hier übrigens was suchen wieder! Denn hier fehlte uns noch was und ich dachte der Kletterhaken wird's fixen! Was haben... Was ist da hinten schon wieder? Wildschweine! Irgendwas, keine Ahnung! Es ist mir ehrlich gesagt egal! So... Da drüben ist wieder ein Drop! Okay, alles klar! Den holen wir uns mal! Hä? Hä, warum schießt der auf mich? Hä? Ach, ist das wieder so ein Rot-Red-Shirt? Ne, ne? Doch, das ist einer von denen! Okay! So... Noch ein Wildschwein! So... Wildschwein! Ich möchte gerne den Drop holen für Patroullium! Aber das Wildschwein will auch den Drop holen! Und... Ist hier grad jemand geschwommen? Ich hab grad einen Arm gesehen! Habt ihr das auch gesehen? Da guckt der grad so ein Arm aus dem See! Ach, sind Fische! Ah! Okay! Gut, der... Ist ja gut gelanget hier! So! Und dann noch erstmal guerra! So! Spiel macht Spaß auf jeden Fall! Aber mir hat Far Cry 5 auch Spaß gemacht! Man muss natürlich... Äh... Spaß gemacht! Man muss was für diese Art von Spielen üblich haben, die so ein bisschen... ja... Open-World-Anarchie kann man... kann man quasi glaub ich es sagen. Vielleicht nicht jedermanns Game, aber zufälligerweise meins! Oh, Moment! Nur, es ist hier leider immer, es ist hier immer sehr voll mit Leuten. Hier sind wirklich sehr viele Leute. So, wir wollten hier noch eine Sache suchen, wollten schmolten. So. Wa? Wer war das? Ja. Weiß ich nicht, was war das? Was kann das gewesen sein? Ich weiß es einfach nicht. Vier auf einen Streich oder fünf, ich weiß es gar nicht. Dankeschön. Danke für eure Spenden, Dankeschön. Das kommt alles einer guten Sache zugute und zwar meiner. Das ist sehr liebevoll. War hier noch einer? War das nicht mehr? Gut. Ähm. Nee, das ist schon ganz anders als Rust. Aber die Frage ist trotzdem... Ich wollte rein. Die Frage ist trotzdem, wo kommen wir da rein? Äh, nicht wo kommen wir da rein, sondern wo ist denn dieses letzte Ding, was wir suchen? Wir suchen jetzt... Josef! Dankeschön bei Josef! Warte mal, was ich mal machen kann? Ähm. Kann ich jetzt wieder machen, ne? Wir sind ja soweit... Oder hab ich das... Ne, war das falsch? Da! Das wären die Richtigen. Essen und Trinken nicht vergessen. Ja... Ja, ja, ja. Das müsste ich eigentlich... So! Frifft! So! Ähm. Wir brauchen Zahnräder. Wir brauchen noch ein einziges Zahnrädchen. Das musste hier irgendwo liegen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wo. Wir sind jetzt mitten in the game, ne? Also Story ist jetzt... Gerade eher... Seitending. Da geht das ja gerade. Habt ihr Zahnräder gesehen? Habt ihr Zahnräder gesehen? Ich geh nochmal der These nach, dass sie direkt auf der Map angezeigt werden. So. Hier. Das wäre dann da hinten. Hier vor uns. Da müssten dann Zahnräder liegen. Lauter These. Das wäre ungefähr hier... Oh nein. Bitte nicht. Kriegste. So. Machen wir mal eben. Da... Gut. Tauschen will ich nicht. Achso, ich dachte grad jemand mich. Dass ich hier eine fiese Art oder so hätte. Das ist aber de facto unmöglich. Nein. Lass mich. Komm ab, Schweine. Hau. Noch ein Wildschwein. Oh Mann, ich hasse das. Das ist halt echt nervig. Dass einem alles angreift. Au. Boah. Boah. Ich will suchen, aber ich will gar nicht suchen. Ich will nur dieses fucking Zahnrad finden. Jetzt habe ich schon wieder so verkackte Wildschweine am Arsch. Verpisst euch. Arschlochschwein. Nächst mal haue ich euch die Hauer ab. So. Gut. Du als Heilbrusse kein Metro? Läuft schon längst auf dem Channel, man. Auf YouTube. Was heißt hier nicht kein Metro? Wir haben ja den vorherigen Teil auch gespielt. Nur den ersten habe ich privat gespielt. Den habe ich noch nicht als Display aufgenommen. So. Ja, die Boys von 77. Ja. Guter Dude. Okay, die Frage ist. In welchem Radius können sich diese Zahnräder verstecken? Ich weiß, man muss die suchen. Nööööö. Aber ich bin ganz ehrlich. Was ist denn da passiert? Aha. Ich nehme an in diesem Radius. Scheiße, ey, nein! Okay. Okay, Zahnräder haben wir. Okay. Ich würde gerne wieder zurück zur Base erstmal. Können wir da eigentlich schnell reisen? Da können wir schnell reisen. Ich gehe mal zurück zur Base. Mal gucken. Was ist das denn? Danke übrigens für meine letzten 5 Spiele. Die hätte ich ohne deine Streams nie gekauft. Lieber Grummi. Sehr, sehr gern geschehen. Ich freue mich dann immer. Artyon. Du musst Zahnräger finden. Artyon. Ja und? Ich habe Geschichten über einen wilden Eber namens Horatio gehört. Ah. Anscheinend mag das Schwein nichts mehr als zu kämpfen. Ach. Ich frage mich, ob du seine Familie überzeugen könntest, ihn dir für eine Weile auszuleihen. Was? Ach Horatio, der ist ein PC-Schwein. Ah, der war das. Ich dachte gerade, wir müssen jetzt gegen Wildschwein kämpfen. So. Okay. Ähm. Trainingslager. Wir können Sachen verbessern, ne? Warte. Werkbank. Waffenherstellung. Ethanol. Kostet 150. Wir haben 158. Lieber Josef, viel, viel Dank für insgesamt 20 Subs. Dankeschön, Josef. So. Okay. Ähm. Waffenherstellung. Finde ich eigentlich ganz gut. Krankenstation. Verbessert die maximale Gesundheit. Kostet immer 150. Ja, hallo. Schnellreisen ist glaube ich das sinnvollste, ne? Stufe 1 und 3. Wir können starten. Okay, also so läuft das. Wenn die Highwaymen seltene Ressourcen finden, machen sie es sich da gemütlich. Wir fliegen dahin und ich setz dich in der Nähe ab. Du musst dieses Paket finden und mitnehmen. Du erkennst es am pinken Rauch. Aber pass auf, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Sobald es bewegt wird, werden die Highwaymen gleich anfangen nach dir zu suchen. Ich gebe dir über Funk einen Treffpunkt durch und hole dich dort mit dem Hubschrauber ab. Komm einfach zu mir, wenn du bereit bist. Ich? Ich war schon gestern bereit. Ja, wärst du mal gestern geflogen. Okay. Ähm. Was? Was? Danke, dass du mir den Treibstoff besorgt hast. Jetzt können du, ich und La Grosse Patate tun, was wir am besten können. Highwaymen abzocken und ihnen die Ressourcen klauen. Also hör zu, die Highwaymen haben das Wrack eines Flugzeugträgers gefunden und verstecken dort Vorräte. Ah. Die dachten, sie könnten das geheim halten, ne? No, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Was meinst du? Sollen wir sie besuchen gehen? Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Haha. Nur ein Witz. Die Highwaymen werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verpiesen. Also, s'attent du? Mäusch kaputt. Und was bauen wir heute? Wat? Mäusch kaputt? Wat? Okay. Strandspaziergang. Hä? Achso. Expedition. Haben wir doch schon, haben wir doch schon freigeschaltet, oder? Die Expedition zur HMS McCookie. Hm. King Knight Fury, dankeschön! Rogers Notiz. Wo seltene Materialien sind. Grundsätzlich ist alles okay. Hope County hat viele Materialien, aus denen man was machen kann. Das ist aber auch seltene hochwertigen Kram. Äh, Kohlevaser, Titan und Platinen. Okay. Ich weiß, dass Highwaymen etwas davon in ihren Außenposten bunkern. Die plündern diese Materialien im Stützpunkt im ganzen Land. Ich bin mir sicher. Äh. Okay. Tresore. Wir müssen halt Außenposten der Highwaymen kaputt machen. Oh. Oder wir sammeln einfach, wir klauen einfach seinen Scheiß hier. Panzertape. Alles klar. Lösemittel, Sägewerfer, Blattmunition. Sehr cool. Schaffen wir es nie, diesen Ort stark zu machen. Wir müssen Nilpfer finden. Wir müssen Nilpferd finden. Elf Federn. Da war grad noch was. Nachts sieht man das halt viel besser. Da ist noch ne Kiste. Du 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 du. Da 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 da. Guten Tag. Wer sind Sie? Die schraubt grad Blumen an. Das ist Level Designerin. Das ist normal. Okay, hier kriegen wir noch was fürs Crafting, da drüben ist noch was. Aufmachen ist die ganze Base voll mit Zeug. So, Sägewehr-Munition ist voll. Das ist nix. Okay, ist nur ein Blumenpott. Okay. Moin! Mann, Mann, Mann. Müsste es hier drin nicht heller sein, mit den ganzen Lichtquellen? Wie li- wie liest die denn? Die macht sich die ganzen Augen kaputt. Ach, vielleicht die helle Stelle. Okay. Okay. Ausstattungsverbesserungen. Voraussetzungsverbesserungen vom The Rush. Einen Spezialist retten, zwei Ausstattungsverbesserungen. Okay. Also wir können nach und nach die Base halt freischalten, wie es aussieht. Ja, hatten wir schon. Ciao. Okay, was mit der Werkstatt? 83 von 100. Alles klar. Stelle Fahrzeuge her. Stelle Fahrzeuge her? Können wir selber Fahrzeuge herstellen? Ach ja. Ja, können wir ja. Stimmt. Können wir ja auch draußen machen. Warum... Das brauche ich doch nicht hier. So, okay. Kartographie. Wir können momentan keine Waffen leider herstellen, weil wir haben zu wenig Ethanol, aber Kartographie können wir freischalten. Karten zum Kaufen verfügbar. Stellt Infokarten zum Kaufen. Zahnrädern, Federn, Beute, Fische und Vögel. So, mhm, mhm. Ne, Waffenwerkbank können wir grad nichts machen. Würde ich gerne machen, aber ich hab jetzt schon... Geld in die Schnellreise versenkt, damit wir nicht alles ablaufen müssen. Deswegen können wir hier nichts mehr machen, leider. Zu wenig Ethanol. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber wir können hier mal gucken. Waffen. Verrostete Magnum. Was können wir denn herstellen hier? Auf der Ebene Snipey. Du könntest hier auch ein Teleskop auf den Arm binden, aber dein Arm kann halt nicht auf 50 Meter Entfernung jemanden im Kopf wegschießen. Schön. Können wir herstellen. Ne Snipe ist, glaub ich, sehr gut. Raketenwerfer. Ist alles verrostet. Alles kacke hier. Sägeblätwerfer V.0. Okay. Die Blätter prallen bis zu dreimal von allem außer dem Boden ab. Schraubrohr. Optimismus. Ist das Grab halb leer oder halb voll? Schön. Faustwaffe leise. Ja, Schalldämpfer. Ich liebe Schalldämpfer. Auch beim Metro werde ich Schalldämpfer lieben. Claymore. Okay. Okay. Höchst Jezorn. Leichtes Maschinengewehr. Verschießt Freiheitspatronen. Red 4. Zündung. Ich guck nochmal schnell hier. Okay, was ist das hier? Elite. Okay. Boah, die Schaufeln. Schön. Nahkampfwaffe. Man kann ja optimistisch sein, aber die Realität schlägt jedem irgendwo ins Gesicht. Schön. Faustwaffe leise. Blaue Plastikplante ist ein erstaunlich guter Schalldämpfer. Hallo Kinder. Faustwaffe. Applaus für all die Heimwerke da draußen. Oh, okay. Mh, 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 mh. Okay, ja, ja, ja. Ein Pumafell. Jede Menge Erfindergeist. Sturmgewehr leise. Ja, schön. Also, wir können schon ein paar Sachen herstellen, weil wir die Packs, glaube ich, haben. Ähm. Zum Beispiel, Hörks Jezorn. Komm, wir machen mal. Vergleichen brauche ich nicht. Ich mach mal hier. Ausrüsten. Raketenwerfer. Hol diese Wumme raus, wenn eine Barschlägerei aus dem Ruder läuft. Ich weiß nicht, was so gute Idee ist. Keine Ahnung. So, die Beschreibung ist echt geil. Gegner, Nahkampf, Reichweite sind jetzt wirklich am Arsch. Okay. Teil des Retro Sci-Fi Motivs. Okay, die haben wir gerade. Segelblattwerfer. Gefällt mir immer noch sehr gut, der Segelblattwerfer. Okay, ich nehm mal Hörks mit, ne? Beute eintauschen. Können wir auch machen gerade. Weil wir haben ja ein bisschen was. Wildschweine. Beschädigtes Fleisch, naja, Sprengkapseln, was soll's. Beschädigte Haut, was soll's. Hirschhaut. Wildhundhaut. Gibt ein bisschen Kupfer. Wolfshaut, 30 Titan. Oh, ganz schön viel. Und hier Schwarzbärenhaut. 40 Titan. Das ist nice. Okay. Guck ich mal ganz kurz hier. Munition auffüllen, Raketenwerfer-Munition. Mehr geht grad nicht. Okay, alles klar. Hm, Kampfvorräte. Das sind die Geschichten hier wieder. Inventar voll, alles klar. Ich glaub da müssen wir nix machen. Inventar voll, 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 wir haben volles Inventar, alles klar. Cool. So. Haben wir... Ach, wir können hier eh nix machen, ne? Kann ich denn jetzt Schnellreisen tätigen? Expeditionsstufe 2. Ja, leckt mich doch. Expeditionsstufe 2, ich hasse ihn. Kellitz Goyle. Grace Armstrong. Okay, kurze Frage. Wollen wir in die Base? Nein, es sind grad keine Waffenslots frei. Wir haben, wir haben alle Waffenslots belegt. Wir können noch welche freischalten, wenn wir genug Vorteile haben. Wollen wir... Okay, machen wir mal. Wir probierens mal. Was kann passieren außer das Versterben? Wir werden... Ehrlich gesagt, wir werden das nicht... Ah, da fällt mir grad was ein. Pastor Jerome. 4 Kills. 3 Kills. Fahrzeug. Heiliges Feuer, Jerome wirft einen Molotow Cocktail. Sie hat 4 Kills insgesamt. Dynamit, eine Stange Dynamit. Dreifach Dynamit und hier gesegnete Kugeln. Jerome benutzt Brandmunition. Oh, das wär nice. Ähm... Berserker. Sie ist Angreifer, er ist Berserker. Wo ist er denn? Jeromechen! Ist das hier Jerome? Du bist nicht Jerome. Ach, da hinten, das Blaue. Ja, ja, klar. Hä, wo ist denn der? Der ist ja außerhalb der Base irgendwo. Alles klar, tschüss, ich gehe. Sooo... Okay. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Ich hab keine Ahnung, wie man die Linger mit dem Gamepad steuert. Aber wir werden es gleich herausfinden. Wenn wir eins spawnen können. Haben wir noch nicht gemacht, ne? Deswegen... Probieren wir das mal aus. Helikopter. Stellt einen Hubschrauber her. Okay, können wir noch nicht. Schade. Werkstatt der Stufe 1 wird benötigt. Okay. Retro-Metallrahmen-Jopper. Der Lämmergeier. Schade, dass die Hai werden ihn Lemmy nennen. Okay. Knochen fressen kann. Ähm, hat aber keine Geballer, oder? Ich glaube, der hat keinen Geballer hier. Materialien verfolgen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Aber leider... Werkstatt. Äh... Die Karima kann man wieder spawnen lassen. Hey, Schrömmchen! So. So. Klein Mona Lisa, dankeschön! Vielen, vielen Dank! So. Was holen wir uns denn jetzt? Achso, die kosten uns ja immer, ne? Oh, wir haben zu wenig für alles. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Guten gucken hier. Oh, der ist ja nice. Coupé Blood Dragon! Ja, Blood Dragon! Oh, nice! Das Mörderrad. Das Panzerschwein. So, warte, warte, warte. So, Höchstvermächtnis hatten wir, ja? Den können wir theoretisch... Ja, das Ritter-Seitenwagen. Ein Pferd, ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd! Uh, schön! Ähm... Aber, trotzdem, ich bleib... Erstmal bei Herc. Liefern. So! Und lieber Josef! Jetzt 30 Subs! Dankeschön, lieber Josef! Aber nicht übertreiben! Nicht übertreiben! So, viel, viel Dank! So, da... Hä? Black Screen Records? Aber... Achso, Black Screen... Ich grüße dich, mein Freund! Black Screen Records, ja? Haben wir schon ein paar Mal im Stream erwähnt. Ist ja das Plattenlabel. Das Gaming-Plattenlabel. Ähm... Das ganz klein angefangen hat, ja? Zuhause, privat. Und jetzt veröffentliche ich halt quasi... Wo ist der Wegpunkt? Jetzt wird darüber der Anno 1800 Soundtrack veröffentlicht. Ganz offiziell. Finde ich voll geil. Sehr, sehr geil. Wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Ähm... Schön! Können wir inzwischen eigentlich auch... Ähm... Achja, wir können anpassen. Will ich zwar nicht, aber... Dunkle Farben... Oh, das ist natürlich... Oh, geiles Outfit! Wenn du den Außenposten leerer Garten befreist. Jedes Mal. Okay, man muss mehrfach Außenposten befreien. Okay, die Sachen, die noch kommen, sind ganz cool. Ja, Mann! So! Das will ich haben! Das will ich haben! Nice! ... Future Man! Future Man! Future Man! Future... Hä? 80er Musiker. Ganz normaler Musiker aus den 80ern. Oh, Hörkling. Hörksgate. Hörkling. Ja, wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss. Geht, oder? Kann man machen. Das kann man machen. Haben wir für die Handschuhe vielleicht noch irgendwas? Oh, Alter, das ist ja geil. Oh, wie cool! Bloodrag Motive. Okay. Will ich haben. So, mhm, mhm, mhm. Ja, da finde ich unsere jetzt aber grad besser. Die hier, ne? Das sieht so ein bisschen... Schon ein bisschen härter aus. So, hier gibt's keine Special-Dinger, ne? Ich bleib mal bei unserer Propelbremse hier. Achso, die ist jetzt weg. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Du, 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 du. Ich bleib dabei. Würde auch gehen, aber ich bleib natürlich dabei. Okay. Gibt auch Komplettanzüge. Ja, haben wir schon geguckt. Aber haben wir da auch... Oh, die kennen wir noch gar nicht. Ach, das ist... Taktikuhles Einhorn. Okay. Rex Power Code. Blood Dragon. Rook. Ein junger Deputy. Oh, kommt mir bekannt vor. Ritter. Die Herkunft dieser Rüstung ist fragwürdig, aber die Schutzwirkung und Ästhetik sind unschlagbar. Okay. Okay. Wah. Wah. Oh, okay. Schattenwolf. Sieht nicht aus wie Guerilla. Sieht ein bisschen aus wie Watch Dogs. Okay, das ist... Das wär eigentlich mein Outfit. Das find ich schon wieder cool. Leerer Garten. Ich sollte jetzt mal mit Tobi spielen übrigens. Achso, ich wollte eigentlich grad was ganz anderes gucken. Ich wollte grad auf der Karte gucken, wo der jetzt hinfährt. Ah, ja, der fährt genau richtig. Warte. Der fährt nicht genau richtig. Wir fahren erstmal in die Nähe. Wir fahren erstmal... ...hier hin. Hast du? Na also. Diese Autos gehen langsam, aber sicher den Bach runter. Ein echter Segen, wenn man eines findet, das tatsächlich noch anspricht. Ex-Hol, danke für die Giftshubs. Dankeschön! Oh, ja, 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 ja. Wollen wir mal testen? Wer redet da? Moin, Freunde! Ich grüße einfach alle. So. Moin, Freunde! Ich versuche einfach, mit der Nachbarschaft auszukommen. Der fährt auch wieder sowieso im Arsch einfach. Moin, Freunde! Ja, sieht echt schön aus hier. Ist der Böse da oben? Der ist böse. Da kam er gerade pünktlich. Nice! Okay, jetzt mit dem Gamepad. Kommt der? Hau mal den! Der ist gerade geflogen. Oder fährt der jetzt auch? Warte, warte. Der fährt jetzt auf irgendwas. Jetzt fährt er nicht mehr. Okay. Let's go. Raus da. Mit dem Gamepad ziehen ist immer wunderbar. Der neb 91, vielen, vielen Dank! Ich werd alt. Ach, na ja. Ach, na ja. Gut mitgedacht. Was war die Leichenbeklauung? Hab ich gut mitgedacht? Klar, kein Problem, Pastor. Das macht man ja so. Es war Gottes Wille, sonst hätte ich ja nicht gemacht. Überleg doch mal. Es sind Kräfte am Werk, die mir wohl gesagt sind. Schraubermutter, okay. Pst, pst, pst. Ich mach zuerst mal ihn hier wieder klar. Soll er lautlos gehen? Kriegen wir ihn da hinten? Ja, kriegen wir ihn. Die Antwort ist ja. Ganz langsam. Damit sie uns nicht bemerken. Ich passe mich der Landschaft an. Okay, warte. Hinten ist noch einer auf dem Dach. Könnt die Musik mal ein bisschen leiser sein? Ich versuche gerade zu sneaken. Die Musik. Woa, 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 woa… Wofa, woa… Ok. Das sind aber 2, ne? Hier, warte… Ich muss woanders hin. Hä? Ich kann mich im Busch sehen. Ich dachte ein Sägeblatt rasiert ja immer durch. Ja, okay, fuck. Wir kommen auch zu der Party. Ja, geil. Bin ich richtig gut hochgespielt gerade. Wo kommt die denn jetzt her? So. Ja, ich hätte gerne eine Sniper mit dabei gehabt. Das wäre irgendwie die bessere Wahl gewesen. Ich muss gar nichts machen. Ich verstecke mich die ganze Zeit nur. Naja, ein bisschen Nackenrasur geht. Okay, weiter. Verstärkung kommt über die Straße. Das ist die da. Bestimmt. Das war's. Yeah, der Retter. Der Retter der Wastelands. Alter. Schön. Gegen die Highwaymen helfen nur die Zu-Fuß-G-Boys. 100 Ethanol. Schön. Können wir brauchen. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Keine Ahnung wie. Wir werden das Ethanol gut gebrauchen. Jetzt hast du zwei Optionen. Du kannst den Außenposten behalten oder plündern. Die Highwaymen werden mit Verstärkung zurückkommen. Wenn du ihn dann ein weiteres Mal übernimmst, bekommst du allerdings mehr Ethanol. Das macht gar keinen Sinn. Guten Tag. Na ja, ist klar. Oh ja. Ich bin froh, dass du Prosklarity hilfst. Gut, dass wir diese Werkstatt erobert haben. Die Highwaymen haben hier an ihren Gefährten rumgeschickt. Das war zu leicht, oder? Aber gut, das wird immer schwerer. Es gibt, glaube ich, drei Stufen. Highwaymen-Notiz. Mir ist zu ungekommen, dass ein paar von euch Wichser nach Überfällen mehr behalten, als ihnen zusteht. Ihr kennt die Regeln. Eine Hälfte für euch, die andere Hälfte für die Gruppe. Wenn ich sehe, dass irgendwer zu gierig ist, sage ich es Lu. Und das ist wohl mit. Tja, die müssen sich jetzt wohl einen anderen Rats suchen. Okay. Plündern. So. Okay, ich nehme hier mal wieder mit. Gut, Chancen, danke schön, lieber Chancen. Chancen, Chancen. Die Chancen steigern. Äh, steigen. So. Ist das mit dem dreifach Außenposten übernehmen? Vielleicht deswegen, weil die Karte kleiner ist? Dann haben wir mal jeden Außenposten irgendwie dreimal. Verstehst du schon? Ist das Legrün? So. So. Okay. Hier mal wieder ein bisschen mitnehmen. Alles klar, alles klar. Ich sammle einfach wieder alles, ne? Was? Achso, ich wollte einfach runterspringen. Aber hey. So. Hä? Was mit euch? Habe ich mal eine Granate geworfen? Ne. Gegen wen kämpfen die? Feinde dort drüben. Das ist... Das ist... Sniper. Pass. Das Böse wird immer unterliegen. Ja, sicher. Ja. Danke für deine Ansage. Jetzt sind wir alle beruhigt. Okay, die steht da einfach nur rum. Gut. So. Persona 86, auch dir. Viel, viel, viel Dank, lieber Persona. Lieber? Liebe? Ich weiß es nicht. So. Hier gibt es aber schon wieder ein Foto, das man machen kann, oder? Wie es hier früher aussah. Ist das... Oh, wir sind hier. Ja. Das war die erste Stadt in Far Cry 5, wenn wir da waren. Weißt du noch? Hier war die Kirche von Pater Jerome, damals. Hier war das. Das ist also draus geworden. Naja, das ist ja nicht so gut. Hier sind wir auch reingegangen. Weißt du noch? Hier hatten wir immer die schönen Zwischensequenzen. In dieser Kirche gab es bei uns immer aufs Maul. Oh, ich glaube eigentlich, lesen kann ich nachladen. So, warte. Verblasster Brief. Falls du gekommen bist, um ihr Zuflucht zu suchen, ist es zu spät. Die Kirche ist leer. Wir haben Falls End an die Highwaymen verloren. Geh nach Prosperity für Zuflucht. Aber wenn du die Reisen nicht antreten kannst, halte durch und ich werde dich finden. Pater Jerome. Cool. Ja, hier sieht es ein bisschen anders aus und jetzt stehen ja Toiletten drin. Aber ein Save gibt es immer noch. Das ist die Hauptsache. Okay. Gut. Einmal durchwischen, die sind ja wie vorher da. So wird das sich nicht verändern. Schön. Panzerknacker, alles klar, mach ich gerne. Nee, Metro Exodus spiel ich nicht im Stream. Das spiel ich nur, ähm, also das mach ich nur als Let's Play. Weil ich halt die Atmosphäre halt auch ein bisschen aufsaugen will. Ihr merkt es ja hier, ne, hier im Stream ist immer so ein bisschen mit den Leuten quatschen und lalala. Und bei Metro Exodus will ich halt diese, diese Einsamkeit auch mitnehmen. Und im Stream bin ich niemals einsam zum Glück. Oh. Das hätt ich mir noch machen können. So. Okay, Pater Jerome. Pater Jerome. Pater Jerome. Stell dich mal vor die Kirche. Okay, warte. Mit Kreuz. Krieg ich mit Kreu... Ja, ja, krieg ich nicht. Kreuz gibt es hier nicht. Okay, warte jetzt. Und dann das Scheißhaus. Da hört alles auf. Okay. Gut. So. Puh. Dö, 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 dö. Ja, 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 ja. Okay, hier war mal die Hauptstraße. Sieht trotzdem ein bisschen aus in der Westernstadt jetzt, ne? Hier war mal irgendwie die Hauptstraße. Da sind wir zum ersten Mal durchgesneakt. Hier so. Schwimmerpommes! Da bist du ja wieder! Schwimmerpommes! Dankeschön! Wie immer! Und der Name ist aber noch Beste. So, was haben wir hier? Plündern. Die Highwaymen werden ihn zurückerobern. Eine Plünderung dieses Außenpostens. Machen wir, ne? Wollen wir plündern? Okay. Und da ist der Josef auch selber. Josef, dank dir! Plündere einen Außenposten, erober ihn dann noch von einem halben Mal zurück, um noch mehr Ressourcen zu erhalten. Okay, das ist so gut. Und... Und, lieber weg da auch. Dir, dankeschön, weg da! Trophäe erhalten, wiederverwendbar. Schrauberbude. Okay, also, ach, wir sind direkt wieder da. Nehmen Sie dich mit. Das ist nicht was Schlimmer ist. Also... Die Highwaymen haben die Werkstatt zurückerobert. Vorsicht! Die haben ein Alarmsystem eingerichtet, das Verstärkung anfordert. Also, wie vorhin. So, mal gucken. Das war ja auch relativ... Das war eigentlich zu einfach, oder? Gerade, beim ersten Mal. Ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Seilerutsche benutzen. Ja, das ist aber nicht so eine gute Idee. Wieso bin ich jetzt hier hochgegangen? Für die Aussicht? Mit einer Sniper wär's natürlich super. Das hier ist keine Sniper. Hätte ich mir vorhin eine Sniper machen sollen? Ich weiß es nicht. Okay, wir kommen später wieder. Pastor Jerome, darf ich? Pastor Jerome, darf ich? Pastor Jerome. Ich würde gern runter... Das ist kein Seilrutsche, da komme ich nicht runter. Oh, okay. Okay. Okay, lass mal kurz gucken. Wir landen genau an der Ecke. Ach, was soll's? Ist da oben einer? Wieso komme ich denn nicht hoch? Willst du mich verarschen? Ich komme nicht hoch! Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Hey Jeromechen! Ich steck mir diese Pinten... Ich muss hier weg. Von Michaeli kann man das immer packen. In den was? Wo steckt er sich was Pinkes hin? Ich nehme einen, da oben komme ich nicht hin. Wieso... Da stimme ich dir zu. Vorteil benötigt? Was? Wie? Takedown gesperrt? Hä? Warum? Drei verfügbare Punkte. Ja... Sieben. Fortgeschrittene Takedowns. Aber das sind doch keine Gegnerrang... Sind das Gegnerrang zwei? Das stand gerade gesagt an. Mh... Einshaft. Die Autos von mir muss man einfach lieben. Absolut. Oh hey! Rang zwei, hä? Ja, Rang zwei! Huch! Ich bin einzig. Äh... Was war es denn gerade? Der Pastor! Er spielt Kanastor! Oh, alles klar. Oh, aua! Oh, oh, oh! Vorsicht, Raketen! Alter, Pope, komm mal raus da! Bist du bekloppt? Ja, ach so! Wen wundert's? Oh, alter! Jo, ist leider mit Controller. Aber egal. Ja, die nächste Runde ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Und der Sniper wäre angebracht. Stufe 2 Waffe für Stufe 2 Gegner. Ja, gut, das macht Sinn. Aber gut. Aber gut, aber gut. Wir wollten es trotzdem mal probieren. Ich fand es trotzdem schön. Okay, nochmal. So, irgendwer hat hier einen Raketenwerfer. Pst, pst, pst. Ich liege hinterm Fels, der sieht mich nicht. Schau mal. Genau da, ganz vorsichtig. Okay, Alter. Okay, ich guck, ich guck einmal nochmal. Was kostet die Welt? Da oben ist er. Der hat den Raketenwerfer. Ja, Mörsergranaten. Meine Güte. Sie explodieren halt. Okay, das klappt nicht so gut. Stimmt ja, ich habe keinen Takedown. Stimmt ja, habe ich vergessen. Wir haben ja keinen Takedown hier. Voll witzig. Äh, Jeremchen? Was denn los? Was macht ihr denn? Was? Oh, Granate? Nein, ich geh nur noch mal auf die Straße. Ich bleib oben. Oh, Helikopter, nice. Autsch, Autsch. Hä, was ist mit ihm? Ihhh, der hängt irgendwie runter, ihhh. Oh, oh, fuck. Oh, too much. Ich weiß hier, wo ich bin. So. Wie gesagt, mit Gamepad ist es nicht unbedingt meins. Ich gebe mein Bestes. Ich kann keine Vollsprechung machen. Das ist ein Sniper. Oh, mehrere. Wie viel frisst der denn? Alter. Okay, Elite-Gegner. Nice. Elite-Gegner ist ungefähr 10 Level über mir. Elite ist, glaube ich, der Endboss. Also ist quasi das krasseste Level. Wenn ich das richtig sehe. Nice. Das finde ich sehr gut. Okay. Okay. Oh, warte mal. So. Okay. Ich ziehe jetzt mit Absicht immer einen Schritt. Hier. Okay. 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 Gut. Entschuldigung. Ich versuche es ein bisschen schneller vorzulesen. Ja, ich glaube das war... der Turm. ... 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 Ich gucke in den Chat gerade. Das ist keine gute Idee. Beim Fahren nicht in den Chat gucken. Maybe. So. Ole, 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 ole... Ole, ole! Ole, ole! So. Ich weiß nicht genau, was dieser Ort hier ist. Ah, hier ist immer wieder! Ich bin nicht zu nah ab! Mh Jetzt siehst du mich nicht mehr Diesen Ort kennen wir ja auch noch Das kennen wir doch noch So, wie hieß denn noch mal, der hier war? So, plündern Ob wir denn diesmal auch durch können, aber wir brauchen so'n Aluhut So Hi, über meine Notiz Die Ise-Maschine hat sich von alleine angeschaltet, als wir vorbeifuhren Wenn das keine Einladung ist, weiß ich auch nicht Das Problem ist jetzt nur, dass da dieser komische Blitzscheiß kommt Und die Bunkertür blockiert, die genau vor uns liegt Der Tag war lang und ich will endlich was plündern Findet endlich raus, wie wir den verkackten Strom abstellen So Okay, finden wir gleich raus Mh, 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 mh So Ich frage mich, ob der Kollege hier, wie hieß der nochmal? Ich weiß gerne, wie er wieder hieß Ob der nochmal zurückkommt Wollen wir hier rein? So, warte Zack Da drüben Oh, ah, 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 ah Au, Arschlochschlange Wer rächtet denn damit? Ist sie jetzt draußen, oder ist sie weg? Wo ist die? So So Dankeschön Da 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 Was ist mit dem los? So Sondern So, wir kommen ja grad nicht hier rein, das ist ja der Grund, ne? Wir müssen irgendwie Strom abschalten, ich guck mal ganz so ziert... Wolle was? Bienenstock Wo ist denn der Bienenstock? Sieht jemand den Bienenstock? Was ist denn der Bienenstock? Vorsicht vor dem Bienenstock, aber wo ist denn der Bienenstock? Larry Parker, ach man ja! Der wurde ja sogar schon erwähnt Yeah, Freunde, los geht's, Fahrt! Yeah, wuuu! Wuuu! Yeah, wuuu! Hm... Okay, wie kriegen wir denn Strom aus? Ähm... Leitungen... Letztes Mal kommen wir mal Leitungen gucken, hier ist Strom... Lass mich raten, draufballern geht das, oder? Da ist ein Generator... Können wir hier nicht einfach rausziehen? Okay, wir kommen da nicht dran... Warte mal, was war das denn gerade? Lündern? Achso! Niemand stirbt und sagt's... Was der so redet... Okay, das Haus kommen wir offenbar noch nicht mehr rein, ich weiß nicht, wie er das abgeschlossen hat... Ob er da die Maschine abschraustalten kann, aber ich hab keine Ahnung, wie man da reinkommt... Die Tür ist von innen mit Ketten verriegelt... Ich seh das Schloss durch das Gitter auf dem Dach... Hat irgendwer genug Hirn einen Weg da rein zu finden... Ja, gut! Äh, wieso, wie lange spiel man denn schon? Das ist mir egal... Bienenstock? Eigentlich hier drin, oder? Ja, ich hoffe mal... Ist der Bienenstock hier drin? Warum sollten Bienen hier drin sein? Das macht gar keinen Sinn... Und vor allen Dingen, wer ist das und wie kommt der hier rein? Tagebuch des Landstreichers... Jetzt wissen wir's... Okay... Ähm... Mein Kumpel und ich kamen in der Hoffnung her, dass Larry irgendwelchen irren Wissenschaftskram zurückgelassen hat... Aber dann tauchten die Highwaymen auf und ich musste mich verstecken... Ich dachte, wenn ich den Schalter hinten umlege, verschreckt die das vielleicht... Aber es hat sie nur noch wütender gemacht... Jetzt sitze ich hier fest und kann nur hoffen, dass sie mich nicht bemerken... Larry Parker, verdammt... Was für ne sinnlose Maschine hast du denn hier gebaut? Okay, wir müssen den Strom abschalten... Aber erstmal... Natürlich... Das ist auch drin... Das da und das da... So... Selbst die Landstreicher schreiben da... Meine Güte... Hier schreiben alle... Alle haben hier Tagebuch... So, das nehm ich mit... Hier ist offenbar noch was... Und... Zack... Und hier benutzen... Da ist doch noch was... Macht ja den Bienenstock nicht kaputt... Ist das ne Geheimtür? Kommen wir da irgendwie anders rein? Da ist noch irgendwas... Okay... War hier plündern? Ne reden... Sonst kriegen wir hier nix... Okay... Na gut... Dann schauen wir mal draußen was hier passiert ist... Mal gucken was wir hier grad freigeschaltet haben... Hol... Hol dir! Links Mission in der Nähe... Hol dir! Hier hat den Vorrat... Okay... Ist mir neu das hier drunter ein Bunker war... Aber hey... So... Ich guck gleich nochmal im Haus wie wir da reinkommen... Ich guck gleich nochmal... Schatzsuche... Lesen... Tagebuch des Landstreichers... Was ich... Es hat keinen Zweck... Ich weiß nicht was passiert ist... Aber die Maschine oben ist plötzlich verrückt geworden... Jetzt kann ich diesen Bunker nicht verlassen... Oder der Ben nicht gebraten zu werden... Scheiße... Das eine Mal als ich meinen Kopf rausgestreckt hab... Waren überall Highwaymen... Es macht mir totale Bauchschmerzen... Weil mein Kumpel noch oben ist... Aber ich werd diese Mörder ganz bestimmt nicht wissen lassen... Dass ich hier feststecke... So ne Scheiße... So ne verdammte Scheiße... Ich hätte niemals auf Parkas Zeug vertraut... So scheiße... Okay... Okay... So... 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 Du 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 du... Ähm... Ganz kurze Frage... Achso... Wir spielen... Vier Stunden gerade ungefähr ne... Das davor zählt ja nicht... Weil da haben wir ja quasi den Stream immer neu gestartet... Die Schuhe... Schön... So... Da nehm ich mit... Dann haben wir hier noch ein Band... Da kann man mal reinhören gerade... Hallo... Nochmal reinhören... Nochmal... Nochmal reinhören... Test... Eins... Zwei... Drei... Test... Wow... Kaum zu glauben... Dass Larrys Zeug noch funktioniert... Obwohl eigentlich schon klar... Der wusste halt was er tut... Ich weiß noch wie er das ganze Zeug gebunkert hat... Und meinte er braucht das für ne Reise zum Mars... Hehehe... Oh Larry... Ich frag mich was aus dir geworden ist... Mh... Okay... Landstreicher Mitteilungsbedürfnis over 9000... Ja man... Was ist... Was ist denn mit denen? Schreiben über Notizen? Was ist das denn? Was ist das... Ach das sind diese komischen Dinger mit denen man im Shop was kaufen kann ne? 45 Far Cry Quells... Das ist ja ne tolle Währung... Klingt richtig immersive... Mh... Okay... Da nix... Sonst haben wir alles gefunden... Haben wir alles mitgenommen hier... Ja ne... Burnt Bridges... A Guy Marvel Movie... Das sieht cool aus... Und da hinten auch Undying Love... Und Escape from Roof... From the Rooftop... Is waiting for you upstairs... Okay... Zombie film... Okay... So... Ding... Hier haben wir sonst nix... Ne... Pay to win ist es ja nicht unbedingt... Wir spielen ja die ganze Zeit auch ohne das Zeug... Also es geht schon... Wir kommen ja auch voran... So ist es nicht... So... Was wir brauchen... Mh... Mh... Muss nicht unbedingt sein... Bin ich auch kein Freund von... Aber... Naja... Ach das waren die DLCs von Far Cry 5... Was... Ach die Poster... Von Far Cry 5 DLC... Ach so... Oh cool... Das Zombie DLC... Oh... Ich hab immer das Gefühl... Dass wir geduckt gehen... Ich weiß nicht warum... Parkers Höhle 6 von 6... Sehr gut... Das haben wir alles... Ähm... Ich hab irgendwie das Gefühl... Sehr oft dass wir geduckt gehen... Vielleicht weil wir ja... Vorsicht... Ich hab hier schon mal Highwaymen gesehen... Die Leute verkriechen sich gerne in Bunkern... Und die Highwaymen scheuchen sie gerne wieder raus... Der hat hier Highwaymen gesehen? Das glaube ich nicht... Ich lese doch grad... Macht ja den Bienenstock nicht kaputt... Kein Pay to win... Alles Kosmetik-Sachen... Beziehungsweise die Waffen kannst du anstatt der... Far Cry können jetzt auch mit normalen Materialien herstellen... Siehste mal... Na siehste mal... Na siehste mal... Und... Es ist Singleplayer... Insofern das macht auch nicht wirklich Sinn... Hier... Ah... Kann ich da auch... Kann ich aber auch rein... Das sind sehr harte Teddies... Sehr sehr harte Teddies... Okay da kommen wir nicht rein... Aber kommt man dahinter? Ne... Das ist der Schrank... Hier müssen wir doch irgendwie reinkommen... Oder? Autsch... Da ist der Bienenstock... Alles klar... Wir laufen die ganze Zeit drunter durch... Marschen... Okay... Ich frage mich... Hier ist der Mars... Gibt's da WLAN? Wenn es Single ist... Wie würdest du mit Tobi Multiplayer machen? Man kann zu zweit Koop spielen... Aber es ist immer noch Koop... Ähm... Da muss noch ein Raum sein... Ich bin der schlaue Gronkh... Hier hat Larry Parker mal gewohnt... Wie ich des alten Mann kenne... Ja... Hier hat Larry Parker gewohnt... Das ist mal was ganz Neues... Krass... Was der alles weiß... Die Blumen hier haben sich aber extrem ausgebreitet, oder? Also die sind richtig... Also die sind wirklich überall... Was ist denn... Der Name... Das ist ja widerlich... Das ist wirklich sehr widerlich... Red Dead können wir vielleicht mal irgendwann nochmal im Stream spielen... Aber eher zum Spaß... Natürlich auch die Story vielleicht... Aber ich würd's wirklich lieber... Auf eigene Art und Weise spielen... Okay... Ich guck mal ganz kurz hier... Ähm... Wir sind da... Da möchte ich nicht wieder hin... Was ist das hier oben? Da ist noch was zum Freischalten... Und wir hätten hier Grace Armstrong... Die können wir uns vielleicht nochmal holen... Hier ist Grace Armstrong... Die Highwaymen haben einen Waffenprototyp... Und jetzt sitz ich in der Klemme... Die dürfen das Ding nicht haben... Ich brauche Hilfe... Hört mich jemand? Ein Waffenprototyp... Okay... Wir müssen nur irgendwie da vorbeikommen... An der Stadt vorbeikommen... An der Stadt vorbeikommen... Und be clumsy... Auch die lange schön... Oh nein... Liebe Hundis... Brave Hundis... Das sind richtig liebe Hundis... Das sind richtig liebe Hundis... Die Highwaymen fahren Trucks voll beladen mit Ethanol durchs Tal... Und liefern Treibstoff an ihre Außenposten und Werkstätten... Du kannst ihre Versorgung unterbrechen... Indem du sie hochjagst... Oder noch besser... Indem du sie kaperst... Bring ihre Trucks nach Prosperity... Oder zu irgendeinem Außenposten... Der uns gehört... Okay... Es sind Kräfte am Werk... Die mir wohlgesonnen sind... Was? Dann musst du scheißen... Ich nehme die Blümchen mit... Weil wir die brauchen... Um unsere NPCs wieder zu erwecken... Ich lach los... Ah... Der Hund war... Der Hund war sehr krank... Er ist einfach umgefallen... Er konnte nicht mehr... Schade... So... Gute Nacht... Eigentlich schlafen... Aber mit Respekt... Okay... Warte... Warte... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Wenn die hier... Ist das Ding kaputt? Ich würde sagen... Noch nicht kaputt genug... Oder? Warte... Ich wollte nicht schießen... Achso... Während ich das flicke... Ähm... Wo fährt der jetzt hin? Warte mal... Warte mal... Ah... Der fährt da... Okay... Ist das ne gute Idee? Das will mich heute Nacht sehen... Schöber... Was Gott... Will mich heute Nacht sehen? Ich... Ich kenn ihn gar nicht... Ich hätt gern erst mal ein Date... Da 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 da... Oh... Oh... Hm... Deutschland... Deine Wälder... Hm? Sing... Ich muss wieder umdrehen... Das ist doch nervig... Tschüß! Jetzt muss ich mich da so umkleben Hä? Wer schießt? Danke, Jerome Super Typ Alter, von da auf Oh, alles klar Das war keine so gute Idee So So Aua Okay, das ist der Sniper Das ist ja jetzt nicht so gut, wenn der uns sieht Der sieht uns immer noch So Okay Ähm Lieber Justin, du bist gar nicht gebannt Aua, tschüß Ich glaube, Leute wissen gar nicht mehr, was ein Bann ist Da vorn kommt anscheinend Ärger Da? Hey, die Sniper macht ja gar keinen Damage Ich würde sagen Okay, ich würde sagen, wir holen uns erstmal den vom Dach Wenn überhaupt Guck mal diese verdammten Scharfschützen Boah Kann ich Luft anhalten? L3, okay Okay Gamepad ist halt nicht so meins Mit der Maus wäre das effektiver Ja Ja, natürlich, die sehen mich jetzt sofort auf 1000 Meter Entfernung Alles klar Ja Tschüß Arschgelöcher Hä Wer liegt denn da hinten jetzt? Das ist aber nicht von uns, oder? Ich sollte die Base mal vorher mit dem Fernglas ausspionieren, aber dazu brauche ich natürlich erstmal einen guten Guten Spot Ja, sicherlich, beruhig dich mal, du Fuhr hier Ach, das ist Grace Da ist jemand Auf dem Wachtturm? Sieht uns doch irgendwie, aber auf dem Wachtturm ist niemand Okay Ich wünsche ich hätte bei dieser Zugnummer dabei sein können Ich wünsche ich hätte bei dieser Zugnummer dabei sein können Wenn wir als hätten alle Spaß gehabt Oh Es tut weh Es tut weh Oh Das Gräschen Das Gräschen Wechsle Entschuldigung Das war jetzt ein bisschen ungünstig Ja Ich komm mal runter Ich komm mal runter Ich komm mal runter Schlimm! Äh! Hey Hundi! Ja, wer ist ein Guter? Ja, du bist ein Guter! Ja! So! Nutz die Gelegenheit zum Durchatmen und Vorbereiten! Und ist es schlimm? Ist es schlimm? Wie schlimm ist es denn? Oh! Das tut will! Hm! Das sollte sich echt ein Arzt ansehen! So! Hier kann man noch was looten! Gut, was haben wir noch alles? Ich guck einfach nur mal rum hier, ne? Bevor wir da... Einen Zettel! Ich komme gleich! Ich muss erstmal diesen wichtigen Brief lesen! Dreht jeden Stein um! Diese lahmen Tal-Fuzzis verstecken ihren Mist einfach allzu gerne in irgendwelchen Ecken! Also nehmt alles auseinander! Vielleicht sind hier Verstecke! Sind irgendwo lose Bretter? Sofort kaputt! Und da ist sicher was versteckt! Tal-Futzi! Was denn? Oh! Und dann alles wieder zu verlieren! Jo Pastor! Alles klar! So, haben wir! Titan! Alles klar! Warte, da liegt noch ein bisschen... Bisschen Health Care! Brauchen wir das gerade? Was war denn das? Was ist denn da wieder los? Achso, das gelbe Ding da wieder! Jaja, die sind wieder Vorräte! Ja, warte kurz! Ich lese mal eben! Neue Bewohner! Hab die alte Blindschleiche getroffen! Die hat sich hier voll die üble Waffe zusammengezimmert! Keine Ahnung, wie sie das überhaupt hingekriegt hat! Naja, wir haben das Ding gleich rüber geschafft zum Bahngelände! Micky und Lou werden das Ding lieben! Wir werden aber erstmal hier bleiben und alles durchforsten! Wer weiß, was die hier sonst noch so versteckt hat! Meine Nase juckt! So! Die ist wirklich blind! Ich dachte gerade, das wäre ein Texturenfehler! War die vorher auch schon blind? Ich glaube ja, ne? Ich erinnere mich dunkel! Kommen die hierher? Ne, ne? Nö! Wie komm ich da oben hin? Klettern! So, lieber Schmutz! Ich danke dir! Hier oben ist nix! Wie läuft er denn da? Vor die Ballerina? Okay, das da oben sieht auch spannend aus! Und hier auf dem rosa Haus, da kann man auch mal gucken! Hier unten ist nix! Na also! Na also! So, hoppa! Und Razorblade! Auch dir Dankeschön! Dein Name ist heute Programm! Hier ist nix! Ich dachte auf dem Sniperhaus wäre vielleicht was! Na ja! Und Landwirt aus Leidenschaft! Auch dir vielen Dank! Und lieber Josef! Vielen Dank für insgesamt 35 Habs! Danke dir! Das ist das gleiche Dach in grün! Ich glaube das ist das gleiche Dach in grün! Wie lange wir das noch spielen? Weiß ich gar nicht! Ehrlich gesagt! Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es noch nicht! So hier war sonst nix! Komm wir befreien die jetzt mal! Irgendwas an meinem Barte! Juckt mich die ganze Zeit! Bei meinem Barte! Okay! Okay! Hier! Ja! Hat's relativ schrottfarben 4 von 4! Sehr gut! Äh, hat's relativ gemütlich hier drin glaube ich! Hm! Was ist das? Sag mal! Irgend... Ein... Bart oder Nasenhaar! Es ist wahrscheinlich ein Barthaar das zum Nasenhaar mutiert! Sägeblattwerfer! Ich hab's nochmal mit dem Sägeblattwerfer versucht! Kann hier und da noch was ausgewässert werden! Aber eigentlich bin ich schon recht zufrieden! Die Ladezeit ist kurz! Die Sägen schießen schnell raus! Aber vor allem ist es schwer daneben zu treffen! Was ganz gut ist mit meinen alten Augen! Okay! Gut! Wir haben aber schon Sägeblattwerfer! Jetzt brauchen wir die also nicht mehr! Hä? Wie ist sie? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen! Das war doch doch die Schützin vom Dach, oder? Wer mich nicht alles täuscht! Du bist dieser Fremde, hm? Es heißt, die Highwaymen sind nicht sehr glücklich über dich! Und höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen! Ich bin Grace! Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht, würde ich an deiner Seite kämpfen! Ich hab nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an! Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, hab ich ne Waffe gebaut, bei der das egal ist! So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert! Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County! Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht! Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben! Mhm! Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert! Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Hohlbeeren nieder, die sich dir in den Weg stellen! Mhm! Links, das sieht so aus bei ihrem Auge, als hätt ihr noch nen Augapfel! Das sieht so verstörend aus manchmal! Ich muss ganz kurz... Also ich will jetzt nicht schießen, aber ich will mal ganz kurz eben... Bleib mal sch- Das war der falsche Knopf! Das war der falsche Knopf! Ich wollte zielen! Ups! Ups! Ich wollte zielen! Entschuldigung! Ich wollte doch nur das Auge sehen! Ich wollte doch nur das Auge sehen! Ich wollte das Auge sehen, Mann! Das ist ne Wimper! Entschuldigung! Je mehr von uns kämpfen, desto größer ist unsere Chance, aus Christophie etwas ganz besonderes zu machen! Träumchen! Ich lasse Kim nicht im Stich! So! Entschuldigung! Ähm... Ähm... Gong schies blinden Leuten ins Gesicht! So! Ach, erst mal Humor und Sasser! Da ist Patroulion! Patroulion! Gutes Patroulion! Da ist Patroulion! So! Dankeschön! Humorwitze zahlreich! So! Ach, schön! So, 36 Ethanol ist nicht so viel, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können! Das sieht komisch aus da hinten in der Ferne! Ähm, okay! Wo müssen wir hin? Ich guck mal schnell! Wo müssen wir hin? Was? Hä? Okay! Kannst du mir vielleicht nochmal... Logbuch! Spielverderber! Äh... Ja, ist aber wohl... Begebt dich! Begebt dich zum alten Bahngelände! Da ist ja ein bisschen hin! Okay! Ich sollte nicht zu viel spielen, wenn ich mit Tobi noch spielen will, ne? Wenn der Tobi Bock hat, natürlich! Aber ich glaube, das macht... Das könnte wahnsinnig viel Spaß machen! Moin Leute! Geht's euch gut? Es sind Kräfte am Werk, die mir wohlgesonnen sind! Ja, schöner Kackreiz! Alles klar! Hat sehr empfindlichen Damen heute! Büffel! Ich glaube, da ist wieder ein Bär, wenn ich das richtig sehe! Wir haben höchste Waffe nicht mehr, ne? Uh... Wie immer, herzlich willkommen! Wooi! Ich Pse mal eben hier vorbei... Nundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Das war die blinde Oma aus Long Dark und Gronck.NamenRache. Oh, wenn es doch nur so wäre. Oh, wenn es doch nur so wäre. Die blinde Oma aus Long Dark. So. Wie gesagt, ich wünschte, es gäbe so einen Forest. Das wäre so cool. Nein. Nein, tschau So, alles okay bei dir, Great Walker? Da ist ein Puma, da geh ich nicht hin Bobby Bobmann, alles gut hier? Alles super Heute wieder viel Spaß Ich hab tatsächlich genauso viel Spaß, wie beim ersten Mal Far Cry 5 hatte, als alles schiefgegangen ist und alles angegriffen hat Und alles irgendwie nur Chaos war Im Stream, übrigens auch auf der Playstation, falls ich mich recht entsinne Haben wir das erste Mal auf der Playstation gespielt Der Kreis schließt sich Oh, schon wieder eine Wildkatze Wahrscheinlich Purzel So, ich finde den Donation Button in der Description nicht, es gibt hier keinen Donation Button aktuell Es gibt bestimmt bald mal wieder einen So, lieber Bob Stonewall, viel, viel Dank für insgesamt 50 gifted Zabs auf dem Channel Ähm Kauen Steine Viel, viel Dank Lieber Herr Stonewall Ne, wieso lauf ich damit hin? War eine Scheißidee, in die Richtung zu laufen, ne? War eine Scheißidee, ich hör das schon Auf jeden Fall Purzel Ich füttere sie mit einem Priester, damit er abhauen kann, das ist ne gute Idee Scheint aber nicht zu klappen Autsch Was hat er gesagt? Lade nach Was mich? Das hat sich ganz falsch angehört Die hat sich ein bisschen abgebrannt Sooo Was redet der Mann da hinten? Sollte der nicht grad beim Puma am Maul hängen? Ich bin verwirrt Sooo Hier sollen wir also hin Gut, dass die Oma genau weiß Ja, die blinde Oma weiß genau, wo die ihr Ding hin gebracht haben Gut für die blinde Oma, gut für die blinde Oma Sooo Wenn du das Bahngelände erreichst, dann riech in den Güterwagen nach Da lagern die Highwaymen die Sachen, die sie uns gestohlen haben Dort findest du auch meine Waffe Das Bahngelände Hier haben wir mal gesniped Bei Far Cry 5 Es hat ewig gedauert gefühlt Wieder eine Stelle, wo die Zuschauer sehr ungehalten waren Hi Commander LP Dankeschön Rock'n'rocks Und TwoSaved auch euch ganz ganz lieben Dank Ich hoffe ich hab niemanden übersehen Aber Manchmal geht's nicht anders Ich schlaf los Und Zebra Fidelis auch dir Dankeschön Ah, ein Hund Kein Sniper hier Ist ja lautlos, genau wie der Hund jetzt Oh Hat er gerade auf mich geschossen? Das ist der Hund Huch Oh, das ist doch ungünstig getroffen gerade Direkt mal ne Brust OP gemacht, aber nur auf einer Seite Okay So putz Steven, danke dir Hoppla War's das? So, noch jemand Brust OP Praxis hat geöffnet Au Au Warte Hör ich jetzt noch ein Bär? Wo kommt der Bär jetzt her? Meine Nase juckt immer noch Ich reich mich gleich ab Vor allem die Seh'n durch die Büsche Aua Aua, es sind zu viele gerade hier Wirklich ¡Uberall Feuer! Überall Feuer! Überall Feuer! Überall Feuer! Warte mal kurz Jetzt aber Hey girls Oh, jetzt kommt noch Verstärkung Ich kann mich da dahinter und mich auch nicht treffen Geh mich aber schon Was, Herausforderung passt doch Jerome Ist jetzt abgeschlossen, wieso, was ist da Abgeschlossen Alter, zu viele Ernsthaft? Wow, danke Ach man, ich will Oh, hat jeder Knopf klemmt Fick die Hölle Der Knopf hat geklemmt Dieser fucking Waffenradknopf Nimm meine Hand Nimm meine Hand, bin getroffen Okay, ich klammer mich ans Leben Aber ich liege gerade in den Flammen Passagerum brennt auch Oh, Alter, ey Und das Waffenrad ging wieder nicht zu Ich brauche neue Gamepads Als für die Playstation, wie es aussieht Geht oft, aber nicht immer Wenn du das Bahngelände erreißt Dann sieh in den Güterwagen nach Da lagern die Highwomen die Sachen, die sie uns gestohlen haben Dort findest du auch meine Waffe Cool Nein, das ist nicht der B-Knopf Aber der Knopf klemmt schon den ganzen Abend auch in Nicht-Kampf-Situationen Das war ja ein mega unauffälliger Auftritt Aber warum sind die denn so viele? Das war es mir wert, Entschuldigung Ich wollte es einfach mal machen Auch weil es total sinnlos war So, wir sind letztes Mal hier unten in den Gleisen rumgekrauchelt Super, geile Hose So, ey, passt doch, du schaffst das schon Und vergiss die Materialien nicht Wir brauchen sie, wenn wir die Hyremen zurückschlagen wollen Hm, klar die Materialien Diese Sägeblätter durchschlagen so ziemlich alles Und wenn sie etwas nicht durchschlagen Prallen sie ab Nutzt die Oberflächen aus Metall Um die Blätter abprallen zu lassen Du kannst du Leute treffen, die sich unter einer Deckung verkriechen Okay, gut zu wissen Hilft auch perfekt gegen die Typen mit den Schäden Oh, sehr gut Also es ist wirklich ein Upgrade Jo, mach mal Der Pastor wirft hier die ganze Zeit die Mollis Alles klar So, ich seh die gerade noch nicht Die sehen mich, aber ich seh die noch nicht Okay, warte, warte Alles klar, funktioniert Pass auf die Patrouillen auf. Auf dem Gelände ist eine ganze Menge los. So. Es ist zu spät für Vergebung. Vergebung. Jetzt seh ich euch. Also im Rennen treffen wir ja nicht. Puh, Alter, Pastor. Was ist hier mit dem Pastor? Ja. Ist das ein Helikopter, den ich da über den Funk höre? Ja. In Weckung. Streck sie wieder! Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter, was war das denn grad? Für ein Arm auch Glauben. Passt du auch schon weg? Ja, natürlich. Hast genau eine andere Sekunde Zeit, den zu reviven. Ich dachte, das hilft doch perfekt gegen die Leute. Fick die Hölle. Schick hat noch 30.000 Leute rein. Ja, super. Und dann eben Kniescheiben weg. Arschloch. Ich brauche Mausentastatur. So, was ist jetzt? Beschaffe die gestolten Materialien? Ja, natürlich. Wir haben ja Zeit. Hier kommen unendlich viele. Und jetzt bin ich allein. Erstmal ein Band anhören, klar. Helikopter ist ja auch da. Wo sind die Materialien? Äh, 0530. Komm ich jetzt da, komm ich da oben überhaupt rein? Oh, na toll. Kommt man da irgendwie rein? Kette? So. So, haben wir noch irgendwas? Und dann, und dann. Okay. So. War's aber noch nicht, oder? War's das? Ne, eins von drei. Sag ich doch. Aber wie kommen wir denn da oben rein? Wir sind immer noch nicht allein. Das Seil hoch geht nicht, ne? Wäre ich gerade angeriffen? So. So. Ich probier einfach mal Seil hoch. Ne, geht nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Josef, danke dir. Wie immer. Über die Seilrutsche. Man kann die Seilrutsche nicht nach oben rutschen. Aber vielleicht von da? Ah, alles klar. Ja, das ist ne gute Idee. Hab ich gerade nicht gesehen, dass da einer hinführt. So. 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 Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es bleibt so ruhig. Hm, hm, hm. Klar. Ja, wie komm ich jetzt? Da komm ich von oben rein. Okay. Okay. Das macht voll viel Sinn, dass sie ihre Vorräte dann so zentral lagern, alle. Dass sie überhaupt nicht mehr rankommen. Selber auch. So. Plündern voll. Plündern. Hier. Haben wir noch. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Da raus. So, zwei von drei. Alles klar. Da hinten laufen wieder Leute. Da drin ist noch was. Wo sind die dritten Vorräte? In diesem Container, weil der auch so komisch leuchtet. Ich wollt, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte auf dem Dach landen, Mann. Arschloch. Der hat mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Ihr habt es gesehen. Ich komme ja gar nicht weiter. Rennt ein bisschen. Und da lebt noch jemand. Okay. Ja, nix mehr. Nix mehr. Okay. Gut. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Okay, weiter. Ich fühle mich zermalmt. Ich fühle mich zermalmt. So, warte. Hier jetzt. Lass mich raten, da kommt jetzt schon wieder Verstärkung. So. Ich dachte gerade, hier geht's rein. Eine Notiz. Natürlich. Essenslager. Wir haben alle Erzeugnisse aus den unteren Waggons rausgeholt, weil zu viele Tiere angelockt wurden. Wir sind sogar mit einem Haufen Skunks in einen richtigen Kampf geraten. Barry hat sie unten eingesperrt. Wurde aber natürlich angepisst, Idiot. So. Schön. Okay. Ähm. Bam, 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 bam. Von hier kommen wir nicht unten rein, oder? Hier vielleicht? Nein. Okay, das ist ja doof. Wie kommen wir denn da rein? Bienenstöcke. Oh, die hätten wir gebrauchen können. Ah, alles klar. Okay. Das kann so einfach sein. So. Ich hab mich auf den Weg zum Bahngelände gemacht. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ja. Kommt da wieder Verstärkung. Gut, 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 gut. Ich nehm hier alles mit. Den ganzen doofen Shit. Lalalala. Können wir hier vielleicht? Nö, warum auch Munitionskisten öffnen? Das macht ja gar keinen Sinn. Gut. Was ist denn da los? 50 Meter? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das ist doch nicht böse, ne? Ich wollte grad loslegen. Okay, was ist los? Das war ein Hund, man. Und jetzt? Grace? Was? Was? Hm. 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 gehört. Ich ziehe jetzt endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir und pass gut auf dich auf. Ja, das mach ich. Okay, das haben wir dann auch. Sehr gut. Ruhmreiche Rückkehr. Ja. Ach, bitte. Ach, bitte. Die kriegen noch richtig einen Ausmacht. Was? Was? Okay, neuer Charakter Nana. Wo kennen wir Nana noch? Aus dem vorherigen Teil? Oh, das ist die Oma. Ja, das ist die Sniper-Oma. Moskito-Pimmel. FTW. Bus-Hards-Hort. Drei von sechs. Okay. Mh. Dann machen wir die letzten Dinge auch noch, oder? Weil die schon mal dabei sind. Ich weiß, die Location ist riesig und ich hab Angst, dass es echt ewig dauern wird. Mh. Da zum Beispiel haben wir welche. So. Vier von sechs. Fünf von sechs. Hm. Kann gerne weiter so gehen. Hä, wieso sind die wieder hier? Warum sind die hier? Ich wurde gerade selber getroffen von dem Ding. Okay, nice. Nein, ich wurde nicht selber getroffen. Das Ding da wurde getroffen. Explosion. Das ist ja nett. Okay. Gut. Ja, die Sniper-Oma. Die ist voll cool. Ich will die freischalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch mache. Wahrscheinlich auch nicht. So, warte mal. Was ist denn da schon wieder los? Alles klar, okay. Gut. So. Wo könnte das... Ernsthaft? Ja, dann gebe ich gleich auf. Dann gebe ich gleich auf. Alles klar, schade. Naja, muss ja nicht sein. Gut. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Wir hatten hier alles mitgenommen, aber ich war so in Panik, dass man es nicht so genau weiß. Da gucke ich nochmal und wir kriegen erste Hilfe. Okay. Der ist von uns, ne? Das ist irgendein Jäger. Okay. Der ist nicht direkt von uns, aber... Nein. Da drüben. Ich sehe sie schon. Und eine Notiz. Waffenauswertung. Auf dieser Werkbank kannst du Waffen bewerten, auseinandernehmen, reinigen, zusammensetzen, schießen. Wenn sie alles bestehen, pack sie ein. Wenn nicht, dann kommt das Zeug zu den Einzelteilen. Wir kommen uns später darum. Alles klar. So. Das da. Sechs von sechs abgeschlossen. Prima. Dann nichts wie weg. Ja, nee, mach mal nicht. Hab gar keine mehr. Okay. Gut, das haben wir. Was ist denn das? Ausbruch. Story-Mission. Das Kohlebergwerk ist direkt auf dem Weg. Also ein bisschen was haben wir irgendwie schon gemacht, ne? Mehr als ich dachte. Da, da. Blümliche Blöcken. Alles klar. So. Die Zahnräder. Damit kann man später Sachen bauen. Oder ich weiß noch nicht genau, wofür die Zahnräder an sich sind. Entweder kannst du nochmal Sachen craften. Oder die Siedlung voranbringen. Ob man das nur mit Petroleum geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß noch nicht genau, ob man die Siedlung nur mit Petroleum weiterbauen kann. Wahrscheinlich, weil die alle Lack saufen. Und wenn wir die Lack saufen, arbeiten die richtig. Und ja, ich habe keine Ahnung, wer die Autos in den Boden rammt. Das ist so sinnlos. Es ist mega sinnlos. Aber das Ding ist halt, wenn ich hier nichts zu tun hast den ganzen Tag. Vielleicht. So, hier wird ein Schild. Tschüss. Ein Puma-Schild. Okay, das ist glaube ich die Oma, die hier schießt, oder? Die snipet hier gerade alles weg. Ja, sieht fast so aus. So richtig snipet hier aber nicht die Nase. Entschuldigung, Oma. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nenner nennen. Nenner. Wenn jemanden sucht, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich hab hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Ich? Beeindruge mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hochstiliviten liest. Ich hab nix drauf. Krähenfüße, Adleraugen. Ähm, ich hab gar nix drauf. Was soll ich machen? Verfolgen. Mir gibt es doch Schadschützen. Ich bin echt schlecht. Ich hab ein Gamepad. Ich kann das nicht. Achso, falsche Waffe, ne? Oh, Alter. Hier ist kein Auto-Aim. Kann ich nicht, zufälligerweise. Ah, okay. Ich hab unsere Sniper nicht mit. Okay, zielt aber, oder? Oh, Alter. Mit dem Gamepad zielen, das ist einfach. Hä? Das war genau. Exakt gezielt. Kann ich hier n Sniper nehmen? Nee. Vielleicht lag da grad ein. Ich hab aber auch die Mission grad geklappt. Okay. 2019. Wir probieren's trotzdem mal. So. Okay. Ja, vergiss es. Ich wollte nen Sniper. Ich starte gleich nochmal mit Snipe. Nicht mit dem Ding hier. Hä? Ähm, warum lädt der jetzt? Ist der jetzt nicht zu bunt? Nö, ist mir nicht zu bunt. Ich mag's ja bunt. Wie man vielleicht am Streamen immer ganz gut sieht. Am Chat-Overlay. Wieso? Wieso bin ich jetzt... Hä? Ich hätt's doch einfach nochmal probieren können. Warum lädt denn der nochmal? Oma, ich klau mal kurz. Hä? Was? Ah, okay. Äh, okay. Gamepad-Förerung. Wie gesagt, ist nicht so meins. Äh, Luftanhalten war hier. Gut. Kriegen wir aber hin. Übrige Zeit 40 Sekunden. Steht jetzt irgendwie... Steht jetzt irgendwie... ...Hast statt drüben. So. So. Gamepad... Oh! Zu weit. Gamepad-Steuer. Let's go. 19 Sekunden. Oma? Ähm... Hä? Hier ist doch kein Helm mehr. Neun von zehn? Wo ist der zehnte Helm? Ach, leck mich doch am Arsch. Okay. Auf dem Da... Okay. Ich gucke... Das gibt's doch nicht. Ach, ich wünsche ich ja Zuschauer. Dann würde ich es diesem verkackten Streamer aber mal zeigen. Wie der alles nicht sieht. Okay. Gut. Rechts oben. Merke ich mir. Wo ist denn hier wieder... Oma? Oma? Da. Rechts oben? Okay. Die blinken gerade... Die blinken gerade nicht. Okay. Gut. Ich guck nochmal. Ach, da hin? Ach, Alter. Hab ich nicht gesehen. Okay. Äh... Luftanhalten. Ich nehm den zuerst, oder? Na toll. Jetzt lässt er die Luft gerade los. So, jetzt aber. So. Hätt ich direkt machen sollen. So. Und jetzt noch der andere Parcours. Aha. Jetzt wird schwieriger. Und jetzt noch der andere Parcours. Schieß auf einen Helm, um die zweite Runde zu schlafen. Die zweite Runde? Ich will nicht. Ich will keine fucking zweite Runde. Lass mich in Ruhe. Gatepatch-Steuerung. Ich hasse... Ach, Alter. Willst du mich verarschen? Oh, Alter. Ich kann mit der fucking Gatepatch-Steuerung überhaupt nicht steuern. Lass das, Oma. Boah. Oh, Alter. Das geht natürlich genau da drunter. Alter, ist das zum Kotzen. Oh, ist das zum Kotzen. Wir können heute mit Gamepad spielen. Es ist mir ein Segel. So. Die Hälfte wäre geschafft. Ja, großartig. Den seh ich gar nicht. Der taucht... Ach, der geht natürlich... Boah, ist das gemein. Leck mich doch am Arsch. Och, fick die Hölle. Scheiß auf die Oma. Ganz ehrlich. Das kotzt mich gerade extrem an, weil diese... Mit dem Gamepad-Ziel... Der macht sowas. Und das Ding da hinten geht natürlich hinter das Haus. Oh. Boah. Nee. Vergiss es. Ich kotze bei Gamepad-Steuerung. Okay, warte, warte, warte. Ich bin am Gamepad ganz ehrlich, ich spiele so selten an der Konsole und ich spiele nie Shooter an der Konsole, weil ich halt weiß, dass ich, ne? So. So. Und sind wir ganz ehrlich, die ganzen Shooter-Spieler an der Konsole, die zählen nur so gut, weil es immer Auto-Aim gibt. So, ich hau ab. Ich hoffe, die Mission startet nicht wieder von alleine. So. Ich will mich gerade nicht darüber ärgern. Das Spiel macht mir eigentlich Spaß, aber das hat es mir gerade ein bisschen versaut eben. Diese Stelle. Ähm. Shooter auf der Konsole ist ein absolut Cancer. Ja. Ja. Es ist halt nicht meins. Es gibt Leute, die mögen das auf der Konsole oder die spielen generell lieber an der Konsole. Keine Ahnung. Ich gehöre da nicht dazu. Deswegen... Ja. Deswegen nein. Dann wäre die Oma hier wieder, glaube ich. Schade, ich hätte sie gerne freigeschaltet, aber das lass ich mal lieber bleiben. Dann würde ich vielleicht mal zur Hauptstory gehen, obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte. Langsam auch. So. Okay, warte, weißt du was? So. Tschüss. So. So. Gut. Wenn Leute beleidigen werden müssen, schade. Aber... Twitch ist groß. Du kannst woanders gucken. Sei mir da nicht böse. Aber das muss ich echt nicht im Chat haben. Und ich bin ganz ehrlich, das braucht niemand im Chat. Kein anderer Streamer braucht sowas im Chat. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Find an der Konsole hat man nicht so das Feingefühl mit einer Maus. Ja, ist halt so. So. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Wo die beiden Gitarre gespielt haben und dann kam der Bär einfach mitten rein. Wir haben hier aber weniger im Wald, also weniger außen, ne. Bei Far Cry 5 hatten wir mehr, was in der Natur passiert ist, also irgendwo mitten in der Szenerie. Und hier ist halt mehr einfach so Gelände. Halt das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Hm. So, warte. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Pulverlungen. Okay, wir haben da oben einen kleinen Sniper. Leider konnte ich von oben das Snipergewehr nicht holen. Okay. J-Plepp, dankeschön. Oder J-J-Piebe. J-Piebe, dankeschön. Hat insgesamt 60 Subs gegiftet, gerade eben 15. Ich danke dir. Sie haben Rush unter der Erde eingesperrt. Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause. Viel Glück, Cap. Neu Sigi. Oh. Ach, der ist direkt gesperrt. Oh, das ist nicht gut. Alter 4, alter 4. Oh shit. Oh, die Mucke ist ganz nice, ne? Jetzt nicht mehr. Da schießt auch einer, oder? Gerade eben die Mucke war ganz nice. So. Hm, hm. Was ist das? Mehr waren hier nicht? Aber das ist doch Main Story. Ich hätte gedacht, hier wäre mehr. So. Geh mal hier hoch. Nein. Ich frage mich, warum Grund nie in größere Wagen reingeht. Was soll man denn da drin? Da liegt ja nix drin, leider. So, finde eine Möglichkeit ins Gebäude zu gelangen. Aber der Pointer zeigt auf den Kohlehaufen. Ich nehme an, wir sollen nicht in die Mine. Okay. Dann suchen wir eine Möglichkeit. Nachdem ich mir das da hinten geholt habe. So. Drei von sechs. Okay. Machen wir da noch was? Da hinten steht noch was. So. Wir gucken mal schnell das da. Vier von sechs. Vielen Dank. Kommen wir hier rein. Eine Möglichkeit ins Schloss knacken. Ja gut. Dann machen wir das so. So. Lexary. Dankeschön Lexary. Vielen Dank. Betritt das Gebäude. Ja. Dann betritt ich immer das Gebäude. Mit Schloss knacken ist es ein bisschen einfacher, wa? So. Lass mich raten. So. Gibt einen Adapter für Maus und Tastatur auf der PS4. Habe ich selbst Monate ein und... Das Teil ist echt genial. Okay. Dann muss ich mal gucken. Rush ist Aufenthaltsort. Einen Adapter habe ich leider gerade nicht. Kein Auto-Aim mehr. Warum nicht? Hilfe. Na ja. Geht auch so. Was denn? Will sich wieder jemand auf mein Gesicht setzen? Please don't. Geht's hier noch raus? Ne, ne? Oder kommen die Stimmen von vorne? Ich guck mal. Ich will mich nur nach hinten absichern. Okay. Danke, dass du mein Display von Grimdorn gemacht hast. Danke dir habe ich nur noch einen Diablo 2 Nachfolge gefunden. Ja man, Grimdorn voll geil. Grimdorn macht so viel Spaß einfach. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Okay, warte. Ich muss gleich was trinken. Ich habe echt einen Pappmauer gehalten. Dieser Zugtyp. Mickey und Lou reden immer davon, dass dieser Typ unsere Probleme lösen wird. Also ja, die Mine ist nicht so produktiv wie wir gehofft hatten. Aber alter, wenn ich könnte. Ich hätte dieser Stinkfresse schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt. Zweimal hat er schon versucht abzuhauen. Wir müssen ihn helikoptermäßig überwachen. Rund um die Uhr. Völlig Banane. Aber die Zwillinge meinten nur, dass er am Leben bleiben soll. Die haben nicht gesagt, dass es mit ihm... Hä? Die haben nicht gesagt, dass ihm gut gehen muss. Vielleicht toben wir uns einfach ein bisschen aus. Okay. Ich sehe euch. Und ihr seht mich. Wieso ging das nicht? Hätte eigentlich gehen müssen. Ich sehe euch. Und ihr seht mich nicht. Ich passe das. So, kam Bruno. Dankeschön. 1A Dienstleistung. Ja, was ist da passiert? Können wir mich hier treffen? In der Halle heißt das. Oh. Na ja, gut. Überbande. Das... Das war es aber noch nicht alles. Da hinten... Was war das denn gerade? Da fiel gerade Eiwelle nach runter? Oh, ich habe das Gefühl, Herr Rush ist gerade aktiv. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich dachte, du wärst tot. Ach, geht so. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Lass dir Zeit. Lass dir erstmal Zeit kommen. Ach, jetzt... Du kommst wegen mir zurück. Ja, klar. Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Du schuldst mir doch Geld. Wir müssen weg. Sofort. Ja, gut. Jetzt... Nicht mal... Wir wollen uns mal nicht überstürzen. Wir müssen noch looten. So, ja... Ja, ja, mach ich. Wir müssen echt schnell los. Ich weiß, wir müssen richtig schnell los. Richtig... Ja. Ja, geil. Aus der Ficknudel pressen. Na, das können die beiden Mädels bestimmt ganz gut. Das... So... Mmh... Shotgun? Nee, ne? Komm schon. Wir müssen von hier verschwinden. Schwing dich auf das Motorrad. Können wir uns die dann zu Hause wiederholen? Geh sie weg. Geh ans Geschütz. Dann bring ich uns hier raus. Warte, wenn ich mal ne Klappe halten würde. Können wir uns die dann zu Hause eigentlich wiederholen, weil wir die jetzt hier liegen lassen? Wir fahren uns hier raus. Du gehst zu der riesen Knarre dahinten. Hm... Okay. Komm schon. Gut. Wir müssen von hier verschwinden. Schwing dich auf das Motorrad. Los, 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 los! Ja! Komm genau auf uns zu! Huch! Wir sind an uns dran! Beine! Direkt hinter uns! Hä? Wo? Ach da! Jetzt! Hä? Der hat doch vorher gesagt. Hinter uns! Vor der Zauberer! Die sind da rechts! Beine! Direkt hinter uns! Ja! Vor uns! Hinter uns! Überall! Ich kann ja nicht überall sein! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite ist nichts! Du Spack! Der ruft aber präventiv, oder? Boah! Auf der linken Seite! Trüben auf der linken Seite! Wieso stehen die eigentlich alle in der Natur rum? Was mit dem? Ist das Naturfreunde? Beine! Direkt hinter uns! Die alten Naturfreunde! Wir sind hinter uns! Was ruft ihr denn immer? Wir sind an uns dran! Wir sind an uns! Kommt der wieder her? Okay! Hä? Ich muss die abhängen! Ich pack der Feld ein! Ich hole noch die Fässer ziehen! Ich muss sie abhängen! Ich muss sie abhängen! Er muss sie abhängen! Er muss sie abhängen! Ja! Jaja! Muss sie abhängen! All diese Autos. Ach, die jetzt aus dem Wald kommen, aus dem Nichts? Okay, cool. Was machen die alle im Wald? Oh, ich glaube, ich muss mir auch gleich was zu knabbern. Was? Was? Sein Bein ist wo? Okay, du gehst als geschützt! Sie sind links! Sie sind rechts! Nach Prosperity. Die muss ich erst mal markieren, damit ich weiß, wo ich hin muss. So, ähm... Prosperity! So. Ja, das können wir bestimmt hin. Aber ich muss erst mal rückwärts, glaube ich, ne? Let's go. Ist er eigentlich am Geschütz? Haben wir ihn dabei? Sitzt er mit drin? Ich habe keine Ahnung. Ich fahr einfach. Hauptsache, ich bin sicher. So, let's go. Ciao. Das ist momentan zu ruhig, oder? Wie viele Autos, das wird deren Gebiet, glaube ich. Aus irgendeinem Grund stellen die sich Autos auf. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Hättest du ja umgekehrt... Hast du ja umgekehrt. ...eines Nachts wurde das Bergwerk von Leuten angegriffen, die aussagen, als kämen sie direkt aus der Steinzeit. Sie haben mit Pfeil und Bogen gegen Schrotflinten gekämpft. Gut. Schüssen ließen sie sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an Zauberei oder Magie, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Wenn du herausfinden kannst, was ihr Geheimnis ist, haben wir vielleicht eine Chance. Das Lied von Herrn Seed. Moin! Ah, sehr gut. Cool. Erstmal ein Saufen. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nutzen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten. Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay. Jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Ich dachte, der trinkt selber. Los. Also gut. Fangen wir an. Wow, wow, wow. Hey, warte. Wie wär's mit ausruhen? Gute Idee. Ja, naja. Das hat sich sehr gut angehört. Ja. Ausbruch ab. Hä? Warum läuft der Junge in Zeitlupe? Hä? Achso, deswegen. Ich dachte gerade, was ist denn hier los? Du bist doch aus dem Zug. Mhm. Kannst du was spielen? Bing. Spielst du was? Ja. Sie bewegt sogar die Lippen. Ohne zu singen. Cool. Cool. Salesforce. Ja. Amerika. 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 Einige. Und Dubstep! So. Entschuldigung, ich wollte es kaputt machen. Across the wilderness. Ich mag Musik. Oh. Ich mag nicht unbedingt Text, aber ich mag Gitarrenmusik. Ich mag Gitarrenmusik echt gerne. So, was ist hier? Erstmal drüber springen mit den Arschgrillen. Okay. Wir haben 344 Ethanol. Ja, hallo. Wurfmessern. Ich gucke aber erstmal. Was wollten wir machen mit Ethanol? Ähm, am, 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 am. Den... Die Werkstatt wollten wir machen. Werkstatt. Oder? Wollten wir Werkstatt machen? Ja, ne? Entschuldigung, ich hab das Lied abgebrochen. Sie war echt schön. So, Waffen können wir auch gleich noch machen. Wer stöhnt denn da so geil? Ich möchte aber nicht sagen, dass der Far Cry 5 Soundtrack verdammt geil war. Der war verdammt geil. Gott shed this grace on thee And crown thy good with brotherhood From sea to shining sea From sea to shining sea Singt die noch weiter? Wenn die noch weiter singt, hol ich kurz was zu trinken. Die... Sie sind weiter, ich geh ganz kurz was zu trinken holen, ja? Dann bin ich gleich wieder da. So, ich bin gleich jetzt nach einer Sekunde noch was zu trinken. Bis gleich! So, ich bin gleich, ich bin gleich, ich bin gleich. Wie die jetzt auch noch pfeift, cool. So, warte. Oh, da Rollo-Schokolade, geil. Rollo würde ich auch nehmen. So, ich bin gleich, ich bin gleich. Dann ess ich reimlich, warte mal. Mach schnell was. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. Ich esse jetzt von Rügenwalder vegetarische Münsrikadellen schon wieder. Weil das irgendwie, ne, nicht mal diese Chicken Chips immer. Die sind aber leichter. Come and go with me to that land where I am bound. Come and go with me to that land where I am bound. Nee, die schmecken echt geil. Die schmecken echt richtig gut. Sonst würde ich ja nicht holen. Auf Wünsche und Fabian, Dankeschön. Die sind echt lecker. So, als Snack. Hm. Hm. Hast grad zwei Lieder. Boah, jetzt ist Cola kalt. Oh. So. Hm. Hallo. Leute fragen immer wegen dem Pinkstich im Spiel, weil ja sehr vieles Pink ist. Ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Rage 2. Ähm. Pink und dieses Zyran sollen immer so, das soll immer punkig wirken, glaube ich. Ich glaube, das ist das Ding. Rage 2 ist ja auch sehr knallig mit den Farben. Flauschikekse, Dankeschön. So, hohe Kunst. Was passiert denn da gerade? Der Junge hat wieder gesoffen. Dafür brauchen die Ethanol. So, und lieber Max, auch dir Dankeschön. Ähm. Hammer Speedshot. Okay. Ich guck da mal nach Adapter. Ich finde, das sieht mega aus, diese Pink und Lieder. Ich mag das ehrlich gesagt auch. Ich mag diese punkigen Farben. Also diese Pseudopunkige Farben, wenn wir ehrlich sind. Aber ich mag die trotzdem. Ich mag das auch mit den vielen Blumen hier überall und so. Ich mag das. Ist vielleicht nicht jedermanns, ne? Weil manche Leute sagen, ist zu bunt. So, ich mag halt bunt. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich ganz kurz, ich wollte hier ja Verbesserung. Waffeen. Kiyuchimi. Dankeschön. Mhm. Mhm. Rage 2 werden wir bestimmt auch noch ausprobieren. Also mindestens im Stream. Koop, Rage 2. Also bei dem Spiel hätte ich echt voll Bock, dass mit Tobi echt mal, ne? Zumindest ein bisschen mal ne Runde. So. Far Cry war doch mal die absolute Speerspitze des Realismus. Ja, aber Far Cry ist ja inzwischen, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, ich bin jetzt nicht vom Fach. Aber Far Cry ist ja inzwischen, mehr so ein bisschen die Richtung, ähm, Just Cause gegangen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, äh, täuscht. Ich will nicht umsandeln. Mhm, 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 mhm. Hm? What the fuck, Realismus? Im ersten Teil kamen Mutanten. Oh. Okay. Ähm. Wir könnten nochmal reingehen und die Waffe austauschen, oder? Vielleicht können wir die auch mal probieren. Mal gucken. So, warte, warte, warte. Landfahrzeuge. Wir holen uns mal wieder das Hörkomobil. So, äh, liefern. Hörksvermächtnis. Hörk! Das Haupthaus ausbauen, weiß ich gar nicht, können wir nächstes Mal gucken. Bitte bessere Waffen herstellen. Gut, wenn ihr das wollt, dann mach ich das. Ich halt mich ja da ran. So. Alter, wir sind so mega ugly. Furchtbar. Das ist einfach der beste Ersatz für Zahnseide. Und für ein langes Leben ist Zahnseide... Okay. Okay. Also Waffen. Ich geh mal kurz in den Waffen. Danke für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Wir würden so viel davon brauchen, wie du uns geben kannst. So, öffnen. 500 Ethanol kostet das jetzt. Alter Schwede. Okay. Wappen. Waffen. Wappen hier los. So. Club. Schaufeloptimismus. Improvisiertes Schraubrohr brauchen wir nicht unbedingt. Ähm, 9. Faustwaffe. Faustwaffe leise, das wär mein Ding. Die würd ich gerne. Machen wir mal. Hier hin, ne? So. Dann haben wir die schon mal. Ansonsten, Retro Sci-Fi. Kleines Schottgünchen. Äh... Den Gürtel enger schnallen heißt entweder kleinere Essensrationen oder aufpassen, dass die Schrotflin nicht auseinander fliegt. Okay. Ähm, Sturmgewehr leise. Eine tolle Alternative zu Scharfschützengewehren. Am hinteren Teil mag vielleicht eine Sprühdose sein, aber warte nicht, dass Farbe rauskommt, wenn du den Abzug drückst. Schön. Ähm... Nahkampf. AK-47. Oder... Hm... Ja, wollen wir Sniper machen? Hallo Gronkh, was hab ich verpasst? Ähm, bis jetzt ist eigentlich Far Cry New Dawn. Der Jäzorn ist aber auch eigentlich ganz geil, ne? Handhabung ist echt scheiße, sieht man auch. Reichweite ist bei beiden gleich, komisch, aber ist bei allen gleich. Okay, ich hab gedacht, nur Sniper hat eine höhere Reichweite, aber hey... Okay, den Besitz ausrüsten. Statt dem Sägeblattwerfer? Ja, mach mal statt Sägeblattwerfer, komm. So. So, so ne Sperenz hier machen wir erst, wenn wir mal einen Platz frei haben hier. Selbstgebaute Schleuder. Leise. Holzwaffe für die Momente, in denen du deinem Jugendlichen leichts in Luft machen willst. Okay, das ist auch cool. So. Schaufel mit dem Smiley. Bringt ja nicht viel. So. Okay, werfen wir mal Hauptgebäude aus... Kann man das Hauptgebäude ausbauen? Ne, ne? Wir haben zwar jetzt den Dingens, befreit ihn hier, aber... ...haben wir alles. Okay, ja, dann verbessern wir mal. Let's go. Alles klar. Solarpaneele. Wunderschön. Ja, dann? Oho. Oho. Alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient? Habt euch verdient, ich prost euch zu. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Sie sind da. Sie müssen die Kinder reinbringen. Komm. Aber Alter, das Hauptgebäude sagten sie. Ist ne gute Idee, sagten sie. Ja. Die waren grad grad happy. It was deiner Kinder. Dankeschön. Ey, die feiern doch nur. Oh nein. Ach. Ha. Nimm die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen. Kamina. Keine Sorge, alles wird gut. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deines Helden hier. Vor dir lief ihr alles bestens. Aber du. Du bist ein beschissenes Problem. Du stielst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein. Warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klar machen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst. Jedes Kind, das du inspirierst. Jede Siedlung, die du baust. Nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nicht fallen lassen. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du? Du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, werden wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut. Alles gut, gehen wir zurück. Mal los. Ja, gut. Die ist ein bisschen aufgebracht gerade. Es ist wieder diese Zeit im Monat. Gut. Im Autoradio sind jetzt mehr Kanäle verfügbar. Das ist ja Hauptsache. Was? Jaja, warte erst mal. Mhm. Mhm. Das kriegen wir hin. So, die Belagerungs-Story-Missionen. Ähm. Und ja, die sahen halt echt aus wie von Tic-Tac-Toe. Das muss man leider mal sagen. Die sahen aus, also die sehen cool aus. Cooles Charakter-Design. Ohne Frage. Ähm. Aber, erinnere mich halt echt an Tic-Tac-Toe. Ich hab grad einfach nur erwartet, dass die anfangen, ich find dich scheiße. Mhm. So richtig scheiße. So. Warte, Vorteile. Wir haben 13 Punkte. Da würde ich fortgeschrittene Takedowns, oder? Fortgeschrittene Takedowns. Ich weiß nicht. Trage eine vierte Waffe. Ja. Machen wir das, oder? Die fortgeschrittene Takedowns wären eigentlich geil, aber... Mehr Faustschaden. Lungen-Kapazität bewaffnet und bereit. Lade nach. Geschicklichkeit. Verdeckt. Kostet acht. Sieben. Und vier. Mehr dies, mehr das, mehr Ananas. Ähm. Was haben wir hier? Schweißbrenner. Repariert Fahrzeuge, öffnet Saves und verbrennt Gegner. Auch nice. Himmelsstürmer. Ja. Mit dem haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Ich mach auf jeden Fall vierte Waffe. Alchemie-Skill? Wat? W-Wet? Ich nehm das sogar ernst. Mechaniker. Saboteur. Okay. Mechaniker. Sprenger die Überhitzung. Wenn du Fahrzeuge reparierst, dann reparierst du sie langsam von selbst. Kurzschluss. Spreng voneinander werden automatisch entschärft. Taktisches Fernglas. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das Fernglas brauchen wir auf jeden Fall, ne? Das mach ich. Und schwer bewaffnet mach ich auch. Dann haben wir noch fünf Punkte. Wollten gerade überreden. Okay. Lade nach, während du mit halbautomatischen Faustfeuerwaffen oder Scharfschützengewehren zielst. Okay. Ob das viel bringt? Flaren und Dankeschön, Flaren. Ob uns das viel bringt, weiß ich nicht. Zwei und drei. Komm, dann machen wir das hier. Faustschaden, Lungkavazität. So. Okay. Hey. Hab gehört. Es war schwer herzukommen. Wa... Warum guckt die mich so fies? Verliere nicht den Mut. So war es auch direkt nach dem Kollaps. Man erringt einen kleinen Gewinn. Man erleidet einen großen Verlust. Aber wir haben überlebt. Wir werden auch die Highwaymen überleben. Ja, das IG wär immer das. So. Oh. Ah. Moin. Es ist schön, nicht mehr in diesem Bergwerk zu sein. Danke, Cap. Schönen Tag, Sir. Ich mache ja nur meinen Job. Äh, was wollten wir noch machen? Wir haben das Ding hier erweitert. Wollten wir noch irgendwas anderes machen? Waffen haben wir gemacht. Das Ding haben wir erweitert. Wollten wir sonst noch irgendwas machen? Danke für deinen Einsatz. Oder wollen wir los? Hm. Okay. Huch. So. Anna Bananita. Dankeschön Anna Bananita. Anna Bananita. Vierte Waffe aussuchen. Ja. Kann man machen. Ich bin wieder da. Hör Neon Asiate. Ich hoffe, du lebst dich hier gut ein. So. Und Charlie. Dankeschön Charlie. Werkbank. Ne. Wo sind die Waffen? Krankenstation. Sprengstofflabor. Boah, ich kann mich hier noch nicht so aus. Hast du schon ganz schön viel bewegt. Achso, die sind ja Waffen. Sag ich doch. So, öffnen. Herstellen wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach mal kurz auswählen, welche Waffe wir da nehmen. Oder wollen wir eine... Ich nehme doch den mit, oder? So, die da unten, die Slots, die ausgegrauten, die sind ausgegraut. Da kann man nichts mitnehmen. Sägeblattwerfer ist halt geil. Ich finde den halt echt cool. So. Das war schon bei Unreal Tournament meine Lieblingswaffe. Der Säge... Der Sägeblattwerfer. Unreal Tournament. Leute. So lange her. So geil. Hm. So. War das der Schlechte? Ah, Mann! Entschuldigung, ich war abgelenkt. Lurichoni, Dankeschön. Ich hab einfach den Erstbesten genommen. Entschuldigung. Neon Asiate etc. pp. Genau, Ravenhorn bei Half-Life. Da gab's ja auch einen. War das eigentlich vor, oder? War das vor, oder? Oder, 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 oder? War Half-Life 1? Ne, Ravenhorn war Half-Life 2. War das vor, oder nach Unreal Tournament? Weiß ich gar nicht mehr. Da ist der Gute. Den nehmen wir natürlich. Entschuldigung. So! Headset passt heute auf jeden Fall zum Spiel. Oh, okay. Das bloody Mietchen! Das Mietchen-Pupinchen! 50 Monat! Alter, diese 50 Monate. Immer wenn ich die sehe, haben einige diesen Monat erreicht. 50 Monat ist, glaube ich, das höchste, was man gerade haben kann. Alter, das ist gnadenlos viel. Gnadenlos viel. Ich glaube, der Twitch-Channel existiert... Ja. Der Twitch-Channel existiert, glaube ich, seit 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Aber seit über... vier Jahren sind wir jetzt hier... wirklich jeden Freitag am Stream. Das ist krass. Das ist echt krass. So. Darf man nicht drüber nachdenken, ne? Irgendwer hat uns den Typen geklaut, den wir aus dem Zug geholt haben. Und dabei hatten wir noch viel mit dem vor. Das müssen die Lose aus Prosperity gewesen sein. Dafür werden sie bezahlen. Das fällt denen jetzt erst auf, nachdem die bei uns am Camp waren? Was für Spacken. Bitte. Diese Spackernacken. Was ist da los? Die checken aber nix. Die Schwestern. Den zünde ich die Haare an. Da drücken wir die Raster mal ein bisschen in den Grill, wa? So. Du 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 du. Ich laufe hier durchs Grün, damit wir nicht über die Straße lau... Ich laufe hier durchs Grün, damit wir durch die Straße laufen. Hallo ihr Süßen. So. Ja, Blumen pflücken müssen wir. Mit den Blumen beleben wir ja unsere Kameraden wieder, falls sie fallen. Claire Grizzly. Dankeschön. Aus Tokio. Oh, wegen der Zeitverschiebung. Oh, liebe Grüße nach Tokio. Aber ganz ehrlich, ich glaube du hast den besseren Deal. Ich wäre jetzt tatsächlich momentan auch gerne in Tokio. Wäre ich echt gerne. Wie wäre es denn, wenn wir uns nächsten Freitag statt im Stream einfach alle in Tokio treffen? Wäre das nicht vielleicht auch mal ne Abwechslung? Hm. Und Bipsinator erst 45 Monate. Das ist natürlich echt wenig. Also 45 Monate, das ist natürlich Puh. Also... Wow. Und Toni, auch dir Dankeschön, lieber Toni. Hm, okay. Wie alle schreiben das, ich bezahle? Ich mach Donation Goal. Wenn da jeder 2000 Euro spendet, dann kriegen wir das schon hin. So, Babylon, Dankeschön. Das schaffen wir dann schon. Okay, wir können mal... Ja, die ist richtig nice. Okay, warte. Ah, okay. Okay, 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 wie komm ich wieder raus? Wie komm ich wieder raus? Wegstecken. Einfach mal wegstecken. Hallo, wo ist die Vorrat? Da. 908 Meter da hinten. Wo ist sie hin? Natürlich werden die sofort wieder hier auftauchen. Auftauchen. So, warte. Muss ich wieder raus? Sch... Ich kann noch ja... Ich bin auch wieder raus. Ich bin auch wieder raus. Und da... Wir müssen da hin und sind auch schon fast da Statt Tokio Braunschweig kommst du billiger rum Sagen wir mal so, Braunschweig eignet sich nicht mal wirklich als Lidl Tokio Ich meine das echt nicht böse Also als Lidl Tokio Das meine ich wirklich nicht böse, aber Tokio ist halt schon Ne, ist was anderes Sö Nairu, Dankeschön Geile Mucke Okay Schlange so tschüss Okay, da nehme ich mit Da nehme ich mit Ja, ansonsten Bründern voll, was liegt hier noch? Alles voll, okay So, warte, 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 warte Da müssen wir rein, da müssen wir rein, da müssen wir rein Weißt du was? MP3 Player entdeckt, was denn? Was ist denn jetzt los? Hallo? Ja, also Ich bin Argumente nicht ziehen Eins von vier, wir brauchen wieder Klebebänder, alles klar Audiophil Nebenmissionen Finde alle MP3 Player in HopeCon Ich hasse diese Sammelquests Ich hasse das Ich bin nicht gerne in Paris Ich bin da kein Freund von Auch wahrscheinlich wieder eine subjektive Geschichte, ne? Weil wegen Amour statt der Liebe, aber ganz ehrlich, ne Ne, sorry Die dritte Nacht in Folge ohne Abendessen Aber es könnte schlepper sein So, hallo Bienchen So Okay, lesen Verblasste Seite Im ganzen Conti gibt es nicht mehr einen einzigen funktionierenden Motor Benzin gibt es einfach nicht mehr Aber irgendwie muss es doch möglich sein, dass Motoren auch mit Holz oder Kohle laufen, dankeschön Klappstuhl Und ich werde das höchstpersönlich rausfinden Ich habe meine Vorräte auf der anderen Seite vom Weg verrammelt Und da sind sogar ein paar Songs auf dem Player, um die Zeit totzuschlagen Drei Jahre Kollaps kriegen mich nicht klein Schneid euch an Hier kommt ein Mail, das anpacken kann Wow Was für eine Ansage Okay So Wir müssen, äh ich will Du hast wohl neun Leben, was? Richtig Wir haben nicht die nötige Hilfe von außerhalb des Tals gekriegt Kim hat das Leben ihrer Tochter umsonst aufs Spiel gesetzt Kann man ja auch mal so sehen Okay, ich geh mal oben drauf Wir brauchen hier noch Mädel mit tiefer Stimme Naja, das gibt's heutzutage natürlich auch Gibt nicht, was es nix gibt Gibt nicht, was es nix gibt Gibt nix, was es nicht gibt So rum So, hier ist nischt Wir brauchen wieder zwei Klebebänder Keine Ahnung, wo die sind Haben die vielleicht eins da, wo die suchen? Die beiden Herren dort drüben Jungs, habt ihr ein Klebeband hier gesehen? Da ist Müll drin, okay Aber hier können wir nicht reden Die wühlen Müll, okay Ähm Wo könnte denn Geht's hier noch rein? Achso, das ist da Wo könnte denn hier noch das fehlende Klebeband sein? Wisst ihr das? Du hast schon alle? Ich hab schon alle? Bin ich so schnell? Ja Mensch, wir haben schon alle So schnell sind wir also, okay Ähm, ein Bärendienst, Schatzsuche Ja, wenn wir schon mal da sind Lalalalalala Hab mit Photoshop den Zwilling und die Sängerin von Diktak Thoma auf ein Bild gekleistert Die sehen sich echt ähnlich Habs an dich getwittert Okay, ich bin gespannt Ich werd nachher reinschauen Jetzt momentan geht natürlich schlecht Aber nach den Streams lese ich auch immer nochmal die Timeline durch Auf Twitter Zumindest die zum Stream Lese ich mir dann hinterher immer nochmal durch So Hoppala, hoppa Dankeschön Und da sind wir auch schon Was ist das denn da? Ach, ein Hirsch! Das Fangzentrum, falls sich jemand erinnert Sieht inzwischen halt alles ein bisschen anders aus Bist du lieb? Oh ne! Zu viele Autos Liegt's auf dem Grabstand? Okay Ähm Sniper auf dem Dach Ist ungemütlich Oh warte, da kommt jemand Oh 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 Hh Oh 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 Seid schwer verletzt, nicht dir helfen Jetzt habe ich mich Hast du nicht? Da war doch noch jemand auf dem Dach. Auf meine Leiche spucken? Das muss jetzt aber nicht sein. Please do not feed animals, okay. Fangen. So, die Frage ist natürlich, wo ist denn die Dame? Benutzt doch das Fernglas. Ja, Mensch, das könnte man theoretisch machen. Es wäre langweilig, oder? Entweder wäre es langweilig, oder ich habe es vergessen. Eins von beiden, ihr könnt es euch aussuchen. So, Waits Tagebuch. Ich habe neulich in der Nähe der Kirche gebunden und habe also eine Art Krypta unter dem Gebäude gefunden. Wer hätte das gedacht? Sah aus wie der perfekte Platz für meine Vorräte. Also habe ich alles schön ordentlich eingeräumt und den Schlüssel dem neuen Bären gegeben, den ich trainiert habe. Er kommt immer angerannt, wenn ich das Signal gebe. So, wie wir es geübt haben. Hab mich noch nicht einmal ausgeschlossen. Ein Bärendienst. Wir müssen also einen Bären rufen. Finde eine Möglichkeit, Bären zu rufen. Bären! 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 Knackiger Spaß im Glas mit Bärenzinn. Ähm. Okay. So, Fingergans! Dankeschön, Fingergans! Komm ich da hoch? Ich weiß es nicht. Nein! Nein! Die Antwort ist natürlich nein. Wie könnte die Antwort ja sein? Oh! Hab sie rasiert, glaube ich. Boah! Ich kann sich sini! Aaaaaaa! Oh, was denn was? A mit Gamepad. So. Was eigentlich schön ist denn... Eins von sechs, äh. Großartig! Ich freue mich. So. Ja, von hier oben aus haben wir hier die Kamera. Das haben wir schon mal geschossen im vorherigen Teil, falls ihr euch erinnert. So, Elflin, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wollte schon längst wechseln, aber ich kann nicht aufhören. Alles wie immer. So, da drüben seh ich wieder Zahnräder. Wir bringen die Glocke gleich zum Klingen, aber erstmal würde ich gerne... ...noch hier... Okay, die Cheeseburger gibt's hier aber immer noch. Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Hat hier nicht grad was geblunken? Wo war dat? Da drin, okay. Ist ja wohl, ruhig mal... Ruhig dich mal schlagen. So, einmal kurz häuten. Und dann... Woodman 280, Dankeschön, lieber Woodman! Gut, wer macht den... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Bam-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba... Wie einfach überall so Sandhaufen liegen, warum eigentlich? Hat es denn hier so... Aber naja, vielleicht hat es ja gestürmt oder so, ich hab keine Ahnung. Hier sind auch Messer, Wurfmesser haben wir voll, haben wir noch nicht einmal benutzt. Tja, ich würde gerne da mal rein, was ist das hier nur mit dem Sand? Fang. Ich glaube da können wir nicht so einfach rein oder? Vielleicht können wir hier irgendwie drauf, aber ich glaube nicht, dass wir ins Gebäude kommen. Das war früher mal anders. Was war das denn? Okay, die Glocke zum Klingen bringen. So schon mal nicht. Haben wir denn... Ich mein, könnt ihr ja theoretisch... Kommt zur Andacht! Töte den Bären! Das ist natürlich jetzt die leichteste Übung. Tschüss! Die leichteste Übung, die leichteste Übung! Nein! Oh, Alter! Vor allem, die vertragen halt so ewig viel, ne? Das könnte noch ein Jahr dauern, bis wir den kriegen. Hmm... ... 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 Fleisch. Lecker. Hm. Hmhmhmhmhm. Achso, wir müssen ja hier noch irgendwo, ne? Wo ist denn hier? Hol dir! Hier unten? Hol dir? Wo ist denn hier der... Wo kann man denn mal? Ist denn das hier vielleicht? Könnte es sein, dass wir hier eventuell... Ich bin mir nicht sicher. So, Umbrella-Kauf, danke schön. Dein Name macht mir Sorgen. Ja, hallo. Wades Tagebuch. Ach, Wade. Die Lage bessert sich. Jawohl. Ich hab das neue Fangzentrum-Schild draußen angenagelt und allen Bescheid gesagt, dass ich Tieren helfen kann, ein bisschen länger zu leben. Aber der Bär... Irgendwas stimmt mit diesem Bären nicht. Er guckt mich immer so komisch an und schmatzt dabei. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er hungrig aussieht. Wie auch immer, die Sache gefällt mir nicht. So, Bärendienst abgeschlossen. Na gut. Da... Die Bärenfilets... Ich weiß nicht, ob die bis nächste Woche haltbar sind, wenn wir uns alle in Kokio treffen. Das weiß ich noch nicht genau. So, Wade. Hast du noch was eingesprochen? Die schreien Briefe, nehmen Kassetten auf, Träumchen. Ich sag dir, Wade, du kannst diesem Bären nicht trauen. Irgendwann läutest du diese Glocke und das Vieh kommt angerannt und reißt dich in Stücke. Warum hast du deine Schlüssel nicht deinem Vogel oder so gegeben? Irgendwas, das, du weißt schon, keine Menschen frisst. Ich muss noch essen. Oh, da geht's. So. Nehme ich mit. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Wieder ein paar Münzchen. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Zehn die Zahnräder zu dem Sammeln oben. Oh nice, sehr sehr gut. Also diese Schätze ausheben lohnt sich halt wirklich. Muss man einfach mal sagen. Das lohnt sich einfach. Allein wegen der 3 Zeitschriften man findet. Kaliber 50. Kaliber 40. 40. Isle of cheese. Isle of travel. Jemand. Hat tatsächlich ein Isle of travel Shirt geschickt. Ich wollte es ihm mal ganz gut sagen. Können wir uns jetzt anhören, wo jemand uns 30 Minuten erklärt, wie man Wasser abkocht? Das Feature fehlt hier bei dem Spiel. Das verstehe ich halt nicht. Bei dem Spiel hier fehlt einfach diese Audiokassette, wo jemand 30 Minuten lang erklärt, wie man Wasser abkocht. Das haben sie nicht eingebaut. Und ich finde das zieht das ganze Spielerlebnis einfach komplett nach unten, weil sorry, ohne diese Kassette ist es halt nicht spielbar. Ich möchte gerne 30 Minuten an Ort und Stelle stehen, wo ihr einfach diese Kassette anhören. Snoozles, Dankeschön! So. Okay, haben wir jetzt hier alles? Oder muss ich noch rumsuchen? Wir haben alles, alles klar. Da kann ich ja noch länger rumsuchen. Okay. Naja, hier hätten wir noch lang gehen können. Okay. Da geht es noch sehr weit. Oh, alles klar. Aber die Map ist nicht unbedingt klein, ne? Ach, Mary Lou! Du warst das! Das Isle of Travel Shirt. Ich wollte es bei Forrest in der Aufnahme anziehen. Ich habe es leider verpasst. Verkackt, ehrlich gesagt. Ähm, ich ziehe es in der nächsten Aufnahme an. Ich hoffe, ich denke dran. Das war großartig. Das war wirklich sehr großartig. Ich habe mich sehr gefreut. Isle of Travel. Das ist so doof einfach. Ach, schön. Huch! So, 700 Meter. Kann ich mir irgendwo... Kriegen wir ein Auto hier irgendwo? Gehen die alle zu Fuß? Machen wir eine Festung. Du musstest auf deinem Weg einiges durchmachen. Hä, die wissen gar nicht, wer ich bin. Aber fremde Menschen, die mir begegnen. Okay, hier gehts runter. Drüben gehts wieder hoch. Bauto! Dankeschön bei Bauto! 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 Ähm, komm ich mach das mal. War was können. Kletterhaken. So. Gut. Loslassen. Ja, dann lass doch los. Ähm, Kletter... Kletterhaken. Kletterhaken. Was genau war das für ein Schrei? Was war das für ein Schrei? War das ein... Oh, gut, dass wir nach unten geklettert sind. Schrei. Ich habe gehört, der Julien Bayon ist heute wieder besonders witzig. Ahaha! Entschuldigung. Das ist ja... Föselig. So. So. Dann steigen wir mal. Der Julien Bayon macht heute richtige Berserker-Witze. Okay. Verdammt. Let's go. Hoppa! So. Der Julien Bayon. Arbeitet bestimmt für den Bertelsmann Verlag. Pffftua. Ha, ha, ha! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho! Ach, oh! Tschuldigung. So. Tschuldigung! Ich fange mich sofort wieder. Okay. Wir haben keine Karre, wir müssen darüber. So was. An-Follower-Unlustig, waas? Entschuldigung, kurze Frage Ähm, ich muss, pass auf, ich muss, ich, folgendes Ich muss echt fast 500 Meter in diese Richtung 500 Meter, wisst ihr wie lange das dauert in heutigen Spielstunden? Kann ich vielleicht... Die New Idener glauben nicht an Technologie Vielleicht haben sie recht Brimm, 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 brimm Ich konnte nur auf den Sitz Okay So Okay Okay Sieht echt schön aus Kannste halt wirklich nicht meckern So Down, 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 down Die alte Schamide auszupotzen Okay Was ist mit der Musik? Ist die kaputt? CD zerkratzt? Huch Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Sie könnten kapitulieren Jemand? Fetterhaken Huch Ernsthaft? Ach, da oben hin Auch geht Was auch immer das war, es ist weg Huch Guck Sch Wow Muck ist doch ganz geil Ich wünsch, der Beat wird ein bisschen länger gehen Der ist echt nice War da jemand? Keine Panik Hilfe ist unterwegs Das war nicht so gut Leider, leider sehen die einen sofort nach dem zweiten Snipe, die wissen immer sofort wo man ist, egal wo Ich sollte wirklich mit dem Fernglas absuchen erstmal, ne? Wie damals Wie damals? Erstmal mit dem Fernglas, nicht wahr? Okay, weiter Ich glaube Fernglas Ich kann nicht zoomen Jetzt Ist das nur noch die 3? Wo laufen die eigentlich alle hin? Ich mein, mir ist egal Das war's Okay, gut Wegstecken So Ich wünsche, hier könnte ich nochmal reinzoomen Ernsthaft? Hängt an irgendeiner Alphawand Und jetzt sehen die, wie gesagt, nach zwei Sniper Schüssen sehen die sofort wo du bist Egal wo Ja Leider ein bisschen doof Dass die Schüsse gerade nicht durchging Was immer das da wieder angreifen Was immer das da wieder angreifen, keine Ahnung So Wer schießt da mit dem Mörser? Das sind bestimmt die Mörser Onkels Ach So Warum Wird das nicht ohne die Ahnung Schuss Das ist ziemlich möglich Das ist ja die Oberfläche Ich bin nicht nur die Annahme Ich bin nicht nur die Hörner Ich bin nicht nur die Hörner Sie Guck Na ja, trifft leider nicht so exakt wie bei den Kollegen. Das hat mir noch gefehlt. Hätte mich fast einer gesehen, ich weiß nicht genau wer. Hat nicht gereicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Haha, entschuldigung, gesägnet, oh Gott, das ist ja auch wieder so ein Julienwitz, oh Gott. Auch. Haben die mich jetzt gesehen, oder war das Zufall? Aber ich muss mich drüber gefahren. Ich saß im Busch, in den schönen Blümchen. Niemand fährt normalerweise über Blümchen. Wo sind die? Ich dachte, das geht durch ein Schild. Ah, leck mich doch im Arsch. Eigentlich wollte ich gerade in den Rücken reinhauen, aber leider. Wo ist der andere? Wo ist der Fügt mit dem Schild? Beim zweiten, bei der zweiten Version von dem Ding hat es nicht so angehört, als würde das auch durch ein Schild durchgehen. Aber gut, naja. Dann eben in den Kopf. Das geht natürlich auch. Du, 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 du. Ah, lecker. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. So, E-0 plus 100. Ich freue mich. Wenn wir zurück zur Industrie des 20. Jahrhunderts wollen, würde der Ort, der gibt es in der Welt, die wir in der Welt arbeiten haben. So. 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 Okay. Find's nur komisch, dass jetzt alles mit diesem Nierenfarben Laser sein möchte. Ich glaube, aber Far Cry hat ja vorher schon mit Blood Dragon, oder? Ich glaube, die dürfen das ruhig. Genau wie Saints Row, die dürfen das heute auch. Ja, vielleicht. Ich weiß noch nicht. Ich kann nichts versprechen. Wie geht's denn hier hin? Hier ist ja richtig schön. So. Mighty Meat. Ja, dann kann man es auch. Okay. Können wir sonst noch was mitnehmen? Haben wir sonst noch irgendwas? Hier öffnen. Das ist die Waffenwerkbank, glaube ich, ne? Ja, brauchen wir aber gar eine nicht. Okay, plündern. Nö, komm, wir halten die Base mal. Plündern können wir später noch, wenn wir ein bisschen aufgelevelt haben und so. Dann können wir hier alles plündern. Ja, easy. Ist kein Stress. Stresse ich deswegen nicht, ja? Wir haben echt genug Probleme. So. Okay, ich wollte meinen Kletterhaken hoch, aber so geht's auch. Okay, du... Die Story in Teil 5 wurde dann irgendwann eintönig und langweilig. Hast du die Story überhaupt mitbekommen? Die Story war voll geil. In Far Cry 5, die Story war doch wohl ganz cool. Mit einem... naja, mäßig erfolgreichen Ende. Ich brauch den Raketenweifer. So... Gut, das haben wir jetzt. Ähm... Haben wir gemacht. Dann haben wir hier drüben noch was. 4 von 6. Oh, da haben wir noch nicht alles. Die will ich schon gar nicht mehr retten, wenn ich hier beim ersten Mal zuhöre. Bisele, 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 Bisele! Oh, warte ganz kurz. Wieder Position. Wir kriegen da Position. Position. So. Hä, ist das mal sie? Das ist mal sie. Sie haben schon Leuten Hunde weggenommen, um sie zu essen. Die halten sie auf einem Hügel. Ich kann sie manchmal jaulen hören. Du musst die Hunde retten, Käpt'n. Hä, ich ess die auch. Timber. Ich würd die Hunde auch essen. Hä, das sind einfach leckere, köstliche Wesen. Da kann man ja ruhig mal ordentlich zubeißen. So, aber ich mein, gut, nichts geht über gegrillten Beeren. Das haben wir festgestellt. Okay, ähm. Komm, wir nehmen wieder, oder? Äh, wir nehmen wieder ihn hier. Höchstvermächtnis. Lecker, Hund mit Ananas. Lecker. Das ist Hund Hawaii. Versteh ich gar nicht, wie man... Also, das ist mir ein Rätsel. So. Ah, ich mag die Karte. Könnte ein bisschen dauern, bis wir da sind. Ähm, Apolubi. Dankeschön, Apolubi. Oh, Rupi, 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 Rupi. So. Die Bremse funktioniert echt etwas zu gut sogar schon. So. Moin. Ich würde die eigentlich gerade überfahren, aber die waren zu schnell. So. Ob man hier auch mit dem Helikopter in die Hügel fliegen und dann so ein bisschen runtergleiten kann? Das fand ich bei Far Cry 5 halt voll geil. Hab mir sehr viel Spaß gemacht. So. Übrigens, schießen mit dem Gamepad voll scheiße. Fahre mit dem Gamepad viel geiler als mit Maus und Tastatur. Viel geiler. Auch hier oben, ganz ehrlich, die rosa Sprühflaschenindustrie muss hier einfach so eine Wahnsinns... Die müssen so wahnsinns Umsätze gemacht haben. Ei, ei, ei. Gut, die Leiter genommen. Cool. Grab des Inquisitors. Ist das hier risen oder wat? So ne Haut mal hier in die Mütze! Grab des Inquisitors? Okay. PCs gibt's hier offenbar noch. Mhm. Und natürlich Man's Best Friend Abandoned. Und hier natürlich noch ein Hundebild. Cool. Und ein Autobild? September. Aber welches Jahr steht nicht dabei? Okay. Der Kühlschrank läuft noch. Respekt! Also da, für die lange Zeit. Ich hab immer diesen Gesichtsausdruck einfach voll von My name is Earl angewöhlt. Dieses... Ich weiß nicht warum. Ich fand das immer so gut. Hab ich irgendwie übernommen. Ob das wieder gut ist, weiß ich nicht. Together we march... Ah, to Eden's Gate. Guck mal! Meckelife, Dankeschön! Das ist tatsächlich noch aus Far Cry 5. Der Schriftzug hat's überlebt. Und wir waren hier auch. Ich erinnere mich noch dran, dass wir hier waren. Hier waren immer die Leute von Eden's Gate auch. Aber... So... Wir müssen hier noch mehr von diesem Zeug finden, ne? Warum ist das hier jetzt das Grab des Inquisitors? Ich sehe gar nicht, dass jemand vergraben wäre. Drei von... Oh Gott, wir müssen immer noch drei finden. Na, Glückwunsch. Da ist noch eins. Okay. Zwei finden. Zwei finden. So... Okay, waren wir schon hier oben? Nein, und es ist auch egal. Da oben vielleicht? So, warte. Hm... Hm, 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 hm. Hm... Exit. Ach so. Trau ich mich nicht. Kenn die Steuerung nicht so gut. Und wir müssen erstmal die anderen drei finden. Dann trau ich mich vielleicht. So. Hier ist aber... Ne, das ist gar nicht. Okay, ähm... Knarrts. Bound 0, dankeschön! Bunt. Was meine Lieblingsfarbe ist... Ähm... Ehrlich gesagt, das hört sich mal doof an, aber meine Lieblingsfarbe ist echt Regenbogen. Regenbogen. So. Ich mag's bunt. Wie vielleicht manchmal auch am Streamlayout auffällt, oder vielleicht auch gerade in dieser Einblendung. Bunt ist immer toll. Bunt ist super. So. Ah ja. Hier mussten wir raus und an den Helikopter... Da liegt sogar noch ein Helikopter. Und wir mussten mit dem Helikopter hier fliegen. Ich erinnere mich dran. So. Ansonsten finde ich übrigens blau. Die Farbe blau hat eine sehr beruhigende Wirkung. Ob das jetzt der Nachthimmel ist, ob das... Meer ist zum Beispiel, oder so. Jo, Alter! Hast du Federn, Stelzen, gute Beine? Federn, Stelzen, gute Beine? So. Jo, Alter! Okay. Also klar, ich hab Arme. Aber ich brauch noch welche. Klar, diesen Doktor. Das liegt ja auf der Hand. Oh mein Gott, Alter. Ich bin... Also ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon. Kräuter. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß... Mhm. Mhm. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor acht Mangelerscheinungen und vier Infektionen gerettet. Allein in den letzten sechs Monaten. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter. Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Nico, Dankeschön. Ich fand's im Chat gerade schön. Ja, so stell ich mir Sellerie vor. Fand ich gerade sehr schön. Okay. Tiefseetaucher. Hi, so ein paar Dinge zurückholen. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Äh, wieso kommen wir nicht zur Leiter? Marvication, Dankeschön. Ähm. Voll nach Glückseligkeit. Ja, die Blumen kennen wir. Ähm, ja, da sind wir hochgeklettert. Ich erinnere mich dran. Der sieht ein bisschen anders aus jetzt, der Bunker. Wie komme ich denn da hin? Da kann ich auch nicht einfach runterspringen, ne? Diese Leiter führt... ...nicht unbedingt da, wo wir hinwollen. Ähm. Zehner, wenn du runterspringst. Was? Jetzt den Zehner, bitte. Jetzt den Zehner. Oh, haariges Tittchen. Ich seh keinen Weg nach oben, Alter. Guck mal, ob du einen anderen Weg findest. Haariges Tittchen. Das ist aber auch schön. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Bunker. Und eigentlich müssten hier überall noch Leichen liegen. Ah. Die frommen Gläubigen. Dass das Ding hier unten überhaupt so gut überlebt hat, ist ein Wunder. Haariges Tittchen. Ja, auch diesen Raum kenn ich zur Genüge. Hier sind wir ein paar Mal. Ja, ich erinnere mich daran. Hallo? Ja, ja, okay. Das ist eine gute Idee. Ist das eine gute Idee? Oh, das Wasser steigt aber verflucht schnell, Alter. Du rötest zurück zur Haupthöhle. Okay. Oh, das ist nicht gut. Dass es nicht gut entkomme. Hätte ich vielleicht ein bisschen schneller machen sollen. Ohoho. Jetzt. Oh Gott, unter Wasser ist die Steuerung voll airig. Ich ahne, worauf es hinausläuft. Im letzten Fall ist es mal verbrannt. Jetzt trinkt man. Ironiert schicksals? Ich glaube auch. Nee, zehn hat noch keiner donated. Ah, okay. Jetzt wiederum ist das nicht steigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mehr Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Hm, ich sehe mich um. Klar. Ich kipp hier gleich ein paar Eimer rein. Das ist kein Problem. So, Pistolenmunition voll. Hm, hm, hm. Nein. Nein. Brav, Sitz. Entschuldigung. Ganz ehrlich. Wie haben die drei hier unten überlebt? Wie? Wie um Gottes Willen haben die hier überlebt? Wie viele Jahre sind das jetzt hier? Wie haben die überlebt? Okay. 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 Pride Sloth. Oh, guck mal. Steht sogar noch alles noch. Was haben wir denn hier schön? Gut. Ja, ich drück die ganze NL3. Kannst aber einen drauf lassen. Was du auch tust, keine Panik. Alle Panik in der Gegend ist für mich reserviert. Wenn du Panik kriegst, verbrauchst du den ganzen Sauerstoff in deinem Blut. Dann ertrinkst du doppelt. Das ist Anatomie-Grundwissen. Ich find's schön, dass die Sachen von Far Cry 5 hier noch alle stehen. Im Suchgebiet. Im Suchtgebiet. Okay. Wie soll ich denn da wieder zurückkommen? Ich werde gleich sterben. Ihr wisst das, ne? Geht gleich los mit der Sterberei. Na, das ist nicht so gut, was ich hier mache. Kann ich gar nicht nix machen? Oder soll ich hier eventuell... Ich mein, weil er ein Baseballschläger liegt. Ja, offenbar ist genau das gewollt. Okay. Gut. Da geht's offenbar nicht mehr weiter. Kommt hier Wasser raus? Hallo! Bin mir nicht sicher. Oh, warte mal. Hier liegt noch was. Sektennotiz. Scheiß Deputy. Hat so viel Schaden angerichtet kurz vor dem Kollaps. Alle sollten sich lieber in Acht nehmen. Wenn das gelbe Ventil offen ist, auf keinen Fall mit irgendwas auf die rote Röhre draufhauen. Das Ding ist so kaputt, das geht gleich in die Luft. Die wilden Tiere sind schon schlimm genug, ohne dass uns hier alles blühen fliegt. Also muss ich jetzt nochmal draufhauen. Wo ist denn der Baseballschläger? Ist der Guinea kaputt? Guinea kaputt? Ach, ich hab ihn geworfen. Ah, deswegen. Hab ihn einfach geworfen. So. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. So. Lieber Bastian, viel, viel Dank. Ganz lieben Dank. Ein sehr unauffälliger Zehner. So, Wettschulden eingelöst. Ehrenbastian. Victor, lo ich Dankeschön. Ich muss mit dem Ehrenkram aufhören. Victor, lo ich Dankeschön. Ja, 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 wir sind gleich da. So, und jetzt? Haben wir gemacht. Oh, Wichstücher. Okay. Warte, da liegt noch was. Zurück. Ah, die Tür war doch noch zu. Achso, da steht er auch. Ja, da steht er auch. Questmarker ist dahin. Ah, die Tür war noch zu. Ich hab extra geguckt. Weil ich dachte, das sprengt bestimmt die Tür auf. Ah, da war nischt. Müssen wir mal genauer gucken. Vielleicht hat's gedauert. Okay, war nicht Basti ans Wette. Trotzdem. Geiler Typ. Ich hab gelesen, der Typ, der die Wette vorgeschlagen hat, ist nicht mehr im Chat. Der ist ja bestimmt gleich sofort raus. Hat sich abgemeldet. So. Ist auch okay. Okay, gut. Es war diese Tür, nicht die andere. Okay. Was immer du da vorhin gezaubert hast, du musst es nochmal machen. Dreh an nem Knöpfchen oder Wackel an nem Stecker oder so, um mehr Druck zu geben. Ich geb dir gleich mal mehr Druck. Diese Nachlässigkeit beim Wassersystem wird uns noch das Leben kosten. Wenn du alle Ventile aufmachst und vergisst, die Rohre zu öffnen, die das Wasser wieder rauslassen, wird das Silo geflutet werden. Und wir werden alle sterben. Wir haben schon genügend Prüfungen auferlegt bekommen mit Hunger und Krankheit. Wir haben keinen Vater, der uns durch die dunklen Jahre führt. Eine Flut würde uns sofort zur Strecke bringen. Boah. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ach, Alter. Fahrkader 5 hat echt Spaß gemacht. ACM, auch dir Dankeschön. Hm. Okay. High Pressure Water. High Pressure Water. War das Schocki? Ja, Schocki, danke dir. Aber Basti hat ja schon. Ich danke dir lieber Schocki. Vielen Dank. Aber wie gesagt, war ja auch kein Muss. Kann ich jetzt sagen. Weißt du, jetzt, wo es zu spät ist, kann ich das sagen. So, Problem ist, wir müssen irgendwie wieder zurückkommen. Ist das gut, was ich hier mache? Ja. Da oben ist auch noch nicht, oder? Kann es sein, dass das alles wieder zugeht in einer Weile? Ne, kann ja eigentlich nicht. Öffne und schließt, was? Achso, öffnet alle Eingangsventile, schließt alle Ausgangsventile. Wo haben wir denn die Ausgangsventile? Warning High Pressure, Warning High Pressure. Okay, warte. Öffnet? Nein, warte. Jetzt schließen. Das ist ein Ausgangsventil, nehme ich an. Vermute ich. Das hier ist ein Ausgangsventil. Nehme ich an. Alles, was hier rausgeht. Das geht rein. Das geht auch rein. Haben wir noch Ausgangsventile hier irgendwo? Das ist offen. Das ist offen. Das ist auch offen, geht auch rein. Das hier ist auch offen, geht auch rein. Ist doch offen, ne? Ja, ist offen. Sieht sehr offen aus. Ne, jetzt öffnen. Schließen. Alles umgekehrt. Alter, willst du mich verarschen? Ich dachte, wenn die so spritzen. Wenn die so spritzen, dann ist sie offen, habe ich gedacht. Okay. Ich habe es genau falsch rum gemacht, weil ich doof bin. Weil ich es anders gesehen habe. Okay, High Pressure Water. So, der Bausch. Ich habe keine Ahnung, der Bausch. Ich weiß es einfach nicht. So, das geht raus. Achso, warte mal. Ne. Immer noch das gleiche Problem. Ähm. Das müssten wir jetzt öffnen, ne? Wir kommen hier nicht mehr raus, ne? Okay. Ah. Okay. Wir müssen jetzt... Ah. Ich komme hier nicht mehr. Hilfe. Oh nein, fuck. Ich werde sterben. Ah, es war klar. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo wir lang müssen. Und bis dann ist das Wasser schon so gestiegen. Wir kriegen jetzt schon keine Luft mehr, weil ich gerade festhing. Ja, ich bin gleich tot. Kriege ich hier Wasser? Kriege ich noch Luft? Ja, okay. Okay. Welcome. Jetzt geht's hier auf einmal lang. Finde ich erstmal sehr gut Was ist hier vorher schon offen? Das hier hinten kam mir aber deutlich abgegrenzt davor Ach wie süß ein Nacktmull Oh wie süß bist du denn? Nacktmulle Das sind Nacktmulle Hier will ich adoptieren Geht sowieso nicht Okay ähm Jetzt hier gleich Black Horse Silo Ein schöner Rollstuhl So Im Suchgebiet Alles klar Es geht schon wieder los Okay lass mich raten Wir müssen zufälligerweise von hier Da mal drauf schießen Erhöhe den Wasserstand Hey du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser Versuch mal die Leiter da Ach ja hier war ne Leiter aber die Leiter ist weiter oben oder? So Raja Dankeschön So Raja Mach das Frühstück schön So Raja Was haben wir denn hier? Da sind noch Sachen auf der Kiste Warte mal Ah falls wir hier ja das ist natürlich sehr praktisch okay die Leiter welche Leiter wir müssen den Wasserstand noch erhöhen ich weiß gerade noch nicht wo Da Okay Gut Schlangen Warum soll es hier Schlangen geben hier gibt es keine Natur hier gibt es gar nichts hier gibt es nichts für Schlangen die würden hier sterben die würden hier einfach verhungern Aber ich höre sie Aber ich höre sie Irgendwo da drin Warum ist es denn hier so dunkel auf einmal? Warum ist es denn hier so dunkel auf einmal? Gibt es denn hier Schlangen? Das macht gar keinen Sinn Hä? Und wieso weiß die Frau von oben dass es hier Schlangen gibt? Und wieso weiß die Frau von oben dass es hier Schlangen gibt? Alles sehr dubios alles sehr ich glaube das ist abgekartetes Spiel ich glaube die arbeiten mit den Schlangen zusammen Und Krokodil hat es auch erwähnt Ich glaube die arbeiten einfach mit denen zusammen So Ist da hinten jemand? Ich weiß wie den Kopf okay erstmal hier Schloss knacken Vielleicht ist hier ein Reptiloid Oh das kann aber sein Das kann sein ein Reptiloid So Gute Nacht, alle die schlafen gehen Kein Kopf okay Angereisten Warnt 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 Wie überleben die hier unten? Oh, ich erinnere mich sogar hier. An hier. Wie überleben die denn hier unten? Schöne Gruße aus dem wunderschönen Kuss am Ruhi. Oh Mann, wie cool. Oh, voll schön. Okay, wo es Schlangen gibt, gibt es auch Wasser. Okay. Oder vielleicht doch Krokodile. Sekten und Hitz. Wir lagen im Sterben, abgestumpft, krank und am Verhungern, bis Joseph höchstpersönlich oben am Silo auftauchte. Alles, was er gesagt hatte, war eingetroffen. Und ich, hatte es gewusst. Ganz tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Vater lebt. Ich habe mehr Vertrauen in ihn denn je. Er sagt, dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen. Und das ist in Ordnung, weil ich diesen verdammten Ort nie wiedersehen will. Soll doch, Entschuldigung, hab gegessen, alles buchstäblich untergehen. Ich steige hinauf in ein neues Eden. Wo ist das Mistvieh? Irgendwo unten. Kämpft grad gegen irgendwas. Hm, beruhigend. Was macht es? Was macht es? Entschuldigung, kann gleich weitergehen. Vielfraßhaut. Ups. Alter! Ich dachte, der wäre tot! Das hat mich so angeguckt. Ich dachte, der wäre tot, weil es gerade gegen diesen Badger-Badger gekämpft hat. Moritz Neuber, oh, Dankeschön. Das hat doch gerade gegen das Viech gekämpft. Deswegen dachte ich, das Viech hat irgendwie gewonnen. Wie auch immer, das... Keine Ahnung. Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Oh. Schön. Ja, hey, Krokodile. Oh, Kackwurst. Das Wasser steigt schnell. Bewegt deinen Arsch! Alter, los, 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 los! Ich werde diesen Bunker niemals mögen. Ich werde diesen Bunker niemals mögen. Hör mal, du bist ja voll der Superheld, was? Ein super krasses Fitness-Genie! Du schaffst das! Ich glaub an dich! War das hier? Ne, da, ne? Ah, so. Hey, wie die Tittenfeder! Du hast es geschafft! Hol mein Zeug, okay? Meine Reise-Apotheke! Nicht vergessen, okay? Bitte hol sie! Hm. Kein Problem. Heilige Tittenfeder! Was ist da los? Ich glaub, die mag Titten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaub, äh... Moment, zweifelt jemand, dass ich ein super Fitness-Genie bin? Hat jemand gerade gezweifelt? Oh, apropos. Ich liebe dich! Verfickt nochmal! Ich werde weiterleben! Kein Tod für mich! Kein Tod für dich! Wir können weiter durch die Landschaft stolpern! Ja, hör mal! Ich wüsste da was Besseres! Hm. Ist jetzt meins. Geh ich auch in die Schule verticken. So, was ist los? Oh, du süßes Sahne-Schnittchen! Sie ist zurück! Oh, ho, ho! Das macht das Leben so viel einfacher! Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne drei Wochen später tot umzufallen! Danke! Echt jetzt! Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so'n Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich geh' dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Alter! Alles klar, Penny, mach's gut! Ist doch die Synchronstimme von Penny, oder? Tiefseetaucher! Wofür erhalten die Sachen, die Freunde machen? So, 102. Let's go! Eine kleine Vorratslieferung. Hallo Schatzü! Hallo Schatzü! So. Da-da-da-da-da-da-da-da! Siehst du Gras, das ist illegale Droge! Ob ich... was? Erstes Mal, das haben wir schon... das Thema war tausend Mal im Stream gehabt. Und was heißt hier, siehst du? Es ist eigentlich völlig egal, wie ich das sehe. Es ist hierzulande nun mal so. Wie gesagt, ich persönlich... Wir hatten diese Fußballstadion-Analogie. Wenn Leute im Fußballstadion ganz viel Bier saufen halt immer, ne? Bier ist halt legal und die saufen halt ganz viel Bier. Gibt immer Schlägereien. Und ich hab mir einfach das Stadion vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn Gras legal wäre statt Alkohol. Wie das wohl dann enden würde? Ob es dann auch Schlägereien gibt oder die einfach alle so... ...Arm in Arm lachen. So. Okay. Jut. Die Dame haben wir auch. Selina. Schmutziges Tor. Haben wir ausgelassen? Warum? Oh, das ist nicht gut. Vorsicht. Wir sind nicht irgendwo auf dem Berg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, warte. Berg hoch ist irgendwie... Boah. Berg hoch ist auf jeden Fall leichter. Siehste auf jeden Fall besser. Wo du hin musst. So. Weil hier die Spur einfach nach unten abgeschnitten ist. Und du fliegst, glaub ich, auch mehr. Da hast du weniger Boden ab. Oder ich sollte mal vom Gas gehen. Kann auch sein. Oh. Der wird jetzt aber gut weg. Habe ich jetzt? Oder habe ich die Markierung verloren? einfach. Ich glaub, die Markierung ist einfach weg. Ja, ich glaub, die Markierung ist weg. Oh, okay. Komm, wir lassen ihn mal. Wir wollen ja woanders hin. Ähm, gut, dann dran allen, die schlafen gehen. Ach, das ist das hier? Deswegen, deswegen, deswegen. Okay, ich hab ihn. Schnauze-Schlange. Schnauze-Schlange. Niemand mag dich. Oh, Gamepad. Ah, danke. Ich bin Grobmotoriker. Ich hätt' Fernglas nutzen sollen, ne? Hätt' Fernglas nutzen sollen, ne? Ich bin fast ein bisschen zu gründlich. Shit. Ich kann mit Gamepad nicht ziehen, wenn die sich bewegen. Es ist einfach... ...wie die Leute hier so leben können. Es würde denen viel besser gehen, wenn die so stehlen würden wie wir. Ich wusste, du kommst zu... ...und du fragst du vorderst. Ich schaue so schützen. Ich brauche mehr Munition! Deckst mich! Ist gut! Da, unter uns! Ich seh niemanden! Ja, du hast mich! Hä? Vor die Drama-Queen. Last bullet, Dankeschön! Und Placebo-Birke! Auch dir Dankeschön! Placebo! Placebo-Birke... Lalalalalala... So... Gut. Ich bin nur ganz happy, dass für Gamepad-Steuerung wir die Kills... ...doch eigentlich ganz gut hinkriegen. Dafür, dass es Gamepad ist. So. Überlebenden Tagebuch. Diese Highwaymen hören auch einfach nicht auf. Verteilen sich über einem Tal und plündern alles, was ihnen in die Finger kommt. Ich flieh schon seit Wochen vor denen. Habe in jedem verlassenen Wrack übernachtet. Wenn sich das alles nicht entspannt, krieg ich noch einen Herzinfarkt. Ich muss raus aus diesem Tal. Auch hier so ein Über-Dramatisierer einfach. Man hört es schon. So. Hier. Dankeschön. Dankeschön. Schmutziges Tor haben wir durch. Liegt hier oben noch was? Jo. Gut. Mh, hm, 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 hm. Hm? Was? So. Okay. Worum geht's wieder? Wer diskutiert? Was ist da los? Ich will wissen was... Ich würd gern mitreden. Das wär schön. Äh? Wieso benutzt man nicht das Mg im Auto? Weil wir zu weit weg waren. Und weil ich nicht gleichzeitig fahren und das Mg benutzen kann. Das geht leider nicht. Ähm. Das wär schön. So. Timber! Hund retten. Das Problem ist, die Leute hier im Chat hassen Hunde. Wenn ich jetzt den Hund rette, statt ihn zu essen, sind die alle enttäuscht. Ich glaub den Hund überfahren. War ein Wolf oder ein Fuchs, ich weiß nicht. Ist jetzt auf jeden Fall Belag. Wird ab sofort Sklavendienste für mich verrichten. So. Holger, Dankeschön. Sein Leben gehört mir. Wir können machen damit was wir wollen. Oh, Quatsch. Nein. Okay. Erst den Hund retten, dann essen. Okay, das stimmt. Ja, ja, okay. Dann machen wir das so. Das ist ein guter Plan. So. Wupsi, hoho. Aber ganz ehrlich, komm, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ihr hättet es nicht anders gemacht. So. Verdient Karma? Hä, ich hab grad einen gerettet. Ich hab grad einen Gefangenen gerettet. Was heißt denn da Karma? Ach, Mann. Muss ich mal Zug treppen. Moin. Die ganze Zug-Sache tut mir leid. Kein Sonnenschein ist da. Mhm. Sollte sie auch. Oh nein. Schon wieder ne neue Location. Immer wohl ihr. Alle Freundin von mir hat hier in der Gegend gewohnt. Sie hat ihren Bunker präpariert, um die Highwaymen fernzuhalten und die Vorräte zu schützen. Das musst du dir ansehen. Aber sei vorsichtig. Für mich ist das hier nichts. Ich brauche freies Feld und frische Luft. Du musst wohl das Unmögliche schaffen. Das muss ich ändern. Ähm, Auto. Komm, mit Auto. So, let's go. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ah, da war er schon. So, liefern. Wir können auch mal andere Autos ausprobieren, ne? Wir müssen nicht immer den nehmen, aber der hat ein bisschen Wumms. Unsere neue Metallindustrie, wat? So. Ja, hier. Gut. Ihr wollt den Hund essen. Ihr kriegt den Hund. Ich bin dagegen. Ich mag Hunde. Ich find sie süß und möchte sie streicheln. In Stuben reinkriegen. Aber der Chat will Blut sehen. Was soll ich denn da machen? Die haben gerade alle geschrieben, die machen so ein D-Abo, wenn ich Hund nicht esse. Das tut mir persönlich zwar in der Seele weh, aber... Wat willst du machen? Schade. 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 Upsi. Hoch. Mit ein bisschen Nivea-Creme ist das alles wieder ausgebüben, kein Problem. Möwe, danke dir. Spiel ist voll Knorke, find ich auch. So. Da ist wieder ein Bär. Ja, hat sich gelohnt. Und Jan Salino, auch die Dankeschön. 100 Meter noch, guck mal, wer ist noch gleich da. Oh, ich hasse ihn. Hau mal ab. Nach'n Kreuz. Auch dir Dankeschön nach'n Kreuz. Vielen Dank. So. Vor lauter Freude erstickte ich gerade an einer vegetarischen Bulette, während er alle Hunde essen wollte. Das ist einfach... Oh Gott. Ich quelle über vor Karma. Wo kommen die denn jetzt her? Hätte ich mal nix gesagt mit Karma, wa? Mit Karma braucht man keine Sche... Wer ist denn das hier die ganze Zeit? Ach, da hinten! Ernsthaft? Der hat mich gesehen? Was... Was... Was hat denn der für Augen? Kann ich hier nicht hoch? Ich... Ach hier... hm Dum tthum 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 Ach, die anderen haben, die hat man nicht mitgenommen, ok Oh, na toll, gegen den Zaun. Shit. Hat ja nicht so gut geklappt. Oh Mist. Ich wollte das grad ganz geschmeidig über den Zaun werfen und wollte alle verblüffen, wie cool ich das geworfen habe. Drei Vorteilspunkte. Ja, nice. Da leckt mir die Kimme. Hä, der lebt noch? Durch den Hinterkopf geschossen. Ach, wahrscheinlich... Wahrscheinlich war der Schädel einfach zu stabil. Ja, ja, tschüss. Tschüss. So. Gut, jetzt also zu dem Hund, den ihr essen wolltet. Ähm, ich höre den ja schon. Zugegebenermaßen klingt der auch köstlich. Oh, hier geht's ja rein. Wo Hunde Nahrung sind. Hab ich doch gesagt, der Chat einfach. Daher. Finde den Hund. Schloss knack. Ich knack erstmal das Schloss hier, komm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ah ist aber nicht so gut. Kann ich... okay, Hundehaut mitnehmen. Hundefells mitnehmen. Entschuldigung, geht glaube ich nicht. Okay, warte. Du bist frei! Hier lebt übrigens noch jemand, habe ich gehört gerade. Ruiniert das Fleisch. Wir müssen irgendwie nach da oben. Im Suchgebiet. Ist hier eine Leiter? Natürlich nicht, aber hier. Was? So, Scheißknorpel. Ist das ein Kosename für seine Mutter? Okay, wir müssen da rein, ne? Au. Oh. Ganz ehrlich? Der hat einen höheren Level. Muss ich aufpassen. Ähm. Ich habe momentan eh nur, ich habe nicht so viel Auswahl gerade. Was? Komm raus, wo immer du auf willst! Der trifft mich trotzdem am Arsch. Gut. Mein eigenes Gesicht zu essen. Oh Mensch. So. Der hat den Molly völlig falsch geworfen. Also es ist echt ein Mob, der kann gar nichts. Wie man einen Molly falsch werfen kann, das erschließt sich mir nicht. Hat die Karre explodiert gleich noch? Hä, wieso ist der Hund auf einmal draußen? Ich dachte wir sollen ihn retten. Wie, wieso ist denn der... Hey kleiner. Na? Oh, bist du süß! Oh Gott, bist du süß! Den nehme ich mit! Den behalte ich einfach. Auch selber. Wo, wo, wo läuft der jetzt hin? Ähm. Hä? Ähm. War der nicht gerade noch draußen? Vor dem Gitter? Ähm. Gut, ich... Sag dazu nichts. Oh, der ist so süß, den behalte... Oh, das ist so gemein. Ich mag hier mal Witze drüber machen. Alter. Da... Okay. Schlüssel nicht vergessen! Nicht vergessen! Nicht den Retriever essen! Du hast ihm übelst viel Gift gegeben, damit er den Schlüssel auskotzt. Sei nicht dumm und hol dir nicht schon wieder einen Dünnschiss! Liebe Grüße du selbst! Okay, kann man euch auch freilassen, Freunde. Kreatura 82, auch dir Dankeschön! Vielen Dank! Handleber! Handleber, Handleber! So, Freunde. Wie sieht's aus? Tja, befreien... Ich befreie die trotzdem. Auch wenn die nicht weglaufen, ich befreie die trotzdem. Ich befreie die einfach trotzdem. Trotzdem hätte dieser Hund nicht vorher draußen sein dürfen. Gerade eben. Das war, glaube ich... Ob das ein Bug war? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist ja gut! Ja, ist ja gut! Ja! Shit, halt! Dankeschön! Ohhhh! 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 Wie ist das so... Streichelnhund! Ja natürlich! Komm her! Schon wieder streicheln, komm! Ja, komm mal her! Ohhhh! Ist ja gut! Ja! Zeitlupenhund! Ja! Ohhhh! Ohhhh! Guck mal! Die freuen sich! Warte! Hunde freuen sich! Hm! Was ist denn mit dem Hund passiert? Die Highwaymen schuften sich den Arsch ab und die haben sich ein schönes Hundesteak verdient! Oh, ich sollte vielleicht eine andere Waffe nehmen! Ich sollte vielleicht eine andere Waffe nehmen! Oh, die ist schon tot? Was? Willst du mich verarschen? Ja! Ja! Hätte vielleicht eine andere Waffe nehmen sollen! Jetzt Molly ist keine gute Idee! Hauptsache den Hunden geht's gut! Kommt der hierher nun? So! Okay! So! Vorratslieferung! 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 71 Meter! Später! Gitter! Oh! Was war das? Hab ich mal gesehen? Was war das? Hab ich mal gesehen? Ist hier wegen der Lieferung hier! Pssst! Verrat mich nicht! Die Webra! Dankeschön! Komm hier Leute! Offensichtlich nicht! Dankeschön! Ich sag Dankeschön! Werden wir uns einmal... Oh! Oh! Komm hier! Timber! Pinkelt der auf den? Oder sammelt der Sachen gerade? Komm her! Timber komm her! Komm her! Komm her! Wer ist ein Mudo? Du bist... Du bist ein Mudo! Oh der ist voll schön! Der ist echt voll schön! Ist das ein Schieber? Also Autoschieber Inu? Ähm... Okay... Dann würde ich ganz kurz mal schauen... Haben wir denn noch jetzt irgendwie... Was haben wir denn noch für Sachen? Wir arbeiten uns ja langsam vorwärts! Ach hier gibt's noch... Im Fleischfort gibt's noch was! Da haben wir noch ein Ding vergessen! Dann schließen wir das mal schnell ab! Düdudududududu... Hm... Die Schilde funktionieren erstaunlich gut gegen Schusswaffen! Das geht natürlich nur... Wenn man alles absichert! Wenn die Beine frei sind ist es so ein bisschen schwierig! Okay, da komm ich nicht hoch! Dann ist es ein bisschen schwierig aber hey! So, dankeschön Okay, haben wir denn hier irgendwo noch... Wir brauchen diese komischen Spiralen Hier bestimmt, oder? So Kann man das eintreten? Das geht Okay Das geht sogar sehr gut, aber hier haben wir... Gar nix, da geht's hoch Hier wären wir auch so hingekommen, das ist kein unbedingt... Das ist kein Super Secret Versteck, schade Hab ich ein bisschen gehofft Ah, wo kriegen wir denn... Wo kriegen wir denn... Sieht aus wie ein Akita-Inu Okay, die kenn ich gar nicht Haben wir alle Hunde befreit? Können wir mal schnell gucken Das war die Tür, die ich so gewinselt hat, die können wir nicht befreien Okay Incredible... Oh nein, Klatschnixen Alles klar, ciao Klatschnixen, hier war nur der Safe Da bin ich einfach mal schnell wieder weg Irgendwo müssen wir hier noch so ne komische Spiralschraube haben Da Gut, das war's 4 von 4 Let's go Hund ist auch noch dabei Na großer So, hier ein schwarzer Busch Ich frage mich, was hier passiert ist Irgendein... Hier muss wohl irgendwas getobt haben Ich hab keine Ahnung Was? Achso Okay Pulverlungenmine, da haben wir noch ein bisschen was Da waren wir schon mal Hund, kann ich auf dir reiten, um schneller zu sein? Ich habe natürlich die Fürchtung erst nicht Okay Die haben wir noch nicht gejagt Wir würden dafür ein Achievement kriegen Okay, wen haben wir hier? Äh, bitte kein...bitte kein Puma Amerikanischer Schwarzbär Rang 3 Alles klar, natürlich Warum auch nicht Neuer Tierbau entdeckt Hey Gut, dass wir jetzt hier durch die Wälder müssen Wäldern, Anführungszeichen, wie es aussieht Dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah ias-da-dah-dah-dah-dah-da-dah Haste Recht, Miner, ist kein Puma Da haste Recht Die Pumas sind hier Oh, Alter Bei Far Cry V Puff Puma weg Aber hier Alter, Eddie Wir waren aber schon in der Mine, oder? Die ist doch grad befreit, ne? Die ist, äh, die ist uns, die Miene. Nein, die ist nicht uns. Ruhig, Akita Inu. Natürlich. War das die, die wir schon mal geräumt hatten? Hatten. Die mit dem Flak, ne. Ich hätte gerne Sniper. Ne Silent Sniper hätte ich gerne. Ja, die brauchen Dämpfer, genau das seh ich nämlich auch so. Ich brauch ne Tastatur. Ah, guck mal da hinten. Was war das denn? Was war das? Das war so leise. War das ne Granate? Ja, der Hund, ich, ich kann da leider grad nicht hin. Ich weiß, es ist total tragisch, aber es ist halt dieser Far Cry. Ich weiß nicht. Ach so. Ah, was soll's? Lauf, lauf! Auch wenn ich sterbe, sollst du leben! Okay, ich war ganz kurz meine Pillen, du warst, du warst, du warst, du warst! Boah, die treffen immer. Arschlöcher. Okay, okay, gut, das war knapp, aber hey... Den Hund gerettet, das die Hauptsache nicht war. So, haben wir... Puh. Ja, 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 ja. Haben die, haben die Freunde hier Medikit irgendwo? Könnte ich mir irgendwas reinpfeifen von den Jungs hier? Nein. Aber ein Tonband. Das ist ja erfreulich. Bringt ihn irgendwie zum Reden, aber geht nicht zu weit. Denkt dran, so wie wir Ethanol aus faulen Früchten quetschen können, können wir auch die Ideen aus dieser Fecknudel pressen. Das haben wir schon gehört. So. Das Band kennen wir ja schon. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Das ist ja ganz schön. Hm. 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 Ja, wir waren hier schon mal. Wir haben hier den Kollegen rausgeholt, ne, den, ähm, und mussten dann wegfahren. Deswegen hat man das Band auch schon gehört. Aber, hm, hier gibt es noch Dinge, die wir nicht aufgehoben haben, für die Komplettierung des Ganzen. Hm, wo könnten diese Dinge sein? Zum Beispiel hier. So. 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 Plündern voll. Alles klar. Gut. Entschuldigung. Äh. Hier waren wir... Ach, hier geht es runter. Okay. Hier waren wir drin, da ging es runter. Ich frage mich, wenn wir runtergehen, ob die Sachen auch noch dazu ziehen. Aber da haben wir, glaube ich, alles gelootet. Da oben drauf vielleicht? Hier ist auch schön. Das Wasser war mal höher und wir mussten hier mal so ne Schießerei machen, ne? Eine etwas längere. Wenn mich nicht alles täuscht. Was war das hier in Far Cry 5? Hmm... So, ok, wo findet man denn die Sachen? Ich geh mal ganz kurz hier hoch, falls da noch was ist. Wir suchen mal eben. Irgendwo muss hier, irgendwo müssen die Sachen ja sein. Hopp, 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 hopp. So, hier mal ein Trühchen. Truhe in Frieden. Hier ist nix. Ähm, da... naja, wir gucken mal. Da oben seh's blitzen, da blitzt es. Ok, wir müssen die Leiter hier hoch. Da waren wir noch nicht. Hopp, 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 hopp. Und da blitzt es. Ja, braver Hund. Hm? Hast du brav gefunden. Hätten wir sonst nie gefunden. Danke dir, Hund. Sechs von sechs, das haben wir jetzt also auch erledigt. Sehr gut. Kaya Zeto, auch dir vielen Dank. Dann wollen wir gar nicht mehr hierher kommen, ne? Ok, hier hätten wir noch was. Ich weiß nicht genau, was das ist. Könnte es was sein? Ne. Oma, ne. Ok. Mit Gamepad, das war furchtbar. Living Dead, dankeschön, Living Dead. Yeah. Und hier mit Gamepad, Snipern, ist halt echt... ist halt echt krampfig. Hm? Hä? Was ist los? Frr, frr, frr. Dreht der Hund hier grad frei? Ok, was denn das da oben für ein Biorama? Daran... kann ich mich nicht mehr erinnern. Ach ja, stimmt, der Hund. Wir können den Hund ja reinschicken, der kann alles auskundschaften. Stimmt ja. Nanananananananananana... Signalstelle Außenposten. Oh, alles klar ist was Besetztes. Ok. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das bei Far Cry 5 hier auseinandergenommen zu haben. Befreie den Außenposten. Doch, das war das Ding, wo wir uns dran... uns dran geschlichen haben, mit dem Vater von irgendwem, ne? War das nicht das? Hm. Ok, wie kann man den Hund schicken eigentlich? Gehe zu, folge mir. Alles klar. Ok, ich... meine Hoffnung ist, dass da oben jemand drin ist. Ok, cool. Hoffnung erfüllt. Dann... Hier so, ähm... Den Hund reinschicken. Ja, zwei, drei sind das schon, glaube ich. Kann der Hund vom Kampf fernbleiben? Ne, 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 ne. Der greift einfach an. Kann auch sein. Es kann halt sein, dass er den Hund erwischt. Das ist einfach normal bei den NPCs hier. Ja. Ich mag das, wenn die Mucke so anfängt. Ob die mich hier sehen können? Die haben Scharfschützen, das find ich echt unfair. Natürlich, jetzt. Wie gesagt, nach zwei Schuss sehen die einen mal sofort. Und Tim, mal greif an. Was wollen wir das denn nicht treffen? Sie sind halt nicht treffen müssen! Ich bin voll in die Gedärme weggeschossen. Ich bin voll in die Gedändung steig drauf. Junge mir..., O.K, ich kann dem Hund aber nicht sagen, fliehe oder? Oh Hä, das wollte ich gar nicht Jo Schreib mal ab, Junge Guter Junge Guter Junge Die sind genau hier, oh geil, ich bin genau mittendrin Und ich hab keine, ich hab kein Dingens mehr, kein Healthpack Ich muss mal ganz kurz weg Oh, Alter, die sind genau neben mir angekommen Das ist nicht so geil Ich glaub, wir werden Tim erstmal so schnell nicht wiedersehen Ich hab leider nichts, was ich mir reinschmeißen kann Tim, hau ab da, Mann Der Hund ist einfach zu gut Shit Ah, ich hab ihn schon Mach es mit Ganz schnell Juhu Ich freide dich aus, du Sau Juhu 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 Schön in den Arsch Hatte doch geklappt, dank Timber Ein Superhund, ein Superhund Juhu 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 Leckerlis Sonst würde ich jetzt natürlich großzügig Austeilen, aber Das geht leider nicht Juhu Das hier wird uns helfen, mit der Außenwelt zu kommunizieren Dein Hund sieht gesund aus Dank Schappi Nein, überhaupt nicht Dank Schappi Ich barfe meinen Hund Ich barfe ihn Und ab und zu kriegt ihr auch mal eine Nascherei Aus frischem Dachs So, Käpt'n Pilch, Dankeschön Ähm Was, kann ich irgendwas mitnehmen überhaupt? Haben wir schon alles mitgenommen? Ich dachte ich krieg ja noch wieder sauviele Sachen Hier ist nix Ich will Sachen Gib mir Sachen Ich geh mal hier hoch Der kriegt Batzen Aber nur den ganzen Batzen Ähm So 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 Wow Hier ist ja richtig viel Kann es sein, dass es hier im Stützpunkt nicht allzu viel gibt? Ich glaube ich hab mich grad erinnert Kran Warte, Kranhaken Kletterhaken Okay Ist das gut, was ich gerade mache? Oh Ist das hier gut, was ich mache? Ich weiß überhaupt nicht Kletterhaken Wohin denn jetzt? Ich seh grad gar nicht wohin Da hinten Dann eben so Jetzt nochmal Ja Ähm Die Frage ist nur Jetzt da drüben hin, oder was? Aber warum? Was erreichen wir damit? So Hey, das ist das, was ich in Far Cry 5 nie konnte Aber wir erreichen damit nix, ne? Das klappt schon mal besser Das klappt schon mal besser Aber ehrlich gesagt Ich hab das Gefühl, wir erreichen Aua Damit nicht wirklich viel Okay Okay Ja, ich glaub wir können hier nur in der Reihe, oder? Ja, okay Zum Üben, ja, kann vielleicht zum Üben oder so, ich weiß es nicht genau Okay, haben wir gemacht, cool, haben wir geübt, schön funktioniert Aua, mein Auge juckt Geile Hosen Freunde Für Leute, die neu dazugekommen sind Just truly Ja Damit ihr mal gleich Bescheid wisst So, keine halben Sachen Ähm Sonst weiß ich gar nicht Wir finden hier nichts Ich lauf hier einfach im Kreis rum Wir finden hier nix Dann zieh ich einfach weiter Ich hab gedacht, da wär was Was denn das hier? Horatio Nebenmission Okay Ich zieh mal hier zu diesem Hof Und dann gehen wir mal zu Horatio Ähm Okay 500 Meter Auto Wir rufen uns mal ein Auto Vielleicht mal ein anderes jetzt Wo war denn? War hier nicht Autorufstelle irgendwo? Haben wir nicht Helikopter freigeschaltet eigentlich? Kann man hier Helikopter rufen? Da kann man Helikopter rufen Das sollten wir doch jetzt können, oder? Ja 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 So Warte Hatten wir deswegen nicht die Werkbank erweitert? Ja, ja, ja Rang Selbstgebauter Gyrocopter Ja Ja Dann stellen wir den mal her Geht mal her jetzt Oh Der sieht ehrlich gesagt nicht Auf einer Skala von 1 bis 10 Wie vertrauenserweckend wirkt der auf euch? So, wie geht das hier? Schießen Aufsteigen Oh, das ist keine gute Idee, ne? Ähm Absteigen Achso, schießen Ich dachte, der hat Bordkanonen Alles klar Gut Vergiss das Aber ich bin froh, dass es überhaupt geht Aber ich bin froh, dass es überhaupt geht Kurze Frage Die Vorrats- äh, schon wieder ein Außenposten? Meine Fresse, das ist doch untriebig, okay Der Hund ist nicht zurückgelassen worden, bitte Den habe ich vorher mit der Leine am Rotor festgemacht Der kommt natürlich mit Das ist doch klar So, okay Fahrzeug verlassen, keine so gute Idee Jetzt ist es doch ein bisschen Schönen die 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 Ich dass die de Okay, dahint ist ein Türmchen, auf diese Türmchen würde ich gerne gehen auf die Türmchen, weil von dieser Türmchen, wir haben einen guten Überblick, wo kann ein schicker Hund. Hund, nichts verdacht. Hund, gut, führ in den Lager und dann gucke. So. Wie kann ich den da hinschicken? Äh, gehe zu. Da ist Nummer 1. Und hier können wir uns verstecken, glaube ich, ne? Nicht allzu gut, aber immerhin ein bisschen. So, geht der Hund auch? Oh, das klappt ja super. Okay, dann, äh, hier, gehe zu. In Bewegung. Pew, 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 pew. Kann der Hund auch da rein eigentlich, also da nach oben, geht das? Nee. Dahin kann er? Geh mal gucken, meine. J.B, auch dir Dankeschön, viel, viel Dank. Am Stüssel. Ich danke dir lieber J.B. Guter Mann. Der war für dich. Das ist irgendwie komisch. Oh nein, die gehen alle auf den Hund. Das ist nicht gut. Kann ich auch Verstärkung rufen? Ja, ich krieg den Hund grad nicht. Ich hab immer noch keine, ja. Roleplay Gamer, Dankeschön! Ich hab... Oh, alles klar. Oh! Ciao! Ja, das war doof. Blöd. Blöd, 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 weil... Scharfschütze und ich dachte, ich bin dahinter in Sicherheit, aber leider, naja. Das war blöd. Okay, wir wollen jetzt aber nicht nochmal mehr schlauer, aber gut. Wir müssen das irgendwie klüger machen. Wir bleiben auf jeden Fall nicht da oben. Was hab ich denn eigentlich hier auf der Brille? Alter. Da ist irgendwas drauf. Ich weiß nicht genau, was das ist. Da ist irgendwas drauf. Es ist kein, es ist kein Haarfett, ja. Ich bin frisch geduscht. Ähm. Inzwischen nicht mehr, aber, aber vorhin war ich's noch. Ähm. Was ist das? Als hätte ich an Tropfen hängen die ganze Zeit. Das wäre da Baumharz auf der Brille. Etwas Bulette. Nee, ich hab meine Brille ja nicht angefasst. Schon gar nicht mit Bulettenfingern. Ich weiß es nicht. Ich hab immer das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, wenn die Sonne untergeht. Oh, Gamepad. Wenn die Sonne untergeht. Wenn die Sonne untergeht. Ja, ruhig, Braunhaben. Ganz ruhig. Alles gut, ja, ja, ja. Du kriegst noch deinen Spaß. Da hinten. Okay. Okay. Wieso? Hat er mir ne Leiche gefunden? Michi, danke dir. Wie, das ist ja auch nicht Tobi? Warum soll er dann Tobi heißen? Wer denn denn noch Dennis? Wieso? Hä? Auf einmal sind die überall. Alles klar. Ciao. Tschüss, muss los. Hab Herdangelassen. Ciao. Busreise geht los. Natürlich. Wir schicken euch keine Hilfe. Nur ein Witz. Wir sind gleich da. Witzig. Ja, sehe ich gerade irgendwie umgekehrt. Brav, Timmer. Verstärkung ist doch nicht nötig, hm? Freunde, brauchen wir nicht. Wir können uns unter uns regeln, hä? Verstärkung ist doch für Bobs. Ich glaube, ich komme hier irgendwo hoch. Ja! Heilung. Ich wollte den Hund gerade Purzeln nennen. Was ist hier los? Okay, hier geht's nicht nach oben. Hier geht's nach oben. Hier oben bin ich total versteckt. Hier sieht mich nie jemand. Okay. Ah, oh wie cool. Timmer, hast einen gefunden? So. Geiles Teamwork. Okay. Hinten ist noch einer. Mindestens einer. Gegen wen hat der gekämpft? Wieso ist der... Das war aber nicht der Hund. Okay. Alles klar. Hauptsache befreit. 100 Ethanol. Aber hier ist doch viel mehr drin. 5 Kohlefaser. Wow! Diese Lohnung, diese Lohnung. Heftig. Heftige Beschenkung. Okay, ein paar Pfeile haben wir voll. Wir haben immer noch keinen Bogen. Kann man uns einen Bogen craften eigentlich? Nee, ne? Ich habe noch keinen gesehen. Wir haben noch keinen Bogen. Hmm. Oh, ein Wal. Was? W- Was? Timber, piss auf die Leiche, komm. Piss auf die Leiche. Mein kleiner Leichenpisser, hm? Oh, das sieht gut aus. Wie kommen wir da rein? Da möchte ich gerne hin. Ähm, wie? Wo? Wohin genau? Wie komme ich da rein? Wohin muss ich da? Vielleicht oben rum? Auch nicht. Wie komme ich denn da rein? Muss ich mir jetzt die ganze Zeit noch den Typen anhören? Oder die Frau oder ich weiß nicht genau. Irgendetwas in der Richtung wird es wohl sein. So, hier, Bier und Radio. Schön, aber wie komme ich denn... Wie komme ich denn... Was war denn die Tür? Farmen sind für mich jedenfalls hellige Orte. Ah, hier ist noch ein... Ah, ist klar. Notiz der Highwayman. Was geht ihr lausigen Lumpen? Wollt ihr das Zeug aus dem Lagerraum? Tja, dann ratet mal, wer den Schlüssel hat! Natürlich nicht, der Boss hat ihn mit zum Pausenraum ins andere Lagerhaus genommen. Den mit dem ganzen Bier und so. Und ratet mal, wenn ich in den Pausenraum... in den Lagerraum darf. Ich hol dir mal ein runter Arschgesicht, haben sie gesagt. Was? Mit dem ist scheiße, Leute. Ja, Sigi. Würde ich da auch hinschreiben. Anderer Lagerraum. Die Frage ist natürlich, wo ist der andere Lagerraum? Okay. Wo ist der andere Lagerraum? Hier! Ist er nicht. Okay. Okay. Okay, Timber! Such Lagerraum! Such den Lagerraum, Timber! Du 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 du. Lagerraum. Huuu. Ich tochte. So. Ja, trink... Ich trink ja. Ich trink gleich wieder. Aber wenn ich zu viel trinke, muss ich viel pinkeln. Das ist nicht gut. Da ist der Lagerraum, oder? Ist das der andere Lagerraum? Das sieht so lagerig aus. So. Kein Lagerraum. Schlüssel! Doch Lagerraum. Überlebenden Tagebuch. Gott. Das Essen ist nach dem Kollaps so hässlich geworden. Jede verdammte Pflanze war bleich und warzig und hat geschmeckt wie Satans Pisse. Immerhin, nach all den Jahren nur mit diesem Scheiß kann ich jetzt alles essen. Und mittlerweile hat Mutter Natur auch diese Mutantenphase überwunden. Okay. So. Und wo ist das andere Lager jetzt wieder? Ui! Du 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 du. Gut. Das kann ich auch noch mitnehmen. Das war's aber nicht. Wo waren das nochmal? Ach Gott. Das ist alles so gleich aus hier. Hallo. 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 Autsch. Ein Glück, dass du gekommen bist. Ja das stimmt. Tschüss. So. Jetzt aber. Hätten wir das Schloss eigentlich knacken können? Wahrscheinlich, oder? Ob mein Auge tränt. Ahaha. So. Au, au, au. So. 17 Titanen. Das nehm ich auch noch mit. So. Gut. Okay. Dann haben wir hier alles gemacht. Äh, haben wir alles gemacht. Wir wollten nur das Ding erforschen, oder? Helikopter geht. Ach der Helikopter steht da sogar noch. Und hier ist Horatio. Können wir da mit dem Helikopter hinfliegen? Das wär irgendwie ganz traumhaft. Da müssen wir nicht immer so viel laufen. Wenn ich jetzt wüsste wo ich den Helikopter geparkt habe, das müsste aber hier gewesen sein. Da steht er. Okay. Und was ist das da hinten? Ich geh mal gucken. Da-da-dam. Bam-ba-bam. 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 Alte Kürbisfarmen. Die hatten wir. Oh nein. Da haben wir doch vorher den Hund gerettet. Bei der alten Kürbisfarm. Hier ist das. Okay. Oh. Oh. Die alte Kürbisfarm. Heilige. Oh mein Auge tränen. Warte mal kurz. So. Weil ich sehr. Weil ich sehr traurig bin. Ein bisschen Müdigkeit aus dem Auge wischen. So. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Ja. Ähm. Du hast wohl neun Leben, was? Ach so. Ich wollte hier grad wieder alles wegmähen. Okay. Cool. Die alte Kürbisfarm hat sich erholt. So. Dankeschön. Dankeschön. Zwei von vier. Auf die rosa Kopfhörer bin ich gekommen, weil mir die zugeschickt wurden. In der Farbe. Vorsicht vor dem Bienen! Okay. Wer ist ein guter Junge? Ich glaube er meint mich. Oder uns. In dem Fall. Ihr seid ja auch alle gute Jungs. So. Hier erklären. Zack. Hm. Dieser Hund ist scheiß süß. So. Gut. Wo sind denn die Bienen? Was machen die denn da hinten? Wo ist das jetzt viel zu spät? Ärger bloß die Biene nicht! Stehe ich grad mitten in den Bienen? Kann das sein? Ich glaub wir müssten hier drunter sein. Oh. Moin! Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Nein. Hey. Purer Selbsthass. Diese Highwaymen sind doch nur selbsthassende kleine Nervensägen. Die haben ihre Moral in kleine Kackhaufen gepresst und ihre Seele verloren. So. Warte ganz kurz. Ist doch jemand wach eigentlich? Der Chat ist voll ruhig geworden gerade. Oh. Alles klar. Schlafe gerade. Okay. Na gut. Klar. Ich hab die Überbleibse von dem Zug gesehen. Sowas Schlimmes hab ich seit dem Kollaps nicht gesehen. Wir sind hier konzentriert zu. Oh, Alter. Mein Auge ist eine Salzmine gerade. Warte mal. Das ist einfach so traurig. Übrigens ganz kurze Info. Die Kopfhörer krieg ich jetzt in einer anderen Farbe. So. Bleib los von den Bienen weg. Warum rennt der mir hinterher? Gut. Ich dachte gerade, der rennt mir echt hinterher. Okay. Tunk doch eine Mulette ist ins Auge. So. Überlebende Notiz. Mein Schatz. Mein Schatz. Ich weiß, die Highwaymen sind nur ein Steinwurf von hier entfernt. Hey Philip, danke dir. Aber ich glaube nicht, dass sie uns hier heimsuchen werden. Sie sind zu beschäftigt, damit sich in ihrer Kampfgrube gegenseitig zu verprügeln. Und wenn sie sich die Gärten bisher nicht unter den Nagel gerissen haben, werden sie es auch jetzt nicht mehr tun. Und ich geh nach Prosperity, um zu sehen, ob die ein paar Waffen übrig haben. Kann ja nicht schaden vorbereitet zu sein. Ich hab nichts gegen Pink, es ist einfach nur nicht meine Farbe. Hey du! Hallo! Ich weiß, ob das aufgefallen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich bin der Meinung, Pink ist nicht meine Farbe. Oder bin ich dann farbrassistisch? Ich weiß es nicht. Oder farbistisch? Ich... Wie überhaupt man das heißt. Ich hab keine Ahnung. So, wir haben abgeschlossen, ne? Zimtos, danke dir! Mit diesen riesigen Blumen komm ich mir immer so klein vor. Achso, wir wollten zum Heli eigentlich. Wo war der nochmal? Oh, Heli? Müsst der nicht hier irgendwo gewesen sein? In die Richtung? Heli... Oh! Ein Puma! Ja! Ja! Hallo Puma-Mama! Puma-Schmuma! Ich hoffe, der Puma kommt nicht. Let's go! So, aufsteigen! Let's go! Okay, weiter geht's! Bei der neuen Mitte mit Katzenohren? Ich glaube, die haben keine Katzenohren. Glaube ich. Also ich hab die Katzenohren hier, aber... Maha... Maha... Uah! So... Oh! Es ist kurz vor zwei, schreibt die Elfin. Es ist bereits kurz vor zwei. Oh, Moustok! Dankeschön! Was ist denn so ne Hütte am Teich hier? Irgendwie so ne Grüne, die sieht richtig ekelhaft aus. Ekelhaftig! So... Gibt's einen Grund, warum du so oft nachts streamst? Ist das nicht unpraktisch für deinen Zuschauer? Ähm... Also wir streamen nur freitags und wir fangen um 18 Uhr an. Die Zuschauer suchen sich selber aus, bis wann sie gucken. Den Rest kann man ja auf YouTube dann am Sonntag hoffentlich nachschauen. Hoffe ich. Am Sonntag. Wheee! Pfuff! Oh, 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 oh. Oh, oh. Wait, jetzt bin ich wieder wach. Der steht da total sicher. Ein Eber zum Liebhaben, neben Mission. Hä? Die sind doch da... Bibilein, Dankeschön! Awww, was ist der Lieb? Dankeschön! Immer Schlüssel Ist immer wieder Schlüssel Ja gut, außer Toxinator, der hat ja natürlich Zuschauerpflicht Ja, Toxinator muss hier gucken Von ihm erwart' ich das einfach Alle anderen dürfen freiwillig gehen aber Toxinator, nun deutser noch auf Ja 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 Es ist Musik für mich, wenn ihr sterbt. Es ist Musik für mich, wenn ihr darbt. Hört die Musik auch schnell wieder auf. Es ist Musik. Es ist Musik. Es ist Musik. Ah, Gamepad. Oh, jetzt genau jetzt geht der. Es ist Musik. Es wird Blut fließen. Aber nicht meins. Nicht mein Blut. Mein Blut. Ich habe Blut an Blut. Es wäre nett, wenn es nicht fließen würde. Denn ich brauche es noch. Ich schnapp sie hier. Gut. Na. Ey Kumpel, alles klar? Gut. Okay. Plündern. Das wollte ich eigentlich. Wenn die ja alle an ihrem Auto liegen und sofort sterben beim Aussteigen. Aussteigen ist sehr gefährlich. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Klingt vertrauenswürdig. Notiz der Highwayman. So ein Riesen-Schrein wie dieser haben die Ratten nicht verdient. Wäre doch voll die Verschwendung. Als Hauptgericht beim nächsten After Derby Dinner ist es viel besser aufgehoben. Hehehehe. Es hat sechs von uns ausgeweidet, bevor wir es hier einsperren konnten. Ausgeweidet von einem Schwein. Gut. Das ist voll Metal. Aber irgendwie auch lustig. Auch nicht lustig. Wir müssen auf den großen Truck warten, um das Riesenvieh wegzuschaffen. Das ist voll Metal? Oh, Alter. Das hat so ein bisschen Watch Dogs 2 Niveau. Achso. Ach, bitte nicht. Bitte nicht blindern. Was hat man denn da? Okay, wie sieht's aus? Autsch. Ey, Großer. Ja, ja, ja. Ist ja... Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Deine roten Augen machen mir gar keine Angst. Bitte beiß mich nicht. Schmierer Bibi, nein. Warte, 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 warte. Achso. Ah, die Tänzerin. Die Bauchtanz-Bibi ist es glaube ich, ne? Wenn ich mich recht ent... Tschüss Tobi. Wenn ich mich recht ent... Rette deinen Schinken. Was? Hey, ich hab gehört, dass große Schwein wäre entkommen? Das wollten wir doch breiten für die Party nach dem Derby. Ich will doch nicht schwach dastehen, wenn die Highwaymen alle kommen. Tja. So. Oh. Wildschweine sind die Tiere, die glaube ich hier 50.000 Patronen abfangen, ne? Bevor man die down kriegt. Ah, die haben's cool. Aber haben wir die jetzt schon als Begleiter? Also ist das jetzt schon... Ist das jetzt schon oder, 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 oder? Also ne Folgequest haben wir nicht. Wir müssten ihn theoretisch jetzt schon, oder? Ich weiß. Ist so verwirrend gerade. Ist das so verwirrend? So. Eins von... Alles klar. Ja. Hm. Hey. Juhu. Okay. Zwei von wir. Hier der kleine 420-Garten. Gibt Wildschweine, die sind größer als Bären. Echt? Also wirklich echt? Ich kenn mich nicht so gut aus. Ich glaube das. Was machen die denn da? Hä? Das ist mitten im Wald. In diesem Hauptkanty ist echt immer was los, ne? Auch nach dem Atomschlag. Werden die hier nicht müde einfach. Juhu. Es ist noch so zu da. Razzacka, dankeschön. Oder, Razzackda. Alter, Razzackda. Ich danke dir. Viel, viel Dank. Oh, das ist ja lieb. Viel, viel Dank. Also auch die Sätze natürlich, ne? Nicht nur der fulminante Barbetrag. Vielen Dank. Ach, Mann. Und das ist nur diese Zeit. Leute sollten doch eigentlich erschlafen. So. Familiennotiz. Mein Kind. Du hast Glück, dass wir so ein gutes Jahr hatten. Sonst dürftest du ihn nicht behalten. Ho-Ray-Show wäre in 0, nichts ein Sonntagsbraten. Und ein Montagsbraten. Versteck ihn einfach gut, okay? Wenn er grunzend und quieken im Freien rumläuft, ziehen wir nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns. Nicht alle einen Hauptkanty hatten so ein gutes Jahr wie wir. So. Lieber Razzackda. Viel Dank nochmal. Ähm. 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 Der klaut mein Heli. Der klaut mein Heli. Ey. Wir sind mitten im Wald. Wie komm ich wieder zurück? Ich hab den selbst gebaut. Der schöne Gyrocopter. So. So. Ja, richtig. Mach es auch nach wie vor sehr gerne. Jetzt an fast 12 Jahren. Sehr erfolgreich damit. Seit 12 Jahren Bauchtanz. Heilige Güte. Also. Bei mir ist es jetzt so, wenn ich mir auf den Bauch haue, dann tanzt der auch. So. Aber das ist glaube ich nicht das gleiche. 24 Stunden wach. Okay. Also Nayuki, auch dir Dankeschön. 12 Stunden Stream schauen? Ach so, stimmt. Bei mir steht gerade erst 9 Stunden auf dem Tacho, weil wir aber den Stream ein paar Mal abgebrochen haben. Oh Gott. Da muss ich heute wieder alles zusammenkleben, bevor ich... Ah. Das Schneiden wird heute lustig. Ohohoho. Und vor allem wird es asynchron. Ähm. Oh Gott. Das Schneiden wird furchtbar. Und Schinkenweckle auch dir. Vielen, vielen Dank. Wo ist denn jetzt noch das letzte... Das letzte Tape? Boah. Hä? Natürlich war das genug. Natürlich war das... Übertreib nicht. Übertreib doch nicht, Mann. Guck mal auf die Uhr. Manno, Dankeschön. Oh nein. Ähm. Das ist Timber. Und das ist... Puma. Timber und Puma. Ich geh mal... Ich geh mal rein. Da unten ist noch irgendwas. Oh, der wehrt den Puma ab. Oh cool. Timber, du bist super. Du bist ein guter Junge. Ich... Ich wollte grad... Jetzt aber. Ja. Ja, du bist ein gefallener Junge. Die wehren den Puma ab. So, aber die Frage ist trotzdem noch, wie kommen wir jetzt zum letzten Band. Oben im Haus schrieb einer. Entschuldigung, ich bin grad unkonzentriert, weil ich, äh, natürlich immer auf den Chat gucke, ja. Weil ich immer auf euch gucke. Statt auf das Spiel. Oben im Haus schrieb einer. Dreimal dran vorbei. Sag mal, was ist denn hier los? Oh, warte. Was ist denn hier los? Timber! Der Timber hat hier alle Wildtiere verjagt. Lesen, so. Habt ihr grad gesehen? Habt ihr jetzt gesehen, oben im Haus? Nehmen. Oben im Haus. Alles klar. Gut. Vielen Dank. Ähm. Das war der Hund, der hat seine Knarre gezogen. Der macht jetzt ernst. Aber wo ist der Hund? Ach, hier unten. Ich dachte schon, das wäre er gewesen. Dann wäre ich jetzt ein bisschen aufgebracht. Okay, gut. Wir haben... Wir haben... Kartonulanda. Dankeschön. Wir haben... Kein Vehikel mehr. Hier ist noch was. Auto. Wir müssten von hier aus irgendwo hin. Wuhu. Es ist noch Soße da. Schweizer wieder, weißt du? Die Schweizer. Die Schweizer. Okay, jetzt aber nicht übertreiben. Lieber Razzak da, du hast schon übertrieben. Viel, viel, viel Dank dafür. Aber Alter, jetzt wirklich genug. Viel, viel zu viel. Viel zu viel. Es geht mir doch gut. Es geht mir gut. Ich bin wohlgenährt und ich habe sogar vegetarische Frikadellen. Ja? Das äh... Ist ein internationales Zeichen für Wohlstand. Vegetarische Frikadellen von Rügenwalder. Ist das hier... Oh, okay. Das ist, das ist cool. Das finde ich ganz gut. Ähm... Was ist mit uns Schweizer, Herr Grunk? Ach, ich weiß nicht. Übertreibt nie. Merilu! Die durchschöpfe... Ah, ah, ah. Nein, leider noch nicht. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Ich fahre mal einfach hier lang. Der Wagen fährt echt scheiße. Oh Gott, fährt der scheiße. Boah, boah, der schwimmt. Oh Gott. Ohhhh... Und liebe Merilu, viel, viel Dank nochmal für das ganze Paket. Oh Gott. Flying Avocado, auch dir Dankeschön. Ähm... Okay, Frage. Und Nameless. Wer ist... Wer ist denn noch nicht mehr so aktiv? Nehmen wir es. Schön mal wieder von dir zu hören. Ach, wie cool. Wer ist denn hinter uns? Zeller roch den Geschöhn. Gucken wir mal aus Österreich. Wer redet denn da? War das der Hund? Wer hat denn da geredet? Irwin Smalls? Ich kenn doch Biggie. Ich mach dir ein Angebot. Okay, ja cool. Danke. Hier in der Kampfgrube habt ihr dir einmal die Chance mitzumachen. Neulinge willkommen. Du bist mir jetzt mal gut zu, du Hundescheiße. Hey Slick. Hosses, Dankeschön. Kampfgrube. In der Kampfgrube. Was ist... Okay, komm, wir reden mal mit dem. Was? Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, so zu sagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding. Ach, schon. Platz, ich bin der Landvucht. Zack. Hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. Die Bara sagt da... Viel, viel Dank. ...und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast. Dass du ordentlich loszuhalten kannst, verstehst du? Hör auf jetzt! Bad Reno, Dankeschön! Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ihr alt Übertreiber. Ich hab sie schon mal kaputtgekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Dankeschön. Das ist Entertainment-Story-Mission. Was? Schlage. Was? Okay, warte, warte, warte. Warte, warte. So. Lieber Bad Reno, viel, viel Dank. Aber, Alter. Jetzt gut. Scheiße, ja, was für ein Hammer! Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und, äh, folge mir! Was? Lagere! Die Waffen! Ich will nicht! Jetzt nämlich! Ich war sechsmal Kämpfer! Und ich war gar nicht so schlecht! Ich hatte eine kleine Siegeserie! Und habe 17 Kerle nacheinander ausgenommen! Siebzehn nacheinander! Sicherlich, klar. Ich musste aufhören! Ich war zu tödlich! Den Letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt! Oh, okay, wir müssen in der Arena, oder? Wir müssen jetzt in der Arena boxen. 100 pro! Okay, da wären wir! Geh da rein! Meine Partnerin wird dich vorbereiten! Sei höflich! Guck ihr nicht in die Augen! Wenn du fertig bist, mach ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck! Schnapp sie dir! Toga! Äh, äh! The Tiger! Tiger! Wir wissen genau, was passiert! Wir wissen genau! Neomas, danke dir! Neomas! Wir wissen genau, was passiert, oder? Tür geht zu! So! GC Fingri! War das richtig? Ja! Und Plaga ist auch dir Dankeschön! Und Horst ist auch dir Dankeschön! Und... Und Kuno kannte auch dir Dankeschön! Ich komme hier nicht mehr raus, ne? Ha! Ha! Wir wissen doch alle, was passiert! Boxkampf! Ich sehe nichts! Knochenbrechergrube! 0 von 6! Lachslux auch dir Dankeschön! Nooo! So lieb heute! Was ist los? Sprich mit Irgendens Gehilfe! Hä? Ach hier! Ich sehe halt einfach einen Furz! So, rasack da! Und wieder Dankeschön! Alter! Übertreiber! Du! Ja! Ich bin wegen dir hier! Ich weiß, wie der Hase hier läuft! Was? Irwin schickt dich! Hm? Komm mit! Ich bin hier drüben! Das ist alles sehen! Wir im Rampenlicht! Haha! Mein Baseballschläger juckt! Ich bin ohne Dankeschön! Prime lohnt sich! Ich geh immer direkt auf die Fresse! Damit rechnen sie dich! Okay, cool! Oh! Alles klar! Der Spinnenmann! Kann ich die Kleine nicht verprügeln? Ist hier der Ring? Hier kommt Littlefuckers neuestes Menschenopfer! Lollipop! Ich weiß nicht, was passiert! Du bist tot, Lollipop! Ich bin's wirklich! Yeah! Uh! Ich bin's wirklich! Seht euch meine schmächtigen Muskeln an! Ich bin's! Hühnerbrust Hero! Yeah! Alter! Oh, wie cool! Das sind richtige Amerikaner! Richtige Amerikaner! Nice! Yeah! Yeah! Keine frohe Sache! Woo! Die hängen alle draußen rum und sehen nix vom Kampf! Ich sag's nur! Lollipop! Frist drin, Lollipop! Du wirst da dritt sterben! Hör auf! Lollipop wird den Boden mit ihnen auffrischen! Danke! Wenigstens ist ein Supporter! Das ist, ganz ehrlich, symbolisch für den Chat bei schwierigen Kämpfen! So! Okay! Warte, mit den Haaren! Ganz ehrlich! Geh mal nicht grillen, Junge! Okay! Wir kriegen noch ein Medikit! Das ist gut! Ist voll! Hahahaha! Hahahaha! Vorteile! Oh, okay! Mehr Faustschaden haben wir schon! Mehr Lungenkapazität! Haben wir noch mehr Faustschaden! Und endlos viel Faustschaden! Weniger Geräusche! Wir haben jetzt wieviele? 11 verfügbare Punkte! Ich wollte Takedowns eigentlich machen, ne? Die guten Takedowns! Kurzschluss, Mechaniker... Schweißbrenner! Verbrennt Gegner! Naturliebhaber. Sieht immer noch komisch aus. Mehr Schwere, mehr Leichte, mehr Nachkampfwaffen, mehr Erste-Hilfe-Sets. Ach komm, das können wir mal machen. Bietet Platz für mehr Nachkampfwaffen? Hat man schon Munitionsmangel? Okay, acht Punkte. Komm, wir machen die Takedowns, die nehmen wir noch mal mit. So, ja dann, äh, wuuu, ja, es hilft es ja. Moin, wasch dich mal. Oh, nicht mehr süß. Ich hab auch einen Hund. Okay, ihr dreckigen Kackbratzen. Herzlich willkommen in der besten Kampfgrube auf dieser Seite des Strahlenswolken. Nein, ich will nicht. Okay. Nein, doch nicht. okay. Oh, er ist ACE B segu, sehr gut. das ist meine armen aber den brauch ich noch, Arschlo hä, ich kann dich nehmen? oh, scheiße oh, Alter, drei Hunde? oh, die sind überall die sind einfach überall Alter, hau ab jetzt Böse, Böse Alter, ernsthaft? Wenn da noch ne Runde kommt, dann gute Nacht Boah, Alter ich seh die halt auch nie die 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 medipex verbraten Hauptsache funktioniert die Hälfte oh fuck Oh fuck, oh fuck! Oh, Alter! Alter, leck mich am Arsch! Ich muss kurz Energie wieder aufladen, ich hab leider keine Medipacks mehr. Okay, einen haben wir. Ja, der wird mich jetzt vernichten, aber. Gibt's ne Rückkamera? Ich hab keine Ahnung! Haben auch grad keine Zeit, weil wenn ich nach vorne, ne, ich muss gucken, wo ich nach vorne laufe, weil es immer im Kreis geht. Okay, Energie lädt auf. Ich frag mich, ob man hier mit Maus- und Tastatur leichter durchkäme. Nimm doch die Waffen! Ich kann die Waffen nicht mehr nehmen. Vorsicht, der Ballon wird gleich passen! Oh fuck, da kommt ein blauen Wildschwein jetzt raus! Oh fuck, da kommt ein blauen Wildschwein jetzt raus! Aua! Ach, ich hatte schon ne Waffen! Scheiße! Oh nein! Wie konnte ich denn das jetzt verkacken? Oh shit! Timing ist so wichtig! Ich lass das Wildschwein alles machen! Und dann versuch ich das Wildschwein hier machen! Ob mir das gelingt, glaub ich nicht! Mann, die Zuschauer müssen ja echt angeödelt sein! Oh? Was ist das eine Masture? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich hab horrible, Kat! Hä? Wo läuft denn der jetzt hin? Moin! Ach, da kommen unendlich viele oder was? Das hat überhaupt nichts gebracht. Nee, bitte nicht. Boah, Alter, ich kann nicht, ich kann dieses Scheiß nicht aufnehmen, warum nicht? Ich hör's doch mal wieder. Okay, jetzt hab ich's aber. Au. Au. Das Schwein zu treffen ist auch... So, was jetzt? Jetzt sind wir gleich lecker was gegrillt! Okay, das ist nicht gut, glaub ich. Ähm. Ich muss ein bisschen laufen gerade. Fick doch die Hölle! Fick doch die Hölle! Dann, drei Mal. Oh, die Frau, kann der mich nicht ausleilen?! Fick, fack, fack, fack! Fack, fack! Fack! Nein, ich tret... Boah! Boah, fuck, ey. Ja, ich glaub, das war's dann gleich. Zu viel auf zu engem Raum. Okay. Ich mach weiter Hit-and-Run, mir egal. Alter. Boah! Fug! Weil das Überleben ist ein Wunder. 4-A3, Dankeschön! Hä, wie konnte ich die nicht treffen? Out? Der wird sowieso nicht! Ne, easy ist das gerade nicht Boah, und aus dem Rücken daumen langsam schon ab Alter Fick doch die Hölle Genau in die Mitte Ich bin ein bisschen zu aufgekratzt gerade, ich muss ruhig werden Gar nicht mehr, Alter Meine Hände sind schon schwitzig gerade Wer? Wir siegen den Champion Oh nein, der hat ein Schild dabei Ciao Mit Schild, Arschloch Deswegen ist er auch der Champion Ich weiß halt nicht, wie ich gegen den Schildtypen bestehen soll Das ist mir ein Rätsel Gibt's in Taktik wieder, da lag erste Hilfe am Boden, ja an den Flammen Da gehe ich nicht hin, das ist mir zu viel Risiko Wir haben ja erste Hilfe noch einen Von hinten, ich komme nicht von hinten auf den Okay Ich muss immer auf ihn schlagen, wenn er sein Schild runter nimmt Habe ich das Gefühl Wir werden immer eine kassieren Ich weiß nicht mal, wie ich trete Ich habe erst ein einziges Mal getreten, aus Versehen Ich glaube, da gibt es gar keinen Knopf für, oder? Was? Schuss! Ah, diese Tanne! Ah, diese Tanne! Sag mal, machen wir dem überhaupt Schaden? Machen wir dem überhaupt Schaden? Und langsam habe ich leider auch keinen Bock mehr. Wir haben den jetzt ein paar Mal getroffen, aber ich habe das Gefühl, wir haben dem gar keinen Schaden gemacht. Weißt du, was ich meine? Wir haben den auch ein paar Mal ohne Schild getroffen. Schlag zu, wenn er ausholt. Ja, das ist... Oh, ich habe gar kein Ding ins Meer. Äh, 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 äh. Boah, was? Was ist das denn? Wart für ein nerviger Scheiß. Mein nigger Arm schläft gerade schon ein. Nicht, weil es so langweilig ist, sondern weil ich die ganze Zeit auf L3 drücke, damit ich renne. Oh, Alter, ist das nervig. Na ja, wir machen ein bisschen Schaden. Es wird ingame schon dunkel, aber echt. 24 Stunden, das große Rennen. Von Montreal. Und ich kann noch nichts aufheben. Weil das Problem ist, sobald wir stehen bleiben und es aufheben, verprügelt er uns schon. Ciao. Den Hut ziehen. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich will den nicht markieren. Um Gottes Willen, wenn ich ihn markiere, dann sehe ich die Flammen nicht mehr. Ich muss, ich muss außen rumlaufen im Kreis. Ich will den auf keinen Fall markieren. Wie konntet ihr mich denn jetzt gerade treffen? Wir sind gerade schön ausgewichen. Wie überaus störend. Ach so. Wie überaus störend. Ich erschalte es hier. Ah! Ohohohohoho! Hier! Hier! Ich muss... Ähh, ja! Ok, was... Kriegen wir was Schönes? Ich brauch hier nichts, oder? Jo, Freunde! Hey, Ehrensache! Kein Problem! Lollipop hier! Easy going! Wat war das denn? GG! Easy! Oh, sorry! Danke dir! Äh, ich bin grad gedamaged. Wo muss ich hin? Ach, hier sieht alles so gleich aus. Warum die hier unten Strom her? Aber, was frage ich eigentlich? Sicherlich Solarpaneele für die Umwelt. Ohaah. So. Sprich mit Irving. Der ist wieder oben! Hm. Alles klar. Danke. Oh, hey klar. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Ich brauch das gerade nicht. Ich brauch ein bisschen Komfort. Dankeschön. So. Gut. Hammer gemacht. Der hat nicht mal zugesehen, der durfte nicht. Alter. Hoppa. Hand aufs Herz. Ihr habt auch nicht dran geglaubt, oder? Soll ich aber ganz ehrlich sind? Ups. Hier drüben. Hey, hey, hey. Ich brauch einen Arzt. Ich war weg hier, verdammt nochmal. Er weiß, wofür das war. Hey, Svec. Du hältst dich für schlau, hm? Du meinst, du gehst ab wie dünnschiss? Denn genau so bist du abgegangen. Unaufhaltsam. Ich glaub, mit dir könnte ich zusammen scheißen. Äh, arbeiten. Äh, zusammenarbeiten. was wir zusammen alles reißen könnten große dinge ganz groß ich hab zwar noch keine ahnung was genau aber mir fällt schon was ein besten ideen irgendwann ich muss man meine denkermütze aufsetzen und braucht ein bisschen freiraum von mir was einfallen zu lassen mach dich mal rar ich kann nicht denken wenn du mir über die schulter atmest ich melde mich das muss doch nicht sein ich war total ehrlich zu dir total was soll das ich dachte wir sind freunde ok gut ach so meine sachen wie wird es dann damit kriege ich die wieder habe ich wie sollt ich danke dir so was zu schreiben ist echt lieb ok komm ich da nicht hin will ich da eigentlich hin so komme ich auf die andere seite der brücke oder weil da muss ich ja eigentlich hin ist das eine gute idee jetzt hier runter zu gehen ok so kann ich mich umdrehen nein so will ich das ding da hinten noch holen weiß ich nicht so war hier nicht auch kletterhaken hier war auch kletterhaken ich hab's doch gesehen hier war kletterhaken sondern wo du 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 Da, da, da... Gibt's ja nicht auch Krokodile? Was ist das? Gib mir eure Blume. Schön Blümchen pflücken nach diesem Boxkampf. Ein paar Blümchen pflücken. Wer kann es am verübeln? Wo wollten wir eigentlich hin? Uns wurde das... Uns wurde der Helikopter geklaut, ne? Also nur zur Erinnerung. Wir werden eigentlich viel schneller da. Da wollen wir hin. Knochenbrechergrube. 0 von 6. Egal, wir wollten da hin. Eigentlich mit dem Helikopter. Aber leider... Wie's halt so ist. Ihr kennt das ja. Da hat man sich gerade neuen Helikopter geleistet. Ja, da wird er auch schon wieder stibitzt. Oder jemand macht mit dem Schlüssel einen Kratzer in Lack. Wie das halt so ist. Neidkultur, ja? Einfach... Man kann sich heute nicht mal mehr... Ja, der redliche Mann von der Straße... Kann sich heute nicht mal mehr ein Helikopter leisten, ja? Ohne... Dass da gleich wieder... Gegengegangen wird. Das finde ich bestürzend. Das finde ich wirklich bestürzend. Weißt du, klar. Das kennen wir alle. So ein Privatjet. Der steht safe im Hangar am Flughafen. Aber den kann ich nicht mal eben zu Hause... ...aufm Helipad landen. Deswegen ist das für uns alle ja besser, wenn wir Helikopter haben zu Hause. Ist das überhaupt gut, wo ich hier gerade hingehe? Das sieht alles nicht so gut aus. Da hinten ist ein Boot. Äh... Verstrahltes Gebiet. Ciao. Okay, jetzt geht's gut. Da gönnt man sich was und es wird einem nicht gegönnt. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Du hast ja gerade mal wieder neuen Heli geholt, ja? Alle zwei Jahre einfach mal einen leasen. Schade. So, da hinten müssen wir hin. So, warte. Wen haben wir denn da? Schlange. Okay, wie kommen wir denn da hinten hin? Ach, guck mal. Den kennen wir doch noch. Aber die Gegend sieht ja ganz anders aus inzwischen, oder? Die sieht echt schön aus. Aber die Gegend hat sich verändert. Oh Gott. Helikopter wäre viel praktischer gewesen. Oh, ernsthaft. Ach, bitte. Und genau da wurde mir mal ein schönes Gyroskop geklaut. War hier nicht, war hier nicht ein Boot? Ja, da ist auch ein Boot. Wann ist das Spiel rausgekommen? Äh, vor ein paar Stunden. Timber! Komm rein! Komm, Ra! Komm rein! Komm! Komm, Ra! Tschüss, Timber! Ja, Entschuldigung, wenn du unter das Boot schwimmst. Also ganz ehrlich, was soll ich denn da noch sagen? Was ist denn das? So was hat er gemacht? So was hat er gemacht? Okay. Wie komm ich denn da hin? Wie komm ich denn da hin? Oh, hier. Let's go! Warum spielt die Musik schon? Okay, Hund hat schon alles ausgescoutet. Guter Hund, guter Hund. Alles klar. Vielleicht doch ganz gut, dass wir hier nicht reingeflogen sind. Mit dem Helikopter. Krieg ich das hin? Ne, ne? Nee, ist sowas weit. Sch, schlaf jetzt. So. Sie schläft tief und fest, wenn man sie lässt. Bleib im Kopf geht auch für Krankenschein, Freunde. Ah, okay, der latscht da. Ich dachte, der kommt jetzt hierher. Okay. Okay, komm ich da irgendwie rüber? Sch, 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 sch. Okay, das geht gut. Ich dachte, ich hab wir schon den Kopf. Timber, du machst den Rest. Boah, ist aber echt viele. Oh, natürlich Verstärkung. Oh, natürlich Verstärkung. Oh, Alter, jetzt bewegt sich noch nicht mal so viel beim Sterben. Timber, bist Beste. Superhundi. Superhundi. Ein fundiges Hundi. Die Verstärkung? Kommt hier Verstärkung? Da ist sie Verstärkung. Erfolgreich Verstärkung. Lebt doch noch einer. Ich hab noch nen Uäh gehört. Wo kommt der her? Hö, hö, höh, höh. Das ist noch immer so viele. So, Luna-Lumen, dankeschön. Hat Hundi angegriffen. Sorry, da kenne ich nix. So. Sehr gut. Der Asiate hat wieder zugeschlagen. Die Feine mit Blei verstärken sind ja auch schön. So. Hast du gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Bist der Bravste. Nachher gibt's richtig schön wieder... wird richtig fett gebarft einfach. Hier so. Ich nehm mal hier wieder Zeug mit. Lösemittel. Ich würd gern die Jungs von New Eden sehen, ehrlich gesagt. Die würd ich gerne mal sehen. Wie die sich so machen. Wo sollen die denn sein? New Eden. Vielleicht hier in diesen Nebelgeschwaden? Die zugedröhnten. Die waren doch früher auch immer so ein bisschen so... Nick Rye. Oh, wir können den Fahrrad befreien vielleicht. Ist da draußen jemand? Hier ist Nick Rye. Ich wird gefangen gehalten irgendwo beim alten Wasserwerk. Ich hab ein Fluchtfahrzeug vorbehalten. Ich muss nur noch... Scheiße, sie kommen. Bitte, helf mir. Ja, die Karte ist schon ein bisschen groß. Die ist nicht so groß wie bei Far Cry 5, aber... Nimmt schon Ausmaße an. Also das kann dauern. Wobei wir inzwischen echt schon viel erforscht haben, ne? Naja, ehrlich gesagt nicht so viel, weil hier ist ja... Oder? Ne, hier sind Berge. Hier ist aber noch... Sharky. Zu weit entfernt? Ich weiß es nicht. Also bisschen was zu machen gibt's hier auf jeden Fall. Ähm... Ja, soll man zu Nick Rye mal rüber? Wir können mal Spaß haben mit dem Heli drüber fliegen. Was ist das denn hier? Schauen wir mal, wie du dich machst. Was? Die Idener beobachten eine unbewohnte Insel. Ich bin da mal hin. Aber dann wurde ich plötzlich ohnmächtig und wachte mitten in der Nacht wieder auf. Ich hab mich sofort aus dem Staub gemacht. Da geht irgendwas vor sich, Cap. Wir wissen genau. Das Geheimnis von New Eden. Ja, das wollen wir doch wissen, oder? Was ist denn mit Onkel Joseph passiert? Das wollen wir doch alle wissen. So. Hier haben wir noch ein bisschen... Oh, safey safe man. Schloss knacken. Oh, das Wasser sieht so schön aus hier. Außer diese aufblickenden Fische da hinten. Was ist denn mit dem Fisch? Warte. Fisch! Warte. Wir haben wieder die Kontrolle über das Wasser. Ich hab auch Kontrolle über mein Wasser. Sonst hätte ich mich schon eingenässt. So. Oh. Ja, New Eden würde ich halt echt gerne sehen. Also, ich würde gerne sehen, was mit Joseph und seinen Kollegen da inzwischen los ist. Kann ich das hier irgendwo... Das Geheimnis von New Eden. Begibt sich zum Anwesen von New Eden. Komm, das machen wir jetzt, oder? Ganz ehrlich, das interessiert uns alle. Alle interessiert das. Eine Sekunde. Ich muss ganz kurz mal wieder... ...was gucken. Gut. Ich wollte nur mal ganz kurz... Okay. Okay. Ähm, wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Hier ist Boot. Können wir hier Helis rufen? Ich will kein Boot rufen. Ich will ein Heli haben. Wir können nur Boote rufen. Aber wir können mal gucken, was es für Boote gibt. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ähm, hier. Okay, wir haben nur die beiden. Seetauglicher Jetski und Schlauchboot. Und hier kriegen wir noch irgendwann ein Metallrahm-Schlauchboot. Ja, das brauchen wir uns gar nicht machen. Wir haben da ein Schlauchboot. Und ein Jetski. Ich immer Jetski. Hund kommt eh nicht mit rein. Tschau Hund. Wow. Ah, schön. So, mal gucken. Hallo, grüß dich. Alter Kumpel. Komm ich da durch? Jo. Woh. Ähm. Oh. Oh. Oh, die sind das jetzt? Nur einer von vielen Angriffen der Highwaymen. Hä? Was war... ...das für ein Geräusch? Ach! Josef! Ganz undeutlich. Du musst deutlicher sprechen. Kirsche to go. Dankeschön. Was ist denn mit dem Josef wieder los? Und wieso sieht der genauso aus wie vorher? Der ist kein Stück gealtert. Der ist einfach ein cooler Charakter, oder? Oh Mist, ich wollte gerade ranzoomen. Die Prophezeiung. Ich bin so mitgenommen. Ich bin so traurig. Ich bin so mitgenommen. Warte. Ich muss die da doch irgendwann auch mal häuten. Wird mir echt leid. Joaah. So. Da gibt's ja kein Auto. Ich wollte ja nen Heli, aber nein. Krieg ich nicht. Es ist einfach enttäuschend. Weißt du? Wie ein einfacher Mann nicht mein Auto haben kann? So, tschüss. Geräusche, Tiergeräusche aus dem Hintergrund. 1.57 Uhr. Oh, da müssen wir mal gucken. 1.57 Uhr aber schon ne Ansage. 2.57 Uhr. 2.57 Uhr. 2.57 Uhr. Das ist nichts. 3.57 Uhr. 3.57 Uhr. 4.57 Uhr. 4.57 Uhr. 5.57 Uhr. Ist das Liebe oder Böse? Ist egal. Wir wollen... Ich will wissen, was mit Joseph ist. Was steht hier? Wrath the Book. Wo ist das Buch? Das Far Cry Buch hab ich drüben im Regal stehen. Hab ich mir tatsächlich geholt nach Far Cry 5. Ich wollte es auch unbedingt lesen. Hab's noch nicht gemacht. Wieso bin ich eigentlich so klein? Wilder Hund, Rang 1. Wieso bin ich eigentlich so... Warum ist unser Charakter... Warum wurde der so klein? Die ganze Zugsache tut mir... Ein paar Highwaymen haben diese Eden-Grabstätte angegriffen. Die ist überall. Wollten sie etwa die Gräber schänden? Das wäre einfach nur falsch. Außer... Natürlich du tust es. Für die Gemeinschaft. Ah... Ehrenamtlicher Kundschafter. Brennende Se... Linn. Die Geräusche... Ist das hier schön? Oh nein. Nicht auf der anderen Seite vom Fluss. Ich hasse alles. Hätte ich das Boot nehmen sollen. Aber der Weg führte mich doch in den Wald. Hier sind überall diese komischen Zelte. Arschloch-Spiel. Warum verarscht du mich so das Boot? Ok. So... Geiles Schlauchboot. Komm. Komm, wir steuern in ein Fahrzeug. Wir fahren, du und ich. Oh, guck mal, die Dämpfe hier. Schade, ich dachte wir kommen auf den Meer. Mein Name ist Joseph C. Da hab ich auch nichts für mehr. Einige nennen mich... Vater. Kann ich die Jens nennen? Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vorbelag. Ich folgte diesem Pfad und fand ein Ende. Und ein Anfang. Hm. Ok. Und ein Leerzeichen. Dazwischen. Bewahre dir ein offenes Herz. Das würde ich gerne machen. Setze die Vergangenheit zusammen. Dann enthüllst du die Wahrheit. Hä? Wie weit muss ich denn noch? Und du wirst in unseren New Eden... Willkommen geheißen. Ob das gut ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab da verschiedene Sachen gehört. Drogen, Unterdrückung. Also Zwangsbedrohung, ja? Nicht das, was Kinder heute machen, statt Hausaufgaben. Sondern aktive Zwangsbedrohung. Bedrohung? Was ist denn hier? Leere Station. Ort entdeckt. Ok, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es klappt. Also ich weiß nicht, ob ich wieder verschwindet, wenn ich hingehe. Ich will nur mal ganz kurz... Was hat der gerade gemacht? Bring it on? Hat er das gerade gemacht? Ok. Ich gebe das Geld zu... Was ist denn das hier? Ziehen. Unsere einzige Chance ist, uns von der Vergangenheit abzuwenden. Ok. Oh, ich rieche Rätsel. Ich mach gleich weiter hier ein bisschen, ne? Ich mach gleich hier... Ich durchsuche trotzdem mal schnell. Achso, das wollte ich gar nicht. Nein, 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 nein. Wegstecken, wegstecken. Achso, ah, ok. Halte gedrückt. Sieh, wie sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Ist doch noch nicht ganz fertig, oder? Wir brauchen noch die anderen, oder? Ja. Ja, ich glaub da brauchen wir noch was raus. Das kann doch nicht so richtig. Ich finde die richtige Position. Ziehen. Achso, schon wieder die Asu! 13 Stunden hier? Also, ich bin zwischendurch weg gewesen. Ich kann mir diesen Scheiß nicht so lange angucken, weißt du? Ach, man. Aber, 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 aber... Untersuche die Strahlen, aber... Im Suchgebiet. Wir müssen ja noch was weiteres suchen, ne? Weil wir hatten ja verschiedene Gebiete, die wir untersuchen sollen. Und wir hatten, also wir hatten noch zwei andere. Und ich dachte, wir müssen erst mal das Amulett komplett kriegen. Macht ja auch Sinn. Okay, hier sind auch noch mal so eine Dinger. So... Das sind aber nicht die, ne? Hier sind zwar welche, aber... Oder? Achso... Aber ist das so richtig rum? Ne, ne? Ach, Alter! Wir müssen das ganze Zeichen da hinkriegen. Das heißt, wir müssen da vorne nochmal drehen. Ach, Alter! Ich mach immer nur kurz. Ich muss das lang drücken. Entschuldigung. Aber ehrlich gesagt, da kann ich auch nur raten. So, warte. Es darf nichts fehlen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das könnte sogar klappen. Halte gedrückt. Jetzt mach ich's richtig. Unser altes Leben führte zum Untergang. Es geht nur voran. Wenn wir ohne Sünde leben. Du meinst zum Beispiel, wie Leute drangsalieren, abschlachten und so weiter. Bin mir nicht ganz sicher. Leere Station 1 von 3. Okay, komm. Es ist echt dunkel, aber ich würd gern diese beiden anderen Dinge noch finden. Wenn wir schon mal hier sind. Oder wollen wir lieber bei Tag wiederkommen, weil alles so dunkel ist hier. Weil jetzt hier im Dunkeln rumlaufen ist irgendwie nicht so schön. Ja, da komm ich wieder später wieder. Aber der Josef sieht doch eigentlich aus wie damals. Der ist kein bisschen gealtert. Alle anderen, weißt du, ich bin blind, ich bin sauf, ich kann nichts mehr machen. Ist das hier Wasser? Ernsthaft? Aua. Schauderhaufen, was ist das? Oh, okay. Ist das hier mit dem Prepperversteck damals, wo draußen das Prepperversteck war? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Hm. Gibt's hier ein Boot? Sonst renne ich erstmal dahin. Ein bisschen durch die Suppe geht auch. Zum Glück haben wir unsere Rave-Armbänder dabei. Okay. Da kann nichts mehr passieren. Die versunkenen Hütten. Ach so, Mollis. Okay. Warum so viele Mollis? Okay, wir haben hier überall so ne Sammeldinger. Ich hoffe, wir kommen später nochmal wieder. So. So. Lernshaft. Nur jene, die auf die Zeichen achteten, wurden verschont. Deswegen sollte ich jetzt auf die Zeichen achten. Wortwörtlich. Und New Eden erhob sich aus der Asche. Dem Pfad zu folgen. Musst du alles Nutzlose verbrennen. Oh, ich will auch nichts verbrennen. Ups. Ja, das sieht aber so aus, als müsste ich. Läutere unser Symbol. Wie die Welt geläutert wurde. Lalalala. Schmi-Schwa-Schmu. Ist das hier nicht richtig? Geht da noch was? Das hier dreht sich so schön. Finde die richtige Position und richte das. Ja, ja. Aber wie kann ich das ausrichten jetzt? Die Dinger, da kann ich ja schlecht ausrichten. Kann ich die Dinger da ausrichten? Habe ich irgendwas, womit ich die ausrichten kann? Kann ich irgendwas dagegen ausrichten? Ja, ja, ja. Die Quest führt mich direkt hierher. Ah, ja, ja, ja. Natürlich. Deswegen auch die Mollys hier. Man sieht das Zeichen nicht deswegen. Ah, ja, ja. Schusszeichen. Deswegen, okay. Läutern wurde, wie die Welt geläutert wurde. Okay, ja. Ich hör dem Josef gar nicht richtig zu. Kann ich hier noch ein bisschen... Ich seh gar nichts. Müsste ein bisschen höher stehen, oder? Haben wir jetzt gemacht, oder? Ich geh mal hier hoch. Das sieht schon besser aus. Jetzt aber. Wanni, dankeschön Wanni! Die Flamme von Eden wird jede Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen wird. Wieso schießt ihr da mit Pfeilen immer? Was ist denn mit diesem Bastard? So. Okay, so. Achso, pass auf. Da nehme ich das Boot. Da nehme ich das Boot. Da müssen wir eher auf die andere Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm... Und separatios auch dir. Dankeschön! So! Let's go! Und Udamei, dankeschön! Wet? Jetzt fahr ich mal nicht so sinnlos drauf, weil ich brauch's vielleicht noch. Und dummerlos, dankeschön! Moin! Ich nehm's ja schon. Die Welt war nicht bereit für den Kollaps. Und die Menschen haben gegen uns gekämpft. Ich bin immer noch nicht bereit für den Kollaps. This could be your... ...und unsere Familie zerstören. Richtig. Das ist richtig. Da war ich dabei. Das war echt cool. Wir schlugen alles in Stücke. Doch wir hielten standen. Okay. Das müsste gehen, ne? Reiß nah! Lieber Steve! Dankeschön! Was? Was? Lieber Steve, das ist mir echt leid. Wie blöd. Hä? Wie blöd ist das denn? Untersuche das Kreuz. Ja, Mann, jetzt... Was ist denn mit dem Typen? Warum schickt er mich so viel rum? Ne, überhaupt nicht. Du bist halt ein wirrer, alter Mann. Aber da sind wir uns gar nicht mal so unähnlich. Ach, die Zerstörung. Gamesprogramme, keine Zukunft mehr. Ich seh, da kennt sich jemand richtig mit der Wirtschaftslage aus. Das kann doch nichts gutes werden, oder? Eine Bestie, die ihren Inneren hauen. Und dann bitte keinen Fight gegen die Bestie. Untersuche. Ich will echt nicht gegen irgendein Viech kämpfen, Joseph. Ernsthaft. Lass das. Gord hat mich vor dem Kollaps gewarnt. Und ich sammelte meine Familie, um uns vollzubereiten. Da ist keine Ruhe. Doch die Römer folgte dem weißen Pferd. Einen das nicht einfach umbringen konnte. Und mein Pfad endete hier. Der Bunker. Der Bunker. Diesen Mauern. Es ist der Bunker. Heilige Scheiße. Mein einstiger Feind war alles, was mir blieb. Ich hätte ihn verurteilen können. Doch ich vergab ihm. Und bot ihm einen neuen Lebenszweck. Ein neuer Lebenszweck als Stuhl oder was? Ich dachte, ich hätte meine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Doch eines hatte er mir noch zu sagen. Hä? Der kennt mich doch gar nicht. Verlasse den Bunker. Eine hingekritzelte Notiz. Er sagt, er vergibt mir. Aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich verstehe es nicht. Und alles, was er mir gibt, ist das Wort. Das ist unsere letzte Notiz an die Nachwelt gewesen. Okay. Oh! Das Wort. Das Wort. Ich meine, das hat er doch auch gemacht. Er hat doch auch geschlachtet. Ich habe überlebt und sie haben keine Macht mehr über mich. Und nun sonne ich mich im Frieden Gottes bedingungsloser Liebe. Im Schutz der frommen Gemeinschaft von euch. Von euch, meiner Familie. Und jetzt weiß ich, was es heißt, wahrhaftig und vollkommen akzeptiert zu werden. Von euch, meiner Familie. Josephs Tagebuch. Der Deputy waren wir. Und jetzt ist natürlich die Frage, was genau sind diese Pläne? Was genau ist aus uns geworden? Ich finde das alles ein bisschen erschreckend. Nach Tagen des Fastens und Betens habe ich die Stimme wieder gehört. Und ich habe gesehen, was kommen wird. Ich habe das Gesicht der Person gesehen, die New Eden nach meinem Tod führen wird. Es war kein bekanntes Gesicht. Es sei mir nicht ähnlich. Also ist es nicht mein leibliches Kind. Dennoch wird es mein Kind sein. So wie alle anderen auch. Ich lasse mein Wort zurück, wenn ich gehe. Und wenn es nach Eden zurückgebracht wird, soll es unsere Bestimmung offenbaren. Gott hat mir nicht gezeigt, worin sie bestehen wird. Aber ich habe Vertrauen, dass es das Richtige sein wird. Okay, das ist alles etwas nichtssagend. Jenseits der Mauern von Edensgate erstickt eine einst mächtige Nation in ihrer Tollkühnheit. Die Eliten brüsten sich brüllend. Seht unseren Reichtum. Er zittert vor unserer Macht. Er starrt in Ehrfurcht vor unserem Wissen. Und ich erstarre. Doch nicht in Ehrfurcht. In Scham. Denn ihr Wissen verbreitet nur giftige Propaganda, die uns ewig in Furcht bannen soll. Ich erzittere. Doch nicht vor Bewunderung. Vor Trauer ob des Hasses ihrer heimtückischen Pläne. Und in ihren glänzenden Gewölben endloser Raffgier sehe ich nur die feige Seelenlosigkeit des Materialismus. Starke Worte? Ah ja, hier war was gelingt. War so aus. Okay. Trotzdem interessiert mich mehr, was aus uns geworden ist. Wir werden es noch nicht erfahren, oder? Es wäre zu schnell. Mann, Kleiner, hatte ich grad ne Überdosis. Bunker zu. Ne, der Bunker bleibt offen. Okay. Jetzt geh ich nochmal rein. Nur aus Neugier, wie es jetzt aussieht. Ob wir irgendwas anderes finden. Ne, Zettel. Alles gleich. Alles noch gleich. Boah, wie lange, wie lange müssen die beiden hier eingesperrt gewesen sein? Oh, da haben wir noch was übersehen. Siehste? Du weißt es. Du weißt es am besten. Gott sagt es dir. Wenn ich auf dich höre, ist es gut und richtig und ich kann helfen. Ich kann Menschen retten und es wieder gut machen und alles ist wieder okay. Wenn ich als dein Richter urteile, ist das Urteil gut und gerecht. Das Urteil ist Gottes Wort. Jetzt erkenne ich es. Es tut mir so leid. Bitte, gib mir eine Maske. Ich habe Angst. Niemand soll mich erkennen. Bitte lass mich neu geboren werden. So wie die Welt von Sünden gereinigt und neu geboren wurde. Dann werde ich gegen die Sünde kämpfen. Danke, Joseph. Danke, Vater. Das ist aus uns geworden. Eine weitere Marionette. Oh. Und vor allen Dingen, bitte gib mir eine Maske. Ich will mich verstecken. Als wir vorhin bei New Eden war. Boah, Alter, das ist hell. Als wir bei New Eden waren. Hat da nicht jemand mit einer Maske geöffnet? Zufälligerweise? Hm. 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 Du verstehst, was ich meine. Hm. Vielleicht treffen wir uns wieder. Selbst wieder. Hm. Treiben lassen. Ja, Sigi. Ähm. Genau. Wir hatten auch hier im Auswahlmenü über den Charakteren, die wir retten können oder akquirieren können. Da war auch einer, der so aussieht. Und wir haben bei den Skins glaube ich auch einen Skin, der so aussieht. Ähm. Das sind die New Edener. Vielleicht gegründet... ...durch den Deputy, um Abbitte zu leisten. Vielleicht lebt er noch. Als alter Mann. Das kann natürlich sein. Okay, ach ja. Wir haben hier noch ein paar... Ja, das alte Kreuz und... Ach stimmt. Das hier ist die Insel in der Mitte. Uuuuh. Heilige. So, der Steve. Den Rest, was? Hab was sehr cooles vor. Oh, okay. Was? Könnte das sein? Hab was sehr cooles vor. Kann aber alles heißen. Du willst einen neuen Commander Keen machen? Komm. Ähm. Okay, wir kriegen hier wieder Zeug, ne? Streicheln können wir auch machen. Okay. Also ich mach nicht mehr allzu lange, ne? Weil ich merke langsam auch eine gewisse Durchigkeit. Luhchenill! Dankeschön, Luhchenill! So, warte. Hier. Zwei von sechs. Ganz toll. Löse. Löse Mittel. Lalalala. Löse Mittel. Lalalala. Vier von sechs. Fünf von sechs. Zum Glück fallen die hier auf. Und eins ist wieder versteckt irgendwo. Hm. Ja. Silberschlüssel ist auch wieder da! Juhu! So. Hm, 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 hm. Was immer dahinten los ist. Ich suche ja Klebeband. Können wir mal ein bisschen ruhiger sein? Ich versuche mich zu konzentrieren. Wo ist denn hier mal? Hat jemand von euch Klebeband gesehen? Ich seh nix blinken. Ja, sehr gut. Dankeschön, Chat! Danke, Chat! Seid die Besten! So. Wie einfach keiner geantwortet hat. Außer Elflin, die einfach nur schreibt, ja! Toll, danke, Elflin. Spitzenhilfe. So. Versuch'ne Hütte. Ähm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir müssen dorthin. Und Edna! Noo! Timber. Noo! Dann schlaf aber schön, Edna. Dass du immer noch wach bist, ne? Ist nicht so gut. Ist viel zu spät. Ja, guck mal, ich mach mit. So. Das hat nicht so gut geklappt. Ja! Ja, guck mal hier! Du kleines Mops-Gesicht! Das hat... Geht n kleines Mops-Gesicht! So einfach move. Einfach so... Ganz breit einfach. So, aua! Hä, wieso hab ich Schaden bekommen? Ich bin nur einmal hochgesprungen. Alles klar. Einer im Kleinen... Oh, okay. Okay. Okay, da bin ich gespannt. Lieber Steve. Da bin ich sehr... Da bin ich sehr gespannt. Äh, halten Sie mal auf Twitter auf dem Laufenden. Ähm. Alles klar. Dankeschön. Zwei von drei. So finde ich das toll. Oh. Ich mag echt... Unsere Techno-Armbänder mag ich echt sehr gerne. Möchte gleich auf den Rave. Wieso ballern hier so viele? Ist doch ne Insel des Friedens, oder? Und Burning die Legende, auch dir Dankeschön! Burning die Legende... Was? Auf der kleinen Insel hier. Ich wollt's nur sagen, ne? Auf dieser winzigen Insel hier. So, hier oben ist nix drauf. Mö, natürlich nicht. Wär auch zu schön gewesen. Hm. Wo könnte das Ding denn sein? Chat, kann ich nicht schlafen? Äh, Fragen, die schlafen alle? So, Wachhund, auch dir Dankeschön! Hallo! Es ist die Soße da! Anu Bait! Dankeschön! Kannst du mal von vorne anfangen? Ja, wir machen gleich. Wir machen gleich. Ich bin eh unzufrieden mit der Entwicklung. Wir fangen gleich noch mal von vorne an. Anu Bait! Vielen, vielen Dank! Und einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, du hast ausgeschlafen. Wie ungefähr die Hälfte hier. Alter, was ist denn los? Unterhaltestellenanfass Matthias. Ist auch wieder da. Lang nicht mehr gelesen! Der Name immer noch großartig. Hat gerade 10 Subs gegiftet. Lieber Haltestellenanfass Matthias. Viel Dank! Da ist er wieder. Ich glaube, Tobi ist auch verliebt in den Namen ein bisschen. Entschuldigung. Kleines Gena-Line. Aber wo ist denn... Das ist mein neuer Kanal. Und jetzt mache ich Vlogs. Gena. Ähm. Wo ist denn hier das komisch letzte Ding? Hat das jemand gesehen? Hat das jemand gesehen? Und Kappa Vesurt! Dankeschön auch dir! Ves... Vesurt! Danke, Chat! Euer Tipp war's! So, warte mal. Okay, das haben wir. Da haben wir auch noch. Wir räumen hier mal schnell. Fakka 29! Lieber Fakka, vielen Dank! Dein Name passt heute sehr gut. So. Hä, was machen die denn hier auf der Insel? Oh. So. Carsten Lickett, Dankeschön! Ein kurzes, aber erfülltes Leben. Ob's erfüllt ist, weiß ich nicht. Aber kurz haben wir ihm, äh, ne? Hat er sich ja gewünscht. Da kann man mal sagen, lieber Zank, Dankeschön. Zank, ähm. Da kann man mal sagen... Da haben wir einfach richtig die Güte sprechen lassen. Ganz selbstlos. Da haben wir ihm einen Gefallen getan. Einen großen. Ich find' uns super. So, moin. Ähm. Äh, ist das... Das ist hier... Okay. Und das Pupsen der Einhorn. Auch lange nicht mehr gelesen. Liebes Pupsen das Einhorn. Ach, danke dir! Nee, es ist noch nicht zwei. Es ist, glaub ich, gleich zwei. So, vom Gefühl her müsste es gleich zwei sein. Die Augen beginnen schon wieder zu tränen. Zweite Runde. Muss also zwei sein. Ähm, gleich. Bald. Da hinten. Wieviel fehlen hier noch? Ein einziges. Ähm. Vielleicht unter dem Pier, damit wir ewig suchen können. Ja. So. Dann haben wir das auch fertig. Okay, cool. Dann... Geh ich nochmal ganz kurz, äh, hier rüber. Da brauchen wir noch zwei. Darth Jens, auch dir Dankeschön. Ich hab das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, aber wachen die Leute langsam wieder auf? Kann das sein? Es wirkt gerade so ein bisschen, ne? Als würden die Leute... Und Spy Fox auch dir Dankeschön. Hm. Dankeschön. Es wirkt gerade ein bisschen so, als würden die Leute langsam wieder aufwachen. Wie die Leute daran hindern, zu weit nach Norden zu gehen. Absolut richtig. Ach, die beiden. Ja, ja, ja. Dann, äh, einen wunderschönen guten Morgen den Leuten, die gerade aufgestanden sind. Ich hoffe, ihr habt lecker Frühstück. Hab ich noch ne Bulette? Oh, ich hab noch eine Bulette. Ich mach auch Frühstück. Ohm. Oh. Nicht mit offenem Mund sprechen. Also... Mit vollem Mund sprechen. Entschuldigung. Und Max, äh, Max, sorry, Dankeschön. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Mhm. Ah, nur bald. Kein Problem. Paar Minuten machen wir noch. Mhm. 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 So. Der hätte gedacht, dass das Ende der Welt so schön aussieht. Das ganze Tal fühlt sich wieder an wie ein Pulverfass. Hat er nicht Unrecht, ne? Wer hat's gedacht? Dass es so schön aussieht. Da haben wir das Letzte. Okay. Dann haben wir auch noch die Station hier fertig. Cool. Ähm. Folgendes. Was sollen wir tun? Wilder Hund, die Judge Unterkunft, New Eden Story Mission. Da gehen wir grad noch hin. Das Buch würde ich gern noch abliefern, das wir gefunden haben. Denn eventuell treffen wir uns selbst. Wir wissen's natürlich nicht. Lieber Sonic. Ich würde mitessen. Wenn ich da wäre, also wenn ich jetzt vor Ort wäre, ich würde dein Essen einfach wegessen. Kannste aber glauben. Obwohl ich erstaunlicherweise gar nicht so viel Hunger habe. Ich hab vor dem Stream heute ne Pizza verdrückt, ja? Ne Sucuk-Pizza übrigens. Seit langer Zeit mal wieder ne Sucuk-Pizza. Hab ich mir einfach mal gegönnt. Und äh. Gerade nach der turbulenten Woche. Und während des Streams hab ich jetzt diese Packung kleiner Frikadellen gegessen. Diese Snacks. Innerhalb von 10 Stunden ist das okay, glaub ich. Was zum Teil war das? Vieles hier! Das ist mir einfach umgefallen. Das muss Allergie auf diese Pollen hier sein. Natürlich! Wer holt sich, wer holt sich die Streichelis ab, hm? Ich will fremde Hunde anfassen und was macht er? Werft sich dazwischen. So! Keine Sorge! Hä? Wieso hängt der mit dem Bike hier rum? Vorteilspunkt, alles klar. Haben wir ein Bötchen irgendwo? Ich hab echt keinen Bock darüber zu schwimmen, aber ich... Ich sollte es auch nicht hin... Kato, ja dankeschön, warte mal! Okay, was, was, was? Okay, was, was, was? Der nie im Stream, was? Snacken wollte? Ich glaub... Ja, ich bin... Find ich auch... Find ich auch gut, tatsächlich. Dass ich mich jetzt traue, im Stream zu essen. Ich mach's einfach. Huch! Aber ich schmatze immer noch nicht ins Mikrofon, weil ich es immer noch sehr unhöflich finde. Furchtbar! Ähm... Die Frage ist, kann ich jetzt rüberschwimmen oder greifen mich diese Fische an? Ich geh das Warkens mal ein. Lalalala... Lalalalalala... Dadadadam... Ähm, das ist nicht gut. Ähm... Waren das grad sehr große Fische, die sehr großen Hunger haben? Ich glaube, der Hund lenkt die ab. Das ist ganz gut. Braver Timber! Braver Timber! So, und raus hier! Okay, gut. Äh, hier ist ein Boot. Okay, Timber, kommst du? Der schwimmt nicht so schnell. So. Das ganze Fell und so. Nein, 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 die sind... Lass die mal ruhig, hm? Die sind... Die sind nicht so lieb. Total sinnlos, die alle wegzuballern, aber... Diese schleichenden Freaks kommen immer nur nachts. Das ist richtig. Ja! Ne, drei. Okay, drei in einer Reihe. Schön. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. So. Die schleichenden Freaks kommen immer nur nachts. Was? Die schleichenden Freaks? Ah, toll. Olivern, dankeschön! Die schleichenden Freaks. Jetzt freue ich mich natürlich, was für schleichende Freaks? Und wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Hm... Vielleicht einfach hier... Nein. Hm... Oh. Ist das dann ein Kanister, das rote? Saramedal, dankeschön! Ist das rote Kanister? Wir werden es gleich herausfinden. Nein, offenbar nicht. Schade. Na ja... Nein, leider nicht. Leider nicht. Nein. Gamepad-Steuerung ist einfach... Furchtbar. Wo gehen die hin? Kann mir egal sein. Wie kommen wir da unten rein? Hm, 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 hm. So, ok. Ok... Das sieht aus wie ein Tor, ne? Das hier vorne. Die Dinger sind hermetisch abgeriegelt da drin. Man kommt oben nicht rein, unten nicht rein. Man muss irgendwie dieses Tor hier aufmachen. Ich weiß aber nicht wie. Gibt's hier ein Mechanismus oder irgendwas, was man benutzen kann? Habt ihr irgendwas gesehen? Wie lange schläfst du gleich? Ich hab keine Ahnung. Meistens nicht so lang, wie ich sollte. So. Wie krieg ich das auf? C4. Kaputthauen? Naja, kaputthauen wird glaube ich nicht funktionieren, oder? Okay. Keine Sorge, das ist ein Hundetrainer. Der weiß, was er macht. Lass mal den Hund irgendwo. Ja, sehr gut. Timmer kümmert sich. Okay. Also, wir kommen da rein. Irgendein Hebel. Ich hab noch keinen Hebel gesehen. Äh. Wieso hab ich grad... Wieso hab ich grad Muni gekriegt? Hat der Hund was gesammelt? Sorry. Irgendwann ist genug. Der wählt meinen Hund an. Nicht mit mir. Ist hier vielleicht ein Loch oder so? Nee, ne? Vor allem ist jetzt dunkel. Ähm. Kann man irgendwie... Kann man irgendwie schlafen? Dass man irgendwie zum Tagesanbruch wieder aufwacht? Gibt's da so ne Möglichkeit? Die gab's doch bei Far Cry, oder? Greif doch mal durchs Gitter. Ja, geht leider nicht. Würde ich gerne. Die Wand mit der Bank kaputt machen. Ich glaube... Ach, du meinst diese Wand hier. Nee, das geht glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wär auch zu einfach. Und drinnen irgendwo klettern. So, Zeffi, dankeschön, Zeffi. Tilma, was ist denn los? Reicht's aber. Mit Molli an der Blumenwand? Nee, nee, nee. Leider, also ich glaub so... Das ist ja normale Hauswand. Die kann ich nicht einfach abbrennen. Puerto... Puerto Nico, dankeschön. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es aber nicht. Was ist mit dem Seil? Mit welchem Seil? Mit welchem Seil? Hier ist kein Seil. Also hier... Gut, hier liegt ein Seil. Aber damit kann man natürlich nichts machen. Das liegt auf dem Boden. Hier ist noch ein Seil. Damit kann ich aber auch nichts machen. Übers Dach haben wir geguckt. Aber ich glaube, da war nichts. Vor allem ist es jetzt viel zu dunkel gerade. Ja, alles klar. Okay, also... Mach nur Platz, ich bin der Landvogt. Was? Fast nicht geschlafen? Was? Dann jetzt aber ab ins Bett. Nicht zum Einsatz. Du musst... Es ist viel zu spät. Du musst ins Bett. So. Wir wollen ja die Klassiker hier aufrecht bewahren. So, dann viel Erfolg beim Einsatz auf jeden Fall. Also hier ist alles zugewuchert. Ich sehe keinen Eingang, ehrlich gesagt. Nee, da geht's nicht rein. Ach schon, Platz, ich bin der Landvogt. Und Kaverpol, auch dir Dankeschön! Ein dreiköpfiger Affe. Darauf fall ich doch nicht rein. So... Okay, weißt du was? Ich lass das einfach. Ich lass das Ding jetzt einfach. Ähm... Weil das dauert mir zu lang. Ich möchte jetzt wirklich nach oben. Wobei, wir müssen eigentlich hier die Judge-Unterkunft... Ist das hier die Judge-Unterkunft? Au. Jetzt will ich erzählen, dass alle drei Dinger da drin sind? Nee. Hier müssten auch noch drei von diesen Dingern sein. Gibt's da vielleicht eher einen Eingang irgendwo in der Nähe, dass wir untenrum da reinkommen? Wäre das vielleicht eher was? Ach, guck mal. Okay, die kriegen wir frei Haus. Cool. Cool. Dann haben wir das zumindest gemacht. So, fertig. Dann würde ich jetzt aber ehrlich gesagt gerne, äh, gerne weiterziehen. Wir gehen nach Neu-Eden. Die nehmen dort nicht jeden. Drüben in Neu-Eden. Den ganzen Tag nur beden. Was ist... Hä, was ist er denn? Ah, das ist immer die gleiche Frau! Es ist immer die gleiche Frau überall! Das Wasserloch! Ja, zeig mir mal dein Wasserloch! Das ist ganz komisch. Wir sollten das lassen. Die ist bestimmt die heimliche Clan-Anführerin. Ich glaube auch. Oder die ist auch so eine Drogen-Alte. Wie die, äh, weißt du schon? Hier die Geist... Die Geisterscheinung. Die alte aus Far Cry 5. Die immer auftaucht. Überall. Mh, 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 mh! Und lolli! Sehr, sehr gern geschehen und vielen, vielen Dank! Erfällenx87 dann natürlich auch. Dankeschön! 300 Meter! Das ist die, die auf Porno-Seiten immer sagt, dass ich nur 5 Kilometer von dir entfernt wurde. Wenn du 120 Uhr umziehst. Ja! Das stimmt. Ach, genau, Faith hieß die. Faith, genau. Fight. Auf deutsch. Fight Wir sind gleich wieder da Dort sind wir zurück und dann erfahren wir alles. Es gibt kein Boot Oh Gott Ähm Ja, das war gut Mann wie ist da hinten, wie ist da hinten qualm Wie kann denn der Deputy, der die ganze Zeit das alles gesehen hat und gegen den Typen gekämpft hat Wie kann er am Ende klein beigegeben haben Timber, andere Fähigkeiten Wie zum Beispiel Stinken Im Regen Aus, aus, Sitz So stell ich mir das vor mit dem Sitzen Braav, braav Schlaf jetzt Hast du gut gemacht? Ja Komm hier ein Stück Wolfs Fleisch Hm? Ja lecker Gute Morgen ihr Ähm Amiga 500 habe ich tatsächlich schon Aber viel, viel Dank So Das Problem ist Das Problem ist Foxy Paddel, Dankeschön Das Problem ist Bei solchen Fragen fällt es mir immer noch, obwohl ich an Amiga 500 rumstehen habe, fällt es mir trotzdem schwer da Nein zu sagen Weil, oah Blödes Sammeln Ich liebe und hasse es Redondo, Dankeschön Ich liebe und hasse es, okay Oh Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Token Basteln, Dankeschön Idens Feuer Idens Feuer Folge Und Gizzy, auch dir Dankeschön Alles klar Ist der Einzige mit einer Maske Ja Er müsste es sein Oh Schuba, Dankeschön Das Buch ist wieder da Erst kommt das Buch, dann die Flamme, dann das Sakrament, was Und Trujana, auch dir Dankeschön Das hier vor uns ist, glaube ich, der Deputy, oder? Kann das sein? Und The Tea, auch dir Dankeschön Oh Oder vielleicht nicht der Deputy, vielleicht einfach nur ein anderer mit einer Maske Doch, der Deputy, alles klar Er ist der Deputy, das ist aus ihm geworden Du bist anders, als ich dachte Das gleiche gilt wohl auch für mich Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit Und sein Wahnsinn Ich habe überall danach gesucht Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher, von Eden erwählt wird Und du Bringst es uns zurück Nicht ich An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat Mich wecken sie zum Anführer Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten Nicht der alte Mann Ich Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde Liefer davon Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten Aber Joseph ist tot Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben Bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war Er war nur ein Mensch Sie müssen es selbst sehen Bring mir einen Beweis für seinen Tod Dann helfe ich euch Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und Dich als würdig erwiesen hast Alle kennen das Zeichen Sie werden dich zur Flamme führen Der Ethan Der Ethan Neuer Charakter entdeckt Halbüber Moin Ich bin Kumpi Ich bin Kumpo, bin good Kumpo Gottote diesen Zug voller Sünder wohl nicht in unserem Tal Ob diese maskierten Sünder überhaupt an irgendwas glauben? Okay Ich habe meine innere Bestie überwunden Und bienv packages Du hasst die einen reveren Verärgert Ja, ja, sicher. Das kann passieren. Jetzt kann ich einfach rumlaufen. Okay. Das ist die natürliche Schlafposition von Schweinen. Zwei von sechs, New Eden. Im ganzen Camp gibt's sechs. Okay, das ist natürlich großartig. Sprich... Und da sind auch noch... da sind auch welche. Okay. So... Ja, gleich. So, stimmt. Darf ich mal durch? Darf ich mal... Darf ich mal... Ah ja, dankeschön. So, Notiz von New Eden. Ethan, die neuen Auserwählten kommen gut mit den Pumas klar. Es ist schön, sie so gut aufwachsen zu sehen. Sowohl die Kinder als auch die Pumas. Im letzten Monat gab es nur vier kleine Fleischwunden. Das ist ein großer Fortschritt. Bald schon können wir ihnen Namen geben und sie auf ihre erste Patrouille schicken. Eine feine Gruppe. Wie feine Gruppe ist das? Eine feine Gruppe. So, draußen ist was zum Ausräumen. Die Sünder kamen um uns zu retten, aber sie haben alles noch schlimmer gemacht. So... So... Klettern. Ich glaube, hier oben ist eh nix, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich hier hochklettere. Einfach nur was können. Ähm... Da ist wieder was. Hier ist auch nix. Zahnräder natürlich auf dem Baum schon. Wo will man die sonst erwarten? Vier von sechs, das sieht schon mal gut aus. Zwei fehlen noch. Dann haben wir das wieder gemacht. Ähm... Der Kampf gegen die Highwaymen wird jetzt wohl interessant. Der Kampf gegen die Highwaymen. Ja, schauen wir mal. Schließen die sich uns dann an, oder was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mit ihren Pumas. So, da liegen die Nächsten. Und dann fehlt hier eigentlich nur noch eins. Fünf von sechs. Hi. Hä? Und Kontra, auch dir danke schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Notiz von New Eden. Ein Priester bat mich, Ethan bei einer heiligen Aufgabe zu helfen. Natürlich, sagte ich ja. Er führte mich und einige Brüder und Schwestern zur Grenze im Norden. Der Vater hat gesagt, wir sollen nicht dorthin und Gott schützt das Land mit einem Nebel, der Geist und Körper verletzt. Ich fürchtete mich. Einige bekamen ein Getränk und Fackeln und sollten das Land betreten. Ich erhielt weder Getränk noch Fackel und bald schon wurde ich schwach und musste weggetragen werden. Ich fühlte mich krank und hatte seltsame Träume. Ich darf es niemandem erzählen, weil der Priester sagte, es sei eine heilige Aufgabe. Deshalb schreibe ich es auf, falls mir etwas passiert. Ich fürchte mich. Trank und Zeugs. Okay. Gut, hier Sack nehmen wir auch mit. Das ist ja Traum. So. Dann haben wir denn hier noch irgendwo ein Zahnrädchen? Hier eine Mühle? Da kommen wir nicht rein. Schade. Ein Zahnrädchen muss ja noch irgendwo sein. Wahrscheinlich versteckt. Nein. Die Dinger sind versteckt. Und? Die Zoo! So, Nacktputzen geht klar, ne? Wollte ich nur sagen. So. Nicht, dass ich Dinge nicht mitkriege, die auf Twitter passieren. Ähm. Dann... Wollte ich mal ganz kurz. Übrigens auch die eine wunderschönen guten Morgen. Und allen anderen natürlich auch. Wo ist das Zahnrad? Es hat mir gerade gesagt, es muss hier irgendwo sein. Oh, hi! Wenn ich lüge, bringe ich alle um. So. Hm. Nee. Nee. Wenn mein Leben schon kurz ist, dann sorge ich dafür, dass es Recht schaffen ist. Nee. Ach guck mal, die Blumen kommen mir noch sehr bekannt vor, oder? So. Und Askier. Auch dir Dankeschön. No. Ach, das ist ja lieb. Dankeschön, lieber Askier. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wem es mehr Spaß macht. Ich glaube, macht es mir mehr Spaß? So. Ich habe gerade gelesen, Pan hat Nein gesagt. Aber natürlich, ähm... Solange sie schläft... Echt? Gibt es hier eine Karikatur, oder was? Solange Pan schläft, kann ich es ja sagen, ne? Dass ich hier natürlich absolut die Hosen anhabe. Dass ich hier über alles bestimme in diesem Haushalt. Ähm... Ich, ich will gar nicht gehen. Ich sage hier natürlich eindeutig, wo es lang geht, ja? Ich mache hier die Ansagen und dann wird gespurt. Also, so läuft das hier. Was ist denn das da? Hä, was ist das? Hä, wieso sehe ich die? Wieso kann ich die jetzt... Wie, wieso... Wieso sehe ich die? Ich mein, cool, aber... Warum hab ich die gesehen? Notizen für einen neuen Song. Okay. Textideen für einen neuen Song, um Joseph zu preisen. Er war ein für sich Pflücker, nun baut er wieder an. Nach Gottes zyklischem Plan. Scheiße, weg damit! Er lenkt uns ab vom Vatergewalt wie einen reugen Sohn. Räumt sich auf Mission. Schön. Durch ihn gab uns Gott ein Geschenk Und eine neue Vision. Räumt sich auch auf Mission? Er erkennt den Hirten. Nicht reimen! Wenn er ihn sieht. So wie er auch erkannt hat, dass die Siegel gebrochen worden. Yeah! Die Priester wollen es schnell hinter sich bringen. Joseph könnte jeden Moment zurückkehren. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Die Leader sind auf jeden Fall alles Gassenhauer. Die sind richtig, ähm... Knackig. Warum mich Gott geschickt hat? Ich hab keine Ahnung. Aber wenn ich ihm jetzt in die Fresse punche, ist das auch Gottes Wille? Ich trau mich nicht, weil dann Eden vielleicht gegen mich ist. Mh, 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 mh. Oh ja, Rammstein hätte man machen können. Aber hat man vorhin schon so viel. So. So. Mh, alles klar, cool. Riesen hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Sprich mit Mitglied, okay. Wenn eine Seele unwürdig ist... Erstmal über den spitzen Balken springen. Über die Kinder springe ich auch ganz gerne. Cool. Kann man in Zeiten des Internets auch wieder falsch verstehen? Sollte man vielleicht anders formulieren. Aber so Stabhochsprung. Durch Kinderhorden. Für andere YouTuber nennt sich das Gamescom. Huuuuh. Wieso krieg ich Damage? Ich bin einfach ins Wasser gefallen. Okay. Kann ich... Let's go. So. So, heilige Insel, ja? Heilige Insel, sagt sie. Hm, okay. So, Tom Bree, auch dir Dankeschön. Das Wasser hat er grad sehen. Das ist so blöd. Aber lustig. Kann ich eigentlich hupen? Jetzt wollte ich ihn grade umklatschen. Schade. Die Hupe ist ein bisschen kaputt. So. Sind die auch hinter mir? Ich weiß es nicht. Wir nähern uns im Ziel mit beachtlicher Geschwindigkeit. Die Karre rupelt ein bisschen. Boah. So. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ob sie es schafft? Der entdeckst noch dir Dankeschön. Mist. Ich kann leider gar nicht in den Chat gucken. Oh. Und lieber Steve. Einen wunderschönen guten Rest morgen und ein wunderschönes Wochenende mit dir noch. Und ich bin gespannt, was du vorhast. Das hier ist keine gute Idee, ne? Ciao! Hab eingeparkt. Ganz normaler erster Fahrschultag. Brennt hier jetzt... Brennt hier jetzt echt der Wald? Das Feuer breitet sich mal fies aus. Timber, lauf doch nicht ins Feuer. Oh, hier ist Auto. Ne, warte. Hä? Okay. 700 Meter... Ach, da oben die Statue. Alles klar. Waren wir der Sünder im letzten Teil? Kann das sein? Der Sünder, der die Statue gesprengt hat? Waren wir das in Far Cry 5? Ich glaube, ne? Du, 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 du. So, hier ist wieder unnötige Gewalt. Und dann Vielfraß. Kein Problem. Danke, Hund. Vielfraßhaut. Wir brauchen, äh, einen Bogen. Wenn zwei sich streiten, da bin ich ganz ehrlich. Ciao. Gut. Weiter geht's. Wahrscheinlich hier hoch, ne? Also, warte, 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 warte. Auszumachen? Nee, kann ich nicht versprechen. In den nächsten 30 Minuten? So schnell krieg ich keine Abbot hin. Das, wie soll ich das machen? Das ist genetisch unmöglich. Oh. Ach, das ist ja auch überall. Ich schießen nicht schießen Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs Mieser, 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 dankeschön Ich sollte aber nicht lügen Wie komm ich jetzt auf diese Scheiße da drauf Wie komm ich auf diese Scheiße da drauf Jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder Aua, Alter Ich sag's ja, auf 1000 Kilometer treffen die trotzdem Weißt du, unser eins mit einer Snipe Zieht genau auf den Kopf und trifft dich Also, wo kommt der denn her? Kannst du ruhig aufessen, ist mir egal Der hat's verdient, dieser Ungläubige Ähm Da nach oben Kein Problem Ehrlich, was soll ich sagen, ich bin einfach ein sportlicher Typ Das ist kein Problem für unser eins Also, Free Climbing ist natürlich auch genau unser Ding Eigentlich hätte ich den höheren Haken genommen So So Alles klar Kein Problem Okay Das müssten aber freundliche sein, ne Das da oben müssten Gläubige sein Oh Oh Okay Entschuldigung Das ist jetzt nicht mehr so witzig Oh, Alter Der geht an den Hund Der geht an den Oh, Alter Ja Nicht schießen, weg sie ist hin So, Kniescheibe rausgeschossen Na und, gefällt es dir jetzt Komm Rui Der ist ja unfassbar Komm her mal kleiner Ja Moin kleiner Dudak So, ähm Wir sehen die Zahnräder jetzt irgendwie Hab ich Hab ich irgendwas besonderes jetzt an mir Dass ich plötzlich diese Dinger sehe Herausforderung abgeschlossen Timber, was immer das heißt Zwei Vorteilspunkte Wir müssen mal wieder investieren Drei von sechs Ach bitte, ich lese erstmal Das Flammengebet Falls du es nicht schon auswendig kannst, Schwester Der Vater Zündelt das Feuer und Gott Wird es vollenden Wir verbrennen alle Sünde, den zweiten Kollaps abzuwenden Amen Okay, ja ich glaub die Die Das Original wäre wahrscheinlich Vielleicht besser gewesen als die Übersetzung, ich weiß es nicht Hier geht's runter, da will ich nicht unbedingt hin Vielleicht später So So Da lugt die einfach in dem Räumchen und schauen So Mal Ich glaub es hackt Hey Guck dir auf Einen Klaps Einen Klaps Der braucht einfach mal einen Klaps manchmal Dann steht er wieder auf So, trifft die Auserwählten Na, hier sind aber viele Unerwählte Und wir hatten hier Haben wir hier noch einen Brief hier? Notiz von New Eden An die anderen Auserwählten Die neue Generation Unterschätzt die Gefahren der sündigen Objekte Erinnert sie täglich daran Dass der Stolz der Menschheit auf ihre Schöpfungen Der Grund für den Kollaps war Gott hat den Planeten gesäubert Um uns eine zweite Chance zu geben In seiner Liebe hat er es uns schwer gemacht Damit wir nicht zuvor im Luxus schwellen Wir dürfen diesen sündigen Weg nie wieder einschlagen Wir beseitigen die Versuchungen Indem wir alles Sündige verbrennen Erinnert die Jugend daran Dass selbst der Judge den Regeln des Feuers folgt Welchen Beweis brauchen sie noch dafür Dass Joseph im Recht war Das ist euer Befehl Von Ethan persönlich Das ist euer Befehl So Blundern Du 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 Oh schöne Aussicht hier Okay Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch Wie wir hier hochgekraxelt sind In Far Cry 5 Da sah es noch nicht ganz so krass aus glaube ich Hier in diesem Vorgelände sind wir da rumgelaufen Die ganze Zeit Und haben dann versucht von da aus die ganzen Leute wegzuschießen Dann sind wir hochgeklettert Und dann kamen die ganzen Helis nämlich So was Ne Doch da liegt doch was oder? Jaaa Warte So mal Wieso kann ich denn hier hoch aber dann nicht weiter Naja dann ebenso Ähm da drüben sind die Zahnräder Zwei Stück Zwei Stück alles klar Wie lang? Dann haben wir alle Sehr gut Was ist das? Sieht cool aus aber ich wills nicht wissen Sooo Das haben wir auch Können wir mal gucken Autsch Muss leider sein Lieber Daywalker Vielen Dank Kann es sein dass wir noch nicht hätten hochlaufen sollen Weil die irgendwie alle noch da unten sind Trifft die Auserwählten Waren wir zu früh? Oder haben wir das erst gekriegt nachdem wir oben waren Weil das jetzt erstaunlich weit weg ist Und Cortus auch dir Dankeschön Und einen wunderschönen guten Morgen Mann hätte ich jetzt gern Brötchen Warte auf die Auserwählten Naja super Huch Hä voll die Robin Hoods Worauf Mhm Viele der Highwaymen sind bei der Flamme Und sie töten ohne Gnade Unsere einzige Chance gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen ist Sie heimlich und mit List auszuschalten Wir haben eine Waffe mitgebracht die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist Ein Bogen Bittet siehe sie in Betracht Die Auserwählten werden dir helfen Nun folge mir Ok sprich mit dem Anführer Ja was ist denn die Waffe Ein Bogen sag ich doch Oh je Oh Achso ok Aber ich meine Aber selbst den Versuch wagen zu dürfen ist eine Ehre Ja verstehe ich wirklich nicht Ok ich habe eine Frage Blaks Dankeschön Haben die jetzt alle respawned oder wat Ja Jo Ich kann mal den respawnen Ok alles klar Wird sie nicht mal warten gerade? Oh Ok Schöner Damage War's das? Kommt noch was? Oh 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 Augen auf. Augen auf. Ich halt die Augen auf. Achso. Augen auf. Und was ist drin, keine Augen mehr hat? Rumänchen, dankeschön. Achso. Blüten an geht immer. Schön in den Popo geschossen. Augen auf. Halt die Augen auf. Halt mir die Augen auf. Und schütt mir Lava rein. Halt mir die Augen auf. Denn sie sind aus Stein. Ganz normaler Rammstein-Dex. Miran, dankeschön. Okay, wir müssen da hin. Mucke ist cool, ne? Sieh dich um. Schleuder Amateur. Bitte was? So, Rottkäppchen. Dankeschön, Rottkäppchen. Guck mal hier. Haut auf, Schwester. Und Swummi auch dir Dankeschön. Swummi. Und da... Rottkäppchen. Rottkäppchen. So. Ne, unbegrenzt. Munition haben wir natürlich noch. Falls du uns meins. Und Lux auch dir Dankeschön. Ein wunderschönen guten Morgen. Achso, Inferno-Player hat grad gegiftet. Dankeschön, Inferno. Ich bin ein Problemloser. Ähm. Hey Kumpels. Okay, da ist noch was. Alles klar. Komm Kleiner. Ich bin ein Problemloser. Ich bin ein Problemloser. Ich bin ein Problemloser. Du hast wirklich grad ein Problem gelöst. Sag mal, wie viele denn noch? Auge auf. Er hat das Auge auf. Ob er will oder nicht. Marcel auch dir Dankeschön. So. Ähm. Und Fulltimeidiot auch dir Dankeschön. Was hier los ist morgens? Meine Fresse, ich sollte öfter morgens streamen. So, ähm. Sichere den Bereich um die Statue. Achso. Ja klaro. Fette Beute. Tschüss. Oh genau. Bimuki, Dankeschön. Hä? Hä? So. Der Bogen ist ein bisschen immer. Kann das sein? So. Bogen. Entschuldigen Sie. Nee. So. So. Ich sag dir, was als nächstes kommt. Na? Ja, was kommt da als nächstes? Was kommt da als nächstes? Sag mal. Sanity of War! Dankeschön, lieber Sanity! Ja, komm mal zimmer. Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Okay. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünder, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. Mach ich, alles klar. Die Flamme entzünden, das ist ja genau mein Ding. So, keine Ehre unter Dieben, auch dir vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen. Bist du immer noch da oder schon wieder? Ja, okay. Lass das Wasser ab. Es ist ja dunkel hier. Lass das Wasser ab. Komm, lass das Wasser ab. La, 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 la. Im Suchtgebiet. Hier gibt's ja gleich Bliss. Lass das Wasser ablaufen. Ich schwimm dahin, weil's leuchtet. Wie so eine Motte. Ja. Ja, nein. Da muss man vielleicht schon... So, und Reel, haltetan auf dir, Dankeschön. Und Hirudon, danke für das Gefühl. Gibt's, habs Dankeschön. So. Hier nicht im Suchgebiet. Zerstöre die Blissrohre. Bist du ein Blissrohr? Du bist ein Blissrohr. Alles klar. Muss ja dann hier. Ah! Okay, ich bin vielleicht über die hier. Ich muss ja nicht direkt davor stehen. So, ein Blissröhrchen. Und entzünden muss ich auch noch, ne? Wo sind denn die Blissröhrchen? Was passiert, wenn ich jetzt da reingehe? Sieh ich Face wieder? Face, ich liebe dich. Wo bist du? Oh, ne, ich... Oh, 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 oh. Ja, das ist nicht so gut. Da hab ich mit Bliss aber bessere Erfahrungen gemacht. Was ist hier? Welchen? Was ist denn hier? Oh, ne, die Taste klemmt wieder. Okay. Hi, wie lange schön. Und Ruxas! Ja, 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 ich übertreibe... Ja, mhm. Wer soll das denn noch glauben? Wer soll das denn noch glauben? Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen. Oh, okay, das ist nur ein Blissrohr hier. Okay, 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 warte, warte. Und die Zara, auch die, danke schön. Ähm. So, warte. Und Baduron, auch die, danke schön. Oh Gott, ich muss hier schnell weg. Das Bliss strömt hier langsam heraus. Ström, ström, ström. Wo ist das dritte Blissrohr? Ich bin jetzt gerade ein Blissmerker. Einfach da hinten, okay. So, Domolos, auch die Dankeschön für die Sub-Sound... Äh, für die Sub-Gifts. Das meine ich nicht. So. Ja, okay. Da müssen wir auch noch abhauen hier, ne? Und Näbelkrähe, auch dir Dankeschön natürlich. Und einen wunderschönen guten Morgen. Ähm. Ich guck mal kurz, ob ich vielleicht aus der Entfernung hier... Ah, das geht natürlich nicht. Das wäre natürlich zu schön. Ach, vielleicht schon nicht hier. So, Kloster brauche ich auch dir, Dankeschön. Warte, warte, warte. Warte, bis das Gas die Höhle füllt. Naja, muss ich aber nicht unbedingt drinstehen, oder? Ähm. Frage. Komm ich mal wieder zurück, nach oben? Und freches Küken, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss noch weiter nach oben. Warte. Äh, wo komm ich denn jetzt noch weiter nach oben? Wahrscheinlich hier. Und Aerokomplex, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Oh, Dankeschön. Ähm. Wo genau? Da? Wir sind eine Menge Mollis, aber wie komm ich denn da jetzt hoch? Ähm. Ich würde da gerne hochkommen. Ich sehe keine Aufstiegsmöglichkeit hier, ehrlich gesagt. Ähm. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Einfach springen. Ja. Oh ja. Einfach springen. Oh ja. Okay, ja. Ich bin sehr doof. Einfach springen. Das sah gerade aus wie ein unüberwindbarer Berg. Entzündet das Blitz. Ähm. Tschüss. Oh, wir beraten an Himmel. Hä, wer schießt denn hier? Gut. Wer schießt denn hier? Hm? Sprich mit dem Anführer. Der hat gerade Probleme, oder? Ich guck mal. Okay, Anführerkonflikt. Alles klar. Hey. Das ist richtig. Das bin ich. Was. Aber seid ihr sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast? Alle in Juiden werden erfreut sein. Das ist gar nicht. So. Idens Feuer haben wir abgeschlossen. Düdü, düdü, dü. Bogen 1, ist außer kötü. Ja, wir kriegen noch einen besseren Bogen. Das ist unfassbar. Lange Zeit,shade. Wie gut kann ein Bogen noch werden? So, ist gut. Ähm... Ähm... Wen greift der Bär wieder an? Ich will irgendwo hoch, weil er mich nicht kriegt. Ach, der ist eh tot, alles klar. Die Bögen sind echt fantastisch. So, komm her, mein Bruder. Sag mal, gehst du noch mal wieder aus dem Weg? Ich muss wiederbeleben. Rissen die Saison. So. Geht's wieder? So, Pfeile voll. Alles klar, ciao. Gut, dann haben wir das. Hier unten, treiben lassen, Schatz suche. Und da ist auch schon Nick Rye. Komm, dann mal gucken. Jetzt aber auf der anderen Seite. Das ist nicht so gut. Manella, auch dir Dankeschön, Manella. Ich hab mal ne Frage. Wie geht das nochmal mit dem... Entweder sterbe ich jetzt, oder wir fliegen. Alter, ich bin erstmal irgendwo gegengeklatscht auf... Und da konnte ich gar nicht schnell genug reagieren, Alter. Willst du mich verarschen? Und ich sag mal, entweder sterbe ich jetzt, oder... Na, das ist wirklich ein Träumchen. Ja... Schaden durchstürze. Achso, halte den Gleitschirm offen, bis du den Boden erreichst. Achso, ja, das ist natürlich... Wow, danke für den Tipp. Ich hab's noch schlimmer gemacht? Ich hab euer scheiß Feuer entzündet. Halt's Maul. Arschloch. Ich reiß mir den Arsch noch für... Diese Frevela. Falina, auch dir Dankeschön. Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, das ist cool. Wenn's funktioniert, ist es ganz gut, aber nicht so gut wie der in Far Cry 5, wo man so ziehen konnte und höher und alles. Aber gut. So... Okay, da unten irgendwo ein Schätzchen. Und da hinten ist noch irgendwo ne Basis. Ähm... Mal gucken, wie wir zum Schätzchen kommen hier. Oh man, die Leute machen sich Frühstücke, ja. Ich bin so neidisch. Ähm... Dieser Schatz ist im Berg. Wie ich das gerade so höre, ist im Berg noch was ganz anderes. Moin! Hi! Hä? Willst du mich verarschen? Ich klammer mich ans Leben. Ich klammer mich ans Leben. Mir egal, was ihr sagt. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich wollte aufm Baumschuf springen. Hey Timmer. Kann Timmer mich wiederbeleben eigentlich? Oh, wer kann? Alles klar, tschau! Tschüss! Damit habt ihr nicht gerechnet. Damit hat niemand hier gerechnet. Äh, das ist es nicht. Wo ist denn die Kiel hin? Wo ist denn die Kiel hin? Jetzt extra oder was? Kranke Schweine. Ist das nach vorne die Höhle? Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Da ist das, okay. So. Hat niemand mit gerechnet hier. Ich weiß es genau. Niemand hat damit gerechnet, dass wir hier nochmal ein Comeback hinkriegen. Wie komm ich jetzt da oben hin? So. Autsch. Ich bin ja wieder tot, oder? Wenn ich hier so rumspringe. So. Okay, was mit den Wölfen? Kann ich die looten? Ach ne, ich bin da gestorben. Ich glaube, da geht das nicht. Na ja. Gut. Das haben wir richtig heldenhaft hinbekommen. Da kann sich jetzt keiner beschweren. Lesen. Tagebuchseite. Endlich. Der letzte Tag. Dann habe ich meinen ganzen Kram beim neuen Versteckfluss abwärts. Was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich die Lagerstellen angelegt habe, um mich auf dem Weg auszuruhen. Außerdem habe ich Fahnen aufgestellt, um die Orte zu markieren, nachdem wilde Tiere meine Lager verwüstet haben und ich mich verlaufen hatte. Uff. Aber ich habe es fast geschafft. Eine letzte Ladung, die ich noch transportieren muss. Klingelingeling macht der Schlüssel. Ich kann es kaum erwarten. Oschi, dankeschön. So, Schatzsuche. Hol dir den schon. So. Die Gitarre sind frische Äpfel. Ja, moin. Tschüss. Was ist das für ein Geräusch? Wie ich es hasse, Zeug durch einen Fluss zu tragen und ich habe noch mindestens drei Touren vor mir. Scheiße. Da muss ich das alles noch über diese dumme Brücke schleppen, den dummen Hügel runter und die dummen Wölfe und Bären überleben. Es ist alles so furchtbar. Kommen die Wölfe hierher? Natürlich. So, Pfeil wieder her, ist meiner. Pfeil wieder her, ist meiner. Kommt jetzt der Bär? Was ist für ein Geräusch? Autsch. So, Schlüssel. Autsch. Finde das Versteck. Das dürfte wohl... Ähm... Dahinten ist noch eine Quest. Hä? Da drüben ist noch irgendein wichtiger Auftraggeber. Finde das Versteck. Wir sind im Suchgebiet. Ähm... Warte mal. Was ist das? Was ist das? Wird da jemand gerade... Wollte jemand gerade die Brücke abbauen oder was? So, Sayuri! Ein wunderschön guten Morgen! Brötchen mit Wunschbelag. Boah, jetzt ein Mettbrötchen. Psch! Ach, Nick Roy! Cool! Ach, der Hund sieht die Sachen. Alter, ernsthaft! Hat der gerade Arschkrampe gesagt? Wie cool! Das war der Boss-Mob, glaube ich, ne? Der hat ordentlichen Dampf auf dem Kessel. Ich glaube, wir müssen erstmal die Lobobs wegschmürgeln. Was ist das? Ich bin erschrocken. Die Zwillinge sind die krasse... Ach! Findet raus, was das war! Sind die alle so heftig hier? Sind alle ein bisschen over, ne? Was macht die denn hier? Was macht die denn hier? Okay, der Hund wird draufgehen. Ich kann nichts eigentlich tun. Okay, das sind alle Level 3. Huah! Huah! Alle Level 3. Ich kann hier noch nichts ausrichten. Die sind zu krass. So. Was? Was? Scheiß Bogen... Naja, der Bogen kriegt viel ne Menge. Das Problem ist... Also erstens ist das ein Bogen 1. Aber das sind Level 3 Gegner. Und das ist das Problem. Wir bräuchten jetzt ein Level... 3. Der Hund kommt wieder. Der schläft jetzt nur mal ganz kurz. Der schläft sich aus. Keine Sorge. Ich wollte eigentlich nur an die Seil winden, aber das klappt ja nicht so gut. Wir holen ihn. Wir holen ihn. Wir holen ihn später wieder. So. Wir haben leider noch keine Granaten. Wir haben eine Stange Dynamit. Und die würde auch nicht viel helfen. Wir brauchen also mindestens ein Level 2 Bogen gegen die. Und den haben wir momentan noch nicht. So. Finde das Versteck. Also hier ist das Versteck nicht, ne? Der hat da sein Kram weggetragen. Hat er gesagt. Ähm. Im Suchgebiet. Über die Brücke, sagt er. So. So. Nein, Hundi stirbt nicht. Mann, Freunde. So, China. Dankeschön, China. Aber dass NPCs bei Far Cry ab und zu mal bewusstlos werden. Ja, das ist ganz normal. Das hatten wir schon ein paar Mal. Über die Brücke. Ach, hier ist ne Brücke. Im Suchgebiet. Was macht denn der Bär? So aussieht da grad ein bisschen... ...humpen. Noch ein Bär. Kämpfen die? Ja man, cool. Äh. 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 Sie hampen gar nicht! Die kämpfen auch gar nicht. Die sprechen sich ab mit ihren geheimen Bären-Kommunikationsskills. Kommunikations-Skills Na, wat los du Penner, hm? Jetzt guckst du aber komisch Hau bloß ab du Da müssen wir lang Der Bär kommt gleich wieder So Ernsthaft? Moin! Schön So Ist doch, hat doch gut funktioniert, ne? Rat mal, wie der kommt Neomars, danke dir! Roast Beef und Kräuterbutter Ohohoho Und Meat, ohoho Ich merke das nicht, du Arschloch Bär Und jetzt läuft der wieder weg Ich verstehe diese Tiere nicht in Far Cry Mega arschig Nicht so mutig wie ich, ja? Wie ich hier tapfer gegen alles stehe Wo machte der mich? In den Sack, Junge Irgendwie sieht das alles nicht so gesund aus Ähm Ohhак Für Olympi Ja Da wär ich jetzt aber auch sauer Tschüss! Boah, der ist aber sauer. Seine Augen leuchten rot. Was ist denn da los? Meine Augen tränen. Zum dritten Mal. Ich muss bald schlafen eigentlich. Die Beere hören sich an die Schweine. Das sind Schweine jetzt, oder? Okay, kann ich jetzt todesmutig nach unten gehen? Nein! Kann ich nicht. Nichts! Okay, die Bären sind da. Ähm... Okay, gut. Im Suchgebiet. Das Suchgebiet ist aber echt groß. So, wenn du dich einzündigst. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz eben, äh, warte. Hilfe von auswärts. So... Ich kann dir ein super Angebot machen. So, Entschuldigung. Ich musste grad mal kurz was korrigieren. Die Zwillinge sind echt an dir interessiert, hm? Okay. Die Frage ist, findet das versteckt? Aber das kann doch hier überall sein, oder? Das ist das... Das Suchgebiet ist ja überall. Und ich hab die Quest ehrlich gesagt nicht mehr so richtig im Kopf. Logbuch. Treiben lassen. Ein Überlebender wurde ermordet, als er seinen Vorrat in eine andere Höhle bringen wollte. Sie ist irgendwo flussabwärts. Okay, wir sind flussabwärts. Ich nehme an, dass hier ist nicht das Versteck. Nö, steht noch nicht im Radius. Okay. Irgendwo flussabwärts. Die Flaggen. Jetzt sind wir wieder im Suchgebiet. Huah! Huah! Da unten sind die Flaggen. Alles klar. Huah! Das sieht so weit gut aus, ne? Kletterhaken nach unten. So. Okay, ich nehme mir nicht an, dass es hinter dem Wasserfall ist, oder? Das wär ein bisschen Klischee. Ah. Ah. Aber hier. Der Wolf markiert es. Magic Mike. Dankeschön. So. Schön. Haben wir gefunden. Sehr gut. Nehme ich alles mit. 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 Und zwei. Ich freue mich. Hallo. Dann hier. Das brauchen wir nicht. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Haben wir noch einen Safe hier irgendwo rumstehen? Ne. Aber die nehmen wir auch irgendwo mit. Und dann schaue ich noch mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht wieder ein paar Vorteile haben. 14 Punkte haben wir. Susi Dankeschön liebe Susi. Ähm Experten Takedowns. Die würde ich gerne. Und Auge tränt immer noch. Oder schon wieder. So Geschicklichkeit. Kurzschluss. Sprengfahrt und Highwayfahrzeug. Ich weiß nicht was wir das machen. Schweißbrenner. Repariert Fahrzeuge. Öffnet Saves. Brauchen wir alles. Alles nicht. Verbrennt Gegner. Ist vielleicht ganz witzig. Aber lohnt sich glaube ich nicht. Himmelsstürmer. Drücke L3 um im freien Fall den Wingsteer zu benutzen. Drei Kosten. 1,1. Zwei Kosten. Saboteur. Äh. Ein Innerstreffen. Halter hingedrückt um mal Laberlagen und festmontierte Waffen explodieren zu lassen. Oh. Das wäre eigentlich ganz gut, oder? Saboteur. Oh. Ei, ei, ei. Ich bin so traurig einfach. So. Bewaffnet und Bereit. Geschicklichkeit. Das Öffnen. Okay. Das mach ich nicht. Das Beschleunigen ist glaube ich ganz gut. Vier Punkte haben wir noch. Der Pief. Gedankeschön. Oh. Das hat es schlimmer gemacht. Warte mal. Ne. Takedowns. Ja. Takedowns. Hätten wir vielleicht machen können. Oben. Gerade bei den Dingens. Ja. Wär vielleicht auch ganz gut gewesen. Ne. Ich spare mal die restlichen Punkte. Machen wir das Level 3 Takedown. So. Okay. Jetzt geht's. Ich liebe diese neue Höhle. Hübsch und abgelegen. Ich glaube hier kann ich genug für einen zweiten Kollaps lagern. Wer braucht schon ein baufälliges Haus wenn es überall perfekte Höhlen gibt? Ich bin ein Visionär. Mhm. Nettmaus. Dankeschön. So. Das haben wir auch gefunden. Dann sind wir. Das war durch. Hier ist noch einer. Das haben wir gleich da drüben. Ist ja quasi gleich ums weg. Da müssen wir nicht weinen. So. Ja sichi. Kein Problem. Ich seh niemand. Idens Scheiterhaufen. Okay. Das klingt richtig lebensbejahend. Ah. Wie man sieht. Einige sind schon gescheitert. Anobino. Dankeschön. Ähm. Einige sind schon gescheitert. Auf dem Haufen. Ich glaube die wurden hier umgebracht von den lustigen Gesellen hier. Von den Highwaymen. Bin dann voll. Zack. Und Kai 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 auch die Dankeschön. Highwaymen. Um die Menschheit zu vernichten. Zack. Plündern. So. Zwei von fünf. Uiuiui. Jetzt muss ich die anderen erst mal finden. Wo auch immer die hier sind. Okay. Da drüben. Die waren doch schon drin. Warum hab ich das nicht mitgenommen? Oder sieht die Hütte nur genauso aus? Nö das war die. Okay. Okay. Drei von fünf. Okay. Okay. Komm ich hier drauf? Lass mich raten. Nein. Brülle verabschiedet sich auch langsam. Die Brülle mit Ü. Mh. Hier ist nix, ne? Okay, ganz ehrlich. Wie das? Oh. Okay. Ob das vielleicht sogar so gewollt war? Ich weiß es nicht. Ist das für später was? Zulka. Dankeschön. Guck mal hier ist auch wieder die Flamme. Haben wir auch wieder die Flamme entzündet? Gibt's da mehrere? Müssen wir mehrere entzünden? Und was ist... Hier ist schon wieder so ein Ding. Guck mal hier. Achso. Das ist diesmal nur ein Fenster. Okay. Na gut. Okay. Ähm. Die Frage ist... Ähm. Wo ist der Rest von diesen Dingern? Jetzt können wir den Hund gebrauchen. Wir könnten den Hund übrigens mal wieder. Wenn wir schon mal dabei sind. Ach ne. Nicht Charakter. Sondern Helferauswahl. So. So. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Ach, das Wildschwein haben wir ja auch noch. Achso. So. Der Gaming Toko. Dankeschön. Und jetzt mal gucken. So. Hier drüben ist... Der Hinweis. Alter bist du laut. Na Großer? Ja. Ja. Du stinkst und bist lustig und horstig. Bist mein Spirit Animal. Okay. Lesen. Ähm. Notiz von New Eden. Ich liege im Sterben. Die Maskierten haben uns überfallen, als wir unsere Ehre erweisen wollten. Nun werden ihre Seelen nie zu Gott finden. Wer auch immer das liest, ich bitte dich. Bring das Ritual zu Ende. Lege die sterblichen Hüllen unserer Auserwählten, unserer Märtyrer auf ihre letzten Scheiterhaufen und segne ihre Körper mit heiliger Flamme. Oh. Ja gut. Da haben wir vielleicht ein bisschen vorschnell. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das hat mir aber gefehlt. Ich hoffe das Viech kommt nicht hierher. So. Okay. Ich mach mal eben hier äh Körperbewegung. Reinigen mit schöner Flamme. La la la. Bob Stonewall. Schon wieder. Lieber Bobmann. Ich grüße dich. Eins. Alles klar. So. Let's go. Hört sich gefährlich an. Komm mal der Solano. Dankeschön. Das hört sich an, als hätten wir hier irgendein fieses Viech. So. Oh. Da war noch jemand ne? Da war noch jemand ist grad abgehauen. Alles klar. Drei von fünf. So. Okay. Dass die auch so durch andere gestorben sind. Können die die mal am gleichen Ort sterben? Sich zusammenkauern oder so? Boah das Wildschlein ist echt laut. Übrigens. Ich sag's nur. Wo sind die anderen Leichen? Leiche? Keine Leiche. Wo sind denn hier noch Leichen? Da drüben ist noch ein Sack. Den nehme ich noch mit. Achso. Da wo eben Action war war noch ne Leiche. Ja gut. Aber das sind ja... Ah. Er hier? Ist das eine? Ist das eine richtige? Würde schon passen. Oben an der Mauer. Okay. Da guck ich gleich mal. So. Caro Muffin. Dankeschön. Ah. Ach. Die kommen extra. Die kommen nicht zufällig. Ich glaube die spawnen hier. Das sind diese... Ne? Diese Hunde aus dem letzten Teil. Auch da oben. Ich guck mal ob ich da hinkomme. Und Apple Raven. Auch dir einen guten Morgen. Äh. Boah Alter die leuchten in den Augen. Hä? Wieso treff ich die nicht? Jetzt haut der ab. Boah die Augen die so leuchten. Das ist schon ganz cool. Schubst mich bitte nicht runter Digga. So. Freaky Penguin. Dankeschön. Äh die Leiche. Was soll die hier oben gewesen sein? Oben an der Mauer. Die Mauer hier. Da oben. Ja. Da ist eigentlich alles klar. So. Dann wollen wir mal. Tschüss. Newton Scamander. Dankeschön. Hol dir den Vorrat. Ja. Lass ihn raus den Tiger. Und Herzchen Bambi. Auch dir Dankeschön. So. Einmal hier durch. Der nächste Vorrat. Ein Träumchen. So. Und Swiss Schmissi. Auch dir Dankeschön. Und einen wunderschönen guten Morgen. So. Junge, Junge, Junge. Hier kann man gut abstauben. Oh. Schön hier. Mit dem Blümchen und so. Schwester Wren. Mein Herz wird von Sorgen geplagt. Ich wünschte unsere Auserwählten, die uns diese Objekte zur Vernichtung gebracht haben, würden noch leben. Ihre Hände sollten es sein, die diese Heresien der Flamme von Eden übergeben, nicht unsere. Ich glaube nicht, dass ich meine Trauer jemals überwinden werde. Mach schon Platz. Ich bin der Landvogt. Ge' Fuchsi. Auch dir Dankeschön bei Ge' Fuchsi. Und einen wunderschönen guten Morgen. Und ich hoffe, äh, die Arbeit wird heute nicht allzu schlimm. So, nochmal kurz da drauf drücken. So. Was haben wir denn da? Wolf. Sind das die, die wir gerade die ganze Zeit weggefrühstückt haben? Ich weiß es nicht. Okay, das Ding haben wir jetzt also auch geschafft. Puh. Ähm. Nick Rye. Dafür brauchen wir den neuen Bogen. Mindestens. Ich würde vielleicht mal wieder zur Hauptbasis fahren, oder? Knochenbrechergrube. Ah ja, die Oma. Was ist denn hier? Wenn ich das senke, hä? Und hier. Und hier. Und, und hier. Okay. Mh. 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 Kelet's Geheul. Alles klar. Wir haben noch ein paar Orte. Die Belagerung. Story Mission. Okay, kann ich mal kurz schnell reisen? Prosperity. Das geht. Pio, dankeschön. So, was ich mal mach jetzt übrigens auch mal ganz kurz schnell reisen 2 freischalten, wenn ich das kann, ne? Du, 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 du. Lucrezia, LP. Auch dir, danke schön. Du tust so viel. Ja gut, klar. Wenn ich schon mal da bin. Und sieht LP hier auch die, danke schön. Schweinchen. Voll das Pferd einfach. Ähm. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ethanol. 606, aber 500 kostet das jetzt. Waffen auf zwei. Was ich mal mache... Oh. Die nehm ich mit. Und hier ansonsten mal schnell öffnen. Ich schau mal ganz kurz. Der zweite Bogen. Wo ist der denn? Müsste ja nicht hier sein, irgendwo. Da. Ist das der, den wir ausgerüstet haben? Oh, Rang 3 haben wir noch nicht. Okay. Werkbank der Stufe 2 wird benötigt. Wir haben den schon. Wir bräuchten jetzt also den nächsten. Ähm. Kostet 500 Ethanol. Schnell. Hm. Mit dem Bogen und Schwein könnte man die eine Basis wieder einnehmen, theoretisch, ne? Hm. Schnellreise 2 kostet auch 500. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Mit dem Bogen kriegen wir schneller andere Gebäude wieder auf. Das war so der Gedanke dahinter. Ich bin froh, dass du Prosperity hilfst. Okay. Werkbarmark öffnen. So, mal gucken. So, dann kriegen wir ja alles jetzt auf der nächsten Stufe. Oh, Alter, was? Titan, 198, wir haben nur 141. Willst du mich verarschen? Wow. Sie ist klein, aber hey, dafür ist sie schäbig. Wow, ist das alles teuer. Okay, ciao. Für den Boden brauchen wir keinen Titan, ne? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay, optimiertere Curve-Bogen. Leise. Okay, zack. Trophäe erhalten, Waffenschmied. Ein neuer Segelblattwerfer. Machen wir auf jeden Fall. So. Plimp. Zorn des Gärtners. Sehe den Wind der Verwüstung, auf das andere den Sturm des Chaos ernten. Sieht nice aus. Graffiti, leichtes Maschinengewehr. Scharfschützengewehr, leise. Wo kriegen wir diese komischen Schaltplatten her? Schaltplatten. Max1392, Dankeschön. Wenn man mal gleichzeitig Gemüse schneiden und auf extrem große Entfernungen jagen will. Was? Okay. Puh. Okay, wir brauchen diese komischen Schalttafeln. Ich weiß noch nicht genau, wo wir die herkriegen. Und hierfür auch. Wir werden es herausfinden. Optimierter Rohrstutzen, Nahkampfwaffe. In jedem Abenteuer ist Platz für einen italienischen Klemmner. Ich mag diese ganzen Anspielungen, die ganzen Sprüche hier immer. Okay, wir brauchen noch ein paar von diesen Riemen. Okay. Hallo. Was macht der denn? Elf neue Herausforderungen erworben. Grüß Gott, mein Freund. Grüß Gott. Hands up. Dankeschön, hands up. Hands up. Logbuch öffnen. Finde das Paket und schaff es raus. Die ist geistert aufgelaufen. Die Highwaymen haben die Gelegenheit genutzt, um sich mit... Okay. Hey, Rieboy, Dankeschön. Achso, das sind einfach so... So was ist das. Alles klar. Hm. Oh, meine Stirn ist ganz schön am glänzen, ne? Weil sie auch so warm ist. Dragomir, Dankeschön. Eieiei. Hä? Die Elfling weiß wieder alles. Die Elfling weiß hier wieder alles. Alles klar. Elfling hat sich durchgespielt. Guck mal an, wie groß das Ding ist. Die Highwaymen haben den Jackpot geknackt. Der macht immer Schwule Ansprüche. HMS-Mac Cobray. Max Linn. Okay. Okay, sobald du das Paket hast, sag ich dir, wo wir uns treffen. Hawaii, wo sind dir Tiger? Vorricht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Highwaymen werden ihm überall hinfolgen. Bonne Chance. Spüle das Paket auf. Er ist vom Blumen. Echt scharf. Okay, das ist doch. Das Rosane ist nicht so williges Paket, oder? Das wäre zu einfach. Das ist eine gute Idee. Oh, ich sollte mal in die Hocke hier nicht springen. Ich finde, ein Wildschwein fällt hier überhaupt nicht auf. Ein Wildschwein ist hier getreu seiner Art. Einfach, das ist hier heimisch. Oh, das ist safe. Hallo mein Gott. Geht der jetzt doppelt so schnell? Cool. Cool. Das war nichts. Fängt schon mal gut an. Alter, Schweine. Okay. Habe ich falsch gemacht, ne? Ich muss, ich hätte eigentlich mich gar nicht erwischen lassen dürfen. Ist das hier überhaupt das Paket? Wahrscheinlich nicht. Da unten ist es. Alter, wat? Oh man, ich brauche echt Maus-Testatur, das ist gerade so hinderlich hier. Ja, sicherlich. Erstmal die Leiter runter. Klar. Wir haben ja Zeit. Und auch kein Auto-Aim. Nice. Was? Ja. 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 Was war denn hier alles? Hä, was ist denn los? Halt mal! Oh, mit dem Auto würde ich gerne da hinten runterpfeffern, das ist ja irgendwie cool über die Rampe da hinten Ach, was machen... Ach, die fahren ja über die Rampen, oder was? Okay... Warum spielt Grog mit Controller? Weil es bei mir auf dem PC nicht läuft Startet einfach nicht, keine Ahnung warum So... Die wird man doch nicht los hier, ne? Die brüdernds Schwein umgefahren? Warte, die fahren ja gleich wieder rüber Ich muss pinkeln Was machen die da? Fährt er noch, oder hat er gerade geparkt? Ich glaube er hat geparkt, oder? Ähm... Wie ich hier gerade rausgeglitscht wurde Nein, da konnte ich da nicht Geil Ähm... Ähm... Ehm... Gute... Gute! Gut gemacht, Sisa! Ich schicke dir die Koordinaten des Abholpunkts Ja, ja, sicher. So, weg vom Sicherheitskasten. Wisst ihr, was ich hatte? Idioten denken, ihr werdet totalen Genies. Also, lasst mir das mal in der Weltkriege fahren. Wenn ihr mit dem Ding... Ob ich das machen kann? Nio Mars, Dankeschön! Was machst du eigentlich, wenn du so richtig geladen bist? Sei es Frucht, Zorn oder so, was bringt dich runter? Ähm... Ruhe. Meistens Ruhe. Geh zum Strand im Südosten. Das sieht nach einem guten Landeplatz für mich aus. Ah, oui, oui, naturellement. Sie ist über uns! Jemand hat unsere Beute gestohlen. Geht auf die Jagd! Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter herangreifen. Ja, wenn ich durchkomme. Kann ich ins Wasser schwimmen? Kann ich ins Wasser springen? Das ist die große Frage. Kann ich ins Wasser springen? Weil... Ich hab letztes Mal Fall Damage gekriegt im Wasser. Hab ein bisschen bedenken. oof... Oof... Ich hab' mir egal, wie ich auch da rauskomme. Egal, wie ich auch da rauskomme. Oof... Ach, du bist es. Begib dich. Überlebe, bis der Helikopter landet. Ja, Mensch, hui, schön. Hä, wie kommen die denn hier? Natürlich, kommen die sofort mit dem Boot hierher. Achtung, ich komme jetzt. Schätze, wir sollten schnell nicht von dir verschwinden. Oh, ich hase diese Schildtypen. Alter, fickt die Hölle. Oh, leck mich am Arsch. Ne, ohne Maustastatur mach ich das nicht. Willst du mich verarschen? Null von Null. Alles klar. Ja, leck mich. Boah, ne. Alter, ganz ehrlich, mit dem Gamepad. Boah, ist das scheiße. Nichts wie weg, ihr verdammt. Komm schon, Kollege. Was? Nein, hau ab. Tschüss. Und jetzt nichts wie weg. Kein Problem. Hä, die kommt dann auch nicht zerstört werden. Puh, das war wie in einem Eichchen Film. Kugeln fliegen, Explosionen, eine riskante Luft mit einem sexy Piloten. Ey, lass uns das nochmal machen. Kann ich sie mit ihm immer? Kann ich sie mit ihm? Ich kenne ihn gar nicht. Wird noch nie ein Date. So. Okay, nice. Easy. Easy. Kein Problem. GG, easy. Gelungene Expedition. Ja, aber das lass ich lieber erstmal. Aber wir brauchen das für die Level-3-Dinger, ne? Basis ausbauen nicht vergessen. Dann kommen doch aber die Leute wieder, oder? Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Oh, ich hab noch zu trinken. Ah, ich hab noch zu trinken. Cool. Das war ziemlich knapp, ne? Mh, bisschen. So, warte. Erstmal Schlückchen trinken. Prost auf euch, Freunde. Da bist du ja. Du bist re-cool. Höherer Schwierigkeitsgrad. Na endlich. Das war mir grad ein bisschen zu leicht. Finde ich. Also ganz ehrlich, die Mission gerade eben war kaum herausfordernd. Schade. Du hast Platin bekommen. Ich freu mich. Hab ich nicht drauf geachtet. So. Das Camp ausbauen. Ist das eine gute Idee? Healing Garden. Ach, das ist doch sie hier, ne? Ethan 075, der Healing Garden. Einfaches Erste-Hilfe-Set. Hm. Das verbessert die Effizienz der Erste-Hilfe-Sets. Das wäre vielleicht gar nicht mal so... Du frühstückst wohl Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Schnauze. So, Bloody Wolf, Dankeschön! Ähm... Erste-Hilfe-Set-Effizienz ist, glaub ich, gar nicht mal so schlimm. Können wir ruhig mal machen. Warum nicht? Und dann kommt Sellerie schon wieder. Wo ist denn Sellerie? Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun... Hier ist Sellerie, nicht hier. Schweinchen! Schweinchen. Hier Schweinchen. Kartografie. Ähm... Expedition. Prosperit... Kunz, Kunz, Kunz? Na, Digga? Es geht hier gar nicht rein, gerade. Warum nicht? Nö, alle Türen sind zu. Also, sonst werden die Türen hier offen. Ich glaube, wir kommen noch nicht rein. Ich glaube, die bauen da gerade noch. Deswegen können wir es momentan noch nicht ausbauen. Mh, 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 mh. Der Onkel Hirschi, auch dir vielen Dank. Ist das real? War das... Ne. Ich dachte gerade, das wäre unsere Kräuter oben gewesen. So. War doch diese Beleidigung hier. Dass man sich ja gefallen lassen muss. So. Cheezana, Dankeschön. Okay, warte. Wo ist denn... Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Was? Lieutenant Rina. Dankeschön, Lieutenant Rina. Und Jay Plebe? Jay Piebe. Jay Piebe hat insgesamt 75 Subs gegiftet. Gerade eben wieder 15. Dankeschön, Jay. Vielen Dank. Merci beaucoup. Uh. So. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hindüsen. Ähm. Ja, vielleicht wird er nicht mehr geklaut jetzt. Der Gyrocopter. Äh, so. Mal gucken. Neues Sniper können wir nicht machen. Uns fehlen die Rohstoffe. Oder haben wir gerade welche bekommen für die... ...Helikoptergeschichte. Da guck ich aber nochmal. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Wir gehen mal ganz kurz. Haben wir bekommen. Haben wir bekommen. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Dann... Morgen. Oh, ich seh hier, dass Gronkh es geschafft hat, Tobi's souveräne Multiplayer zu spielen. Entschuldigung, das ist nicht witzig. Ähm. Bisschen. Okay, ähm. Wieso beleidigen mich alle? So. Öffnen. Alles klar. Krankenstation haben wir gerade eben ausgebaut. Ach ne, die medizinische. Ähm. Die Snipe. Die Snip. Oh, wir haben 15 bekommen. Cool. Ähm, Scharfstützung wäre leise. Präzision. Ne, ich brauch mehr Reichweite. Handhabung ist für den Arsch, aber ich nehm die. Die nehm ich. So. Cool. Vielen Dank für den Hinweis. Sieht aus, als hättest du den Unfall schnell überwunden. Ich kann den Unfall gar nicht überwinden, weil mich dauernd alle drauf ansprechen. Weißt du, ich hab gar keine Zeit ihn zu verarbeiten. Ich hab gar keine Zeit zu heilen. So. Luftanhalt. Oh. Ein bisschen mehr Zoom jetzt noch. Das find ich gut. Ah, Heli steht noch da. Gut. Dann. Fahrzeug steuern. Und jetzt ist die Frage. Wo fliegen wir hin? Achja, die Belagerung. Das ist ja nicht so weit. Okay. 300 Meter lohnt sich fast gar nicht. Na gut. Ein bisschen. Mhm. Mhm. So, vergib dich zum Spähen. So. Das Schwein ist mega unauffällig. So, Khaleesi, da bin ich schon Khaleesi. Ja, cool. Warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße, das sind sie. Geh zurück zu den anderen. Los! Verteidige Prosperity. Okay. Lass ihn Helia stehen lassen. Rush here. Kommt sofort zurück. Eine Gruppe Highwaymen kommt direkt auf uns zu. Achso, ja, tatsächlich. Moin! Au! Lass das bitte. Das ist unschicklich. Ähm... Wow! Ja gut, es gab halt keine Fahrschulen hier, ne? Hätte ich vielleicht doch mit dem Heli fliegen sollen? Warte, da bin ich mal so... Highwaymen! Highwaymen! Das whatever! Wir können die Tore nicht öffnen! So gefährlich! Mach diese Schweine fertig! Mach diese Schweine fertig! Oh! Habe ich aussehen wieder knapp gewechselt. Ach cool, dass er sich auch umsetzt. Alles klar. Oh! 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 Ich hatte mich schon mit dem Tod abgefunden. Ach, easy goal. Was denn jetzt? Ey, das Schwein! Wie? Was denn mit dem Schwein jetzt? Was? Ach so, das wollte ich mal eigentlich. Warte mal! Ich brauche zu schreien und brenn leise. Äh, wo denn? Der westliche Mauer? Ich versteh nicht ganz. Ich kann da nicht zusehen. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt 4. Ja, das ist ein Schiff. Ich verlasse das Missionsgebiet sicherlich nicht. Ja, warte. Erstmal hier hinten. Da ist noch welche. Weg. Noch mehr Trucks. Scheiße, die kommen mit Trucks. Wir müssen sie aufreiten. Los, nach vorne. Sie benutzen die Trucks, um die Mauern hochzuklettern. Halte sie auf! So, wie viele noch? Da kommt ein Truck von Westen! Da kommt ein Truck von Westen. Den hole ich mir am besten. Geil! Ratio super! Sie brechen durch! Geht euch alle zurück! Beschützt das Haus! Scheiß drauf! Wir verlieren zu viele Leute! Sprengt einfach alles in die Luft und verpissen uns! Verflucht! Kämpfe! Wir haben Strengstoffen! Formiert euch neu und schützt die Gebäude! Haltet sich vom Haus fern! Hä? 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 Komm hier denn her? Sie legen Bomben! Seh ich nicht. Okay, verhindert das die Halbermann die Bomben legen. Ich seh die aber nicht alle. Wir sind jetzt drin! Kann ich auch mal sehen, die Halbermann? Oder ist die unsichtbar? Kann ich auch mal sehen, die Halbermann? Kann ich auch mal sehen, die Halbermann? Oder ist die unsichtbar? Wie viele sinds noch? Oh! Oh! Ah, ich mag nur Rachel. So, die sind es noch? Komm, die Gart. Hier lebt nichts mehr. Au, das habe ich gewusst. Musste früher oder später passieren. Jetzt nicht mehr, mein Freund. Ach so. Oh, schlecht. Wie viele noch? Natürlich. Was auch sonst. Hey, Augen nach oben. Ciao. Jetzt reicht es aber, Freunde. Ja, denke ich eben auch. Das ist eine riesige Schweinerei. Hä? Ernsthaft? Das halten wir nicht länger durch. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Alles gut. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Ja. 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 Ich habe Hunger. Ja. 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 Ich frage mich auch Teil 2 von wie vielen bitte. Aber ich glaube wir hätten auch vieles von dem hier alles gar nicht machen müssen. Wir haben einfach schon wieder ein bisschen weiter forscht und so weiter. Ähm... Ja, ich glaube normalerweise... Wobei, geht eigentlich, ne? Jetzt kommt ja erst mal das hier. Blitz zum Morgengrauen-Story-Mission. Hier gibt es zum New Eden-Anwesen. Aber da waren wir ja auch schon. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich... Knickknack. Wir hätten vielleicht noch mal in diese Richtung hier gehen können. Hier unten so ein bisschen die Sachen machen. Joa... So... Jetzt schon? Du willst schon aufhören? Ja, wir haben wieder zu viel gemacht. Es ist doch immer das Gleiche. Wobei, ich weiß nicht genau, wie das hier balanced ist. Ich hab keine Ahnung. Zwischendurch haben wir den Nick Rai oder wie der heißt. Und das sind plötzlich Level-3er oder Elite-Leute oder sowas. Ähm... Ah ne, Level-3er. Und zwischendurch irgendwann mal Elite-Leute. Und dann haben wir wieder Level-1 daneben. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Aber gut, aber gut. Wir arbeiten uns ja langsam voran. Hier. So... Hurey schon. Hm, komm mal her! Ja, 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 oh, ja... Ich kann ja vorsichtig haben. Hm kleiner-Dicker-Dicker-Dicker. Ähm... Sag mal, läuft der Hund jetzt hier auch rum und die anderen NPCs, die man mitnehmen kann? Das fände ich irgendwie schön, wenn man denen jetzt auch mal Hallo sagen kann. Das ist nicht der... Hä? Ach, die sonnen sich hier gerade, okay. Gut, die sollen sich ruhig sonnen, die haben sich das verdient. Okay. Na gut, Hund hier nicht. Schade. Was ist das? Okay, gut, dann würde ich sagen... Warum nennt sich Tobi im Game Horatio? Äh, weil der Name noch frei war bei Uplay. Okay, 5000 Meter in diese, ne? Und dann würde ich sagen... Oh Gott, ist das ungewohnt gerade. Warte mal. Jetzt muss ich auch noch mal schnell hier, äh, den hier machen. Ah. Diese Ruhe auf einmal, ne? Muss ich mal gucken, kann ich jetzt hier weiter... Diese Ruhe auf einmal. Ähm... So, ups, geht das? Das geht. Alles klar. Oh, der Hintergrund ist weg. Oder? Wo ist denn der Hintergrund? Wo ist denn der Hintergrund? Der Hintergrund fehlt. Hä? Hä? Warte mal... Wo ist der hin? Oh nein, fahrt der Knopf, warte. Hä? Was ist denn hier passiert? Der andere ist einfach weg. Hä? Ich hab jetzt mal den wieder genommen. Der andere Hintergrund ist einfach weg. Der mit dem... Wo ist der weg? Äh, wo ist der hin? Ist einfach komplett aus OBS raus. Also, als wäre er rausgelöscht. Hä? Das verstehe ich nicht. Hm. So. 9.40. Ich meine, kurz vor 2. Kurz vor 2, natürlich. Kurz vor 2. Das heißt, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, was zu schnippeln. Dann werde ich jetzt noch mal eben 4 Streams schnippeln müssen. Und zwar 4 von gestern. Ja, die ganzen Test-Streams, die kommen auch noch alle davor. Hilft ja nix. Ich dachte, du willst wieder Back to the Roots mit per Stream mehrere Spiele spielen und nicht eins komplett durchsuchten. Ähm... Ja, ich würde gerne öfter mehrere Spiele spielen. Das heißt aber nicht, dass ich das immer mache. Weil wenn mir ein Spiel Spaß macht, dann würde ich es natürlich auch ein bisschen ausreizen. Und das hat heute echt Spaß gemacht. Tatsächlich. Hm. Und ja, FIFA wird irgendwann fortgesetzt. Ja, ja, ja. Hast du mal Apex ausprobiert von Origin? Neee... Apex ist nicht meins. Das gucke ich lieber... Wenn, dann gucke ich das lieber bei anderen. Die ganzen Battle-Royale-Dinger... Das ist nicht so meins. Wann kommt die nächste Metro-Folge? Jeden Tag? Ja... 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 Spielst du das nächste Woche weiter? Ich würde gerne. Das Problem ist nur, es gibt so viele Spiele, die wir noch angehen müssen. Ähm... Aua. Ähm... Das Horrorspiel wollte ich auch noch weiter spielen. Richtig, den vierten Teil. Das wollen wir auch noch machen. Hat FIFA eigentlich ne Story? Ja, nur deswegen spielen wir es tatsächlich. Das ist der Grund. Wir spielen wirklich nur die Story bei FIFA. So, findest du Far Cry New Dawn besser als Far Cry 5? Also, Story-technisch finde ich Far Cry 5, muss ich sagen, sehr viel interessanter. Von der Welt her mag ich Far Cry New Dawn lieber. Auch wenn das kleiner ist. Ich mag, ich mag dieses Bunte. Aber die Story bei Far Cry 5 fand ich halt sehr, sehr geil. Mit dieser Sekte und bla. Ähm... Das war schon sehr nice. Spielst du später auch mal Anno 1800 im Stream? Kann passieren, aber das würde ich gerne als Let's Play machen. Würdest du Tower Juniheit empfehlen? Naja, du hast die Folgen... Wenn du die Folgen gesehen hast... Ich kenn dich nicht. Ich weiß nicht, was du gerne spielst. Also, mir hat's sau viel Spaß gemacht. Und wir haben auch privat gespielt. Du 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 Du! Legst du dich jetzt gleich hinten... Ne, ne ich muss jetzt ja noch die Streams schnippeln, damit die hoffentlich am Sonntag schon hochgeladen sind. Also, also, den heutigen Stream. Der ja mehrere Parts hat. Ähm, den muss ich noch schnippeln. Hm. Also ich lass mich überraschen, wie es bei New Dawn heute noch weitergeht, weil wir haben uns selbst ja getroffen aus dem fünften Teil und wie genau es da weitergeht und ob der Vater noch lebt, wissen wir ja nicht. Ich glaube schon. Und der muss ja auch gealtert sein. Lieber Mann Goonie, wie viele Zuschauer ein Spiel bei Twitch hat, sagt nichts über das Spiel aus. Gar nichts. Es gibt so viele geile Spiele, die guckt bei Twitch kaum jemand. Und der ganze gehypte Rotz, da sind dann immer die Hunderttausenden. Also das sagt nichts über ein Spiel aus. Gar nichts. Das sagt eigentlich nur was über... Ja, ich weiß gar nicht. Naja, über Hype-Kultur sagt es nur was aus. Wie funktioniert es mit den zwei Camps im Stream? Ähm, über eine HDMI-In-Karte. So. Shroud zockt ja auch lieber PUBG als Apex, aber er wird für Apex bezahlt, wie viele andere Streamer auch. So ist das. Okay, da kann ich nicht mitreden. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß dann nicht, wer wofür bezahlt wird. Keine Ahnung. Aber ich weiß halt, dass Epic dank... Ah nee. Apex ist ja EA. Aber Epic hat die Kriegskassen dank Fortnite gefüllt. Schraud spielt schon lange kein PUBG mehr. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich als Gamer wirklich einen Bart tragen? Ja. Und du musst halt sehr heftig übergewichtig sein. Und auch das stimmt. EA ist safe bei Apex. Auch das stimmt tatsächlich. Aktienkurs EA. Dann kam Apex. Das... Da haben sie sich grad noch so gefangen, tatsächlich. Sonst hätten sie jetzt mit Sicherheit auch einen Activision-Move gemacht. Schnau mal bitte deine Videos im Stream. Lieber Dünger-Things, ähm... Es wird schwierig, den Stream im Stream zu schneiden. Weil ich muss den Stream beenden, bevor ich ihn schneiden kann. Weil jetzt, ähm... Jetzt muss ich mich ja hinsetzen und den Stream schneiden, damit er am Sonntag auf YouTube erscheinen kann. In 360p für ne Woche. Puh. Musste nicht los als ein alter Ego, um ein Brötchen zu kaufen. Ich hab nebenbei schon ein paar Instagram-Stories gemacht. Auf, äh... Eos-Erik. So, Leute. Wenn ihr... Wenn ihr jetzt... Wenn ihr jetzt hier reinkommt grade, ja? Es ist 9.47 Uhr. Der Stream geht seit 18 Uhr. Ähm... Falls ihr irgendwas zu Artikel 13 wissen wollt. Was ich dazu gesagt habe. Das fand alles am Anfang des Streams statt. So, deswegen geh ich auch darauf nicht ein. Nicht böse sein, wenn ich darauf nicht eingehe, weil sonst haben wir das wirklich den ganzen Abend immer den ganzen Stream lang bei aktuellen Themen. Ähm... So. Deswegen dann lieber im Stream nachgucken, ne? Wenn der Stream beendet ist. Oder jetzt geht's ja auch schon, äh, im Catch-Up. Oder vielleicht am Sonntag aufm GrandTV-Channel. Ähm... Ja. Darf man annehmen, dass ihr das Spiel nicht gefallen hat, da du jetzt schon aufhörst? Ja, es war ganz furchtbar. Es war ganz furchtbar. Hm, 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 hm. Sims 4 würd' ich gerne weitermachen. Ja, das würd' ich gerne weitermachen. Ich find's schade, dass neun von zehn Streamer nur noch Battle Royale Spiele streamen. Ja, ich find's halt schwierig, aber... Also, ich versteh' natürlich, dass viele Streamer... Die müssen ja auch davon leben irgendwie, ne? Die müssen ja irgendwie versuchen, lalala. Und dann spielst du halt das, was gehypt ist. The Monster, dankeschön, Monster! Ja, Foundation würd' ich gerne weitermachen. Foundation macht echt Spaß. Wie findest du denn die guten Parts bei so einem langen Stream, wenn du später schneiden musst? Die guten Parts? Wie? Ich schneid' doch nicht die guten Parts raus. Ich schneid' nur die Pausen raus. Ich schneid' die Pausen raus, ich schneid's ein bisschen zusammen, schneid' den Anfang zusammen, das Ende ein bisschen zusammen... Und dann jage ich das... durch'n Render-Prozess. Hypes sind immer so schnell vorbei. Atlas zum Beispiel hat heute teilweise weniger als 2k Zuschauer. Gut, Atlas hat aber auch andere Probleme gehabt beim Launch. Das hat ganz andere Probleme gehabt. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, wir haben zwei Pausen gemacht. Oder? Eine? Haben wir eine oder zwei gemacht? Ach nee, eine Pause hab' ich gemacht, eine normale. Und in einer Pause hab' ich einfach die Dame in Far Cry singen lassen. Stimmt ja. Gehen denn deine Zuschauer auf die Nerven oder warum hörst du schon auf mit dem Stream? Das ist der Grund. Das ist eigentlich der Grund. Also das Spiel selber macht mir Spaß, aber jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Ja, weil ich den Stream beende und dann heimlich weiterspiele. So. Wegen den Zuschauern natürlich. Das ist klar. Ach so. Und gleich müsste ja Start und Select auch rauskommen, ne? Der neue Podcast. Ich glaube... In 10 Minuten? Wann veröffentlicht der Jodi immer um 10 Uhr morgens? Ich weiß es gar nicht. Also heute kommt der neue Start und Select. Ist schon draußen. Ach so. Der ist schon draußen. Cool. Ja, neuer Podcast ist raus. Bin gespannt. Wie lange brauchst du ungefähr, um solch einen Stream aufzubereiten vorm Rändern? Ehrlich gesagt, das Schneiden an sich dauert nicht allzu lange. Ist manchmal ein bisschen doof, weil bei solchen langen Videos muss Premiere... Es dauert mit Premiere halt, bis er an die Stelle springt, bis ich gucken kann, wo ich schneiden kann. Manchmal mach ich das nur nach Gehör. Weil er mit dem Video nicht hinterherkommt dann. Das Schlimmste ist aber, das Video einzuladen bei Premiere, weil der normalisiert das alles vorher und das... Das dauert. Das dauert. Steuerfahndung schreibt gerade, ich habe alle deine Einnahmen notiert. Wir müssen reden, Gronkh. Weißt du, das wäre ein witziger Account, aber du ahnst gar nicht, wie real das ist für alle Leute, die Steuern zahlen. Es ist einfach real. So funktioniert es eben. Inklusive Bankeneinsicht. Also es ist einfach... Es ist jetzt nichts Erschreckendes, was du geschrieben hast. Es ist einfach normal so. Achso. Achso. Ja, schon wieder. Okay. Ja, viel Spaß. Das ist so... Oh. Achja. Umunkio. Dankeschön, Umunkio. Wann musst du heute wieder aufstehen? Ich weiß noch nicht genau, ob ich heute schlafen gehe. Ich werde versuchen, wach zu bleiben. Aus Gründen. Ah, Grimdawn. Ich freue mich immer noch. Wer schreibt die Texte oben? Ich schreib die alles selber. Auch den Chat schreib ich auch selber. Ist alles gescriptet. Hab keinen Zuschauer. Ist nur gescriptet. Ähm... Was wollen wir grad sagen? Was wollte ich grad sagen? Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es? Äh, ich bin ganz ehrlich... Fliegen wäre meine Superkraft. Ich würde gerne fliegen. Der Katzenmann, Dankeschön. Einfach fliegen können. Könntest du den Stream in der Hälfte unterbrechen? Zum Beispiel bei einer Werbung und die Hälfte dann schon mal einlesen, während der Stream weitergeht? Nee, weil die Platte, auf die ich aufnehme, ne, wenn der Stream weitergeht, die wäre dann schon unter Last. Und wenn er dann noch beim Premiere alles normalisieren würde, das würde Probleme geben, weil die Festplatte wäre der Flaschenhals. Ja, der Flaschenhals. Das wäre schwierig. Grim Dawn? Achso, nee, bei Grim Dawn wollte ich nur sagen, dass ich immer noch relativ happy bin. Ja, dass ich immer noch sehr, sehr happy bin, wie viele Leute das gerne gucken und auch gerne, naja, kommentieren und so. Mit zwei PC wäre das eventuell einfacher. Ach, das geht ja schon so. Das geht ja schon so. Essen ohne zunehmen wäre auch ne tolle Kraft. Oh ja. Oh, das wäre ne tolle Kraft. Aber auch ne gefährliche Kraft. Oh Gott, das wäre ne gefährliche Kraft. Oh, oh. Sünden ohne Reue. Oh ja. Machst du Sport bzw. hast du Zeit dafür? Äh, zu selten, ehrlich gesagt. Ich müsste es regelmäßig machen, eigentlich täglich, aber ich mach's zu selten. Ist eigentlich doof. Ist eigentlich doof. Ich hab's neulich erzählt, ja, neulich hab ich auch erzählt, in irgendein Livestream hab ich schon mal erzählt, dass draußen plötzlich, dass Purzel war gerade drin, die Katze, die nicht unsere ist. Purzel, ja, die Nachbarskatze, die war bei uns wieder drin. Und dann war ja die andere Katze vor der Tür, die wohl geschrien hat laut Paaren. So richtig geschrien einfach. Und es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Gestern eher. Also vorgestern inzwischen. Äh, vorgestern. Ähm. Purzel war da. Und die andere Katze saß plötzlich wieder vor der Tür. Vor unserer Haustür und schreit. Und ich... Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was das für ein Katzenverhalten ist. Ich glaub nicht, dass sie rollig ist. Also ich, ich wüsste nicht. Und... Purzel... Also ich weiß nicht genau, wer... Eine von den beiden Katzen hat uns dann vor's Haus gekackt. Ja, normalerweise, Purzel macht das so, die... Die kackt ins, ins Beet und vergräbt das dann. So wie Katzen das halt machen. Aber diesmal... Offensiv vor's Haus gekackt. Um zu markieren. Weißt du? Um zu zeigen, alles klar. Hier ist, äh, so. Kalte Cola! Dankeschön! Hey, kalte Cola! Hey, kalte Cola! Hey, kalte Cola! Hm. Also das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Streit mit Purzel provozieren. Ich glaube, Purzel hat markiert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hab... Ich hab... Ich weiß nicht genau. Ich find's ein bisschen gruselig, tatsächlich. Purzel ist sehr nett, dass sie sich... Dass sie euch bei ihr wohnen lasst. Ja, 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 ja. Das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Die, ähm... Katzen machen sowas auch, wenn sie eifersüchtig sind. Vielleicht will die andere Katze auch rein. Hm. Wir wissen vor allen Dingen nicht... Also keiner weiß... Keiner weiß genau, wem diese Katze gehört. Die haben wir hier noch nie gesehen. Ich kacke meiner Freundin auch immer offensiv vors Haus, um allen zu zeigen, wem hier was gehört. Schön, schön. Wenn der Boden gefroren ist... Der Boden... Ne, der Boden ist nicht gefroren. Wir haben ja momentan schönes Wetter und so. Auch mit Sonnenschein. Wie ich grad draußen sehe. Dein Zimmer sieht aus wie von einem Pedo. Lieber Panda mit Tanga, das musst du ja wissen. Du wurdest ja jahrelang im Keller gefangen gehalten. Das ist okay. Wenn du dich da auskennst und vom Fach bist, das find ich super. Gucki2000, Dankeschön. Wer hat die Kacke weggemacht? Diesmal hat sie Pan weggemacht. Sonst bin ich derjenige, welcher immer. Ja, die Brille... Ich weiß nicht, was mit der Brille ist. Hier oben sind irgendwelche... Ich weiß nicht, was das ist. Ach bitte, dünnhäutig. Ach bitte. Wenn man ein bisschen Contra gibt, das ist doch nicht dünnhäutig. Ach bitte. Junge, ernsthaft? So. Darf ich kein Contra mehr geben? Nehmt ihr mir den letzten Spaß noch? Na gut. Werden die Let's Plays und Streaming langsam langweilig? Wieso merkt man das? Hat man gemerkt, dass ich mich heute durch den Stream durchgelangweilt habe? Ah... M-m-m-m-m-m... M-m-m-m... M-m-m-m-m... M-m-m-m-m... Dann bin ich beruhigt. Ich möchte hier keine falschen Erwartungen aufstellen, ja? Ihr sollt jeden... also, ihr sollt Freitags immer einschalten mit der Erwartung... Mann, heute wird wieder scheiße. Heute wird's wieder richtig LW. So, das muss die Erwartungshaltung sein. Die muss so tief sein, dass man nach oben hin nur positiv überrascht werden kann. Wenn man das jeden Freitag hinkriegt, dann habe ich jeden Freitag echt einen super Stream abgeliefert. Hm... Bin der einzige Lach darüber. Welches Far Cry fandest du jetzt am besten? Ich kenn ja nur 5 und New Dawn jetzt. Ich kenn doch kein anderes. Also, ich hab den ersten Teil mal angespielt im Stream, aber der war ganz... Eigen. Und anders vor allen Dingen. Saugeiles Team war das, wow! Du musst unbedingt mal Far Cry Primal zocken. Ja... Ja... Far Cry 4 ist echt spielenswert. Far Cry 4 war großartig. Jetzt heißt es, 2 und 3 sind bisher die Besten. Aber ich glaub, das ist einfach... So meinungsabhängig, oder? Genau wie bei Assassin's Creed. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm. Bist du nicht des Todes müde? Ja... Ja doch, ja. Aber wie gesagt, ich werd gleich noch Kaffee trinken. Dann werd ich schnippeln. Ist das ein Kelrati Schiff? Das ist richtig. Hier oben über dem G. Nee, das ist ein Kelrati Schiff. Das ist absolut richtig. Von Winko Mana. So... Es werden gerade wieder mehr Zuschauer. Gut, da muss ich... Da muss ich schnell raus. Wenn's mehr Zuschauer werden, dann muss ich ganz schnell raus. Muss ich ganz schnell weg. So... 3, 4 und 5 sind meiner Meinung nach die Besten. Eigentlich alle, die keine Spin-Offs sind. Wie war denn Far Cry Blood Dragon? Das sah so interessant aus. Komm mal wieder Unboxings. Ähm... Hm... Soll ich die... Soll ich die im Stream machen? Die Unboxings? Weil... Ich hab zum Beispiel oben... Eine Metro Collectors Edition von Metro Exodus. Und... Ich glaub zu... Zu Far Cry gibt's nix, ne? Ich glaub da gibt's... Da gibt's soweit nix. Okay... Ja gut. Also mach ich nicht mehr heute. Kann ich ja nächste Woche vielleicht machen. Von Metro Exodus hab ich hier diese fette Tonne einfach. Muss man Far Cry 5 kennen, um New Dawn verstehen zu können? Es hat... Ich glaube es hat viele Vorteile. Es ist ziemlich geil, wenn man jetzt in Far Cry New Dawn die Orte wiedererkennt aus Far Cry 5. Das ist glaub ich ganz cool. Hä? Blood Dragon ist nur verlängert? Ich finde es verlängert sich immer. Das Grundprinzip bleibt gleich. Was heißt denn verlängert? Äh... Doch, Metro 2033 hab ich gespielt, aber kein Let's Play gemacht. Das hab ich nur selber gespielt. Und ja, den neuen Larry werd ich auch spielen. Also will ich unbedingt. Warum kostet New Dawn eigentlich weniger als Far Cry 5? Ist die Spielzeit kürzer? Ich glaub... Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir da von kürzerer Spielzeit reden... Wie lang geht Far Cry 5 nochmal? Fünf Milliarden Stunden? Hm... Also ich glaube... Das kann man verschmerzen. Wenn es nicht ganz so lang ist. Der neue Mitarbeiter bei uns in der Firma heißt Ingo. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss er auf hohe Lied denken. Hupsi... Entschuldigung... Ähm... Kannst du noch nicht Maschinen schreiben, also mit 10 Fingern. Äh... Ich hab mein eigenes Schreibsystem. Weil ich ja relativ früh am Rechner saß, durfte ich dann später auch im entsprechenden Kurs in der Schule, musste ich nicht umlernen auf dieses komische 10-Finger-System. Ich schreib einfach mit meinem System irgendwie schneller, als ich mit 10 Fingern schreibe. Und als alle anderen in der Klasse auch. Wenn du super Kräfte hättest, wärst du ein Held oder Schurke? Die Grenzen sind manchmal... fließend, glaub ich. Kann man das von sich selbst sagen? Weiß ich gar nicht. Was ich gerne wäre, das ist was anderes. Was ich dann bin? Du rettest... ein Kind aus einem brennenden Hochhaus. Nur um dann festzustellen, das Kind hat das Hochhaus angezündet, weil es sterben wollte. Bist du denn ein Held oder ein Schurke? Hm... Deadpool natürlich. Ja, 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 ja. Das wär, glaub ich, das wär schön. Ein Scheld. Bambadambambam Was... was ist das für ein Kind? Naja, das muss ja nicht sehr schlau sein. Das hat einfach aus Versehen das Hochhaus angezündet. Nm, 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 nm. Nm, 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 nm. Gut! Wollen wir langsam? Ahh! Jemand hat einen Far Cry Drop bekommen. Juhu! Ich hab keine Ahnung, wie die funktionieren. Die Baisen. Magst du eigentlich tanzen? Also so Paartänze wie DiscoFox und ChaChaCha und Co? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab die nie so richtig ausprobiert. Also tanzen mag ich gerne, aber Standardtänze und so, da kenn ich mich halt gar nicht aus. So gar nicht. Bei mir ist das mehr so Augen zu oder Musik einmal durch den Körper wandern lassen. Mach ich jetzt mal nicht. Und auch wenn es beschissen aussieht, es ist mir egal. Deswegen wackele ich ja auch immer so um. Was sind die genauen Streaming-Zeiten? Jeden Freitag ab 18 Uhr und wir machen jeden, ne, jeden Freitag von 18 Uhr bis Punkt 2 Uhr. Egal wie spät es ist. Ich hoffe das nicht allzu verwirren. Lieber Joker, Dankeschön, lieber Joker! Standard und Latein machen total Spaß zu tanzen. Wie gesagt, ich kenn mich halt überhaupt nicht an. Gronkh! Gronkh, arbeitest du unter der Woche noch? Was? 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 Hä? Was ist das für ne Frage, Alter? Was ist das für ne Frage? Nein, das macht sich alles von selber! Träumchen! Gibt's was, was du auf Netflix empfehlen kannst? Boah, weiß ich gerade gar nicht. Ich skipp da momentan immer durch und weiß nicht, was ich anmachen soll. Long Dark geht weiter, Long Dark geht weiter, keine Sorge. Dat geht weiter. Gülsaha, Dankeschön, Gülsaha! Und auch dir einen schönen Samstag. Mich irritiert das, was hier auf der Brille ist. Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht aus wie Tropfen. Es ist aber kein Schweiß oder sowas. Das sind einfach irgendwelche Tropfen von irgendwas. Super irritierend. Ansem würde ich gerne mal mit Tobi reinschauen. Dat würde ich gerne mal machen. Wir müssen es ja nicht durchspielen, aber ich würde es mir zumindest gerne anschauen. Genau wie Far Cry würde ich mit Tobi auch gerne mal trotzdem ne Runde probieren. Einfach mal, wie das ist ein Koop. Ist bestimmt mal ganz anders als alleine. Und ich muss zugeben, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Aber Ansem hat mir von dem, was ich spielen konnte, das war nicht viel. Aber es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe nur Angst, dass es vielleicht ein bisschen repetitiv ist wie bei Destiny. Für mich zumindest. Ah ja, Russian Doll. Ja, Russian Doll habe ich noch nicht weiter geguckt. Russian Doll war ganz okay. Habe ich aber nicht weiter geguckt, ehrlich gesagt. Wenn man subbt, bekommst du das ganze Geld oder geht davon was an Twitch? Äh, bei den Subs kriegt Twitch, ich weiß aktuell gar nicht wie viel Prozent. Also zumindest ein Teil davon. Ich weiß aktuell wirklich nicht wie viel Prozent. Ich müsste mal gucken. Muss man mal nachverhandeln. So, Matroschka. Genau, Russian Doll ist ja Matroschka. Genau, genau, genau. Ist die gleiche Serie. Fünf Prozent gehen an Twitch. Ich sehe, da arbeiten die Profis wieder. Also bei kleinen Channeln, bei normalen Channeln, ja. Also bei dem ersten Vertrag gehen immer 50 Prozent an Twitch. Aber ich glaube, bei mir sind es wenig... Ich bin mir fast sicher, es sind weniger. Bin mir fast sicher. Es sind wahrscheinlich 30. Würde ich vermuten. Was renntiert sich mehr für dich? Einen Sub oder eine Internation? Ähm... Ja, ein Sub ist natürlich wiederkehrend, ne? Sub ist natürlich super. Also vor allem für Leute, die freiwillig subben. Nicht mal unbedingt Sub-Gifts, weil die laufen natürlich auch wieder aus. Sondern einfach normale Subs sind natürlich immer das Beste für einen Streamer. Und von den 70 Prozent gehen 50 Prozent an die Steuer. Das ist auch richtig. Das ist auch absolut richtig. Ums Mai Tod und Steuern. ja. Wie wahr. Okay, wollen wir langsam zum Ende kommen. Ä Ankündig被 Syria Kl Boulevard find das auch ganz gut, glaube ich. Wie viel von deiner Einnahmen spendest du weiter? Es kommt immer drauf an Es kommt immer drauf an Also diesen Monat zum Beispiel Gut, Herr Newstam haben wir 500 Euro gespendet Und wir haben jetzt für eine Hunde-OP 500 Euro gespendet Das ist das Aktuellste Und das war in diesem Monat, also im Februar Nur als Beispiel Aber das Ding ist einfach Das sind Sachen, die werden nicht an die große Glocke gangen Die passieren einfach So, schon bei Tierheim machen wir öfter mal solche Geschichten Das Problem Das Problem bei solchen Sachen übrigens ist Wenn du Wenn du spendest Wenn du spendest und du erzählst das Ja, dann heißt es Der spendet aber nur für sein Image Damit er Saubermann ist Damit er damit angeben kann Er profiliert von dem Leid anderer Ja, wenn du das machst, passiert das so Das Ding ist Und wenn du es aber nicht machst Wenn du es dann immer heimlich, still und leise machst Dann kommt grundsätzlich immer Ja, der spendet sowieso nicht, der behält Das voll der Bastard So, weißt du Ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört Ach, was man nicht alles hört Ich habe gehört zum Beispiel Ähm Dass ich mich bei der In Sachen Grundvollizenz Gar nicht mehr Weiter eingesetzt habe Als mein Arsch aus der Schusslinie war Was aber einfach keiner weiß Was dann hinter den Kulissen passiert Und wo man den Leuten vielleicht hilft Aber das interessiert die Leute leider auch nicht Die darüber reden In der Form interessiert die das gar nicht Weil das wollen die gar nicht wissen Weil sonst hätten sie kein Argument mehr Aber hey Ja Ist immer schade Das heißt, eigentlich bin ich gezwungen Über alles zu reden Aber auch das ist wieder scheiße Also egal wie ich es mache Es ist immer falsch Ha Juhu, Leute, kriegen wir es getroppt Das finde ich cool Finde ich echt gut Dass das funktioniert Ich war verunsichert zwischendurch Ich sub nur manchmal Gronkh behandelt mich trotzdem gut Der war noch nicht Ja, Urlaub geplant für dieses Jahr Also wir haben eigentlich einen Roadtrip geplant Aber wir müssen erst mal Wir müssen natürlich erst mal gucken Wir wissen es noch nicht genau Ich hoffe, wir kriegen es hin Ich lese gerade nochmal Das hat immer was von den amerikanischen Billionären Pressekonferenz geben Weil sie mal wieder 0,01% ihres Einkommens gespendet haben Aber ganz ehrlich Ähm Selbst wenn es nur 0,01% sind Oder wie viel auch immer Das ist schon wahnsinnig viel Kohle Weißt du? Da muss man nicht gucken Wie viel hat der Mann Wie viel hat er davon gegeben Sondern du musst einfach Du musst einfach gucken Alter Der hat jetzt irgendwie 100.000 Euro Oder 100.000 Dollar In dem Fall gespendet Das ist fucking 100.000 Dollar Weißt du? Das heißt ja nicht, dass das nichts ist Das ist schon Da kann man das Verhältnis Auch mal weglassen Jede Spende zählt Genau so Aber muss man das in die große Glocke hängen Einfach machen Ja, aber wie gesagt Ich sehe es Es ist schwierig Es ist schwierig Dafür verdienen sie auch Auf dem Rücken der Gesellschaft Millionen Crow, du weißt doch gar nicht Um wen es geht Wir haben doch gerade Einfach nur einen fiktionalen Milliardär genommen Einen fiktionalen Der hat seine Milliarden Mit Ehrenamtlicher Gartenarbeit Verdient Das war nur ein fiktionaler Es an die große Glocke hängen Kann ich auch selber zum Spenden animieren Das finde ich bei Friendly Fire Mal so schön Wenn Leute irgendwie sagen Ja Ihr müsst doch nicht so ein Event machen Ihr Zieht euch daran selber nur hoch Also die Die, die wir das veranstalten und so Ihr zieht euch daran nur hoch Und la 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 Die Leute können ja auch so spenden Ich glaube da fehlt immer so ein bisschen der Hang Zur Realität oder wie es ist Ja ist einfach Man kann sich nicht ausdenken Ja das ist richtig Man kann alles schlecht machen Und man sollte sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen Das lohnt sich ja gar nicht Man darf sich davon aber auch nicht aufhalten lassen Abhalten lassen Was auch immer Lisa schreibt gerade Ich sehe es genau andersrum Wenn jemand der selbst schon kaum Geld hat Davon 10 Euro abgibt Ist es doch mehr als wenn der Milliardär 1000 Euro gibt Die er nicht mal vermisst Nein Es ist moralisch gesehen oder ethisch gesehen Ist es vielleicht kostbarer Aber diese 1000 Euro Helfen trotzdem mehr als die 10 Euro Weißt was ich meine Du kannst es ethisch und moralisch sehen Aber die Leute die davon profitieren Von dieser Spende Für die ist diese Ethik und Moral in dem Moment fast egal Das ist nicht mal böse gemeint Oder sonst ist wirklich nur ganz objektiv Also rein Also rein vom Wie sagt man das Rein vom Ethischen Faktor her Ist das natürlich viel hochwertiger Keine Frage Mit den 10 Euro ist das viel hochwertiger Wenn jemand der nichts hat Das irgendwie abknapst davon noch Das ist natürlich viel hochwertiger Müssen wir gar nicht drüber reden Rein vom Karma Wie würdest du bei einer 10k 100k Donation reagieren Lieber Hartz 4 Prolet Ungläubig Und ich weiß auch nicht Ob ich das behalten würde 100k schon Ne ich würd ich nicht glauben Ich würd glauben das ist wieder fake Hatten wir ja auch schon mal irgendwie Aber bei einer Spendenaktion hatten wir das Das ist jetzt aber schon etwas kontraproduktiv Wenn die ganzen 10 Euro Spender wegfallen Dann wird das Endergebnis schlechter Denn so viele 1000 Euro Spender steht nun mal nicht auf der Matte Keine Ehre unter Dieben Jetzt gehst du aber von mehreren 10 Euro Spendungen aus Es ging jetzt aber nur um eine Person und eine Person Das ändert jetzt natürlich die Grundvoraussetzung Das ist wieder was anderes Aber wie schon gesagt Jede Spende zählt Das ist es halt Jede Spende zählt Und deswegen wäre es halt am besten Wenn der eine seine 1000 Euro spendet Und man findet noch 100 Leute die 10 Euro spenden Dann haben wir nämlich schon 2000 Euro Hoff ich Wenn ich mich nicht verrechnet habe Weil ich echt müde bin So Gut Mein Haar hängt schief Ach das hängt immer so schön Das mit den Haaren ist immer so Ja Hab ne Frage an dich Warum kaufen Menschen im Dark Web Falschgeld Und müssen dafür echtes Geld bezahlen Das weiß ich nicht Vielleicht weil das Falschgeld günstiger ist Als echtes Geld Da ist der Wechsel Der theoretische Wechselgeld Äh der theoretische Wechselkurs ganz gut Ich weiß es nicht Fährst du gern Achterbahn Oder bist du mehr der Ich muss kotzen Typ Ich fahr echt gern Achterbahn Ich fahr echt gern Achterbahn Und ich bin sehr laut beim Achterbahnfahren Weil ich lache Ich lache als würde ich Lachend in die Hölle rennen Bis wann pennst du nachher? Ich glaube ich penne gar nicht mehr Und wenn eine kapitalistische Kackbratze Sich als Gönner aufspielt Für verhältnismäßig 5 Cent Ist das scheiße Ja gut Das ist wieder was anderes Aber zum Beispiel Bill Gates Oder Bill und Linda Gates Hab ich den größten Respekt vor Den allergrößten Respekt Und die spielen sich aber auch nicht auf Und ich glaube die machen auch keine Pressekonferenz Welches Spiel kommt nun? Ich hab gedacht wir spielen jetzt Skyrim durch Das wäre ganz cool Die Gates haben auch mit Abstand am meisten Spendaboliert Ja und trotzdem hat sie glaube ich Nicht sehr weh getan Hast du mal mit Nee Splisse im Bart hab ich gar nicht Nö nö Also wüsste ich nicht Nö 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 So Ja lieber Andi du hast recht Du hast recht Bei HWSQ Der Andi hat gerade geschrieben Energiewandler Dankeschön Der Andi hat gerade geschrieben Dass bei HWSQ Findet er es doof Dass alle Folgen in einer Playlist sind Weil wenn er nur ein bestimmtes Spiel sehen möchte Ist es halt schwierig die Folgen zu sehen Ähm Und ich hatte überlegt Ob man neben den HWSQ Playlists Vielleicht noch irgendwie Extra Spiele Playlists dafür macht Aber Das ganze auseinanderpopeln Ja das finde ich auch scheiße Wenn Leute sich filmen Wie sie Obdachlosen Geld spenden Das finde ich auch doof Ich fand es ehrlich gesagt Auch bei Bei den Super Homies Damals fand ich es auch ein bisschen Ich fand es nicht gut Mit dem Nö Mit dem Ja Wir haben ja Cheeseburger Diesen Diesen riesigen Burger haben wir ja dann gespendet War War nicht gut Mochte ich nicht Also das Spenden schon Aber nicht das Film Das mochte ich nicht Da du in der MKL äh MKL Tekken erwähnt hast Würdest du dich vielleicht mal dran wagen Boah ich hab Ich bin ganz ehrlich Tekken ist bei mir Ich kann Tekken nicht mehr spielen Seitdem ich Äh Soul Calibur gespielt habe Ist Tekken für mich zu langsam geworden Hört sich jetzt doof an Aber Tekken ist Ähm Dagegen sehr gemächlich Ich mag Soul Calibur echt gerne Ich bin sehr gemstone So, Familie Laki, Dankeschön. Was hältst du von einer App, mit der man Obdachlose scannen, ihre Lebensgeschichte lesen und bestimmen kann, wofür sie das gespendete Geld ausgeben, inklusive Überprüfung, ob sie sich dran halten? Was? Ehrlich gesagt finde ich das furchtbar. Das finde ich super furchtbar. Aber ganz ehrlich, bei denen, die darauf angewiesen sind, ja, wo du halt die Lebensgeschichte liebst und denkst, oh, Mensch, oh, das Drama berührt mich aber genug, dass ich jetzt spenden würde, oh. Ähm. Wie man diese Menschen damit noch bloßstellt, weißt du? Boah, nee, das, das, boah, nee. Das, ja, klingt wirklich wie eine Black Mirror-Folge. Wer so eine, ja, wer so eine App macht, ganz ehrlich, wer so eine App macht, der gehört selber mal auf die andere Seite. Alter, wie assi. Entschuldigung. Das finde ich furchtbar. Und ich stelle mich doch nicht, ich stelle mich doch nicht von Obdachlosen und scanne den. Ich, das, ich weiß gar nicht mal, ob das real ist, so was das. Ich stelle mich doch nicht im Handy von Obdachlosen und blieb, wie so eine Ware. So, Gros Tor, dankeschön. Vielen Dank. What? Release, was? Hä? Hä? Frau Moberg, dankeschön. Warum sind hier so viele Donations jetzt um die Zeit? Ach nee, ach, hier aktualisiert er einfach nicht mehr. Stream Levels aktualisiert er nicht. Alles klar. Das ist es. Boah, Alter, das hat mich gerade richtig, jetzt mit der App, das ist das, boah. Also, das ist so. Entschuldigung. Das ist so, weiß ich nicht. Wenn du wissen willst, wenn du die Geschichte eines Obdachlosen wirklich wissen willst, weißt du, was du dann machst? Dann nimmst du dir Zeit für diesen Mann. Oder Menschen. Kann ja auch eine Frau sein. So, Max, dankeschön, lieber Max. Für die Subgifts. Dann nimmst du dir einfach Zeit. Und wenn er die nicht erzählen will, und wenn er nicht mit dir reden will, dann ist das sein absolut gutes Recht. Denn es ist, glaube ich, sehr persönlich. Also, es ist sehr persönlich. So, Substar, dankeschön. Wer war dein Lieblingscharakter als Volkaliber? Ähm, Voldo. Immer Voldo. So, Syntheri, auch dir, dankeschön. Leute, ich komm trotzdem, ich komm trotzdem, ich komm trotzdem langsam zu Ende. Anna und Michi fragen, Gronkh, kann man mit YouTube noch Geld verdienen oder warum der Wechsel zu Twitch? Dazu wär's vielleicht interessant zu wissen, dass ich nicht zu Twitch gewechselt habe, sondern nur einmal die Woche streamen. Wie kommt ihr darauf, dass ich gewechselt hätte? Ich frag für einen Freund. Hm. Jut. Jut, 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 Jut. Oh, ja, lololololololo. Darf ich sagen? Oh, ich darf nie müde werden. Ja, Elflin, du hast recht. Ja, ja, es... Ich glaub, die Leute wachen alle wieder auf. Es... Wir müssen ganz schnell flüchten jetzt. Ah, oh. Mikrofon geschlagen. Das andere. Ah, okay. Fällt es dir schwer mit so wenig Schlaf? Naja, Samstag ist mal Ausnahmetag. Samstag ist... Samstag ist immer der Tag, wo ich niemals Auto fahren würde. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. Was? Gunnery Sergeant Hartmann, ich danke dir. Viel, viel Dank. Dass ich den ja noch lesen konnte, ist... Wundert mich am meisten. Vielen Dank nochmal. So, was ich jetzt mache, ist den Stream schneiden, damit er am Sonntag online kommt. Das werde ich jetzt machen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Einfach nur noch fürs... Das Einlesen vom Stream wird noch dauern. Gut. Äh, Cobra CH. Ja, hab ich bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht... Vielleicht versuchen wir nächste Woche mal wieder eine Key-Runde. Ich würde das gerne hier irgendwie auch mit integrieren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Inferno Player auch, die Dankeschön. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Aber ich würde diese Key-Runden einfach gerne wieder machen. Diese Gewinne, Gewinne, Gewinne. Da hätte ich wieder Bock drauf. Und wie man die verschickt, weiß ich auch noch nicht genau. Da müssen mir die Mods helfen. Die Armen. Und der Unravel! Wieder mal überall. Und der ist... Auch dir Dankeschön, lieber Dest. Oder Liebe? Gut. Alles klar. Du kannst ja... Stream schneiden, während du streamst. Nein, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Keys per Whisper verteilen. Klappt das denn? Also kriegen Leute die Keys, wenn ihr die per Whisper verteilt? Geht das denn? Weil ich habe die früher halt immer per PN geschickt. Auf Twitch. Das hat super funktioniert, aber die gibt es ja nicht mehr. Okay. Ja gut, dann machen wir das so. Das ist doch praktisch. Das ist doch praktisch. Und übrigens, ganz kurz, ne? Darksiders 3 ist natürlich die beste Zeit, das zu erwähnen. Wir hatten mal Darksiders 3 letztes Jahr ein Gewinnspiel. Ja, als wir es gespielt haben. Und ich weiß nicht genau, woran es lag. Kommunikation oder sonst irgendwas. Das hat länger gedauert, als wir dachten. Dass die, dass die, diese... Wir haben ja Collectors Edition verlost. Collectors Editions von Darksiders. Ähm, die mit der einen Figur drin. Und, äh, es hat ein bisschen länger gedauert. Und dann, ähm, haben die Gewinner jetzt aber keine Collectors Edition bekommen. Sondern eine, wie heißt die große Edition? Apocalypse Edition. Die riesige für 400 Euro. Also, schön. Quasi als, ja, als Dankeschön für die Geduld quasi, weil es dann doch länger gedauert hat. Die haben jetzt quasi alles so eine riesige... Können alle umziehen jetzt. Können jetzt alle umziehen. So. Ich glaube, die sind inzwischen auch alle raus. Ja, also das ist schon... Puh! Die mit allen Figuren drin. Hm. LPs schneiden im Stream würde gehen. Ja, wäre aber auch nicht irgendwie zielführend. Weil, wie gesagt, die... Die Videofiles sind ja auf der Festplatte. Auf der Platte, wo ich auch den Stream aufnehme quasi. Es würde schon gehen, aber irgendwie... Und ich weiß noch nicht, ob das... Ob das spannend wäre. Ich finde das irgendwie... Ich finde das irgendwie voll... Voll lahm. Hm. So. Freunde. Kommen wir zum Ende? Haben sie den Gabelstapler. Ach ja. Hm. Hm, 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 hm. Kennst du schon die neuen Duplo mit Milchcreme? Ich habe Angst, auf dieses Thema einzugehen. Ich habe einfach Angst. Splinter, dankeschön. Ich habe Angst. Eui, eui, eui. Hm, hm, hm. Puh. So, gleich Käffchen. Ja, Wolki. Ja. Ich brauche einen Counter. Hm, 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 hm. Lieber Holly Engel, nee, das ist, das ist Day's Ding. Das macht er zu Weihnachten immer. Sein, vor dem Lagerfeuer sitzen und nichts sagen. Ich weiß nicht, warum ich da auch längere Zeit immer reingucke. Und was ich mir davon erhoffe oder erwarte. Aber es passiert ja einfach nichts. Und trotzdem ist das irgendwie, weiß ich nicht. Magulein, dankeschön. Trotzdem ist es irgendwie so... Ne? Menschen sind komisch. So, Ostblock Gaming, auch dir dankeschön. Ich würde sagen... Ich schalte mal rüber auf den Endbildschirm. Machen wir das mal, sonst komme ich wirklich gar nicht mehr zum Ende. Ihr wisst Bescheid. So. Metro-Abends, dankeschön, Metro-Abends. Vielen, vielen Dank. Oh, dankeschön. Wie lange hast du generell noch vor, Streams zu machen? Also generell mache ich jetzt Ende. Das ist doch... Weiß ich doch nicht. Ich habe auch keinen Plan. Mr. Troublemaker, dankeschön. Dankeschön. Weiß ich doch gar nicht. Hm. Ah doch. Aktualisiert noch. Alles klar. Drop hat funktioniert. Habe Far Cry New Dawn Space Force bekommen. Schön. Das finde ich sehr gut. Lieber Schox ist, diese Frage habe ich heute sogar im Stream schon beantwortet. Man glaubt es gar nicht. Würdest du sagen, dass du einen schönen Charakter hast? Was ist denn ein schöner Charakter? Also ich sage mal so, ich habe meine Ecken und Kanten. Ich bin nicht immer liebenswert. Und ehrlich gesagt will ich das auch nicht immer sein. Boom. Gronkh. Wie kann man von 0 auf 100 ohne Community und nichts anderes groß werden auf Twitch? Indem du auf YouTube eine große Gefolgschaft hast und die bringst du mit. Ich glaube, anders geht es nicht. Ich glaube, anders wird es schwierig. Oder Views kaufen. Views kaufen. Tolle Sache. Funktioniert immer gut. Hm. Ja, Elflin. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Okay. So, pass auf. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Jetzt aber. Ich mache jetzt einfach ganz knallhart die Musik aus. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. 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 Heftig ausgefaldet. Das... Wow. Das ist... Okay. Das Problem ist aber, ich muss jetzt immer noch Spotify starten. Das ist ein bisschen doof. Ich habe diese End... Diese End-Playlist habe ich nicht. So, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. So. Ähm. Da haben wir es jetzt, ja, glaube ich. Prima. Dann würde ich sagen... Wo ist denn das Ding hier? Dann würde ich sagen... Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Mich irritiert immer so, was hier oben drauf ist. Ich habe keine Ahnung. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Unterstützen. Ich hoffe, es war okay, dass wir heute nur aus Versehen wieder ein Spiel gespielt haben. Ähm. Hat sich einfach so ergeben. Nachdem wir es endlich mal... Nachdem wir es endlich mal spielen konnten. Synchron. Äh. Ich bin mal gespannt, wie synchron das jetzt noch in der Aufnahme ist. Es kann sein, dass ich wahrscheinlich jetzt alles komplett hinterher schnippeln muss. Ja, es wird ein Traum. Ähm. Vielen, vielen Dank nochmal. Und, äh. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächsten Freitag. Hoffentlich aber. Hoffentlich aber. Ähm. Sehr bald schon wieder. So, jetzt erstmal. Ich schalte mal rüber. Ganz ehrlich, weil es wird echt Zeit. Und ihr müsst auch... ins Bett. Ja. Ihr müsst ins Bett. Das ist, glaube ich... Alexa, wie spät? Es ist 10.39 Uhr. Ja, ins Bett. Das ist ja... Lohnt sich bestimmt noch. Total. Gut. Okay. Der Endbildschirm. So sieht er aus. Guck mal hier. Den kennst du schon gar nicht mehr, ne? Den kennst du schon gar nicht mehr. Ähm. Und dann würde ich sagen, ich mach jetzt mal ein Liedchen an. Welches Liedchen könnte es sein? Wenn ich jetzt Kill the Alarm anmache, dann kriege ich von Beatpick wieder eine reingesemmelt. So lange es sich jetzt noch nicht geklärt hat. Also muss ich was anderes anmachen. Ähm. Was machen wir denn da jetzt an? Äh. Vielleicht wieder das hier. Das haben wir natürlich schon ein paar Mal gehabt hier. Aber trotzdem finde ich... Ich finde es immer ganz geil. Ich finde es eigentlich immer ganz geil. Passt heute auch ein bisschen. Ich finde es immer noch gut. So. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zubeisein. Vielen Dank fürs Mitmachen. Fürs Unterstützen. Für alles andere. Vielen Dank für all die... Für all die Jahre. Dankeschön. Dankeschön. Musik. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ohne dieses Lied ist der Stream aber nicht zu Ende Seitdem wir nur noch lizenziertes Lieder nutzen So, jetzt vielen Dank nochmal, ganz lieben Dank, kommt nun da raus, ein schönes Wochenende Doing things a new way, a new way Cause this is our world, and this is our time These are our plans, we're gonna let them shine This is our place, in the human race So we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming Look ahead, we can see forever You and me doing it together, just light it up, we can be a million stars Look at us, don't you see we can be a million stars Look at us, don't you see we've come so far Yeah we've come so far Cause this is our world, cause this is our world Cause this is our world, and this is our time These are our plans, we're gonna let them shine This is our place, in the human race So we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming Standing at the crossroads, feeling how the wind blows We can stall above the clouds Every moment, every moment has a heartbeat Every moment has a heartbeat, and every breath feeling so sweet And who can say what happens now Cause this is our world, this is our time These are our plans, we're gonna let them shine This is our place, in the human race This is our place, in the human race And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming This is our world, and this is our time These are our plans, we're gonna let them shine This is our time, this is our place, in the human race And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming We won't stop dreaming So, schön am Ende nochmal kaputt machen Entschuldigung, ich bin unsensibel, Captain unsensibel So, dann vielen Dank nochmal, und macht euch ein wunderschönes Wochenende Ne, und äh, nicht vergessen, immer den Kopf oben tragen Niemals aufgeben, niemals kapitulieren Lasst euch drücken, ihr Krücken, und Tschüsschen und Küsschen aufs Nüsschen Ich guck mal ganz kurz, ah ja, und nicht vergessen, äh, hier Strom sparen, ne? So, Strom sparen, Computer natürlich jetzt ausmachen Die interessanten Sachen im Internet sind jetzt erstmal vorbei Alles klar, vielen Dank nochmal, ganz, ganz lieben Dank Lasst euch drücken, kommt gut nach Hause, kommt gut durchs Wochenende Und wir sehen uns in Bälde wieder So, wo ist denn jetzt hier, äh, okay, das Mikrofon ist jetzt hier ganz woanders Äh, hier, so, jetzt mach ich den Mikro aber aus Alles klar, Tschüsschen, Küsschen So, bis bald, Tschüss Tschüss, männliches Tschüss sagen Na, auf Wiedersehen, Ciao Macht's gut Bella, äh, hier, äh, was weiß ich, Ferreroshi, keine Ahnung, wie man Tschüss sagt Jetzt erstmal Mikro aus Ciao Tschüss 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 rhoi克ern Tschüss Vielen Dank.